Ja und damit herzlich willkommen zu Graveyard Keeper, ein Supercut der ersten Season. Was ist die erste Season? Das sind die Folgen 1 bis 27 meines Playthroughs, die von mir einfach festgelegt worden sind als Season 1. Aus dem Grund, weil es danach einen kurzen Cut gab und ich selber auch nochmal in das Spiel einsteigen musste. Also perfekt für eine erste Season. Ich hoffe ihr habt viel Spaß beim Zuschauen dieser ersten Season von Graveyard Keeper. Viel Spaß, wir starten sofort rein. New Game. Also das ist wirklich ein Spiel in das ich mal komplett blind reingehe. It is an ordinary day and our hero is hurrying home where someone very important is waiting for him. Even in everyday routine there is a place for loving and feeling loved. Especially when you know that someone misses you. Interessant, dass mein Handy auch vibriert. What happened? Where is everything? Calm down, you've merely turned a page in your life. A whole new chapter waits you ahead. But I need to go home. Can I go home? There is always a way to get home. Hmm, let me see a new home in the Graveyard. Does that mean I'm dead? It means you're a Grave Cut Graveyard Keeper now. But I need to go home to my love. Then you need to be a good Graveyard Keeper. You should dig up Gary. He'll help you sort everything out. Huh? What a strange vision. What is this nightmare? Okay, let's find Gary. Ja, die Vision ist strange. Nicht, dass du auf einmal ganz woanders bist und plötzlich in dem Leben eines Graveyard Keeper. Nein, die Vision, das ist das, was daran strange ist. Wir haben hier eine Chest. Sie ist empty. Wir haben hier noch eine Chest. Die ist auch empty. Ich weiß nicht, soll ich den mit den Händen ausbuddeln oder was? The hatch ist closed for an hour. Okay. Looks like a good place to work on making my home cozy. Then maybe I can finally stop dreaming about the skull. Was? Place for woodlocks. Not right now. Man kann das Klo nicht benutzen. Die Hölle. Okay, ja, wir haben noch nichts zum buddeln, äh, zu craften oder zum überhaupt irgendwas machen. Muss ich das jetzt echt mit den Händen machen? Okay. Buddeln wir ihn halt mit den Händen da raus. Holy Sart, I'm a skull. Are you Gary? Why would you think I'm Gary? A man with a red eye told me that I need to dig up Gary. Red eye? I remember. Oh Sart. That's right. I'm Gary. How did you find me? The man told me that you'd answer all of my questions. Oh, good, good. Manfred, let me ask you. Who are you and where the Sart are we? I must be reanimating. None of this can be real. Oh, you're the new graveyard keeper. What else do you, do I remember? Let me think. I remember that sound. Let's go check it out. What sound? Everything is so strange. None of this makes sense. You know, I think it'll be better if I wait for you here. I definitely remember that bell and a donkey. A dog? Okay. Something is very wrong with that animal. You've unlocked a new technology and got donkey. Blueprint Donkeys of the World. Unite. Okay. What a fresh corpse from the town. Wow, a talking donkey. Huh? You can understand me. Let's talk. Who are you? I'm a cheap laborer. This card isn't mine. So I have to work for the capitalist bastard who owns me. Was wahrscheinlich ich bin. And I only earn five carats a day. The situation is deeply humiliating. You know, where I'm coming from, right, comrade? Oh no, I'm a communist. Huh? The bastard pretends that he doesn't understand anything I'm saying. Anyway, I need to go back to the town. You get rid of this one and I'll bring you a new one. He has 100% life, but he is dead. Hey, what are you staring at? Grab that juicy corpse while it's still fresh. This is not 90% fresh. What for? I feel like we should take it to the morgue. I don't remember why exactly. Well, I'm pretty sure it'll be fun and might be profitable. Okay, I'm going to puke. Let's do it. I like this place. Feels like home. Put the body on the autopsy table. Then what's next? Oh yes, slice some flesh from the corpse. That should be good for starters. What? No way. This isn't right. Sure, sure, it's not right. How could I forget? Maybe because I'm talking skull with amnesia. Is it right that you don't know where you are? Is it right that I'm a skull? Nothing is right here. So shut the star up and do what I tell you. You promise you'll tell me how to get home? You just need to trade the meat in the village tavern for a beer. What? Talking skulls never lie. Sure. It makes sense. And then bring the beer to me. You have unlocked a new technology and got blueprint preparation place. Blueprint palette and extract flesh. I think it's interesting, that we need for blueprints. Autopsy. Flesh. Extract flesh, yes. Work. Also we need to use energy, but I don't see any energy. You have unlocked a new technology and got burger. Sandwich, bake me. Nein. Das sind nicht, das sind nicht die richtigen Zutaten dafür. That's disgusting. Yes. Also die Rezepte, nicht das, was wir da gerade gemacht haben. You get used to it. So what should I do with the corpse? I don't know. Let's bury it. Take the corpse. I'll wait for you in the graveyard. Can we do it for you out? Können wir noch mehr Fleisch entnehmen? Nö. Take body. Wo ist denn der Eingang? Da. Let's bury it. Use a blueprint desk at the graveyard. Mark a side for the grave, then dig it with your shovel. Careful and put the body, or what remains of it, in the grave bury, decorate. Ja. Das dekorieren, das ist am wichtigsten. Warning. Do not use goat skulls and upside down stars for decoration. Okay, ich muss ein goat skull finden. Das ist das, was ich dem entnehme. Ich glaube, hier liegen schon Leute drin, kann das sein? Ja gut, grave site. Okay, was heißt das minus eins? Keine Ahnung, ich packe es erstmal hier unten hin. Und wieder zuschaufeln. Zack, zack, zack. Nicely done. Hmm, this burial certificate. I remember. Money. Alcohol. Alcohol. Hmm, I sure used to like it. A lot. Oh, sorry. Here comes the bishop. He's your boss. Oh, oh, and I know. Ask him about this burial certificate. He should know something. I'd better leave now. I'll be in the morgue, waiting for my beer. Hop, hop, hop. Dear me, I'm so tired. Why? Why do I have to come here every week? Maybe because it's your job? Oh dear, the new keeper. Hmm, we've been expecting him for 30 years, but you pretend there's nothing wrong. Was? It's all so weird. I'm sorry to have to tell you this, but your graveyard is a mess. There is no way I'm promoting you to cleric until you fix it. Current location. Important location information. The graveyard quality, the church appeal, etc. Prepare graves to increase the graveyard's overall quality. You'll probably need special resources to do that. Okay, wooden marker. As soon as your graveyard quality is at least 5, I'll be pleased to promote you. You look like a spiritual leader, and I'm a good judge of character. I'm good at everything. That's why I was chosen to represent his will. Your predecessor used to keep his stuff in a trunk somewhere here. You should check it. I'll come by again next week. In fact, I come here every... Maybe I'm not dreaming. Did I eat something? Yes. Definitely mushrooms. Oh, he's waiting. What should I say? Why is it you come here? It's part of my duty. The unpleasant part. It's kind of an old tradition. I don't know much about all traditions and rituals. I'm just here to represent his might and glory. I have one tiny question. What is a burial certificate? Or what is this burial certificate? As soon as a body has been laid to rest, you can't trade its burial certificate for money at the village tavern. Bishop's Choice. New task. I'm not a keeper. I was going home from work. I need to go home. There's a talking skull. He forced me to butcher a corpse. Ho, ho. A fine joke. I'm a humorist myself. Here's one. Who is BB? Who? I am. Ho, ho. Blessed and beautiful. Ignore him. I fixed the graveyard. No, I didn't. How can I fix the graveyard? Just repair all the graves. It wouldn't take me even an hour, but it's your job. Okay, a good test is done. That's what we already know. If you run out of repair kits while you're fixing the graveyard, you can always craft new ones. Okay. You've unlocked the new technology and got stone stockpile and stone rock. Gathering. 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 Crafting system. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich jetzt für den Anfang, so wie bei vielen Spielen. Aber gut, da kommen wir noch hin. Was zur Hölle tut er da? Er hat ehrlichen Spiegel dabei. Sondern schauen wir doch mal. Hier haben wir Wood Repair Kit. Stone Repair Kit. Und ganz viele Tools. Sind die jetzt alle ineinander gesteckt? Oder was ist damit passiert? Naja, wir tun einfach mal so, als wären sie ineinander gesteckt. Heavy Repair ich Sachen. Ja, fix Gravestone. Machen wir am besten erstmal die, die besonders schlimm sind. Kostet aber anscheinend auch ein bisschen mehr Arbeit. Gut, das ist erledigt. Wahrscheinlich brauchen die hier Stone Repair Kits richtig. Dann können wir noch die fixen. Und hier oben ist jetzt auch unsere Energieleiste. Das ist auch Wood. Das hier ist wahrscheinlich auch alles Wood. Ist schon mal zumindest alles, was wir so an Repair Kits hatten, weg. Ja, und die Büsche und, ja, die verdorrten Büsche sind auch nicht gewollt. Okay. Aber dadurch kriegen wir immer einen Ressourcen. Was auch immer diese Ressourcen zu bedeuten haben. Gut, machen wir hier erstmal ein bisschen sauber. Bis unsere Energie wahrscheinlich ausgeht. Nie der Technology, um Bäume zu fällen. Ja, weil wir haben zwar eine Axt, aber wir wissen nicht, wie wir damit draufhauen können. Weil wir brauchen die Technologie, um zu wissen, wie man einen Baum mit einer Axt fällt. Ein ganz schön weiter Weg ins Dorf. Eine Taverne. Eine Katze! Da komme ich aber an... Ach ne, ich muss hier rumgehen. Mir alles andere erstmal egal, ich will zur Katze. Aber ich glaube, da komme ich nicht rein. Verdammt. Wem gehört das Zimmer? Wen muss ich oben bringen? Welcome to the Dead Horse Tavern. I'm Horedrick. How can I help you? I came from the Graveyard. I woke up here today. And things have been crazy since then. Whatever. Oh, sorry. How could I not have recognized you? Good. This is good. Things are looking bright for a small village. When are you planning on opening the church? I need to fix the graveyard first. Sure, sure. It's been a while since anybody took care of it. So let's get down to business, shall we? How can I help you? The bishop told me that you would buy my burial certificates. Yes, he's right. As the head of the village, according to the ancient contract, I have to trade it for money. Of course, only I have any money. What do you mean? The village is going through hard times. We are short on money. Also, he had a monopoly established. But as soon as you open the church, pilgrims will bring lots of shiny coins to the village. Do you know how I can get back home? Can you tell me where I am? Because I really need to go home. My darling will be so worried. Whatever. You're at the dead horse. Okay, it looks medieval. Maybe I travel through time. The time it takes for the earth to make one revolution around the sun. Oh, you've been listening to the astrologer's nonsense. Everybody know that the earth is flat. But I get you. It's 200 after the ancient contract. And 210 after... Hmm... Never mind. And what is the name of our beloved kingdom? The kingdom. And it is definitely not beloved here in the village. Do you have any other questions? I'd like to trade you some fresh meat. Meat is a delicacy. In our village, I'd be glad to buy it. I just need to see the royal meat stamp on it. Many years ago, there was an accident with an inappropriate meat. Ever since, all meat must be approved by royal authority. And I don't need any trouble with the town. Does your meat have a stamp? No. I don't even want to know where you can get unauthorized meat. But wow, it really looks good. Mm-hmm. But without a stamp, my hands are tied. Where can I get this stamp? Oh, you can send a form to the royal court through the mailbox near your church. But it'll cost you a bundle. Never ever buy meat from a graveyard keeper. But there's another way. I'll tell you just because we're neighbors. Come closer. There's this guy called Snake. I think he has a fake royal stamp. But to be honest, I haven't seen him for a while. You can ask Miss Charm. She comes here every... I bet she can help you to find Snake. Thanks. Yeah, good. Oh, Keeper. Could you kindly take this letter to our local blacksmith, Cresswald? Sure. Where can I find him? The south-eastern corner of the village. You want to be loved by me? You want to be loved by me? Shaluba-duba-wa-wa-wa. What the fuck? Miss Charm. We've unlocked a new technology and got Blueprint Miss Charm Monroe. Was? In wiefern is this a Blueprint? Naja, good. Hi. What do you want? I am a graveyard keeper and I want to ask you some questions. I see. You know how many times a day I hear that same mumbling. I have no time for you, little man. Come back when you have more faith in yourself. But... Ciao. Hail, French. Can I have a moment? What did Miss Charm tell you? Literally to go away. Oh, they're so classy. She would never talk to just anyone. I'm not just anyone, I'm the local graveyard keeper. Soon to be prior of the local church. Okay, they had us very quickly accepted. Oh, how primitive. I'm a well-known poet in certain small circles. My name is Wagner. One day I'll read my poem to her and then we'll. But first I need to write it and I am catastrophically out of paper and ink. Maybe you can get me some. So viele quests. Perk, journalist. Okay, with a camera. I don't know what time we live, because it's all medieval-like, but it's also a lot of modern stuff. Where can I find it? You may have some of it in your church, or you can make it. I'm just not used to manual labor. But a skillful man such as you can surely do it easily. Also, you could get some from the old astrologer. He used to go to the lighthouse every- He was my supplier before we had this ridiculous fight. He's an old man, he's old and mad, whereas I've been studying for three, almost three years, at the town university. Can you believe he turned out of me to be an idiot? He told me that the earth was round, but nonsense. Actually, it is round. Oh god, you should definitely not meet him. The mad astrologer and the graveyard keeper. Two wise men. Hmm. That could make for a pretty funny point. This astrologer must be the smartest man around. Maybe he'll be able to... He'll be able to help me get to back home. Oh, my goodness. Ask about the lighthouse. It's on the cliff to the east of the village. It hasn't seen active use for a while. Bless the dead horse for staying open. One day I'll write a poem about this place. Maybe even a couple lines about you. Okay, whatever. Miss Jane. Miss Charm and Miss Jane. You must be the new graveyard keeper. Sorry, I've been told, but how did you know? Oh, if you live as long as I have, you'll probably learn how to read people too. But where's my manners? I'm Mrs. Jane. Frederick's wife. Nice to meet you. I have a few questions about... Whoa, you better talk with my husband. He's in charge around here. He's not only the tavern keeper, but also the elected head of the village. Besides, he really does like to talk. All I can do is sell you some recipes. Hm. Ja, gut. Dann gehen wir doch erstmal zum Blacksmith, der irgendwo hier unten rechts sein soll. Ich weiß nicht, ist das sein Haus? Oder geht's hier noch weiter runter? Ne, ich glaub, hier geht's aus dem Village raus. Da müsste er... Ich mein, das sieht nicht aus wie ein Blacksmith, das sieht eher aus... Hier oben ist, glaub ich, eher der Blacksmith. Oder hier? Ja, das sieht eher nach Blacksmith aus. Da ist er doch. Was machst du noch? Nichts, nur schau dir nach oben. Ich glaube, ich bin der Keeper des lokalen Graveyard. Jetzt bist du auf einmal nicht mehr so sicher. Gerade so verkündet. Ja, ich bin hier der Graveyard Keeper. Und bald werde ich auch zum Churchleiter aufsteigen. May I ask you who you are? Unfortunately, ja, I'm the local Blacksmith. My name is Chris Walt. Ich find das nervig, dass das nach einer Zeit automatisch weitergeht mit dem Text. Aber gut. Give him the letter. I have a letter for you from Horadric. A letter, of course, one minute away. And he can't be bothered to come himself. I guess old habits never die. Thank you, sorry for my nagging. It seems it's my new habit. Hmm, slimes again. Oradric has asked me to get rid of them. I don't have the time for those pesky little green bastards. But maybe you can help. Take this rusty sword and an energy potion. The sword is broken. But you can repair it with a redstone on the grinder right behind me. You can keep the redstone. Maybe you'll need to repair your shovel sometimes. If you manage to kill them, bring me their remains and I'll spare you some materials. They should be right up the other side of my house. Near the puddles. Craft, grindstone, sword and whetstone. Work. Good. Hat ja gut funktioniert. Wie kann ich so einen Energy Potion nehmen? Use. Good. Work. Und wie rüste ich das jetzt aus? Stand das gerade im... Gut. Äh, Options. Nee, Tutorials. Controls. Controls ist es wahrscheinlich eher. Attack with a sword. Space. Okay. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu häufig schwingt, weil es ultra viel Energie kostet. Defeated the Slimes. Good job. Take this whetstone. Just shout me your broken tools and they'll be as good as new. You've unlocked a new technology and got green jelly, red jelly. Ask him, where to find metal ore. You know what? I like to work with metal myself. Where can I find some ore? Oh, you can find metal ore in swamp soil. There's a huge swamp to the west across the river. I used to collect ore there before the bridge collapsed. You've unlocked a new technology and got blueprint furnace, create iron ingot and gathering swamp iron. Dann schauen wir doch mal, wie wir hier drüber kommen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich Eisen brauche, aber wo wir sowieso schon mal hier in der Nähe sind. Was ist das denn hier für ein Obdachloser? Das erinnert mich gerade alles irgendwie so ein bisschen an Stardew Valley, weil die Charaktere sind sehr ähnlich. Ich glaube, da wurde ein wenig Inspiration abgegeben. This guy must be crazy. You think I'm crazy? No, I don't think so. Unser Charakter hat anscheinend auch die Fähigkeit verlernt, Dinge zu denken, anstatt sie zu sagen. I'm just trying to stay positive and I know what truly matters. What? Do you think he can understand? No, he won't. Because he can't see. Okay, then. I'll tell you a sweet wine. Your only things that matter are peas and herbs and nice sweet things. Sweet like honey. Bring me some honey and I'll teach you how to make a cake. Cake is the best. Ich würde gerne erstmal irgendwie runter in den Swamp da kommen. Kann ich hier einfach runterspringen? Jump. Okay, da vorne ist eine Schranke. Guten Tag. Ah, the town is closed. You need a town pass. Habe ich nicht. Na gut. Dann würde ich noch sagen, gehen wir erstmal zurück zu unserem Graveyard und gucken, ob wir den irgendwie weiter in Ordnung bringen. Wobei, kann ich irgendwo meine Quests sehen? Known NPCs, Technology, Map. Hm. Wir müssen mal gucken, wie wir Papier und Ink herstellen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Psst. Okay. What wheat exactly? I remember baking bread from it. And pies. Mmm, sweet berry pies. Toast, onion toast. Oh, that's good with beer. SIR! You know what? I need a beer. This is beginning to feel like a one-sided relationship. Bring me beer and I'll tell you a lot of important stuff, like how you can get home. Questions? How can I get home? Yes, can you tell? It was rhetorical. Do I look like a magic cat with answers? Well, technically, yes. SIRT, you smartass. I'll be waiting for that beer at my place. No beer, no answers. Goodbye. Good, we can here a few bears. But I don't know what it brings. Pils. Here we can build. Place for stones. Tutorial building. Use a blueprint desk to access the building interface and start building or removing an object in the area. Some objects will be built immediately. Some of them will need a little extra work with your hammer. This will spend time and energy. Yeah, good, but where can I craft? Where can I craft? Where can I craft? Where can I craft? Oh, sliced meat. What's that sound? Damn good. I'll come here every night if I have to. But I'll get through eventually. It goes just like I can remove this blockage and fortify the arc. Yeah, wenn ich die Sachen dafür hätte. Wie kann ich denn Energie generieren außer durch Potions? Kann ich mich schlafen legen? Ja, kann ich. Und dann geht natürlich Zeit schneller rum. I'm so refreshed. This is not good. Not good at all. Who do you think you are? I'm the new graveyard keeper. Yeah, just ignore the fact that the ghost is standing right next to you. Hooray, a keeper. Wow, I've been here for... How long? I'm Jorik. I'm so lonely. Poor, poor me. It's too bad you're here. Wait, no, on the contrary. I'm very glad to see you. But we do have a rather unpleasant fellow, Barretude. We'd really like to have a new neighbor instead. Does it sound like something you can help us with? I'm not exactly sure why I'm here, actually. Gary only told me about burying putties. You're Jorik and he's Gary. Funny. Oh, the half-dead skull, the jealous bastard, true-ho-ho-ho. He can only dream of what a peaceful rest we are having. Who am I kidding? It's terrible here, especially that guy down in the lower right corner grave. He's so beat. Could you just get rid of him? Just stick him up and throw him in the river. I can even give you this license that I stole back when I was alive. Exhumation permission. You're such a dummy. To dig up a corpse, you need a license. The old keeper used to buy them through the mailbox near the church. Okay, then graben wir jetzt mal Leichen aus. Is das der Typ hier? Er hat ja gesagt, in der bottom right corner, oder? Ich hoffe, das ist der richtige. Wo ist der River? Kann ich ihn nicht einfach per Mail versenden oder so? Express-Zustellung. Da ist der River. Tschüss. What do you think you're doing here? The ghost asked me to get rid of this body. So what? Now you're just going to do everything he asks? It's not like he can do anything to you. He's disembodied. Whereas I can bite you to death. Oh, you're sleeping. Of course, I'd never do anything like that, because we are friends. But you get my point, right? Anyway, if you ask me, the best way to get rid of a body is to burn it. Do you know where that river leads? The river? Somewhere down to the town, I think. How can I burn a body? You know what? You're one of those guys who look a lot smarter than they actually are. Thanks. That's what I'm talking about. You need fire and some wood. It's a bit tricky to make the whole thing burn to ash. Where can I burn it? You'd need a nice, quiet place like the place I use for my meditation. Across the road from the mortuary entrance near the cliff. Each important character who the graveyard keeper meets will appear on the character screen. The character's relation from 0 to 100 is shown below the character. The tasks related to a character are listed to the right of the character. Some services require a certain level of... Ich brauche immer noch Papier und Ink. The royal service box will start working once the church opens again. Wie kann ich denn craften? In der mortuary vielleicht? Mortuary desk broken. Repair desk. Machen wir einfach mal. Okay, das ist nur Stuff für die mortuary, aber egal. Früher oder später werden wir das Ding eh brauchen. Corpse hatch. Dafür brauchen wir Stein. Kann ich hier einfach so Steine abbauen? In der Tat. Technologie. Kann ich hier irgendwas schon erlernen? Great wood billet sawing. Das klingt doch gut. Unlock. Stoneworking wäre wahrscheinlich auch... Also ich sollte wahrscheinlich erstmal ein paar Sachen anlocken. Und dafür brauche ich die roten Punkte. Und die habe ich ja im Keller bekommen. Als ich aufgeräumt habe. Bis ich keine Energie mehr hatte. Recipe. Simple and tasty. Okay, wie erlern ich das? Use. Baked mushrooms and baked apple. Story kann ich nicht nutzen. Ja, das muss ich ja auch handeln. So, was können wir denn jetzt lernen? Firewood, stoneworking. Mining. Ja, war das... Eigentlich habe ich das ja schon, oder? Ja, nee. Ich habe es nur im Swamp wahrscheinlich. Machen wir mal Mining. Klingt ganz sinnig. Ach, hier sind auch noch verschiedene Punkte. Das eine ist gerade was wert. Building. Haben wir mal noch... Theology. Book writing. Farming and nature. Okay. Aber trotzdem, wo crafte ich denn? Ich kann hier irgendwie nicht mit der Hand craften. Kann ich hier irgendwas machen? Sawhorse. Das klingt doch ganz gut. So, den Dicken haben wir noch nicht. Platzieren wir es erstmal hier hin. Das heißt, wir sollten auch so ein bisschen unseren Garten aufräumen, dass wir hier auch genug Platz haben. Ist meine Schaufel kaputt, oder warum kann ich die nicht? Ach doch, ich muss es nur von hier machen. Hier können wir ein Woodbillet und ein Flitch craften, wenn wir einen Lock haben. Oder einen Wooden Marker. Ich fahre mir erstmal ein bisschen meinen Garten auf. Können wir denn hier einfach so Bäume fällen? Ja, können wir. Andere Frage ist, wachsen die nahe? Oder ist das jetzt einfach Gun? Okay. Zählt das, wenn das da drin liegt? Ja. Ja, gut. Gucken wir uns erstmal ein wenig weiter um. Was haben wir hier vorne? The Garden. Property in Forfeature. For commercial use, contact the tavern owner, Horredrick. Hier können wir wahrscheinlich Wasser holen. Wofür wir das jetzt auch immer brauchen. Aber ich leg mich erstmal ein bisschen schlafen, weil ich brauche wieder Energie. I'm so refreshed. Gut, it's much nicer without him at Graefjord. I'm still so sad, though. Even the best decorations can't make Graefjord a peaceful place, when it is full of... I'm not sure that I understand what you're talking about. I'm sure you don't. You better take a good care of the Graefjord. I'll be watching you. I can't do anything. I'm so sad. Tutorial Graves. All human remains have their own unique spiritual attributes. A corpse gets its... From its body parts. You can change a corpse's... By removing organs and embalming. The main way to increase your Graveyard's... Is to decorate Graves with objects that have more... Each line that has both... Counts as one... Lines that have... Never count. But you need to fill them with... To reach... Lines. It's a sad field. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut verstehe, aber... Es wird sich wahrscheinlich in der Praxis eher ergeben. Oh Gott, es ist neblig. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Wir reparieren mal alles, was wir so gerade reparieren können. Das sind wahrscheinlich ja eh noch die Basic-Sachen. Was benötige ich denn für Repair-Kits? Wo kann ich Repair-Kits überhaupt herstellen? Read. This area is closed due to Kultus' Activity. Please address any concerns to the Inquisitor. Krematorium. Na gut, wir haben noch kein Krematorium. Ich habe keine Ahnung, wo ich Repair-Kits herstelle, aber wahrscheinlich... Benötige ich dafür... Irgendwas hiervon. Hmm. Ich meine, ich hätte hier doch auch gelesen beim... War das bei Building? Woodworking hier? Das sieht doch aus, als wenn wir hier... diese Repair-Kits herstellen. Create Wood Repair-Kit. Dafür brauchen wir 20 von dem roten Zeug. Das heißt, wir fällen einfach mal viele Bäume. Bauen ein paar Steine kaputt. Hier, wir können nur kleine Bäume fällen. So, 20. Jetzt können wir... Woodworking land. Unlock. Wo lernen wir denn ein... Hier, Stone Repair-Kit. Dafür brauchen wir 15 und 5. Aber die andere Frage ist, wie stellen wir das jetzt her? Oder wo stellen wir das her? Wahrscheinlich an der Carpenters Workbench. Dafür brauchen wir Holz und diese komischen Scharniere. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich auch eine Furnace oder sowas bauen. Ich weiß halt nicht, wo wir die Simple Iron Parts herbekommen. Die müssten wir ja rein theoretisch auch irgendwie herstellen können. Wahrscheinlich nicht beim Stone Cutter. Wahrscheinlich eher hier bei Smithing. Ja, hier. Wir brauchen ganz viele von diesen roten Teilen. Ich weiß nicht, wie wir das am besten herstellen. Das heißt, am besten, wir gehen jetzt einfach mal in die Wildnis und farmen ganz viele Ressourcen. Kann ich auch mehrere hiervon fragen? Nein, kann ich nicht. Das ist doch nervig. Wahrscheinlich gibt es hinterher so Karren, die man machen kann oder so. Gott. Schon eine neue Leiche. Ich bin auch noch gar nicht so weit. Meine Güte, lass mich erstmal andere Sachen machen. Deiner mit. Kann ich die nicht da reinwerfen? Wofür habe ich dann diese Hedge gebaut? Na gut. Nein. Jetzt habe ich die Leiche daraus zu vergessen. Ja, wir haben noch ein freies Grab. Da können wir ihn doch reinschmeißen. Zack. Einfach zuschaufeln. Frag mich, wie viel Holz ich hier drinnen überhaupt lagern kann. Scheint einiges zu sein. Hier oben haben wir auch Kupfer oder sowas. Was soll das denn? Not enough Energy. Na super. Wir haben aber hier einen Energy Potion. Bad Wing. Ich komme hier nachts einfach irgendwelche Viecher angeflogen, ey. Iron Ore. Das ist schon mal ganz praktisch, ein bisschen davon zu haben. Ich weiß gerade gar nicht, war das beim Smithing das? Ja, das brauchte 10. Gut, dann unlocken wir das mal. Und dann können wir einen Wooden Anvil machen. Machen wir den auch hier an der Blueprint? Wooden Anvil, ja. Dafür brauchen wir zwei Wood Billets und ein Simple Iron. Das ist aber ein bisschen problematisch. Woher kriege ich denn die Simple Iron Parts, wenn ich den Wooden Anvil brauche, um Simple Iron Parts zu machen? Hm. Naja, holen wir uns erstmal ein bisschen. Es regeneriert auch Leben zu schlafen. Das ist sehr gut zu wissen. Was brauche ich nochmal, um das hier zu reparieren? Einiges, okay. Ja, wo kriege ich jetzt Simple Iron Parts her? The Inquisitor! I've seen the Inquisitor! Right nearby, going up the path to which hill? I've served! He'll kill me! Or even worse! Calm down, I'll go distract him. Maybe I'll find something on this hill that will help me get home. In welche Richtung war jetzt nochmal der hill? Hier lang? Was ist das denn? Honig. Wollte da eine Typ nicht Honig haben? Tut wahrscheinlich weh, aber naja. Lauf! Okay. Es kommen doch keine Bienen. Blockhedge. Können wir auch aus dem Weg räumen. Broken Appery. Kann ich aber nicht repairen. Keine Möglichkeit dazu. Wie kommt der überhaupt dann den Honig da oben dran? Oh, das tut sogar echt weh. Ein bisschen Leben verloren. Hier kann ich kochen am Campfire. Ist dann irgendwo, wo jetzt der Inquisitor ist? No NPCs. Wo haben wir denn den Skull? Hier oben. Ja, aber wo ist der Inquisitor? Ich sollte besser aufpassen, wenn ich diese Quests lese. Ach, nö. Esel, ich kann dich nicht gebrauchen. Bitte nicht. Geh weg. Ich hab keinen Platz für Gräber. Ich bin auch zu sehr beschäftigt. Nee. Ja, wo soll ich den jetzt hinpacken? Nein, der Güte, ey. Das Leben als Grapeyard Keeper ist echt nicht einfach. Ich muss erstmal mehr Punkte fahren, dass ich ein paar neue Technologies freischalten kann. Your rusty shovel has broken. You need to fix it to continue using it. Okay. Das weiß ich immerhin, wie das geht. Einzige Problem ist, das war mein letzter Wetstone. Ach ne, ich krieg ihn wieder. Nevermind dann. Die Bäume kann ich auch nicht fällen, obwohl die relativ dünn aussehen. Ich glaube, 15 rote Punkte brauchte ich für die Steinverarbeitung, oder? Den haben meine ich nicht gereicht. Ähm. Ich könnte Glas herstellen, aber das brauche ich nicht. Simple Gravestones wäre natürlich auch was, was sinnvoll wäre. Aber ich muss ja erstmal andere Basics herstellen. Anatomy and Alchemy. Ja gut, ich weiß halt nicht, ob man mit den Ressourcen irgendwas Sinnvolles anfangen kann. Aber ich sag ja, ich glaube, Stoneworking ist erstmal ein besseres Ziel, darauf hinzuarbeiten. Kann ich hier noch irgendwas abbauen? Steine. So, jetzt haben wir 15. Und auch keine Energie mehr. Dann legen wir uns doch erstmal wieder schlafen. Sehr viel Schlaferei hier. I'm so refreshed. So, Technology, Stoneworking. Unlock. Was brauchen wir für Stonecutter? Nägel. Ja, wir brauchen unbedingt diesen Boden Anvil. Aber woher kriegen wir Simple Iron Parts her? Gehen wir mal zum Blacksmith. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Okay, Weed Farm können wir nicht mit unserem Schwert. Nee! Geh weg! Ich will nicht noch mehr Leichen. Nur mehr Arbeit. Wo kommen denn die ganzen Toten überhaupt her? Ich hab doch noch gar nicht angefangen, Leute umzubringen. Blacksmith, kannst du mir ein paar Iron Parts geben? Ich hab kein Geld. Obwohl doch ich... Nee, das ist sein Geld. Ach, und das ist meine Sachen, die ich verkaufen kann. Das ist scheiße teuer. Ich könnte meine sechs Iron Ore für ein Ding ausgeben. Und dann könnte ich ein Anvil machen. Aber dann habe ich kein Iron Ore mehr. Ich brauche sowieso mehr für... Hm. Kann ich seine Sachen hier irgendwie benutzen? Sieht irgendwie nicht danach aus. Naja, ich kann ja vielleicht erstmal den Bekloppten da seinen Honig bringen. Den wollte er ja haben. Ich weiß, dass eine Leiche da ist, aber die kann ruhig verrotten. Du wolltest Honig haben. Ding-Dong-Bing-Bang-Bang-Dick-I-Am-I. Er wollte fünf Honig haben. Okay. So viel habe ich noch nicht. Naja. Machen wir erstmal... Tauschen wir erstmal die Sachen da ein. Ich weiß, dass wenn hier F dran steht, aber er nichts machen kann, weil er davor stehen muss. Warum dann überhaupt so tun, als könnte ich es abbauen? Ja, gut. Also... Great. Iron Ore. Wieso kriege ich... Es wird geringer, wenn ich mehr verkaufe. What the fuck? Das ist doch richtig scheiße. Nee, dann... Ja. Cancel. Weil dann bringen wir das auch nichts. Dann kann ich das ja trotzdem nicht kaufen. Oh Gott, was mache ich? Kann ich bei ihm hier irgendwas verkaufen? Es ist gut, dass du die Schwert benutzen kannst. Kresswald hat mir gesagt, wie du ihm geholfen hast. Hier, hab eine Bier. Es ist in der Haus. Oh, das kann ich immer in den Skull bringen. Ask about the garden. Ich habe einen abandenen Garten, neben dem Grafjahrt. Kannst du mir etwas erzählen? Oh, der Garten. Es war seized by the Merchant to cover someone's debts. Ich kann nicht finden, wer will machen. Ich kann nicht mehr, wenn du es nicht mehr gibt. Ich kann dir permissionen, wenn du die Garten benutzen kannst. Wer der Garten? Wer will das noch nicht? Ich kann nicht mehr verwenden. Wer will das Garten? 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 Aber es wird gut sein, wenn du nur die Details mit ihm besetzt hast. Klar, ich spreche mit ihm. Nicht. Er kommt mit den Lokalen zu allen Bösen. Hier auf dem Bohnen, gerade nach der Tavern. Die Simple Metal Parts. Am besten auch schon direkt ein paar mehr. Wird das teurer oder billiger? Eins kostet 60. Fünf Stück müssten dann eigentlich... Es wird teurer. Ach, so ein scheiß Penner, ey. Naja. Ich brauche es halt. Sind das eigentlich meine Fußspuren, die ich hier hinterlasse? Oder ist das von irgendwem anders? Ich glaube, das sind meine. Sehr interessant. Wie lange bleiben die denn dann da? Ach, hier verschwinden sie schon langsam. Jetzt habe ich hier noch so einen scheiß Korps liegen. Ja, nimm ihn einfach mit. Ich brauche unbedingt ein Krematorium. Jetzt können wir immerhin... So, ne. Ich muss hier erstmal die... Zwei Flitsch herstellen für eine Carpenters Workbench. Und zwei... Wood Billets für einen... Wooden Anvil. So. Wooden Anvil. Kann hier hin. Und Carpenters Workbench kann direkt daneben. Oder stellen wir hier so hin. Das ist da perfekt rein. Hier können wir jetzt die Simple Iron Parts und Nails herstellen. Und hier... Wir können die Wooden Plank und die Wooden Repair Kits herstellen. Aber hier brauchen wir erstmal Iron Ingets. Das heißt, wir brauchen eine Furnace. Und für die Furnace brauchen wir wieder Simple Iron Parts. Okay. Ich brauche wieder mehr Iron Parts kaufen. Eieieiei. Aber bald haben wir es. Dann können wir uns selber versorgen. Okay. Die Fußspuren verschwinden doch irgendwie nicht. Und gleich ist hier alles voll. So. Dann... Wollen wir noch ein paar Metal Parts eintauschen. Zwei Stück brauche ich noch. Und dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Hoffentlich. Ich merke gerade, man hört die ganze Zeit eine Kettensäge im Hintergrund. Es ist wunderschön. Ich muss mal eben den Filter ein bisschen anpassen. Jetzt sollte es nicht mehr zu hören sein. Es sei denn, ich rede währenddessen. Gut, gut. Furnace. Die können wir ja mal... Kann ich die irgendwie drehen? Da. Okay. Aber die passt anscheinend nicht. Hm. Ja. Bauen wir sie halt hier oben hin. So. Eine Furnace. Hier können wir jetzt... Wir müssen irgendwas an Fuel da reinpacken. From Firewood. Sticks from Coal. Die kriegen wir denn Firewood. Wenn wir halt nicht hier herstellen. Irgendwie komisch ist. Haben wir denn noch irgendwas? Was? Timber Stockpile. Okay. Den haben wir ja schon hier. Obwohl, das war glaube ich auch eine Technologie, die wir... Ja. Hier Firewood. Ja. Erstmal können wir ja ein paar Sticks machen. Davon haben wir ja erstmal genug. Können wir ein Iron Ingot machen. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis das fertig ist. Ja gut. In der Zwischenzeit können wir eigentlich wahrscheinlich mehr Klappen fahren. Und ein paar Punkte holen und so. Holy Shit, es hat richtig viele grüne Punkte gegeben. Was mir aber nichts bringt, weil ich sowieso schon viel zu viele grüne Punkte habe. Ich brauche rote. Was gibt denn richtig viele rote Punkte? Es wäre auch schön zu wissen, was diese Punkte überhaupt genau bedeuten. Das können wir jetzt machen. Unlock. Ist das hier irgendwo dran da? Red Points represent your Handcrafting Skills and your ability to work with materials. Green Points represent your knowledge about the nature of things and nature itself. Blue Points represent your spiritual knowledge of the immaterial world. You'll get your first blue at the study table in the church basement. Okay. So müsste ich eigentlich wie Scrafton sehr viele rote Punkte bekommen. Naja, legen wir uns erstmal schlafen. Ah, Iron Ingot ist auch fertig. An dem Anvil kann ich Scrafton. Machen wir erstmal die simple Iron Parts. Kriegen wir durch sowas denn hier rote Punkte? Ja, ein. Wow. Super. Klasse. Mh, können wir hier jetzt auch Firewood ran machen? Oder ist das eine Extrastation? Anscheinend eine Extrastation. Chopping Spot. Das braucht 5 von diesen, die wir hier herstellen können. Ja, wo passt der hin? Wieso kann man den denn nur... Das ist auch Schwachsinn, dass man den nur nach links und rechts drehen kann. Das ist unsinnig. Ich spiel zu viel mehr Problemen. So, Firewood. Dafür muss ich Wooden Billets herstellen und dann kann ich Firewood herstellen. Mal ein bisschen powern. Dann kann ich Iron Ingot da reinschmeißen. Okay, wie sieht das denn mit Wooden Repair Kids aus? Kann ich ja den Friedhof ein bisschen in Ordnung bringen. Dann brauche ich Nägel und so ein Holz. Das Holz kann ich hier drin herstellen. Das machen wir dann zu Wooden Planks. Daraus kann ich dann Wooden Repair Kids herstellen. Zack, zack. Ich habe jetzt auch fast keine Energie mehr. Ich glaube... Ich weiß gar nicht. Brauche ich dafür Energie, um das zu reparieren? Ich habe es schon wieder vergessen. Werden wir sehen. Aber wahrscheinlich brauche ich da Energie für. Würde mich wundern, wenn nicht. Was haben wir denn überhaupt für Sachen, die noch kaputt sind? Hier zum Beispiel die Wooden Crosses. Ja, es kostet Energie. Es reicht nicht, verdammt. Ja gut, ich hoffe mal der Stand erhält sich über Nacht. Und ich sollte dann auch direkt noch ein paar mehr Wooden Repair Kids herstellen. Ich sage ja, sehr viel Schlaferei. Oh, anscheinend haben wir einen neuen Korps. Ja, den lassen wir aber da liegen erstmal. Ich brauche erstmal die Energie. Wie sehr vergammelt ist der jetzt über Nacht? Eigentlich gar nicht so sehr. Hier, ich habe übrigens dein Bier. Hey, woher ist mein Bier? Hier. Ach, was a disappointment. Ich denke, ich brauche etwas stärker. All right, du seemst wie ein decenter Typ. So, hier ist mir ein paar Tipps. Stopped running around, brauche ich, dass du von einer anderen Welt bist. Today, du bist zu einem trinken in der Tavern. Und morgen, du bist auf jeden Polen in der Stadt. So, if you want to keep yours, just stop. Maybe he's right, I should be more careful. So, what was your question? I have some questions. How can I get back home? Easy. I'm sure you could use the portal on which hill. So, I just need to go through it or what? Do I need to turn it on first? I obviously don't know. I obviously don't have a brain inside here, so I'm not sure where this knowledge is coming from. I've told you everything I can remember. Maybe some books from the library could help you. Wow, that church has a library in its cellar. Or maybe astrologer knows something. He's a smart man. He used to steal books from libraries when he was a kid. So wird man also schlau. How can I get to the library? Ja, gut. Das andere ist alles relativ simpel, denke ich. Noch eine Gravesite. Einfach hier hin, zack. Gibt ja Money. Aber macht mir auch mehr Arbeit. Muss auch noch herausfinden, wie ich Stone Repair... Also ich weiß, wie ich Stone Repair Kits mache, aber... Muss schauen, dass ich die auch irgendwann herstellen kann. Dafür brauchen wir wahrscheinlich den Stone Cutter. Was brauchte ich dafür nochmal? Stone Cutter. Nails. Ja, die können wir ja herstellen. Nicht hier, sondern hier am Anvil. Machen wir noch ein paar Simple Iron Parts. Und dann den Stone Cutter. Ja. Was sehen wir denn hier zwischen? Wo es halt passt. Alles sehr eng, aber wir haben auch nicht sehr viel Platz. In fact, wir haben so wenig Platz, dass ich das Ding hier nicht mehr bauen kann, vernünftig. Was kann ich das hier machen? Iron Ore. Kriegt dann aber Iron Ore, oder? Ja. Stone Repair Kit. Dafür brauche ich Clay. Okay, ich weiß nicht, woher ich Clay bekomme. Ich kann ja erstmal noch einen Ruden oder zwei, vier Ruden Repair Kits machen. So, wir haben noch einige Gräber zu reparieren. Das eine können wir, glaube ich, so komplett mit Holz reparieren. Wenn ich das richtig sehe hier. Ja, ist beides aus Holz. Zack, zack, zack. Das hier... Ja, ist eigentlich noch nicht komplett zerfallen. Fallen die anderen eigentlich auch wieder über Zeit? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich habe sowieso nur noch ein Repair Kit. Dann kann ich das auch hierfür nutzen. Jetzt haben wir Quality minus drei. Wir müssen auf plus fünf kommen. Joa. Hierfür brauchen wir Bravestones. Ist ehrlich gesagt nicht, wo ich die herstellen kann. I feel so refreshed. Yes. Der Iron Ingrid war noch nicht ganz fertig. Aber jetzt gleich. Einen haben wir noch. Haben wir denn überhaupt noch genug Feuer da drin? Naja, muss ja. Die Zahl war weiß, wenn ich mich nicht verguckt habe. Was... Ich wollte... Ich wollte irgendwie gucken, wie man... Stone Crosses herstellt. Fand ich das hier? Wooden Marker. Ich denke mal, das ist es doch, oder? Dafür brauche ich dieses Holz und Nägel. Es ist so eng hier. Dann machen wir noch ein paar Nägel. Nein, wir machen... Ein paar mehr Wooden Marker. Wir haben ja ein paar Gräber. Das gibt auch richtig viele rote Punkte. Das ist nice. Ich kann sie nur nicht mitnehmen. Weil mein Inventar wahrscheinlich voll ist. Ist schlecht. Ich weiß nicht, was der Trunk ist. Aber da können wir ja erstmal ein paar Sachen reinpacken. Irgendwie. Ist diese Kiste hier? Yes. Wahrscheinlich. Ein Bucket of Water. Konig packe ich da erstmal rein. Berries. Alles, was ich jetzt gerade nicht so spontan brauche. So. Wir können jetzt hier ein paar Crosses draufstellen. Und drei Stück. Dann wird das auch alles direkt ein bisschen schöner. So. Jetzt müssen wir noch irgendwie fünf Punkte kriegen. Wir haben noch zwei Gräber, die keinen Cross haben. Wir können auch einen Holzgrab reparieren. Hm. Ja, aber ansonsten müssten wir mal irgendwie zu den Stone Repair Kits übergehen. Aber dafür brauche ich Clay. Keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Wir haben auch kein Holz mehr. Aber naja. Im Moment haben wir ja noch ein bisschen was, was wir verarbeiten können. Technologies. Haben wir hier irgendwas, was sich lohnt zu erlernen? Boah, das kostet alles so mega viel. Green Gold. Silver Org. Clay. Haben wir das schon irgendwo aufgelistet? Also ich gehe mal davon aus, dass wir das haben. Wäre ja sonst komisch. Advanced Forging. Hm. Ich sag ja, ansonsten wäre hier vielleicht ein bisschen Anatomie sinniger. Wir unlocken das einfach mal. Wenn wir da mehr machen. Und Simple Gravestones ist glaube ich auch ganz sinnig. Vor allem, da wir ja den Friedhof dekorieren wollen. Können wir das dann hier an der World Bench machen? In der Tat. Da können wir Wooden Crosses machen. Und das bringt ein bisschen mehr. Da brauchen wir Wooden Planks. Not enough energy. Wow. GG. Ja gut, dann legen wir uns erstmal wieder schlafen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder der Esel mit einer Leiche. Doch, tatsächlich nicht. I feel so refreshed. Dann können wir noch ein paar Wooden Repair Kits machen. Und dann sollten wir auch schon Level 5 da erreichen vom Friedhof. Das einzige Problem ist, dass wir dann noch auf den Bishop warten müssen. Das ist alles so eng. Das ist so nervig. Zack. Und zack. Es hat nur plus 1 gegeben. Warum hat es nur plus 1 gegeben? So, wegen... Äh. Ah. So ein Mist. Muss ich noch irgendwie Brand herstellen oder so. Haben wir ja einige Gräber ohne. Wir brauchen einfach nur Planks. Machen wir auch mal direkt drei. Oder auch nicht, weil wir nicht genug Energie haben. Aber egal. Stellen wir das morgen her. Ich bin so refreshed. Und dann erhöhen sie doch. Sie haben einfach nicht erhöht. Sie haben einfach nicht erhöht den Weg zu der Witch Hill. Oh, sorry. Ich weiß nicht, wie es da hingeht. Ich weiß nicht, wie es da hingeht. Ich weiß nicht, wie es da hingeht. Ich hätte ja gesagt, hier hoch. Aber keine Ahnung. Hier habe ich ihn letztes Mal nicht gefunden. Habe ich irgendwie eine Map oder so? Ja, hier. Aber Witch Hill ist hier nicht verzeichnet. I don't know. Ja, hier endet the path. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Kriege ich hier irgendwo Clay her? Ich möchte hier einen Wooden Grave Fence hinbauen. Okay, es bringt alles nichts. Ich muss mir auch irgendeinen aussuchen, wo es irgendwas bringt. Was ich nicht kann, weil es nirgendwo was bringt. Hier vielleicht. Ja. So, jetzt haben wir eine Quality von 6. Jetzt brauchen wir als nächstes Stone Repair Kits. Tja, woher kriege ich Clay? Same Property. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Garden. Hier können immerhin drei direkt nebeneinander. Nicht so wie bei dem anderen Ding da oben. Also beim Grab. Ich mache erst mal drei und gucke mal, was ich hier so einpflanzen kann. Ich habe gar nichts zum Einpflanzen. Na gut, ich brauche Seeds. Naja, gleich ist drum. Wir haben eine neue Leiche. Woher habe ich jetzt eigentlich diese Hedge hier? Ich habe es repariert. Aber ich weiß nicht, wofür es da ist. Weil da passiert nichts. So, jetzt können wir mehrere Sachen entnehmen. Ich weiß nur nicht, ob... Ja, gucken wir mal, was das bewirkt. Wir nehmen einfach mal alles, was wir können. Ich weiß, das hat Nachteile, aber... Surgents Mistake. Ich nehme einfach alles raus. Hier ist komplett rot. Jetzt ist wieder ein weißer Punkt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das gut? Schlecht? Neutral? Muss erstmal schlafen gehen. Ich habe keine Energie mehr. Lassen wir die Leiche da einfach liegen. Gut. Wir haben noch eine Leiche in der Morgue. Also es gibt anscheinend Sachen, die man da rausnehmen kann aus der Leiche. Die... Positiv sind. Und es gibt anscheinend Sachen, die negativ sind. Your inexperience shows. The surgery didn't go very well. You've made a mess of the body, lowering its quality. Und das können wir auch nicht entfernen. Insert. Wir können Sachen wieder reinpacken. Aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Ich nehme den jetzt einfach so mit. In der neue Gravesite. Ich zeige einfach, die Leiche wird da hingeschmissen. Wird hier so ein bisschen rumgegraben. Oh, das ist nicht gut. Minus 3 einfach. Okay, vielleicht sollte ich die Leiche nicht so komplett auseinander nehmen. Ich weiß zwar nicht, wem das auffällt, während die Leiche vergraben ist. Aber egal. Das tut im Friedhof nicht gut. Jetzt muss ich mehr Grabsteine herstellen. Erstmal kann ich das ganze Zeug hier reintun. Ich habe das ja auch erstmal nur gemacht, um ein bisschen zu experimentieren. Wir brauchen eine Wooden Plank. Wir brauchen eigentlich zwei Wooden Planks. Aber eine für das Cross nämlich. Und eine für den Grave Fence. Bringt das jetzt überhaupt was, wenn ich hier noch den... Ja, da kann ich es immerhin perfekt auf Null wieder bringen. Okay, ich glaube so langsam weiß ich dann, was es damit auf sich hat. Ich glaube Blut zu entnehmen war ja irgendwie sogar positiv. So wie es aussah. Ja, ich muss damit auf jeden Fall weiter rum experimentieren. Mal ein bisschen Holz wieder fällen. Wir müssen halt immer noch herausfinden, wo wir Clay herbekommen. Ansonsten benötigen wir auch wieder Eisenerz. Hier oben haben wir welches. Ganz viel sogar. Eigentlich müsste man ja glauben, dass man Clay auch irgendwie hier so aus dem Sumpf bekommt. Weil ich sehe gerade nichts, was darauf hindeutet. There is no way I can remove it. Ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde. Weil dann wird hier alles so ein bisschen geflutet. Na toll, meine Pickaxe ist kaputt. Und die Fledermäuse greifen wieder an. Ist alles voll auf einmal, ey. Ich habe leider nicht genug Energie, mich mit denen hier zu beschäftigen. So, wir wollen die Pickaxe wieder schleifen. Und dann können wir noch ein bisschen Eisen hier reinschmeißen. I'm so refreshed. Können wir hier eigentlich mittlerweile irgendwas neues machen? Ja, einiges. Und nur gerade die Materialien nicht dafür. Das sieht sehr viel nach Deko-Zeug aus. Ansonsten haben wir natürlich ein paar Quests. Und davon welche machen können, steht auch noch in den Sternen. Ich laufe jetzt einfach mal Wege, die ich vorher nicht gelaufen bin. In der Hoffnung, dass ich hier irgendetwas finde, was mich auf Clay bringt. Was ist das denn hier? Need a technology. War ja klar. Aus den Steinen kriege ich das wahrscheinlich nicht. Clay. Wo kriegt man Clay her? Eigentlich doch aus Gegenden, die ein bisschen wasserhaltiger sind, sag ich mal. Das brauchen wir, um die Brücke zu repairen. Das könnten wir sogar schon machen. Gehen wir doch mal zurück und holen uns die erforderlichen Materialien. Noch einmal genau gucken, was ich alles dafür brauche. Eins. Eine Wooden Plank. Vier Flitches und acht Nähle. Und vier Acht. Okay. Jo. Dann brauchen wir Nägel. Nägel. Nägel mal zwei. Wieso habe ich direkt acht bekommen? Oh, man bekommt direkt acht. Naja, dann habe ich zu viele gemacht. Aber wir brauchen ja bestimmt eh noch mehr. Wir brauchen auch Holz. Das heißt, wir müssen mal ein paar Bäume fällen gehen. Frag mich echt, ob die nachwachsen. Das wäre irgendwie schade, wenn ich jetzt hier alle Bäume fälle und dann habe ich hinterher, ja, nichts mehr hier rumstehen. Vielleicht sollte ich auch mal die Stümpfe stehen lassen. Ich lasse mal den einen Stumpf stehen und gucke mal, was dann passiert. Vielleicht wächst es dann nach. Was komisch wäre, aber man weiß ja nie. So, wir brauchen wieder ein bisschen Feuerholz. Als erstes craften wir mal Flitches. Jetzt bringen wir direkt sechs Stück. Ist alles hier so eng. Vier Stück brauchen wir. Wir brauchen eine Plank. Feuerholz konnten wir hier machen. Jetzt regnet es auch noch mal super. Dann machen wir direkt mal ein bisschen mehr. Wir müssen eh wahrscheinlich gleich schlafen gehen. Dann machen wir direkt noch ein bisschen Eisen schmelzen. Und gute Nacht. Fällt mir ein, eigentlich wollte ich das Spiel auch mit Controller spielen. Damit man die Tastatur nicht mehr so hört. Und jetzt können wir mit Controller spielen. Es ist wesentlich besser für den Stream. Auch wenn ich jetzt erstmal die Steuerung... Naja, gut. Mir wird hier alles vorgegeben. Okay, hier haue ich. Gut zu wissen. Erstmal direkt ein bisschen Energie verschwendet. Haben wir jetzt nicht sogar den Tag, wo der... Der, 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 der Cleric oder der komische Typ, Kirchentyp da wieder kommen soll. Ja gut, das ist... Diese Brücke. Diese Brücke ist repariert, aber... Naja. Sie sieht nicht aus wie vorher. Find ich hier irgendwo Clay? Ich sehe Eisen. Bei ihm Sumpf muss es doch auch Clay geben. Was haben wir hier für ein Schild? Wo komme ich da hin? Unser Typ ist es sich anscheinend zu fein, durch den Matsch da zu gehen. Ach herrje, stell dich doch nicht so an. Der hat echt keinen Bock darüber zu gehen. Meine Güte, es ist ja wie ein Labyrinth dann hier. Oh, hier haben wir einen Teich zum Angeln. This is a fishing spot like others you can find in the village river swamp and sea. Need a fishing rod. Ja gut. Haben wir in der Tat nicht. Meine Güte, was ich hier für eine Strecke zurücklege und das ist alles nur um zu diesem ein Schild zu kommen. Zu dem ich wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr komme. Frosch. Auf ein Frosch. Der irgendwie auf dem Wasser... Das ist ein Jesusfrosch. Heiligt dem Jesusfrosch. Kann auf dem Wasser laufen. Was haben wir denn da? Etwas, wo wir anscheinend auch nicht hinkommen. Du brauchst hier einfach kaputt. Meine Güte. Als ob du da nicht herlaufen kannst. Stell dich doch nicht so an. Und selbst wenn es da ein bisschen nass ist, dann mach dir halt deine Füße nass oder springen darüber. Meine Güte. Laufen wir hier so eine Spirale, ey? Unser Typ ist sich echt zu fein für solche Sachen. So. Wir haben endlich das Schild gefunden. Graft. Build the... Danke. Das sagt ihr mir jetzt, wo ich hier bin, dass ich den ganzen Weg zurücklaufen muss wieder. Dass ich die ganzen Materialien holen kann. Und dann wieder da hinlaufen kann. 3 Planks und 6 Flinches. Hm. Den Nägel haben wir. So. Guten Tag. Floto. Geh weg. Ich bin ein Spirit. I'm not a Spirit. A Superает Ich bleibt nur hierśli jaar von der Lockhart vor allemal. Ein Mann. dalowe. are you sure you're real? Not 100%... aber ganz bestimmt. Und wie bist du? Und du bist? Her había listens 잘. Ich habe es versucht, das zu ein paar Wochen herauszufinden. Und ich habe einige Theorien. Ich sehe mich eher wie eine Witch oder eine Fairy-Prinzessin. Was denkst du? Ich denke, du bist richtig. Ich bin zu schmerz, um eine Prinzessin zu sein. Oh, okay. So, did you try it? You see a cauldron lying around? No. Aber vielleicht ist er auch im Haus. Neither do I. So, we have two options here. You can either make me this potion. It shouldn't be too hard. Or you can bring me a new cauldron and get the ingredients for me. Where can I find a cauldron? Oh, I'll need a big one. A good blacksmith might know how to make one. You'll help me and I'll help you. Okay. Blueprint. Burning Witch. Was? Das ist ein Gemälde, oder? Das ist sicher richtig, ne? Nicht, dass wir jetzt die Möglichkeit erlangt haben, sie zu verbrennen. Wollen wir ins Haus rein? Nö. Deswegen. Der cauldron ist vielleicht im Haus. Hast du da mal geguckt? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück gehen. Und Clay habe ich auch noch nicht gefunden. Wir müssen auf jeden Fall daran denken, wenn wir das nächste Mal zu ihr gehen, dass wir die Materialien für die Brücke mitbringen. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Von hier glaube ich. Die Sache ist, es ist ja hier nicht mal ein wirkliches Labyrinth. Es ist wirklich einfach nur eine Spirale. Kann erscheinend noch weiter hier rüber gehen? Ich habe noch keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Nirgendwo. Sehr schön. Och Mensch. Wie viel gelaufen hier in diesem Spiel. Es ist auch noch dunkel. Jetzt sehe ich nicht mal was. Und jetzt kommen wahrscheinlich gleich Fledermäuse. Die greifen mich an. Was habe ich hier eigentlich für eine Blume? Hickup Grass. Na super. Ist das ein Mittel für oder gegen Hickups? Meinen sehe ich anhand meiner Fußspuren, wo ich hergekommen bin. Was mir aber auch nicht viel bringt, weil ich so ungefähr überall hergelaufen bin. Aber okay. Fishing Pond hat auch einen ziemlich scheiß Spot, ehrlich gesagt. Weil der weder nah an der Brücke ist, noch nah am Anfang des Sumpfes. Gut, ich brauche immer noch Clay. Da oben, das sind glaube ich normale Steine, wie es aussieht. Aber wir können mal gucken, wenn wir sie abbauen. Im Dunkeln sieht ja jetzt sowieso alles ein bisschen anders aus. Gibt nur Steine. Hier ist noch ein Fishing Pond. Und was ist das hier? Gietet Technology, okay. Hm. Hier komme ich an Clay. Das ist auch glaube ich keine Technology direkt. Ich sehe es zumindest nicht. Vielleicht sollte ich mal Tools erlernen. Blockage können wir auch freiräumen, theoretisch. Also wir könnten schon viel freischalten mit dem, was wir haben. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern mir das was bringt. Swarm Witch's Land. Aus der Stadt kommen wir ja nicht raus, weil überall Schranken sind. Und wir können ja schon mal ein bisschen hier den Friedhof aufräumen. Die restlichen Energie, die wir gerade noch so haben. Kriegen wir auch richtig schön viele grüne Punkte. Warte mal. Steht vielleicht bei den NPCs, der A, da steht wann die da sind. Der kommt, der Bishop kommt in dieser lilanen Sonne. Das dauert noch ein wenig. Haben wir den Tag wohl verpasst. Aber ich weiß auch noch nicht, ob wir da schon die Quality hatten. Okay, keine Energie mehr. Aber wächst hier ein neuer Baum. Ich glaube, der wächst da wieder. Ich meine, das wäre einer von denen, die wir gefällt haben. Das können wir aber auch überprüfen, wenn wir mal hier oben gehen. Wenn die auch noch kleinere sind. Oder sind die sogar schon gewachsen? Ich weiß nicht, hatte ich die nicht schon gefällt? Kommt die wachsen nach. Das ist sehr gut. Da lang brauche ich mir nämlich keine Gedanken darüber machen, wenn ich die einfach so fälle. Dann werde ich auch immer wieder neue Bäume haben. Und joa, immer wieder Holz. Wir haben schon lange keine Leiche mehr bekommen. Nicht, dass es mich stört. Nur so an der Feststellung. Was brauchen wir nochmal hier unten, um die Sachen wegzuräumen? Ich denke, das hier würde mich interessieren. Keine Ahnung, was das da ist. Kann ich auch nicht drüber habbern. Muss ich mal gucken. Das andere Weide könnten wir machen. Also die Planks und die Scharniere, die haben wir ja schon. Der Iron Ingot ist fertig. Schmeißen wir direkt den nächsten rein. Hier, Wood Witch. Können wir auch machen. Können wir jetzt noch ein paar Flitches machen. Machen wir direkt ein paar mehr. Ein paar wooden Planks machen. Was ist das denn hier? Hier ist noch was im Weg. Zack. Auch freigeräumt. Er hat sich hinter einer Säule versteckt. Können wir uns den Weg hier freikraften. Oder räumen. Und dann können wir mit dem komischen Banditen hier reden. Und trotzdem. Wer bist du? Ich bin der Graveyard-Keeper. Und die Kirche von der Kirche. In deinem Wunsch. Ich habe eine Dagger. Und ich werde ihn glücklich benutzen. Ich versuche ihn. Ich versuche ihn. Was wird er brauchen, um ihn zu überzeugen. Du hast einen Dagger. Aber ich habe eine Säule. Aber du solltest wissen, dass ich mich wie ein Wunsch. Ich bin bereit zu sterben. Are Sie? Auf der einen Seite sieht er sehr gefährlich. Aber auf der anderen Seite bin ich definitiv nicht bereit, um ein Mörder zu werden. Jetzt. Ich werde dich nicht kämpfen. Aber geh weg von meiner Geburt hier. Ich habe keinen Vorteil für roten Fleisch und alte Bücher. Ob der ein bisschen Play für mich hat. So. Wenn man 80 Freundlichkeit mit dem hat, kann man nachts einfach vorbeischauen. Das stört den das nicht mehr. Fish Eggs. Betrayed. Ja. Ich könnte die auch einfach mitnehmen. Ist ja keiner da, der es überwacht. Hier ist noch ein Fishing Spot. Was ist das hier? Keine Bäume fällen. Okay. Kann ich anscheinend auch nicht. Wenn mir das Schild es verbietet, habe ich da keine Möglichkeit zu. Tja. Immer diese Schilder. Mmmh. I smell something tasty and smoky. Gypsy Baron. If you are looking for someone to read your palm, you should go to the town. Everybody there is scrambling to earn enough to buy a scrap of bread. Jetzt wieder so eine Schranke. Da kommen wir noch nicht durch. Richtige Festung. Ich glaube Clay haben wir hier auch nirgendwo. Hm. Ich habe hier auch nur normale Steine. Was ist denn mit ihm hier? Er sieht aus wie der Steinmetz. Oder er steht zumindest vor dem Haus des Steinmetzes. Ich bin Cody. Ich bin der Grafjahrt-Keeper. Schön, dich zu treffen. Wenn du ein Steinmaterial brauchst, bin ich glücklich, dir zu helfen. Auf welche Materialien kannst du mit meinem Bruder Tress. Hast du Clay? Kein Clay. Das könnte Clay sein. Ich kann es nicht ganz erkennen. These items are locked until the vendor gets to Tier 2. Ja und wie kriege ich ihn auf Tier 2? Wenn ich Sachen verkaufe oder kaufe oder whatever. Du kannst ja ein paar Steine haben. Die wachsen bestimmt auch nach. Dann kriege ich mein bisschen Geld. Dann könnte ich von ihm die Sachen kaufen. Und... Keine Ahnung. Es lohnt sich irgendwie dann nicht so den auf Tier 2 zu bringen. Hier ist Honig. Wenn ich aber so direkt nicht nehmen. Hier. Hier. Soll ich diesem einen Bekloppten dafür hinfohlen? Hier haben wir Heu. Whatever, you're selling. I'm not buying. Even if it's drugs or magic elixirs. I'm just looking around. I don't know what's happening. But everyone is telling me that I'm a Grafjahrt-Keeper. Oh, then you're even worse than those shifty traveling merchants. I must say your whole profession is a fraud. And I don't like you. Now that I've made my position clear. We can do business. Das kann doch nicht sein. Wenn es für Stone Repair Kits gebraucht wird, wirkt das wie so ein total simples, ja, Item eigentlich, was man überall herbekommt. Eine Energie mehr. Das ist super. Ich kann nicht mitbekommen, dass ich die so stark aufgebraucht habe. Irgendwie fällt mir so gerade auf, dieser Luftpuster. Ich weiß gerade nicht, wie man den professionell nennt. Sieht aus, als hätte er ein Smiley-Gesicht. So refreshed. Was können wir hier eigentlich noch so bauen? Sehr viele Sachen. Aber ich glaube nichts, was wirklich sinnig wäre. Woher kriegen wir Clay? Schauen wir noch mal in den Technologien nach. Ich meine, wir könnten Advanced Foraging machen. Glas. Aber wir lernen einfach mal. Früher oder später brauchen wir es ja eh. Hier ist auch nichts mit Clay. Bei Gardening könnte ich mir das halt auch noch vorstellen. Create Honey. Gathering Bee Wax. Das klingt doch auch ganz gut. Da wir ja Honig brauchen. So Low-Cost-Sachen können wir sowieso erlernen, denke ich mal. Dafür brauchen wir schon viele Sachen. Power Points. Oh, Important Parts. So 30 grüne Points. Ja, machen wir das doch. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Leiche. Da können wir so ein Gehirn, Herz rausnehmen. Intestines. Hier haben wir Rezepte. Aber eigentlich müsste man meinen Clay wäre hier auf jeden Fall irgendwo bei. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist vielleicht hier unten? Keine Ahnung. Weil ich glaube nicht, dass das nach Precious Materials oder Related Ores oder sonst was kommt. Das wäre sehr merkwürdig. Ganz am Ende ist so Clay. Irgendwas fehlt uns. Wir können Tools herstellen jetzt. Sind das denn bessere Tools als die, die wir haben? Gehen wir davon aus. Ansonsten wäre das ja relativ sinnlich, die zu craften, oder? Wir können sogar auch alle herstellen. Ich kann irgendwo meine Tools angucken. Hier sind sie ja. Das ist die Eggs, ja. Können wir die mal austauschen. Das gleiche können wir auch mit Travel und Pick Eggs machen. Und dann hatte ich auch schon keinen Inventarplatz mehr. Das heißt, wir packen die alten Sachen hier mal in den Trunk. Die Storys auch, weil ich nicht weiß, was es damit auf sich hat im Moment. Und dann hier so ein anderes Zeug, was wir gerade nicht brauchen. Von Honig müssen wir ja auch erst mal fünf Stück zusammen kriegen. Wenn wir dann auch irgendwann einen besseren Hammer machen. Hier wahrscheinlich auch bei Smithing irgendwo. Ja, wir haben Steel, aber gibt es nicht auch einen... Gibt es erst einen Steel-Hammer? Ja, woher kriege ich Clay? Ich kann immer noch nicht die Bäume fällen. Dafür brauche ich immer noch eine Technologie. Wahrscheinlich die Woodcutter-Technologie. Für viele Sachen brauche ich jetzt auch schon blaue Punkte. Im Endeffekt müssen wir auch erst mal auf den Bishop warten. Ah, guck mal, die Bäume wachsen hier echt neu. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall diese Raumstümpfe rausnehmen, damit die neu wachsen können. Und in der Zwischenzeit, während wir auf den Bishop warten, würde ich sagen, können wir einfach mal ein bisschen Holz warm und sowas. Da haben wir auf jeden Fall etwas frohredig. Inquisitor, I've just seen the Inquisitor right nearby going up the path to which hill. Oh, sorry, kill me or Everest. I've got to go down and distract him. Yeah, diese Quest kriege ich jeden bleh-tag, aber ich weiß halt immer noch nicht, wo der ist. Wenn wir uns die Map angucken, da hinten links ist ja Which-Sland, aber nicht Which-Hill. Mal gesehen davon, war die Brücke bis vor kurzem auch noch kaputt. Kann er hier gar nicht sein, eigentlich. Theoretisch, praktisch. Aber ich habe keine Ahnung. So viele Pfade, die ich belaufen kann, gibt es hier auch nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Inquisitor durch diese ganzen Schranken durchkommt. Ich weiß immer noch nicht, was ich für eine Technologie brauche, um den Sand hier auszüben. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es hier... Ich meine, es klingt eigentlich mehr nach Sand als Clay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch Clay herbekomme. Vielleicht sollte ich die Blockage hier mal aus dem Weg räumen. Kann ich ja eigentlich machen. Vielleicht geht es da nach Witch Hill hoch. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber naja. Was brauche ich eigentlich für eine Angel? Stimmt hier auch irgendwo bei Technologies. Oder so. Farming vielleicht? Hm. Vielleicht muss ich eine Angel auch einfach irgendwo kaufen. Und mir gar keine herstellen. Vielleicht kann ich auch schon eine herstellen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir den Inquisitor nicht finden. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Wood Billets. Sodass wir jetzt Wood Wedges machen können. Es ist nervig, dass man hier nicht zwischen herlaufen kann. Dann benötigen wir noch... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir Nägel oder... Iron Parts benötigen. Aber wir haben sowieso nicht genug Energie. Naja, gehen wir auch erstmal wieder schlafen. Da brauchen wir noch ein paar mehr Simple Parts. Und wir haben ja hier noch einen Iron Bar, aus dem wir dann noch Nägel machen können. Falls es die waren, die wir brauchten. Können wir noch ein paar Flitsches machen. Und ein paar Wood Planks. Weil wer weiß, worauf wir noch so stoßen. Ich glaube, dann fälle ich jetzt aber erstmal noch ein paar Bäume. Und gehe dann wieder schlafen. Weil andernfalls habe ich eh nicht genug Energie für andere Sachen, die ich so treibe. Die andere Sache ist, Bäume wachsen zwar nach. Aber wie sieht es mit Steinen aus? Wenn man die Logik von Stardew Valley anwendet, wachsen Steine auch nach. Ich weiß aber nicht, wie das in dem Spiel hier ist. Steine sehe ich noch keine neuen. Aber vielleicht gibt es hinterher eine andere Möglichkeit, um Steine zu fahren. Na gut. Gehen wir erstmal schlafen wieder. So, dann gucken wir doch jetzt mal, ob wir die Blockage da freiräumen können. In der Hoffnung, dass der Weg dann zu Clay führt. Wenn ich es bezweifle. Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich, wie man an Clay kommt. Aber naja. Ich frage mich auch sowieso, warum wir Materialien brauchen, wenn wir einfach nur den Stein klopfen, die wir aus dem Weg räumen. Aber naja. So, wo kommen wir denn hier hin? Wird das auf der Map jetzt schon angezeigt? Oder muss ich hier noch hochlaufen erst? Oris near the river. Gut, was auch immer das bedeutet. Was ist das denn hier? Ich kann hier den Pilsch reparieren. Ist das hier eine Mine oder sowas? Das ist eine, ja, eine Marmor-Mine. Da sind wir aber noch weit von entfernt. Aber gut, dass wir den Weg schon mal freigeschaltet haben. Hey, wir haben endlich wieder eine Leiche. Das hat lange gedauert. Allerdings sind wir auch gerade ein bisschen weit weg von zu Hause. Was haben wir hier? Das ist eine... The Mine is full of toxic gases. If only I could find someone who doesn't need to breathe. Aha, ja. Da weiß ich, worauf das hinauslaufen wird. Aber davon sind wir auch noch weit entfernt. Ich weiß nicht, wie weit, aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Das sind endlosen Wege. Kannst gar nicht erwarten, bis ich die nicht mehr selber laufen muss. Also ich hoffe, dass es irgendwann eine Möglichkeit gibt. Wir tozieren jetzt erstmal diese Leiche. So, und die Hand haben wir vielleicht mal etwas besser. Nehmen wir zum Beispiel erstmal Blut extracten. Ich glaube, das war positiv. Das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, aber ich glaube, wir haben es auch verkackt. Wir müssen Fat entnehmen. Das war positiv. Und ich glaube, alles andere ist eigentlich eher schlecht. Auch wenn ich gerne so ein Gehirn, Herz und ein paar Organe entnehmen würde. Aber wir wollen ja einen schönen Friedhof haben. Deswegen nehmen wir den erstmal so mit. Wir brauchen eine neue Gravesite. Hätte sich das überhaupt ausgedacht, dass wenn eine Gravesite 3x3 Felder groß ist, dass das hier nur 8 Felder groß ist. Und dass es schön nicht teilbar ist. Richtig sinnig. Los, schmeiß ihn da rein. Können wir jetzt noch einen Grabstein draufsetzen. Das müssen wir aber auch erstmal craften. Die ist aber auch, glaube ich, gerade erstmal nicht nötig. Ich habe keinen Eisenbarren nachgelegt. Ich greife mich wahrscheinlich gleich wieder die Fledermäuse an, wenn ich hier zu nah hochgehe. Oh, ich habe auch einen blauen Punkt gerade durch irgendwas erhalten. Das ist interessant. Sollte ich das nicht zuerst in der Church bekommen? Naja. Schlafen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht den ganzen Tag verschlafen, weil wir müssen ja noch mit dem Bischop reden. Aber ich glaube, das sollte passen. So, Herr Bischop. Was sagen Sie denn zum Friedhof? Das konnte ich nicht so schnell lesen. So, just stand at the pulpit and speak the words. Welche Wörter? Ja gut, what words? The words. Actually, you can say whatever you want. You know, this place isn't so bad. Put up some extra decorations, some nice candles, music, incense. Get all oiled up for a nice messer. Long story short. All this stuff will help you to get more faith. And faith is power. Das klang gerade nicht nach faith. Das klang eher so in die andere Richtung. Aber okay. Great prayer of faith. Ach, das sind die Dinger, die wir für den Dieb brauchen. Perk. Preacher. Casual prayer. Not praying. Lecture ceremony. Casual prayer. Oh, not too bad, but my ceremonies are much better. You should really prepare for your next ceremony. Yeah gut, dann können wir ihn auch einfach umbringen und dann sind wir der Bessere. I think the last prior kept some books with some wonderful words in the church library. You'll probably find some weird stuff in there too. One of the keepers was engaged in scientific research. You can throw all that stuff out. Print study table. Gathering old books. Perk. Curious mind. A small spread word about your next ceremony. Maybe next week someone will show up. By the way, as prior, it's now your duty to form a weekly ceremony. And well, I can sell you some useful accessory for it. Although I have a small task for you. Just talk to me when you're ready. Ach, I have to get out of here. The air is so dry, my skin can't take it for long. What now, my son? Okay. The chest können wir machen. Oh, super. Here kriegen wir money. There's nothing here. This is a weg. From head of royal treasury department, we are happy to congratulate you on the reopening of the church and the graveyard. Also, we are pleased to inform you that by using these lands, you have become a subject of royal law. All on-ground structures remain property of the holy church. However, all surface land and buildings, that sit no deeper than one royal leap for royal spit, as dictated by the ancient contract, belong to the royal family and the town. Through this mailbox, you may now access a vast array of services provided by the royal treasury department. Your taxes may also be paid by mail. Have a nice day and remember, King Joe, the seventh, loves you. Okay, hier können wir das halt von so einer Erlaubnis abholen, Leute auszubuddeln. Citizen, Rightful Citizen, Aristocrat. Das muss ich dafür bezahlen, dass ich jetzt ein Citizen bin. Kann ich mir die Royal Stamp holen? Die 50 Silber kostet. Ach du Scheiße. Billing Permission kostet 20 Silber. Rightful Citizen. Was ist da 3 Silber? Haben wir so viel gerade? Scheit. Okay, sehr gut. Rightful Citizen Papers. Round Pass. Great License. Die müssen wir kaufen. Und Aristocrat. Ich denke mal, das sind Gold und keine Kupfer. Ja, das dauert wahrscheinlich etwas, bis wir das zusammen haben. So eine Royal Stamp. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit eventuell. Keine Ahnung, aber wir kennen ja auch jemanden, der das faken kann. Also brauchen wir eventuell gar nicht so viel dafür bezahlen. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob man das jedes Mal bezahlen muss. Rufner Tag, Donkey. Wenn wir Fleisch haben. Es sieht aus, wie du alles machst. Hier. Es ist... Ja, ich habe die Kirche. So now you are everything here. Yes, I guess. Congratulations, you lucky man. You've acquired all this capital. You work for yourself. You're a true capitalist now. This world has no such reward for a hard-working donkey like me. Ethan, you are benefiting from my cheap labor. I fear I cannot call you comrade any longer. But I won't just lie down and take it. Here's a little present just for you. Eine Leiche. Super. So, what? Are you a cleric now? It seems so. Hm. I don't remember anything after my death. Maybe there's nothing there. Or maybe I just forgot everything. It can be a useful skill. You know what I mean, my friend? Probably, I don't know. Will ich wieder eine Autopsy durchführen? Red Blood. Yes. So eine schöne Leiche. Die dürfen wir nicht verschandeln. Dann entfernen wir noch das Fett. Und jetzt haben wir eine wunderschöne Leiche. Egg Buddy. Die kann uns richtig viele Punkte in der Quality vom Gravehead einbringen. Wir brauchen eine neue Gravesite. Die kommt einfach... Der kommt einfach mal hier ganz oben hin. Zack. Ein mit dir. Und zuschaufeln. A real certificate. Der muss dann aber auch richtig schönes Stone Grab bekommen und so. Der Donkey hat mir hier hingeschissen. Das war sein Geschenk. Ja, super. Und ich kann das hier nicht aufsammeln. Was auch immer es ist. Ich muss erstmal was wegbringen. Es ist kein Clay leider. Gut und Fett kann hier erstmal rein. Braucht nur ich's Holz. Firewood. Not enough resources. Ja. Hat mich schon gewundert. Ich dachte so viel hatte ich doch gar nicht. Aber naja. Erstmal das ganze Firewood hier reinstecken. Dann können wir auch weiter vermelzen. Jetzt können wir das aufsammeln. Was auch immer uns der Esel hier hinterlassen hat. Carrot Seeds. War nicht so schlecht. Auch wenn wir dafür ein bisschen Scheiße durchwühlen mussten. Aber die können wir hier direkt einpflanzen. Hätte ich erst gewusst, habe ich direkt drei Felder ausgelegt dafür. Ganz viele Carrots. Mehr als zwölf Carrots. Aber naja. Das sind ja schon zwölf Carrots in einem von diesen Feldern. Müssen wir die auch irgendwie bewässern oder so? Haben wir Water. Das können wir aber nicht usen. Keine Ahnung. Das ist frei. Nehmt ja nur Inventarplatz gerade weg. Ich weiß nicht was jetzt so als nächstes ansteht. Aber wir können erstmal schlafen gehen und ein bisschen Energie sammeln. Heute an dem Tag müsste ja sogar die eine in der Stadt da sein. Die wollte, dass wir ein bisschen mehr Confidence haben, bevor wir mit ihr reden. Und ich glaube das war ja die, die das fälschen konnte. Oder nicht? Was zur Hölle? Was ist das für die Intrusion? Nein, ich bin nicht ein Thief. Aber sind Sie sicher, dass du nicht ein Thief bist? Habt ihr ever in prison? Yes, wir escaped from prison 3 days ago. Wow, a real repeat offender. Cool. Dear Keeper, I couldn't possibly be a Thief. I'm a Marquis. Well, I've heard of a contract killer's nickname Baron Viscount and Countess. Listen to me, please. I, the Marquis Theodoro Junior, along with my friends, were sentenced by the Inquisition to the fire. But we are not heretics, this is just someone's vile slander. So we escaped from prison. Alas, not everyone managed to get out of town. Those who survived set a camp nearby. I'm forced to come to you, Keeper. We desperately need your help. Guten Tag, Nico. Willkommen im Stream. I know that, look, yes, we are ready to pay you. Money makes the world go round. Show me your camp and let's talk details. Our servants secretly delivered us some items and food for the first days. But we need much more to survive, and we have no way to go. Then why don't you hunt, gather mushrooms and berries, grow vegetables? You're right, but understand our situation, please. We all belong to the aristocracy. We have neither experience, nor skills for living in such conditions. We know philosophy, etiquette, rhetoric, can that help us with food and drink? On the other hand, please rest assured. We have more than enough to pay you for your services. Really? I don't see money here. Food and drink? That doesn't sound complicated. Okay, get the money ready. Great. There's just one more thing you should know. The Inquisition is looking for us, which means if you tell anyone about us, we'll all die by torture. Sure, it's top secret. And the more thing... The more thing? One of my friends desired to meet you very much. Master Alaric, the former Inquisitor, who helped us escape. Brave Yacht Keeper, what an honor to meet you. It's a pleasure for me too, but... Is it though? We don't even know him. Be louder. His hearing is quite poor. Okay! But I haven't done anything yet to... Much louder. He's almost deaf. Beauties, I have such respect! You do what you will do, Teodoro. Would you let us talk privately? Of course, Master Alaric! Your grim secrets, thank God, are not my business. Right. And now, what do you know of the role you've been chosen to play? Sorry? What did ancient God tell you when he brought you here? He's looking straight through me. It makes me feel uncomfortable. Hmm, I have no idea what you are talking about! I bury corpses, conduct ceremonies, trade human flesh. That's all! Don't lie to me, Keeper. I know more than you can possibly imagine. Actually, we don't trade any human flesh, because we can't. But okay. Then what's the point of interrogating me, Master Alaric? I see. Forget my questions. Please, just leave me in peace. No problem. Have a good day, Master Alaric! This guy sure could use a hearing aid. Maybe he's just doing that. So that he would tell him things that... Yeah, he wouldn't speak out loud. Don't pay him any heat. Alaric is just a selfish and cruel old man. Like the other Inquisitors. But you said he rescued you, Maki. Isn't that a reason to be grateful? Perhaps there are many more reasons not to be grateful. Refugee happiness, yeah, good. What can I bring to you? This morning I spoke with a former servant of my father. That father spoke of the inquisition's repressions. The people are falling into panic. Nobody knows who they'll come for next. The atmosphere of fear is growing and growing. Have they thought about the possibility of leaving town? They're too frightened. They pay huge bribes in exchange for promises and safety. But the safety only lasts a short while. But no, generally speaking, there's nowhere to escape around here. Except our camp, maybe. Can't you accept new refugees? I'd like to help these people. I really would. But our camp is too small. Well, I could build an additional tent. It would be great. It would be great. And it also means we need a well. Otherwise the people will start suffering from thirst. Okay. Build a tent, build a well. Well, well, well. Wo mache ich das denn? Ist hier irgendwo ein Blueprint Table? Wo bin ich hier überhaupt? Gut hier einfach so hingeschleppt. Ich bin da oben so mitten im Nichts. Ich habe die anderen Sachen nicht mehr erkundet. Sehr gut. Hier oben. Hier oben ist der Blueprint Table. Ich brauche Happiness, um das zu bauen. Was ist das denn für Schwachsinn? Ja, ne, also ich könnte euch eine Welle bauen. Aber ihr seid leider nicht glücklich genug, ne? Es tut mir sehr leid. Hier, seid mal glücklicher, damit ich euch... Damit ich euch einen Brunnen bauen kann. What the fuck? Bin ich hier überhaupt rein? Wie mache ich euch denn glücklich? I have nothing to say to you, Keeper. Ja gut, dann hat sich das erledigt, ne? Was kann ich hier denn machen? Hier ist irgendwie... Achso, ich konnte die Blume da rausziehen. Super. Not now. Ja... Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine... Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, weil... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das Zelt bauen und den Brunnen, damit die Leute hier glücklich werden. Aber... Die Leute müssen glücklich sein, damit ich das bauen kann. Hm. Naja. Nehmen wir es erstmal so hin. Hier haben wir Honig. Wenn wir den ernten, fehlt uns nur noch einer. Das ist noch mehr Honig, dann haben wir die fünf. Dann nehme ich das doch direkt mal mit und bringe das dem komischen bekloppten Typen. War hier nicht eigentlich eine Blockade? I wonder how many locks I could chop from this big tree if only I never got tied and I was super strong. Das steht aber nicht auf dem Schild, oder? Big Tree Storm. Ah. Die Blockhedge ist freigeräumt. Ah, und hier kann ich diese Steine abbauen, die ich dann zu Steinen machen kann. Quatschen, woher kriege ich Clay? Kriege ich das von irgendwelchen Steinen hier? Ich kriege immer nur Steine. Egal, was für Steine ich abbaue. Ich brauche doch Clay. Naja, eigentlich brauche ich sie im Moment nicht. Ich kann auch andere Sachen verfolgen, aber... Was ist hier so? Stone Garden. Dafür brauche ich auch irgendwie was ganz Merkwürdiges. Gut, dann... Ja, gehen wir doch mal in die Stadt. In unsere Burial Certificates verkaufen. Wo wir dann vielleicht mit dieser einen da sprechen. Ich weiß nicht, ob wir schon confident genug sind für die. Ich weiß ja auch nicht, was die damit meint. Aber wir schauen mal. Wo ist die Taverne? Da. Dead Horse. Guten Tag. Demonstrate that you are worth talking to. Ah, dafür brauche ich diese Prayers auch. Ja gut, die habe ich aber noch nicht. Great. Willst du hier von welchen nehmen? Bitteschön. Gehe ich wieder ein bisschen Silber rein. Ich weiß nicht, ob der Blacksmith vielleicht ein bisschen... Ein bisschen Clay hat. Ich glaube nicht, aber wir schauen mal. Das wird mir auch nichts bringen. Ich muss es ja selber irgendwo farmen. Das bisschen Clay für die paar Stone Repair Kids. Gibt mir auch nichts. Außerdem hat er nichts. Hm. Ich wollte doch den Honig mitnehmen eigentlich. Naja. Dann holen wir den eben noch nachträglich. Wo ist eigentlich diese Hedge aus der ich jetzt rausgekommen bin? Hier. Ist versteckt unter Büschen. Das ist voll clever. Da findet den Weg hier kein anderer. Mein eigener privater Weg hier. Was ist eigentlich mit diesem Tor? This gate is closed. Looks like I'll need a key to open it. Links haben wir irgendwie auch noch so Blutprint Sachen. Da komme ich ja noch nicht hin. Hier unten ist die Morgue. Und was kann ich hier noch so bauen? Bisher nur ein Trunk. Irgendwie noch irgendwas drin? Nö. Aber dann können wir erstmal solche Sachen hier rein tun. Das andere eigentlich nicht. Ich könnte die Storys und so da rein packen. Aber die habe ich ja jetzt gerade eh hier oben drin. Auch ein paar brauche ich vielleicht noch. Die Blume kann da rein. Na den Honig. Den will ich mitnehmen. Weiß nicht. Diese Rusty Sachen könnte ich eigentlich auch verkaufen. Ich weiß nur nicht bei wem. Wahrscheinlich beim Blacksmith auch. Das ist wieder der Thief. Bei dem brauche ich ja auch diese Prayers um ihn zu überzeugen. Das heißt wir müssen mal warten. Und uns dann auch noch entscheiden wem wir zuerst helfen. Okay. Ich kann nicht einfach so ein paar Gards oder so angreifen. Sehr schade. Ist wahrscheinlich auch besser für mich. Aber wäre trotzdem lustig. Der Typ ist nicht da. Kennt er nicht hier drin? Den Town Pass müssten wir jetzt auch mal überlegen. Wo wir denn überhaupt lang wollen. Hier haben wir ein paar Äpfel. Ich weiß nicht ob ich die gerade mitnehmen will. Und hier ist anscheinend der Astrologer. Weil wir jetzt mitten in der Nacht haben. Kommen wir hier wahrscheinlich nicht rein. Na gut dann können wir doch ein paar Äpfel mitnehmen. Holy Shit. Das waren nur vier Äpfel an dem ganzen Baum. Das sah aber nach mehr aus. Probieren wir doch mal den Town Pass aus. Was mich vor allen Dingen interessiert ist ob der verschwindet. Also ob man für jede Schranke einen neuen Town Pass haben muss. Oder ob einer reicht und den kann man einfach überall vorzeigen. Oder ob wenn man ihn einmal vorzeigt alle Schranken aufgehen. Der Weg ist dicht. Der Weg zu der Stadt ist dicht. Du brauchst einen Town Pass. Komm gleich hin und genieße deine Besuchung zu der Stadt. Was? Du hast sterb. Aber warum? Was war das denn jetzt? Oh was ist just passiert? Ja das frage ich mich auch. It seems like I'm alive and back home. Under the circumstances I'm not sure. Das ist gut, was das? Was ist das? Ich glaube, ich war bei der Leitungen auf meinem Weg zu der Stadt. Ich fühle es. An ancient und powerful rage. Bounce auf hier über hier. Es scheint, dass jemand oder etwas von großem Power nicht in der Stadt will. Ich bin nicht sicher. Ich bin sicher, dass wenn du versuchen, Dinge enden für dich. Ich spreche jetzt auch. Aber ich muss da gehen. Es gibt einige magische Items, die ich nachdenken muss. Ich muss nach Hause gehen. Okay. Ich weiß jetzt nichts davon, aber gut. Ich bin ein kleiner Fan, dass du mich verlassenst. Als dein Freund, ich sage, du sprichst mit Snake in der Kirche. Ich denke, du kannst diese Items finden für dich. Er ist ziemlich eine nimble Rook. Du kennst Snake? Ich spreche mit ihm immer. Ich hide in ein Pile der Skulls und wir sprechen. Er denkt, ich bin sein Inneres, so er ist sehr offen mit mir. Er sagt dir etwas Interessant? Als er seine Vorhörte ist, finde ich das Thema unethical. Okay, ich spreche mit Snake. Vielleicht kann er es helfen. Dann werde ich hier einfach umgebracht, ey. Ja, ich wollte den Typen da besuchen mit dem Honig. Ich habe noch alle meine Sachen, oder? Gut, weil das wäre jetzt ein bisschen beschissen gewesen, wenn ich meine Sachen verloren hätte, nur weil ich von so einem scheiß random Blitz getroffen werde. Weil ich in die Stadt gehen will. Ohne Vorwarnung, ey. Wer ist das denn? Merchant. Ich bin hier. 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 Aber ich bin hier bei einer anderen Welt. Und ich muss zurückgehen. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, das nicht jedem zu sagen. Aber okay. Er ist gar nicht betrunken. Er ist gar nicht betrunken. Oh, I totally forgot about that dead weight. But of course, there was so many years ago and due to inflation and the good soil, why? Now it's quite a valuable commodity. Let me see, hmm, how about 10 gold? That's too much. Oh, that's too much. Okay, how about 5 gold? Too much. I'm short on money. Maybe we can discuss some kind of barter? I see you're a poor man. Who wants to earn a little money by growing crops? You can dissel castle the terms of your rent. But first, let's see how good a farmer you are. Let's make a deal. You deliver a batch of carrots, cabbages and beets. And I'll see you're a serious business partner. and we'll make a long-term deal that's profitable for both parties. What do you say? No way. You know what? I'm gonna use this garden and I won't pay you a penny. Oh, an arrogant one. Well, this garden will cost you a fortune. I can't prevent you from using it. But I have a feeling we'll have another talk about this garden in the future. Right now, I'm not interested in doing business with you. Make nice. Well, let's see. He is the unbeatable guy. He has one of them. Bing, 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 bong. I can't do it. Am I? It's the honey. What about the cake recipe? Just remember, a cake can never be too sweet. We just can help you see things from other points of view. You can learn more. Eight cake. What's that for him to trade? He has seeds. What for seeds? Hemp seeds. Hemp rope. On the marijuana here. Keine Ahnung, soll ich ein paar Hemp seeds kaufen? Aufmerksam machen, kann ja nicht schaden. Ja gut. Wir sind immer noch auf der Suche nach Clay. Und in der Hinsicht bin ich irgendwie keinen Schritt weiter. Da ich in der Stadt hier anscheinend umgebracht werde. Oder auf dem Weg zur Stadt. Was ist das eher hier für einer? Greetings. The mill is broken. Sorry. If you need some milk, you'd better go to the town. Ja, kann ich ja nicht. That's too bad, but I have nothing to milk. I live at the Graveyard. Keepo, nice to meet you. I have some old reserves you may find useful. Das ist auch seeds? Ne, das ist einfach nur Mehl. Mit dem Maul, wofür können wir anscheinend nichts machen? Ich frage mich, ob der Knochen mehlen kann. Ah, wir brauchen noch ein paar empty garden beds, I guess. Wenn das auch vier seeds braucht, dann brauche ich zwei Stück. Das brauche auch vier Stück. Carrots sind anscheinend fertig. Und sie geben neue seeds. Aber leider nicht genug, um direkt wieder so viele anzupflanzen. Naja, einen Patch können wir zumindest anpflanzen. Wenn wir eigentlich einen Trunk machen, dann könnte ich hier ein paar Seeds reinpacken und so. Ja, Trunk geht überall. Dann sortieren wir hier doch direkt mal die Sachen. Drop Waste. Was auch immer wir damit anfangen können. Packen wir einfach mal alles rein. Die Carrots auch. Wir packen hier einfach mal alles rein, was so Garden-related ist. Whatever. Dann weiß ich ja wenigstens, wo ich es finde. Wenn ich es brauche. Seien der Händler kommt jetzt und klaut mir das ganze Zeug. Nur weil ich für seinen Garten nichts bezahlt habe. Hm. Dann gucken wir doch mal in den Technologien, was so der nächste Schritt wäre. Wir könnten Weapons machen, aber ich habe noch nicht das Bedürfnis zu kämpfen. Ansonsten haben wir hier eigentlich alles. Aber wir können ein paar Upgrades machen, theoretisch. Und für die anderen Technologien brauchen wir erstmal mehr blaue Punkte. Ikea ist, glaube ich, das Einzige, was wir im Moment noch erlernen können. Ah, wir können jetzt... Ah, wir können jetzt Papercraften. Sollte doch auch der eine Typ haben. Ja, und ansonsten... Alchemy Storage können wir noch erforschen. Und ich glaube, das war's. Für alles andere müssen wir erstmal blaue Punkte farmen. Ja gut, dann gucken wir doch einfach mal, was wir für die Upgrades brauchen. Frage ist... Muss ich die neu craften? Ja, es sieht fast so aus, als müsste ich diese bestehenden Sachen upgraden. Aber wie tue ich das? Oder muss ich die doch neu craften? Sekunde mal kurz. Ich habe hier doch... Advanced Forging. Ach nee, da steht nur Crafted at Anvil 2. Ich dachte, ich könnte einen Anvil 2 craften. Da habe ich mich ein bisschen verlesen. Ja gut, dann never mind. Dann hat sich das erledigt. Mit den Upgrades. Ja, denn... Denn weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, die einzigen Sachen, die wir craften können, wenn wir denn die Blueprints anlocken, wären Weapons und Armor. Können wir ein besseres Schwert machen. Und ja, eine Eisenrüstung. Vielleicht wäre das mal eine Maßnahme, aber ich musste bisher wirklich noch nicht so viel kämpfen. Hm. Na ja, komm. Oder später wollen wir es wahrscheinlich eh haben. So, und wo können wir das jetzt craften? Stand dann nicht am Anvil. Also hier können wir auf jeden Fall die Rüstung machen. Dafür brauchen wir... ...ein bisschen menschliche Haut. I'm a chisel. Ich weiß aber auch nicht, was wir damit machen. Brauchen wir wahrscheinlich, um andere Sachen zu craften. Können wir das Sword vielleicht nur am Anvil 2 machen? Was stand denn hier? Sword. Ne, Crafted at Anvil oder Anvil 2. Achso, das ist wahrscheinlich... Mit Anvil ist nicht Wooden Anvil gemeint, sondern ein richtiger Anvil. Gehe ich jetzt mal von aus. Wo lernen wir den denn? Glaube ich noch gar nicht angezeigt. Ist wahrscheinlich hier beim Fragezeichen oder so. Oder hier unten. Was sagt jetzt eigentlich die Karte? Irgendwo müssten wir auch noch eine Angel machen können, theoretisch. Oben könnten wir auch noch lang... Aber ich weiß auch nicht, wo... Vielleicht müssen wir auch eine Angel kaufen. Warum kommen ständig Leute auf mein Grundstück? Was ist hier los? What a fine place. Let's make a trace by Smissi for your house. The church in the graveyard. Was? Das ist ein incredibly generous offer, Creswold. But I'm afraid. I thought I was being serious. I'm not such a complete idiot. That I'd want to live in and work in this dump. Yuck. Ähm, you're so polite. Almost like Farmer. Are you brothers by any chance? Ich hab Farmer, glaube ich, noch gar nicht kennengelernt. Obwohl... War das der Typ da unten, der auch so komisch drauf war? Yeah. I'll tell you a secret. I was a smith before his ancestors even moved here. Now you're coming with me. War ja an arrest. Bestimmt nicht von Blacksmith. There is an emergency in the village. Oradric is gathering all the villagers in his tavern. Ähm, not the villagers. Das ist falsch. Wir haben das doch gekauft. There are vampires in the village, Cepar. And we expect the first fatalities are just around the corner. Ich hab noch keine Rüstung. Ich hab noch kein Schwert. Oradric has requested a specialist in the dead. Now go. Oh, wir sind auch kein Specialist. Wir verkacken jedes Mal, wenn wir die Leichen aufschneiden sollen. You're late. Remember, it's your fault. Rose, thank you. We all feel your pain. We all know you're... What hieß so schnell lesen? That was the third and final of the vampire's victims for today. But any of us could be the next to meet him. Chain, the farmer's son. Rose, it's only just beginning. Village, I await your suggestions. Not all at once, though, please. Curry, your suggestion first. My suggestion? Ah, yes, of course. People, hear my words. One week only. Curry and brother will be available to fix your porch. For a 50% discount. And as a free gift, you'll get a special wooden Lennepuss from trees. Tress. Oh, that's my favorite. Business is business, brother. Okay, Adam, let's hear your suggestion. My suggestion is to assign two bodyguards to each villager. A week ago, a band of ghouls brought some offensive slanderer on my wall. Adam, it was the village teenagers. I even helped them a bit with the grammar. Besides, ghouls don't exist. Oh, dear, logger. Your suggestion? My suggestion is for Reverend to stop eating dead animals. It's only natural that you'd end up seeing vampires and other nonsense. Fresh roots and braised leaves their secrets to a healthy body and spirit. Yeah, eat no dead animals. Eat just living. Direct into the meat. What? To turn down candy chicken like marinade? Never. Beekeeper, please don't spit on the floor. Is there something you'd like to add? Yes, there is, you people. Are you crazy? You're all full of rubbish. It's all becoming clear. It's the wild doings of my son-enemy. Hornet man. But fear not. My army of carnivorous beasts is nearly ready. What? Soon, very soon. I will release them upon the village. I don't know if there's aassfresser-bienen or some of those who don't eat meat from meat, but okay. That would be most kind of you, Beekeeper. Are there any other suggestions? Great, the meeting is adjourned. You are all free to go. Vampires in the village. Achievement unlocked. Beekeeper, could you spare a moment? Listen, might I ask you to look into all that stuff? It's pretty unexpected, but I appreciate that you confide in me. Frankly speaking, I wouldn't exactly say that I confide in you. But if I ask some villager, I'd have to give them a huge tax write-off, in addition to their reward. But it only makes sense to ask someone outside the village, wouldn't you say? Hmm, yep, absolutely. On the other end, you're such a kind and understanding guy. Whatever. Perhaps you'd agree to help us for free? Hmm, I'm too busy to deal with this. I think about it. We'll talk later. Also, ich denke mal, das ist so, Quest annehmen, Quest verschieben, Quest ablehnen. Äh. Wir nehmen sie mal an for free, auch wenn ich das nicht for free machen wollen würde. Aber was bleibt uns denn für eine andere Wahl, außer die Quest komplett abzulehnen? I'd hope for a little compassion in the time of our misfortune, but very well. What a greedy rascal. Very well. Let's go home and think a bit. Was haben wir gerade so im Inventar? Können wir machen. Was ist das denn für ein Typ? Ich sage ja, ständig kommen hier Leute in mein Haus. Oder zu meinem Haus. It's time to pay for your crimes, you foul creature. Defend yourself. Shepard, are you talking to me? To you, your vile vampire, prepare to die in the name of my wife and all the other innocents. Hey, that's kind of funny. You really think I go around at night sucking people's blood? Ja, der eine Teil stimmt. Wir laufen echt in der Nacht häufig rum, aber... Wir saugen nur das Blut von Toten aus, also von daher. How come I'm always out in the sun working? It proves nothing. You could be a vampire mutant. There's only one way to check. Hey, danke. Eat that. What? Raw garlic? Oh, you refuse us. The fiend gives himself away. Ja, ich würde jetzt auch nicht so in den rohen Knoblauch beißen wollen. Oh, crap. Ah, ah, ah. Are you satisfied? Like my old teacher from the order of undead hunters used to say. War! What's going on here? Ah, ah, ah. I hate you. However, if you're a mutant, you might be resistant to the garlic. Yurikar, I know what we must do. Take this wound stake and punch it deep into your heart. If you die... Stop, I have a bad idea. I find you an actual vampire and then you can cut me a break. Hmm, and if you fail, then you can kill me or I'll eat a whole bucket of garlic or whatever you need. It's a deal, but you don't try to cheat me, you bearded horror. This logic is insurmountable. Ja, wie Leute aus dem Mittelalter halt. I guess it would make sense to talk to the victims. Chained Farmer's Son and Rose. Warum heißt sie jetzt auf einmal Rosa? Warum sterben wir gerade? Vielleicht sind wir echt ein Vampir. Warum kriegen wir den... Warum haben wir denn jetzt einen Debuff mit Damage? Kann ich irgendwo sehen, was das für ein Debuff ist? Ich glaube, der Typ da. Eat'n garlic, your mouth is burning. Ich glaube, der Typ war gar nicht auf so einer falschen Spur. Ja gut. Wir sterben gerade. So halt. Mein Plan war es eigentlich, jetzt eine Angel zu finden. Ich weiß nur nicht, wo ich die herbekomme. Nee, der Donkey bringt schon wieder eine Leiche. Lass mal gut sein. Weil ich weiß, gibt es keinen Angler hier in dem Dorf. Oder ich habe zumindest noch keinen gesehen. Der Blacksmith verkauft leider auch keine Angeln. Der Tavernkeeper auch nicht. Das hier sieht irgendwie nach Angel aus. Guten Tag, Sir. We sell the finest Dairy-Products in the village. Ich kann nichts lesen. Do you have any fresh beef? Das habe ich nicht gefragt, aber... Oh no, Sir. The cows are our friends. Warum? Was passiert hier gerade? We are not like those folks from town. I bet they even eat human flesh. Na ja, sobald ich einen Royal Stamper komme, werdet ihr das auch tun. They think they are smarter than us. But I think they are just barbarians. About the vampire. Was passiert hier gerade? Die Chatbox... Was... Ein bisschen gepackt gerade. About the vampire. Who knows the vampire who attacked you. May I... He drank my blood. Okay. Oh, I'm sorry to hear that. But please, a bit less loud. Was it gripping and sinister? I practiced that line for hours. Yeah, you're the best. So, could you tell me what happened? He led me into the barn by imitating the sounds of a pregnant cow. What the fuck is das für ein Vampir? Then he grabbed me and started drinking my blood. But almost right away, he just sped it out. Okay. Hast du auch garlic gegessen? It was like he was disgusted. And you know what? It was even a little insulting. If my husband had been home. And what happened after that? He said B again? Group B? It's just like you're all mocking me. And then he ran away. Ach so, Vampire, die achten also auf die Blutgruppe. Ja, natürlich. Thank you for your help. I hope your cows have lots of nice calves. Villagers can sleep safe. Um, I don't believe it. Hello, Donkey. One, two, three, four. Donkey deserves more carrots. What are you doing here? I'm on strike. What does that mean? It means I'm tired of being oppressed. I'm not bringing you any more corpses. At least not for free. I have a list of demands. Perhaps I demand better working conditions. Please, the reals for a change. I can't keep listening to the squeak. Second, I need a day off. There are no more corpses on. You've never brought any corpses. It took a long time to get new corpses again. And last but not least, I need better pay from you. These corpses aren't your property. And I like a natural resource. And I want my cut. Each new corpse will cost you 5 carrots in advance. You can place them in a special box here. I'll take the carrots from it. If you refuse, you can find yourself another donkey. Oh, there isn't another donkey. Ho, ho. Okay, deine Rasse wird also aussterben. Aber gut. Die Frage ist halt nur, woher kriege ich Carrot Seeds? Good, now just put my carrots in the box. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob die Leiche auf dem Dings hier hinten vergammelt. Und ich will erstmal auch keine neuen Leichen. Von daher, bleib da ruhig mal stehen. Ich hab anderes zu tun. Ich bin grad verwirrt, was so die nächsten Schritte wären. Ich hab zwar viele Aufgaben, aber irgendwie eine, die mich wirklich weiterführt in Technologie oder sonst was. Aber gut. Irgendmal kümmern wir uns erstmal um das Zeug mit den Vampiren. Das Holzlager ist voll. Na gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen Holz verwerten. Keine Ahnung, machen wir ein paar Root Billets. Die haben wir gerade nicht. Aber auch das Feuerholz machen. Das warte ich hier schon die ganze Zeit darauf, dass das gecraftet wird. Und dann können wir den Ofen nicht fuelen, weil wir jetzt gerade was reingepackt haben. Naja gut. Need a Technology. Das sieht doch eigentlich aus wie eine Claymine. Aber was brauche ich für eine Technology, um hier was hinzupflanzen? Oh, das ist der Inquisitor. Wir haben ihn endlich gefunden. Snooprint Inquisitor's Joy. Die langen Haarratte. Everything ist ready, Inquisitor. Good. Were there any problems? No, Monsieur. Except there was a strange fella snooping around. Oh, there he is. Hold. Please calm down. I live here at the Graveyard. He called us, guys. Why is he... Why is he... Why he's the cultist for searching, Monsieur. Onsoir. I'm the Graveyard Keeper. I work as the Keeper of the local Graveyard. You can ask any of the villagers about me. Then you're definitely a new one. I feel that you're telling the truth. Would you join me at the witch-burning ceremony? Uh, okay. Which would be my honor. So, how did you find yourself in such an interesting position? Tell him about the real world. Lie, dodge. Uh, I think it's not so good if we tell him the truth. I don't know if it's so good as if we lie to him. So, let's dodge it. Well, it just happened. There's nothing special to say. I'm definitely hiding something and I'll find out what. I'm the great inquisitor and protect the one through faith and humankind itself. We're having a tough time in the town. The ship of the dead is already overloaded and there's a new one stuck in the shipyard. The graveyard is opening again. It is suspiciously an all-suspicious time. The dark cult's rising. I can feel it. Righteous anger rises within my soul. We've burned thousands of witches and heretics for 30 years. And it's only the beginning. Burn the witch. Burn the witch. Light the fire. Yes, monsieur. Long live the great inquisitor. Hurrah, hurrah, hurrah. So you were with a lot of dead bodies. Yes, I think it's part of my job. You live right beside the hill near the graveyard, that right? Yes. Interesting, interesting. You know, I need someone to be my friend here at the village. A friend of mine is a friend of the holy inquisition. Trust the villagers. They don't go to church and even refuse to lay in their graves after death. But you're new here. You might notice something unusual. Also, ich agree mal dazu sein, friend zu sein, aber mehr so scheinheilig. Agree to be his friend. It'll be a pleasure to be your friend. Und dann stose ich dir ein Messer in den Rücken. What's choice? Friendship is based on trust and goodwill. You earn my trust and to be a friend of the inquisition, you will first have to show your goodwill. So I have a couple of minor tasks for you. The scheidhaufen is ganz schön schnell verbrannt. What kind of tasks? Everything in due time. Today's a day of breath. Not a day of sweating the minor details. We can talk next. Or any other. I like to come here. There is no other place where I can feel my holy wrath so deeply. I like to come here. Irgendwas mitnehmen? Can I here clay find? Oh, guck mal, hier sind die Tage aufgelistet. Interessant. Was haben wir hier? Ein verbranntes Haus. Ein Garten. Ein Grab. Hm. Kann ich auch nicht einfach ausbuddeln. Das wäre interessant, aber das sollte ich wenn sowieso erst machen, wenn ich Zombies erschaffen kann, damit ich auch weiß, was es mit diesem Grab auf sich hat. Kann ich von hier irgendwie runter zu meinem Garten da oder so? Irgendwie nicht so aus. Oh, was ist das denn? Hier ist ein schön runder Stein. Können wir auch nicht kaputthauen. Gibt es eigentlich auch Jahreszeiten. Also soweit ich weiß bisher noch nicht. Man sieht oben links nur, was gerade von meinem Kopf verdeckt ist. Aber warte, das kann ich ja mal eben zeigen. Also man sieht hier oben so, naja, das Blaue ist meine Energieleiste und das andere ist praktisch der Wochenkalender kann man sagen und an jedem Wochentag kommen halt irgendwelche anderen NPCs oder passiert halt irgendwas anderes. So wie der Inquisitor jetzt gerade sagt, er ist immer an diesen speziellen Tagen da. Wupp, ziehen wir die wieder hier. Ich weiß gerade gar nicht, wo die war. Warte mal, machen wir so. Zack, zack. Steht sie wieder in der optimalen Position. Sie haben sich schön alles verdeckt. Aber Jahreszeiten habe ich bisher noch nicht kennengelernt. Keine Ahnung, vielleicht kommt das noch. Ich bin ja noch relativ am Anfang. Ja gut, mit wem müssen wir denn noch sprechen für die Vampir-Quest? Wer hat uns überhaupt den Auftrag gegeben? Na gut, da steht nur Find the Vampire. Da müssen wir noch ein Cauldron für die Witch bauen. Da könnten wir eigentlich mal gucken, ob das der Schmied herstellen kann, weil davon hat sie ja berichtet. Ihr könnt es halt leider noch nicht. Erstmal wieder ein Iron Ingot nachlegen, dann gehen wir doch mal ins Dorf. Also ich wünsche, es gäbe irgendwie, also es gibt ja, es gibt wohl auch Teleportsteine. Das kann ich zumindest bei dem Gastwirt kaufen. Ich weiß noch nicht genau, wie die funktionieren, weil ich noch keinen gekauft habe. Aber ich wünsche, es gäbe irgendwie eine schnellere Methode zu reisen, weil man muss hier wirklich sehr viel laufen. Gut, ich kann mich mit dem nicht unterhalten, ich kann nur handeln und das, was ich handeln kann, bringt mir leider nichts. Miet, du sollst einen Cauldron für mich machen, aber anscheinend muss ich den selber craften, so wie es aussieht. Ja, guck mal, mit dem kann man auch noch reden. Not now. Oder auch nicht. Jetzt kann ich mit dem reden. Hi, ich bin Triss. Ich bin der Graveyard Keeper, nice to meet you. Wenn du ein paar wood-materialien brauchst, dann bin ich glücklich, zu dir helfen. Oder stone-materialien, du kannst meinen Bruder Kari besitzen. Ja, definitiv Bruders. Aber keiner von euch verkauft eine Angel. Ja gut. Da oben geht es ja, glaube ich, noch weiter. Wenn ich hier durchkomme, irgendwo, hier können wir auch noch reden. Hey, ich denke nicht, dass die Bäume hier Ich bin jetzt exploring die area. Gut, ich habe viel Geld für die für die right zu chop the trees around hier. Und ich muss sagen, es ist hard work. Wenn ich hätte eine better ex. What if I brought you one? I haven't made much money yet. I don't even have a house. But I can teach you my old family recipe. It's a nice pasta. I'll keep you keep up your stamina while you're working. Was will er denn für eine Axt? Iron Axt? Die hätten wir ja sogar. Im Inventar zumindest. Aber da können wir auch noch eine croft. Gegen einen Recipe ist das jetzt zwar nicht so verlockend, aber naja. What is this place? This path leads to the mountain forge. No entry is permitted. Na gut, dann halt nicht. Wir könnten dem Esel ja ein paar Carrots bringen, dann kann ich noch meine Leiche autopsieren. Wir brauchen ja sowieso ein bisschen Haut für eine Rüstung. Das Problem ist, da muss ich die Leiche auch unterbringen. Na ja, wir schauen mal. Ich weiß gar nicht, ob es schneller gewesen wäre, den normalen Weg zu gehen, weil ich jetzt auch gleich zum Gard gehen muss, die Carrots holen muss und dann auch zur Morgue laufen muss. Ich jetzt einfach die ganzen Eisenbarren. Ich noch gar nicht weiß, ob ich die überhaupt brauche. Brauchen werde ich es wahrscheinlich schon, aber erst mal wir haben ganz viel hemp. Drogen! Carrots können wir jetzt auch direkt neue einpflanzen. Seeds können im Moment haben wir noch ein paar Materialien. Hat er nicht gesagt er will 5 Carrots im Voraus? Warum muss ich hier 10 reinlegen? Ich fühle mich irgendwie leicht verarscht. Aber vielleicht muss ich da 10 reinlegen, weil er sagte im Voraus und er hat eine Leiche gerade auf dem Rücken und eine andere die bringt er demnächst. Trotzdem fühle ich mich leicht verarscht. Das war hard. Ahah. But this is only the beginning. I'm aiming for world domination by carrots. You really need that heart? Yes I do. And what right do you have to complain? This isn't your road. Anyway enjoy my manifest. You used to think you were a nice donkey. I am but not for you. Ah, so kriege ich neue Carrots. Er hat jetzt hier hingekackt. Das meint er wahrscheinlich mit Manifest. Und wenn er gleich wegfährt, da sind ja dann neue Seeds drin. Optimal. Was ich so gerade überlege, gibt es jetzt überhaupt Carrot Seeds? Also, Carrot ist ja etwas eigentlich so wie Kartoffeln. Die pflanzen halt einfach den Boden und vermehren sich, oder nicht? Gibt es richtige Seeds dafür? Es gibt ja auch keine Potato Seeds, oder? Am nächsten Tag müssen wir eine Zeremonie abhalten. Wir können vielleicht mal noch ein paar Steine fahren. Davon haben wir nicht so viele. Auch in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie an Clay komme. Das hier können wir nicht abbauen. Hier so ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich habe wieder keinen Platz in meinem Holzding hier, oder? Ja, dann craften wir noch ein paar Flitches. Euer Holz brauchen wir demnächst auch neues. Ja, ich glaube, ich lege mich erst mal schlafen. Ich habe ja nicht mehr so viel Energie. Und am nächsten Tag kann ich auch eine Zeremonie abhalten. Dann kriege ich so ein paar Prayer Points. Keine Ahnung, was das da genau ist. Und kann dann damit ein bisschen weiterarbeiten. Auch wenn wir jetzt erst mal Abend haben. Hey, es regnet. Ich bringe meine Pflanzen wenigstens ein bisschen Wasser. Wo wollte ich jetzt hin? Genau, ich wollte Oil kaufen. Das hatte ja dieser Bekloppte. Lass mich raten, ich komme jetzt zu spät zu dem Typen. Und der ist wahrscheinlich schon weg, oder? Nee, noch ist er da? Ich hoffe, das ist das richtige Oil. Ich will nur eins. Du hast neue Hempseeds. Dann kaufe ich die auch noch. Und dann bist du auch schon Tier 2. Oder auch nicht, weil noch irgendwie ein Millimeter fehlt. Aber egal. Ich will jetzt kein weiteres Geld für dich ausgeben. Vor allem, weil du auf Tier 2 wahrscheinlich sowieso nicht so viel bringst. Jetzt können wir den komischen Esel da, seinen Rad eulen. Und dann können wir die Leiche da entnehmen. Die wahrscheinlich schon längst vergammelt ist. Weil er den ganzen Tag da mit draußen mit in der Sonne steht. Und jetzt auch noch im Regen. Ich meine, ab einem gewissen Punkt muss man sich fragen, ob es dem Esel das wirklich wert ist. Er steht jetzt da den ganzen Tag einfach rum. Wenn ich dem die Carriest nicht gebracht hätte, hätte er da nicht mal was zu fressen. Jetzt regnet es auch noch. Also irgendwie... Keine Ahnung. Die Leute scheinen hier ja auch irgendwie nicht zu sterben. Und dann irgendwie schon, weil wir ja ganz viele Leichen haben. Aber einige leben ja schon seit keine Ahnung wie viele Jahren. So. Great. Finally, I'll get a little peace and quiet. And I'll be able to think about my theories. And ways to fight for what's right. I already have all the warfraids on my side. Er hat hier gar nicht hingekockt. Dann weiß ich nicht, was er mit manifest meinte. You look a little tired. Did you sleep well? Oh, sorry. I miss sleeping so much. Turns out it's quite hard work being a graveyard keeper. I have to do everything by myself. I remember something in old days. The keeper used to have a lot of helpers. They were a lot like me, but without their sense of humor. One of them should still be chained to the wall to the northern part of the church cellar. Oh, and one more thing. I don't remember why, but I'm quite sure you should never unchain him. Never. Okay, unchained the thing. So, wir entnehmen das Blut. Wir entnehmen das Fett. Wir entnehmen die Haut, weil wir die brauchen. Und ich weiß nicht, ob irgendwas von den anderen Sachen gut war. Müssen wir mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert, wenn wir Fleisch entnehmen. Das war negativ. Aber naja. Ich weiß nicht, ob sonst... Wird bei einer Autopsie noch irgendwas entnommen? Was, wenn wir das Brain entnehmen? Wir probieren einfach aus. Wir verschandeln die Leiche ein bisschen. Ja, das war nicht gut. Aber wir können auch das Herz jetzt rausnehmen. Wir nehmen einfach alles raus, so. Also kein Platz im Inventar dafür, aber wir nehmen einfach alles raus. Einfach, um zu gucken, was es bringt. Oh, Intestines ist anscheinend gut. Guck mal, wenn wir ein bisschen verkackt haben. Fädel. Ist anscheinend nicht so gut. Können wir den wieder einsetzen? Ja, wir haben keinen Inventarplatz gerade. Können wir hier auch einen Trunk machen? Wir können einen Pallet machen. Wir können einen Preparation-Dings machen, aber keinen Trunk. Ja gut, dann muss ich die Sachen erstmal da oben in die Kiste bringen. Fleisch, ein bisschen Blut, Fett und Haut. Haut müssen wir jetzt noch häufiger entnehmen. Ich glaube, vier Stück brauchten wir. Vielleicht sollen wir wieder irgendwas einsetzen? Vielleicht den Schädel? Wow, nicht genug Energie. Nice. So, ein Fitzelchen fehlt. Wie immer. Wunderschön. Danke. Und ich muss ja heute meine Zeremonie abhalten. Super. Aber egal. Alles andere lagern wir hier erstmal ein. Der Eisenbarren ist fertig, aber ich glaube, ich kann sowieso keinen zweiten schmelzen, weil ich mehr Feuerholz erstmal benötige. Gehen wir mal hier rein. Startpraying. Braucht. Oh, da kommen ein paar Leute. I'd like to say a few words. Our church is great. What? And now, let us pray for this blessing. Okay. Nice. Nice. Your donations are welcome. Great ceremony. Die feiern das alle. Money. Money. Das haben alle bezahlt. Ich konnte das nicht sehen. Die waren alle so übereinander. Success Chance 50%. Result. Success. Ja, da hatten wir ja Glück. Aber irgendwie müssen wir hier halt mehr bauen. Was wir noch nicht können. Können wir irgendwas am Altar machen? Ne. Trade. Was hat der denn zu traden? Casual prayer. Aber das haben wir doch, oder nicht? Das ist ein casual prayer. Prayer for faith. Prayer for donations. Prayer for shoots and roots. Prayer for repentance. Prayer for prosperity. Prayer for retribution. Prayer for excellence. Prayer for repose. Was bringt das alles? Da sind extra donations. Und hier. All deceased are welcome to your grap... Was tut das denn heißen? All deceased are welcome to your graveyard. True words that will make you tough. Also die geben wahrscheinlich verschiedene buffs, logischerweise. Aber this will boost your inspiration. Ich weiß halt nicht so, was es damit aufsichert. Communion cookies. Candle. Na ja, gut. Er nennt mich doch wieder Comrade. Dear Comrade, is my assignment to inform you, Eko-Bel-Kroll in a plenary meeting made the decision. Huh? Sorry, Eko-who? Eko-Bel-Bel. The executive committee of the party of the donkeys' proletariat. Oh, there's no other donkeys. You are addressing his general secretary, by the way. Okay, that explains everything. So, the Eko-Bel-Bel-Bel-Bel has decided to give you one last chance to rehabilitate yourself in the eyes of enlightened labor. Well, thanks. Our party has reached the phase of active preparations for revolutionary upheaval. And your role will be key. Um, and if I refuse? Then we'll burn down your home, graveyard, garden and church. And worst of all, you'll be populistically reprimanded and placed on the party's blacklist. I'm glad you've agreed to help. Now come closer and listen carefully. Once you realize, this is all top secret, we'll communicate via notes. Yeah, especially the devil is communist, so... Yeah. Notes? And how are you going to write notes? Those who know less sleep better. And I wouldn't recommend smelling them. First, prepare and send to our post office a cookbook for our friend, the Red Chief. He loves cuisine and the success of the revolution will be impossible without the Red's help. Second, send to our post office five red apples to raise the moral of the oppressed donkey commune. You must... Wait, I have no way to send all this stuff. Discreetly. You said this is top secret, therefore... Therefore, it's your responsibility to create and install a special box for contraband. You will be stuffing all the contraband inside that box. And then I, or other party members, will take them away under cover of night. So, I'll take them away under cover of night. A dead bookcase. But... Don't worry, you'll manage it. I believe in you. Good luck, Tails Grost. Okay. Revolution begins. Achievement unlocked. Not enough energy. Ich weiß nicht. Also, ich hab bisher irgendwie keinen hier kennengelernt, von dem ich sagen würde, ja, der gefällt mir. Naja. Erstmal ein bisschen schlafen gehen und Energie generieren. I'm so refreshed. Yes. So, jetzt können wir uns erstmal weiter um die Leiche kümmern und um diesen komischen Briefkasten hier. Ganz unauffällig. Gut, den Schädel haben wir wieder eingesetzt. Mit dem Body geht's trotzdem nicht so gut. Aber naja. Wir nehmen ihn erstmal mit. Und das nächste Mal, wenn der Esel mir eine Leiche bringt, lasse ich ihn da einfach stehen. Here, take this. Okay, ihn interessiert's auch nicht. Sehr gut. Build Gravesite. Ah, keine Ahnung. Packen wir einfach hier unten hin. Zu den anderen. Zack, da rein. Das sieht jetzt natürlich scheiße aus. Und ich glaube auch nicht, dass wir das viel besser hinbekommen. Aber keine Ahnung. Die Quality von Graveyard ist wieder gesunken. Joa, Quests. Was? Welchen Quests können wir nachgehen? Wir könnten zum Astrologer. Aber das sollten wir wahrscheinlich tagsüber machen. Nachts hab ich den nicht gesehen. Auch wenn der eigentlich nachts hier draußen sein müsste. Er ist immerhin ein Astrologer. Aber naja. Ach, wir haben ja jetzt auch Prayers bekommen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal mit Snake reden. Der wäre ja jetzt gerade da. Wenn wir unsere anderen Faith Points hier abholen. Guten Tag. I too convinced. I have nothing against you. Maybe I can even help you. You appear useless, but also harmless. Help me open this gate. I have these instructions and apparently I need a key. My lockpicks won't work. Bring me the key and we'll talk. Make one or find it. I don't care. Fake to the blueprints? Okay, I need something behind this door too. So I'll try to help. You can take these instructions. Wait, can you help me find some items for me? Can you help me find something in the town? You can find anything, just name it. A mirror of pride, an eternal burning coal and a salty fork. That's some weird stuff. As you may have noticed, I'm working on a very important project right now. So I'm a little short on time. But if you help me, maybe I'll help you. Oh, 60 happiness points oder friends points brauche ich dafür. Wie use ich denn diese blueprints hier? Kann ich so nicht einfach use? You need to use a keeper's key with this instruction at a study table. Ja gut, dann kommt es auch erstmal hier rein. Die Story bringen wir wieder nach oben. Genauso wie dem Pilz. A real certificate können wir verkaufen bei Gelegenheit. Ich bin es immer noch sehr sad, dass wir das Toilettenhäuschen nicht benutzen können. Da ist wirklich eine Opportunity in diesem Spiel verloren gegangen. Ja, machen wir erstmal ein bisschen mehr Feuerholz. Auf dass der Ofen länger brennt. Einfach alles da reinschmeißen, so. M-Seeds könnten wir eigentlich anpflanzen. Warte mal. Da werden noch zwei Carri-Seeds gebraucht. Ich hatte anscheinend schon zwei da reingepackt. Packen wir doch nochmal die... Ne, hä? Ach so, wenn es hier drin ist, dann brauche ich... Ach, dann brauche ich das gar nicht aus der Truhe rausholen. Dann kann ich sie einfach drinnen lassen. Es ist ja wunderbar. Glaube ich zumindest. Ja, das sollte so funktionieren. Äh, wir müssen noch mit Leuten reden in der Stadt. Und es wird gerade Tag, das ist doch perfekt. Dann kommen die doch hoffentlich mal alle aus ihren Hütten wieder. Gleich zumindest irgendwann. Wir sind jetzt schon irgendwer in der Taverne. Durch die Gegend geschoben. Paper kann ich ja machen. Irgendwann weiß ich noch nicht, wo ich das herbekomme. Also Paper habe ich zumindest das Rezept. Oh, sie ist auch wieder da. Aber jetzt haben wir nicht mehr genug Faith Points. Miss Shane. You better talk with my husband. He's in charge here. About the vampire. Jane, could you tell me a bit about the vampire? No, I couldn't. I won't say another word until Redrick apologizes for his disgusting behavior. Okay, I'll ask him. About apologizing to Jane. Redrick, Jane asked you to say sorry for your... He? Say I'm sorry? I thought my wife's lover in my own bedroom and it's me who has to say he's sorry? Just picture it. He looked right at me and then jumped through the window. No, she's insisting that she was merely sleeping and this fellow was a common vampire. Maybe she could be right? Tell her and inform her that I demand an explanation. Why can't you just talk with each other? Better talk with my husband. He's in charge here. Ask for an explanation. Redrick demands an explanation. What? An explanation? No, ask him why he was returning home after midnight that day. Listen, I'm sorry about your family troubles, but do you have anything useful to tell me? I don't know anything. I was asleep. Very well, then. Have a good day. Wait, the astrologer knows a thing or two about vampires. He says he was once attacked by vampires about 30 years ago. Oh, my brother. I don't know from A to B to A to B to C. That guy probably doesn't know anything about vampires, right? Bing, dong, bing, 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 bing. Dick, I am, am I? Ne. Der war ich nicht. Die Brücke ist kaputt. Kann ich die auch reparieren? Mit so ein paar Holzsachen? Wo war denn dann der Astrologer? Der war ja weiter unten, oder? Ah, das sieht richtig aus bei den Äpfeln. Kann ich auch noch direkt ein paar Äpfel mitnehmen, weil die Donkeys ja welche haben wollen. Hallo, Astro... Du siehst aber nicht aus wie der Astrologer. Lighthousekeeper? Das ist doch nicht der Astrologer. Aber vielleicht hat der eine Angel. Holy Maccarell, boy. Hey, you look like someone who desires to be a part of the magic world of fishing. Yes? I don't know much about fishing. Kiwo, I know a whole lot about fishing. So relaxing and it can be profitable. Plus, fish are really tasty. Sounds great, I mean... Smart choice, my boy. I'll provide you with everything you need and teach you how to cook fish. All I need is a rod. Do you have one you can give me? Easelsfly schmeckt. Wir können es ja mal ausprobieren. That I do, my boy. I have an old one, but I'm not just handing it over as a gift. I'll ask you to bring me some moths. No, no, no. They're a good old fish, but you can only catch them at night. And I can hardly make out anything when it's dark. Hey, ich könnte auch einfach eine kaufen. Well, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich an Motten drankommen soll. Aber schauen wir erstmal. Wo ist denn dann der Astrologer? Bin ich hier. Das Teleskop würde... Ja. Würde dafür stehen, dass da der Astrologer wohnt und nicht ein Lighthousekeeper. Aber okay. Vielleicht kommt der auch nur hier hin und macht sein Werk. Wir haben eine neue Leiche. Na, super. Dann weiß ich wirklich nicht, wo der Astrologer sein soll. Ich kann ja auch sonst nirgendwo hin. Also hier oben geht es ja noch weiter, aber da komme ich ja nicht durch. Na, da oben ist noch ein Weg, der in die Clouds führt. Aber keine Ahnung, ob es da weiter geht. Schauen wir uns da mal um. Irgendwo hier oben soll es weiter gehen. Oh, hier ist auf jeden Fall Strand. Auch ein Platz zum Fischen. Und hier ist Sand. Wofür ich immer noch eine Technology brauche. Weil es ist unmöglich für mich, einfach meine Schaufel zu nehmen, sie in den Sand reinzuhauen und den irgendwie zu extrahieren. Nein, ich muss erst wissen, wie das geht. Und hier oben ist die Cliff. Ja gut, dann haben wir das auch erkundet. Also es scheint wirklich nirgendwo Clay zu geben. Das heißt, irgendwie anders müssen wir da dran kommen. Ich meine, Clay ist im Moment auch nicht so wichtig. Gibt mir halt nur die Stone Repair Kits. Aber naja. Jetzt wird es langsam Nacht. Wo zur Hölle finde ich den Astrologer? Scheint ja hier auch nicht im Village zu sein. Hm, vielleicht kommt der doch in der Nacht zum Teleskop. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht genau, wo wir hin sollten. Was haben wir denn sonst noch so für Quests? Make nice mit dem Merchant. Naja gut. Ehrlich gesagt, erstmal keinen Bock drauf. Vor allem nicht, wo ich so wenig Geld habe. Den Farmer's Son können wir noch über den Vampire befragen. Und das war's. Ist aber jetzt nicht, weil es sind ja auch gerade alle reingegangen, ob der jetzt noch zu dieser Zeit draußen ist. Aber wir können mal eben auch schauen. Der ist hier ja auch direkt nebenan. Razer, ja. I need to finish my chores. My father will be terrifyingly angry. About the vampire? I have some questions for you, child. About the vampire? I promise you won't laugh. My father, my uncle, all the neighbors. None of them believe me and just laugh. I promise I'll be serious. Serious black. That night, my father and Uncle Miller were drinking Uncle Sweet Whiskey. I was home alone and some man came through the window. At first I thought it was my drunk father. I even called out to him. Dad. But he, it was like he didn't hear me. Interesting. Go on. In a flash, I knew it wasn't that. And I hid under my blanket and he, he, he just went away. Please don't laugh. Everyone laughs at that part. And Rory, at 15 years old, I'd have been scared too. Thanks a lot, but I'm 22. Ich meine, ich bin natürlich total serious. Ich habe aber gerade gesehen, wo ich hier vorbeigelaufen bin. Hier oben scheint irgendwie so ein Kohnmacher zu sein. Der müsste doch eigentlich Clay haben. Aber da so ein Loch neben ihm ist, gehe ich mal davon aus, dass man Clay aus diesen Löchern bekommt. So wie ich es schon vermutet habe. Aber dafür brauche ich eine Technologie. Was verkauft der denn hier? Ceramic Bolts. Na gut. Das heißt, er redet auch nicht mit mir. Ich will doch nur wissen, woher ich Clay bekomme. Naja, und ich will auch vieles andere. Ich will auch wissen, wo der Astrologer ist. Ich will endlich Zombies züchten. Ich will... Keine Ahnung. Ich will alles. Gebt mir alles. Na gut. Gehen wir mal zum Teleskop. Also wenn der nicht in der Nacht da ist und die Sterne beobachtet, dann weiß ich auch nicht. Da kommt er seiner Aufgabe doch gar nicht richtig nach. Vielleicht ist er aber auch nur an einem gewissen Tag da. Nämlich an diesem Montag und... Mond-Tag. Nicht Montag. Aber den habe ich doch auch schon mal hier rumlaufen sehen. Konnte nur nicht mit dem sprechen. Na gut, dann müssen wir erstmal warten. Und in der Zwischenzeit weiß ich auch nicht, was wir machen können. Gibt nicht so viel zu tun. Also es gibt genug zu tun. Aber für viele Sachen brauche ich Materialien oder sonst was. Ich kann ja mal gucken, was ich für so Steingräber oder so brauche. Und dann kann ich den Friedhof ein bisschen hübscher machen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, wenn der Friedhof hübscher ist. Aber wir machen es einfach mal, weil es ist irgendwie ein Ziel, was wir in unserer Freizeit umsetzen können. Können wir das hier herstellen? Nein. Können wir das hier herstellen? Auch nicht. Ja. Hier können wir es herstellen. Das gibt plus zwei. Okay. Und bessere Sachen haben wir anscheinend noch nicht. Hm. Ja gut. Da kann es diese Holzsachen geben, glaube ich, auch plus zwei. Also das Ding nicht. Aber irgendwo konnte ich, ich glaube, hier konnte ich eins craften. Das Woden Cross gibt auch plus zwei. Es kostet halt nur andere Materialien. Und so einen Steinkreis können wir überhaupt nicht machen. Und zwar, glaube ich, auch eine Technologie, die wir noch erlernen konnten. Oder? Stone Gravestones. Dafür brauchen wir zehn blaue Punkte. Ich weiß aber gerade nicht, wo wir blaue Punkte herbekommen. Was sagt das denn hier? Ja, das ist aber nicht ganz korrekt. Ich habe nämlich schon eins bekommen und ich weiß nicht, woher. Es kann sein, dass das gebackt ist, aber ja. Der Church Basement. Also in der Church selber ist ja kein Basement, aber der wird dann wahrscheinlich hier Typen sein. Wo ich halt noch nicht hinkomme. Also dafür muss ich, was auch immer da, so einen Holzbalken leeren, dass ich wo kann? Wahrscheinlich hier irgendwo? Da. Das ergibt ja auch keinen Sinn, weil wenn das da drüben wäre, dann müsste ich ja irgendwie ein blauer Punkt bekommen. Und um an blaue Punkte zu kommen, muss ich aber darüber. Also vielleicht kann ich auch von der Church da rein. Vielleicht ist das nur so ein Shortcut-Ding. Ich gehe mal rüber zur Church. Gucke, ob es da irgendwie noch einen geheimen Weg rein gibt oder so. Oder eben auch einen nicht geheimen Weg da rein. Die Leiche wurde hier einfach hingelegt. Die ist voll am vergammeln. Weil Karotten noch in dem Dings waren. Na verarsche. Ja gut, dann nehmen wir mal das Blut. Dann nehmen wir das Fett. Dann nehmen wir die Intestines. Und dann nehmen wir die Skin. Graveside. Na, hier unten geht es weiter. Frag mich nur, was ist, wenn der voll ist? Wenn ich keinen Platz mehr für weitere Gräber habe. Na komm, schmeiß ihn da rein. Advanced Gravedigger habe ich Achievement bekommen. So, ist hier irgendwo... Ah ja, hier ist eine Treppe. Die habe ich vorher nicht gesehen. Hier geht es in den Keller. Aha. Alchemie. Hier kann ich ein Study Table craften. Aber gibt es hier vielleicht schon einen? Hier sind auch schon ein paar Sachen drin. Na, da können wir doch die ganzen Sachen hier reinpacken. Wobei die Haut nicht, die müssen wir mitnehmen. Für andere Sachen. Das Recipe können wir mal nehmen. Das können wir dann, glaube ich, auch direkt erlernen. Ja, das ganze Zeug hier können wir vielleicht mal abbauen. Weil... Ist sowieso kaputt. Aber jetzt haben wir auch gleich keine Energie mehr. Ah, dafür hat es noch gereicht. Was ist hier der Study Table? Aha. Pick an Item to study. Ah, okay. Was ist das hier? Science. Was ist denn, wenn ich... Nicht Notizenstudien? Ne, decomposen. Das will ich nicht. Ich will die... Äh. Nicht starten. Kann ich die lesen? Kann ich die usen? Can we decompose on the study? Ah, 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 okay. Decompose. Ja, was ist das, wenn ich jetzt einfach so einen Eisenbarren studiere? Was bringt mir das? Das bringt mir erstmal nicht genug Energie. Sehr schön. Hier unten haben wir, glaube ich, einen Shortcut in die Morgue oder sowas. Brauchen wir aber auch so ein Holzding und da ist sogar noch mehr im Weg. Dann legen wir hier erstmal die Skin rein. Can still salvage some paper from it. Aber wo? Ist das etwas, was ich craften muss? Oder... Was haben wir hier denn noch so? Ich glaube, alle Sachen, die wir hier haben, haben wir schon. Visier Yard Spaces ist auch interessant. Aber im Moment haben wir das noch nicht nötig. Naja, gehen wir erstmal schlafen. Oh, das ist nebelig. So, nehmen wir mal all diese Sachen hier von den Corpses mit. Kein Platz mehr. Nehmen wir die Bücher mal hier rein. Da weiß ich im Moment noch nicht, was wir damit machen sollen. Die Wound Repair Kids brauchen wir im Moment auch nicht. Äpfel können hier rein. Den können wir lieber das ganze Zeug hier mitnehmen. Das Fett würde ich eigentlich auch gerne noch mitnehmen. Dann tun wir erstmal ein paar Wound Sticks hier rein. Dann gucken wir mal, was wir damit so alles treiben können. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt für jedes Ding, was wir studieren wollen, Faith brauchen, weil das wäre ein bisschen doof. Müssten wir nämlich richtig viel Faith bauen, weil wir das ja auch für andere Sachen brauchen. Naja, schauen wir erstmal, was das bringt, wenn wir hier den Iron Ingot fertig machen. Sehr, sehr viele Punkte. Und wir kriegen den Iron Ingot auch zurück. Das braucht Faith. Das braucht richtig viel Faith. Das ist auch alles. Ja, das sind so Advanced Materials, aber es braucht alles Faith anscheinend. Das heißt, ich kann eh nichts weiter studieren. Hm. Ja, tun wir die Sachen erstmal hier rein. Car Solution Crafted at Zombie Alchemy Decomposer Hand Mixer Acceleration Powder. Und da müssen wir dann ganz viele Studies durchführen. Haben wir jetzt eigentlich blaue Punkte bekommen? Wahrscheinlich nicht, weil ich hätte wahrscheinlich eher sowas wie Blut oder so untersuchen sollen, denke ich mal. Also ich glaube, ich denke mal, dass was da dran steht, diese Punkte gibt es mir dann in erster Linie. So wie hier werde ich dann rote Punkte bekommen und so weiter. Und bei den ganzen Sachen bekomme ich blaue Punkte. Das heißt, ich sollte nächstes Mal auf jeden Fall was hiervon untersuchen. Aber gut, dann müssen wir erstmal wieder auf den Tag warten, dass wir eine Zeremonie abhalten können. Und in der Zwischenzeit bauen wir einfach mal ein paar Holzgräber. Die können wir ja bestimmt auch hinterher setzen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Gräber wir haben, aber wir machen erstmal drei von den Sachen. Da brauchen wir dann aber auch noch ein paar... Wenn man hier nicht zwischendurch laufen kann. Da brauchen wir dann aber auch noch ein paar wooden Planks, die ich nicht hier herstelle, sondern hier glaube ich sogar. Kann ich das nur irgendwie in der Priorität höher setzen? Okay, es wird automatisch hochgesetzt, wenn man nicht mehr genug Materialien hat. Und umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genug Energie habe, um die ganzen Gräber zu bauen. Aber das werden wir ja rausfinden. Gravestone und ein Fenst. Ich finde es auch schon interessant, dass die Qualität des Friedhofs hochgeht, wenn man einfach mehr Leichen da hat. Enough energy. Ja, schade. Hier können wir das genauso hinsetzen. Und da oben, bei dem Grab, warte ich auf jeden Fall, bis ich die Steinsachen habe. Bringt das hier eigentlich noch was? Ja, hier könnte ich auch noch Fensters hinsetzen, um die Qualität ein bisschen höher zu treiben. Aber erstmal müssen wir schlafen gehen. I'm so refreshed. Dann können wir auch noch einen oder zwei Wunnen... War das ein oder zwei Wunnenfensters? Machen wir mal zwei. Weiß wie gesagt nicht mal, was das überhaupt bringt. Die Qualität jetzt weiter hoch zu treiben, weil die Quest war ja nur, bis Qualität 5 zu kommen. Und alles darüber hinaus, weiß ich nicht, mehr so dem eigenen Interesse oder dem Willen geschuldet. Jetzt haben wir eine Friedhofsqualität von 11. So, schon mal nicht schlecht. Wenn wir hier so machen, read. Area is closed, due to coldest. Achso, das hatten wir ja schon gelesen. Haben wir jetzt eigentlich schon in der Church irgendwas? Ich wollte keine Chest bauen. Nee, können wir nicht. Dafür müssen wir wahrscheinlich auch Technologien freischalten. Hier mal von aus, hier hinter dem Strang. Die Marginie gibt ja hier zum Beispiel Church Bench, Candles, Business of Faith. Aber dafür brauchen wir auch erstmal blaue Punkte. Es kommen wahrscheinlich mehr Leute rein. Die Wahrscheinlichkeit für solche Sachen ist höher. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe war es, glaube ich, den Stranger zu treffen, ne? Der kommt am Mond. Das ist der nächste Tag. Und es wird gerade Nacht. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie die Nacht rumkriegen. Kann mehrere gleichzeitig da reinschmeißen? Gut, dass ich jetzt das auch mal erfahre. Ja, was tun wir mit unserer Zeit? Wir könnten Steine sammeln, aber ich glaube, das Steining ist ein bisschen weit weg. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Irgendwie die Energie rumkriegen und ohne den Stranger gerade kommen wir auch nicht so wirklich weiter in Bezug auf Quests. Holy shit, wo kommen die denn her? Wir sind auf einmal im Nichts gespawnt, ey. Ah! Okay, unsere erste Aufgabe ist es anscheinend, gegen Fledermäuse zu kämpfen. So. Hat uns direkt erstmal unsere Hälfte der Energie gekostet, aber das macht ja nichts. Dafür sind wir ja da, um Energie zu wasten. Eigentlich auch Fledermäuse wären nur ein Sumpf, aber irgendwie kamen Tierze auf einmal aus dem Nichts. Und zwar wirklich aus dem Nichts, denn sie sind einfach... Haben sich im Nichts, aus dem Nichts materialisiert und sich auf mich geschürzt. Gleich drei Stück. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, wofür ich diese Steine überhaupt sammle. Das ist einfach nur, damit ich erstmal einen Vorrat habe. Aber wir irgendwas werden, wie sie es schon gebrauchen können. Hoffe ich. Wäre merkwürdig, wenn nicht. Unser Holzlager ist ja auch leider schon voll. Natürlich könnten wir noch eins machen, aber sehe ich gar nicht ein. Einen Stein hole ich noch. Ist ja jetzt auch ein Sauwetter, da will ich ja nicht allzu lange draußen bleiben. Und dann gehe ich erstmal schlafen, weil dann wird es auch schon morgen sein. Also wenn ich dann geschlafen habe. Oder auch schon so, weil die Nacht geht irgendwie ziemlich schnell rum in diesem Spiel. Oh, der ist der Stein. Finde deinen Platz. Und ab geht's hinein. Okay, der eine Eisenbarren ist fertig, der andere noch nicht. Ich kann aber jetzt auch gerade nicht mehr reinschmeißen. Hab ich überhaupt noch... Das sah so aus, als hätte ich nicht mehr genug Eisenerz. Ne, ich habe auch nichts mehr. Das ist sowieso der letzte. Jetzt natürlich genau, wo die letzten beiden da reinkommen, finde ich ja raus, dass man die nicht mehr da reinpacken kann. Aber naja, egal. Saving Progress. I'm so refreshed. Das hoffe ich für dich. Denn jetzt geht's auf zum Astrologer. Da müssen wir ein Stück weit laufen. Der ist überhaupt schon da. Vielleicht kommt der auch erst in der Nacht raus. Naja, wir werden es herausfinden. Guten Tag, meine liebe Dorfbewohner. Habt ihr zufällig den Astrologer gesehen? Ich weiß, ihr wisst etwas. Serious an eurem Blick. Ganz genau. Die Chickens, die verbergen etwas von mir. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass der Astrologer hier am Lighthouse ist, weil da das Teleskop steht. Was ja wahrscheinlich gar nicht so dumm ist, aber der steht tatsächlich hier am Tag. Du weißt aber, dass du die Sterne nur in der Nacht siehst, ne? Sind hier am Tag nicht draußen. Da siehst du nur einen Stern und das ist die Sonne. Hi. Are you the Astrologer? Oh, he used to be. Now I'm more of a lost soul in this deadhead world. I'm the new Grapefiat Keeper. And it seems I need your help. Everyone needs something except me. Knowledge breaks only saddest, young man. You seem pretty happy. Your trivial needs are meaningless to me. So there's no way you can help me? What we see, you're looking after the graveyard. Yes. Quiet. Bring me a skull. It's pretty illegal. But who cares about that stupid inquisitor's law? The talking one, Gary, is kind of my friend. I don't think it would be appropriate. Oh, I just need a simple skull. From any old dead body. Ach, der haben wir schon einen. Ich hab vorgesorgt. Nur, dass ich ihn nicht mitgebracht habe. Okay. Kann ich dir aber bringen. Gar kein Problem. Kann mich sowieso in meiner Truhe rumliegen. Zum Glück hab ich den noch nicht erforscht. Ich frage mich nur, was ein Astrologer mit einem Skull will. Das ist wirklich keine Wissenschaft, die sich mit irgendetwas auf irdischem Wege beschäftigt. Naja, gut. Es sei denn, man nimmt die Erde als astronomischen Körper wahr. Aber das geht mit allem, was auf der Erde sich befindet. Ja, ein wenig darüber hinaus. Naja. Ich stelle keine Fragen, solange mir geholfen wird. Jetzt wird Zeit, dass ich mal diese Shortcut drüber zur Kirche freischalte. Hello, Skull. You're coming with me. Ich hoffe, der ist gleich noch da, wenn ich bei ihm ankomme, ne? Ansonsten kann ich ihm einen ganz anderen Skull besorgen. Nämlich seinen eigenen. Kann aber wahrscheinlich nur nicht mehr so viel mit anfangen. Nein, nein. Das Morden kommt später, denke ich. Hoffe ich. Also ich meine, hoffe ich natürlich nicht. Sind hier alles meine Freunde, ne? Ihr seid alles meine Freunde. Ja, ihr seid alles meine Freunde. Ich will keinen von euch umbringen. Außer vielleicht die Nervigen. Ich meine, niemanden. Ich will niemanden umbringen. Ey, hau noch nicht ab. Nein! Die Nacht hat doch gerade erst angefangen. Was bist du denn für ein Astrologer? Du bist ziemlich unfähig, weißt du das? Es ist Nacht draußen. Astrologer, komm in der Nacht raus. Bleib stehen. Wo willst du überhaupt hin? Geht ihr nicht aus dem Weg? Fight me. Chickens. Tut etwas. Haltet ihn auf. Attack. Ich wusste, die Chickens haben sich gegen mich verschworen. Gucken nur zu, während der Astrologer mich durch die Gegend schiebt. Wo geht der denn hin? Wache, halten Sie diesen Mann auf. Die Woche scheint sich auch nicht für mich zu interessieren. Junge, hast du mal in den Himmel geguckt? Das ist deine eigentliche Aufgabe. Warum nimmst du dich überhaupt der Astrologer, wenn du nur am Tag rumgammelst? Ah, er will in die Stadt, aber da kommt er nicht vorbei. Hier ist eine Schranke. Wir dürfen nicht passieren. Okay. Er ist anscheinend ein Geist. Er ist einfach durch die Schranke durchgefaced. Ach so, ein Scheiß. Was mache ich denn jetzt? Muss ich ewig lang auf ihn warten? Ich meine, ich könnte noch Motten fangen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Oder wo ich überhaupt Motten finde. Die wollte ja der Fischer haben. Zehn Stück. Ich sehe hier nicht mal eine. Controller, was ist denn los? Warum verlierst du ständig die Verbindung? Wenn deine Batterie leer ist, ich habe sie erst letztens gewechselt. Das kann gar nicht sein. Jetzt ist es auch schon Tag. Jetzt kann ich nicht mal mehr Motten fangen. Need a technology, um Pilze zu ernten? Das war ein Scheißernst. Die rufst du einfach aus dem Boden raus. Das brauchst du einfach für die technology. Da brauchst du ja nicht mal ein Werkzeug für. Was ist los mit dir? Halten wir mal eine Predigt und dann können wir ein bisschen Science begehen. Da wir ja dann wieder Faith Points haben. Die Alternative wäre natürlich Faith Points zu sparen. Damit wir dann mit dieser einen Ollen in der Bar reden können an ihrem entsprechenden Tag. Das ist ja viel zu langweilig. Wir wollen ja Technologies ganz oft sichtlich, damit wir Pilze aus dem Boden reißen können. Ich tue den Schädel jetzt hier in diese Truhe. Dann habe ich ihn näher bei mir. Okay, start praying. Kommt her, meine Jünger. Und höret den Worten des Herren. I'd like to say a few words. Our church is great. Nice. Now let us pray for this blessing. Was heißt hier mehr? Your donations are welcome. Great ceremony. Okay. Einer ist so, nice. Die anderen so, hm. War irgendwie scheiße. Aber eine gute Zeremonie. Krieg Money. Aber kein Fake. Denn, was erforschen wir denn? Ich würde sagen, vielleicht Intestines. Ach nee, die braucht ein bisschen mehr, ne? Ja, keine Ahnung. Dann wahrscheinlich... Blut. The blood of the innocents. Study. Yay. Ganz viele blow points. Wir haben hier 20 Stück. Aber jetzt müssen wir uns genau überlegen. Ich drücke mal auf Start. Was wir für Technologien damit freischalten wollen. Ich würde eigentlich sagen, am besten, dass wir die Kirche auf jeden Fall upgraden. Weil, wenn wir das tun, können wir mehr Faith bekommen bei Zeremonien. Und mehr Faith bedeutet mehr Forschung. Mehr Forschung bedeutet mehr blaue Punkte. Und das klingt doch ganz gut. Von daher, lasst uns mal hier so Church Benches erforschen. Und vielleicht Business of Faith. Und vielleicht ein paar Candles. Ja, und mehr können wir gerade eh nicht machen. Remations wäre vielleicht was. Place for Burning Corpses. Ich weiß nur halt nicht so richtig, was das bringt im Großen und Ganzen. Dann gucken wir mal lieber, was wir hier sonst noch so haben. Wir haben hier eh nur noch 6 Punkte. Writing Supplies wäre natürlich auch was. Dann könnten wir Ink herstellen. Aber wir brauchen auch, bei Notes brauchen wir gar nicht so Paper, können wir. Dann lernen wir noch das vielleicht einfach, ja einfach, weil wir das als Quest haben. Machen wir doch das. Jetzt können wir Benches herstellen. Das müssten wir hier oben können. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und dafür brauchen wir sehr viele Wooden Planks. Wooden Planks, Nails und Metal Parts. Gut, dass wir so viele Sachen gespulsen haben. Warte mal, was war das ganz oben? War nur die Chest, okay. Ja, ich mache einfach ganz viel Planks und Metal Parts und Nails. Sollte schon zu schaffen sein. Auf zum Anvil. Wir brauchen auch noch eine Axe. Können wir eigentlich auch mal craften? Die wollte ja der Holzfäller haben. Dann kriegen wir ein paar von den Nebenquists zumindest aus dem Weg. Ich glaube, Axe 1 ist auch eine Iron Axe. Aber was sollte das sonst sein? Sie besteht ja schließlich aus Eisen. Ich glaube, ganz so viel arbeiten kann ich eh nicht mehr. Ne. Dann muss ich wohl erst mal schlafen gehen. Good night. I'm so refreshed. Ja, dann kannst du dich doch direkt erst mal wieder an der Arbeit machen. Mitten in der Nacht. So, dann brauchen wir noch, naja, wahrscheinlich Flitsches. Weil aus Flitsches machen wir den anderen Kram hier. Und ich glaube, wir haben gerade keine mehr, oder? Haben wir noch welche? Haben wir noch Flitsches? Wir haben noch ganz viele Flitsches. Controller. Ja, richtig viele Flitsches hier. Wahrscheinlich nicht genug Energie, um das alles herzustellen. Naja, macht unser Typ halt nichts anderes, außer schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten. Ist fast ein bisschen wie in Real Life. Controller! Was ist hier los mit dem Empfänger? Hier liegt doch direkt daneben. Batterien können nicht leer sein. Wir gehen noch näher. Liegt da so ungefähr 10 cm vom Controller entfernt weg. Oh Gott, was ein Wetter. Ich finde das aber interessant, das hier ist nicht der Backyard. Ist es nicht der Frontyard? Nein, es ist der Workyard. Passende Beschreibung zu dem, was ich hier den ganzen Tag mache. So, wollen wir ein paar zusätzliche Bänke herstellen. Perch Bench. Eins. Drei. Oh. Na gut, dann wollen wir ein paar Kerzen herstellen. Wo genau kommen die dran? Ich glaube, die kommen an die Wand. Und, aber irgendwie, verstehe ich es nicht so ganz. Ja gut, stellen wir halt welche auf den Boden. Also hier oben, das scheint ja die designierten Plätze dafür zu sein. Dann platzieren wir die doch auch mal hier. Brauche ich die gar nicht aufbauen? Oh, ich brauche sie nicht aufbauen. Sie stehen einfach hier. Wow. Immer was ganz Neues. Ich muss aber noch ein paar Holzscheite machen. Und zwar, elf Stück. Aber ich glaube, dafür brauche ich echt noch ein paar Flitches. So, an das man hier nicht stolz gehen kann. Flitches. Und wooden Planks. Elf Stück bitte. Wup, wup. Hm. Können wir wieder schlafen gehen? Ich sage ja, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten. Aber immerhin kriegen wir so gut den Tag rum, bis der Astrologer wiederkommt. Was ist mit diesem Controller los? So refreshed. Ja, kann sich direkt wieder an die Arbeit machen. Oh, jetzt können wir die letzten beiden Bänke plafieren. Äh, Nummer, äh, eine. Und Nummer zwei. Ich, äh, äh, me llamo Simon, die Donde Eres. Okay. Äh, ich wollte dem Holzfäller eine Axt bringen. Und ich meine, der müsste ja auch die ganze Nacht draußen sein. Zumindest, als ich gerade da war, war er ja auch mitten in der Nacht draußen. Lauf, Forest, lauuf. Ich weiß, unser Name ist nicht Forest, aber wir laufen ja irgendwie in den Forest. Also, ah, Controller. Jetzt reicht's. Ich tausche jetzt die Batterien aus. Obwohl, ich hab hier neue Batterien. Sind das die neuen? Vielleicht hab ich doch keine neuen reingetan. Vielleicht war das eine Lüge. Vielleicht hab ich mir die Batterien hier nur hingelegt. Weil ich mir dachte, wenn der irgendwann leer ist, muss ich sie austauschen. Vielleicht ist aber auch der Controller kaputt. Keine Ahnung, wir werden es jetzt hier rausführen. Wenn er jetzt nochmal diskonnectet, dann weiß ich auch nicht. Herr Holzfäller. Ich habe gehört, sie passen eine Axt. Das ist nicht der Holzfäller. Das ist auch nicht die Karte. Wo bin ich denn überhaupt? Okay, ich muss nach links. Herr Holzfäller, ich habe hier eine Axt für Sie. Ich gebe Ihnen zwei Recipes, Pasta und Lassagne. Das wird alles, was du brauchst, um die Bäume zu spüren, all den Tag lang zu spüren. Vegetarier? Mehl ist sehr günstig. Der Trick ist in langfristigen Karpfen. Lenten haben sogar bessere Proteine. Wunderschön. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich mit den Rezepten will, aber ich habe eine Quest erledigt. So, wie ich mich kenne, werde ich die eh nie verwenden. Das ist immer noch nicht die Karte. Ich muss diese Tasten mal tauschen. Study the Key. Vielleicht sollte ich das auch als nächstes tun. Ach nee, warte mal. Ich habe gar keinen Key, oder? Das ist die Quest vom Esel. Die klingt irgendwie auch so ein bisschen wie so ein indischer Scammer. Send 5 Red Apples via the Contraband Box. Send 200 Dollar via Western Union to so and so. Ansonsten könnte ich mal gucken, was ich für Paper und Ink benötige. Ja, und ansonsten soll ich dem noch 6 Motten, keine 10 bringen, dem Fischer, aber ja. Paper and Ink. Let's see. Wo stelle ich die überhaupt her? Kann ich dafür irgendwie so ein neues Tool errichten oder so? Klingt nix danach, als würde das irgendwie Papier herstellen. Hm. Na gut, vielleicht in der Kirche. Würde mehr Sinn ergeben. Also nicht in der Kirche direkt, sondern im Keller da drunter. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich. Hello. Und was kann ich hier so herstellen? Study Table, den haben wir ja schon. Eine Church Workbench. Vielleicht. Scroll Shelf. Weiß nicht, ist das... Ist das ein Arbeitsraum? Ist das Deko? Was ist das? Am Study Table kann ich nur studieren, ne? Ja. Ich denke mal, ein Handmixer wird nicht unbedingt das ergeben, was ich möchte. Also kein Papier. Also Church Workbench. Die Frage ist, kann ich denn diese Schwermetall-Dinger da machen? Muss ich mal schauen. Ansonsten kann ich einfach wieder sehr viele Planks errichten. Machen wir das doch mal. Schauen wir mal kurz hier. What give it? Hier anscheinend sowieso nichts. Hier kann ich irgendwas herstellen. Ne, auch nicht. Gucken wir doch mal in unseren Technologies. By Smithing wahrscheinlich. Kann sich angeblich schnell herstellen. Aber dafür brauche ich einen Anvil. Und stelle ich den her. Hier. Brauche einfach nur vier... Das bringen wir hin. Dann können wir hier oben neben die Links stellen. Neben die Furnace. Das, was mich interessiert, braucht es hier irgendwie weniger Energie oder sonst was? Das braucht hier 15 und einen Ingot. Und hier brauche ich zwölf. Ja, das heißt, den hier sollte ich jetzt entfernen. Ist für mich sowieso besser, wenn hier mehr Platz ist. Remove. Bombe! Muss ich daran jetzt auch noch arbeiten. Ich weiß einfach eine Bombe drauf. Das passt schon. Oh, ich kriege die ganzen Sachen wieder. Battlescrap. Was kann ich damit denn anfangen? Mit zehn Stück kann ich auch einen Iron Ingot machen. Super. Respawn eigentlich meine Eisenerzadern hier? Was ist das hier eigentlich? Sind das keine Motten? Anscheinend nicht. Krieg ich Motten her. Ah! Ah! Was geht hier ab? Warum spawnen die immer aus dem Nichts? Das bin ich doch in Ruhe. Okay. Komplex Iron Parts. Brauche ich ein paar mehr von. Gucken wir erst mal so. Ich werde nicht genug Energie dafür haben, oder? Ah doch, aber gerade so. Ja gut. Ich brauche aber auch noch Nails und Simple Iron Parts. Aber erst mal gehe ich schlafen, weil ich wieder keine Energie mehr habe. Was ihr nicht sehen könnt, weil mein wunderschönes Gesicht davor ist. Aber ihr seht doch lieber das hier als irgendwelche komischen Energieleisten, oder? Oder? Sind doch nur wichtige Informationen des Spiels. Ihnen interessiert das schon, dass ich so viel gefarmt habe im Voraus. Das kann ich alles schön verwerten. Und wir gehen mal wieder schlafen. Night. I'm so refreshed. Ja, ich muss das jedes Mal vorlesen. Da führt kein Weg drumherum. So, was wollte ich jetzt nochmal mit dem ganzen Kram? Irgendwas in der Kirche. Ich wollte, glaube ich, ein paar Sachen bauen. So, was können wir denn jetzt hier damit alles bauen? Church Workbench. Fangen wir doch mal damit an. Wenn wir noch einen Handmixer bauen, passt der daneben? Nein, der passt nicht daneben. Das ist ja hier unten hin. Ja, perfekt. Ich hoffe, ihr habt noch Platz zum Laufen. Wenn ich sonst noch irgendwas bauen, jetzt gerade anscheinend erstmal nicht. Ich könnte ein Scrollshelf bauen, dafür brauche ich aber Flitches. Die habe ich nicht. Ja, baue mal die Dinger hier auf. Hier kann ich tatsächlich Ink herstellen. Das ist gut. Das kann ich hier so herstellen. Like a Resource. Ich weiß ja nicht, was ich da mixen will. Was soll da rein? Aber gut, hier können wir auf jeden Fall Paper herstellen. Aus Ledermausflügeln. Und Ink aus Wasser. Glas. Und ich weiß nicht, was das da ist. Schwarze Farbe oder so? Ja. Schwarze Farbe. Crafted at Zombie Alchemy Workbench. Oder eine Alchemy. Okay, ich brauche eine Alchemie Tisch. Ich brauche Wasser. Und das hier wird an der Furnace 2 oder 3 gecraftet. Ja, super. Äh, was brauche ich denn für einen Alchemie Tisch? Das, was auch wahrscheinlich an der Furnace hergestellt wird, oder? Ja, ja, ja. Und nochmals, ja. Gut. Dann war das Ganze jetzt gewastete Time, mehr oder weniger. Also, nicht wirklich, weil ich das ja hinterher noch verwerten kann. Aber für den Moment bringt es mir nichts. Sehr schön. Was mache ich jetzt überhaupt? Allerdings könnte ich farmen. Gehen. Oder so. Habe ich ja nicht mehr. Also jetzt kann ich ja einfach alles gleichzeitig da rein speisen. Weiß nicht, wo ich nochmal über... Ah! Nevermind. Ich muss mich anscheinend erstmal auf Fledermäuse kümmern. What? Sie sind jetzt nicht gestorben. Was ist mit denen passiert? Die sind nicht gestorben. Die hätten Sachen gedroppt. Und ich habe denen nicht so viel Schaden gemacht. Okay. Sie können sich nicht nur aus dem Nichts materialisieren. Sie können sich auch ins Nichts hinein dematerialisieren. Diese Fledermäuse. Die Happiness der Refugees steigt. Vielleicht kann ich denen doch was bauen. Nach einer Zeit oder so. Sehr zufällig Eisenerz. Ich glaube, das war ganz woanders. Und heute muss ich mich doch mit dem Inquisitor treffen. Was bringt das hier? Ist das eine Kohlenmine? Yes. Yes, indeed. Ich meine, damit kann ich den Wuffen anfeuern. Das ist schön, um Eisenerz zu verbrennen. Wenn ich doch nur Eisenerz hätte. Ja, gut. Wir helfen uns halt mit dem Inquisitor. Und gucken mal, wen wir so umbringen sollen. Aber erst mal. Wir nehmen das View. Oh, wir können auch wieder Sachen nähern. Wow. Da kann ich ja alles drauf. Drop Waste. Was mache ich denn damit? Na ja, gut. Gehen wir auf nach Witch's Hill. Jetzt, wo wir ja wissen, wo der ist. Guten Tag. Habt ihr ein paar neue Leichen für mich? Warum nicht? Warum nicht jetzt? Jetzt vielleicht? Okay. Jetzt? Nee, der hat keinen Bock. Der will erst mal hier zu seinem Scheiterhaufen. Not now. Aber jetzt. Ah. Kiva. Enjoy the air here. There is something righteous in it. That's complete. It is good to know. It will soon be burning another witch here. We are still torturing her. Forgiveness is worth it. This time the burning should go perfect. We need to prove that no witch can escape our righteousness. We need to make some preparations here. Can you aid the holy acquisition? We need some firewood. A nice warm fire. And as many advertising flyers as you can get. Wait for you. The witch isn't going anywhere. As soon as we have everything ready, it will burn. What's with the other half of the graveyard? That's a good question. A couple of years ago, it was desecrated by cultists. They had a picnic there. And I'm not sure that the evil has entirely left the place. So you need to be sure, that you're on our side in this fight. Before I give you permission to use this part of the graveyard again. And there we are now so early on the day, I don't know. I'll say I'll make a few flinches and flitches. And then we can go a little wood farm. The trees are now again growing. So, now we have a little wood farm. Now we can sleep. And then it must be the day when the astrologer is there. Then we can bring him to his chaddle before I send him to his chaddle. And then, yeah. Let's see what it's like. I'm so refreshed. Chaddle. So, astrologer. I hear, if you give me a new job, I have to wait for you every whole week. Not terribly clean, but every bone is in its pale place. What do you mean every bone is in the skull? I have to have a talent for an optomy. Äh. The human body is so mysterious. Perhaps even more than the sun and stars. Junge. Be the same designer. You have the job wrong. I believe one day you'll learn much about the human body and the soul. And then you will find yourself absolutely lost. Now as we are no partners in crime. What is it you want from me? My curious friend. I need your help. Yeah. I need ink and paper. I have some, actually. I have a lot of useful things. Some of it may be useful for a beginning scientist such as yourself. I don't stand those chumps at the university. I'd rather earn a little extra coin elsewhere. I need to open the portal. A friend told me that you might know how to activate the portal on which hill. I've never heard about it. Maybe. Not exactly never. But at least not for many years. In another life, I had a friend. By the way, he was a graveyard keeper like you. And he was mad about this portal. It's amazing how much he knew about this portal. Was his name Gary? Actually, I don't know his name. We always used to call him by his nickname. Keeper. What happened to him? He just disappeared. Hasn't been seen or heard from since. I tried to find him. But nobody knew him. I even started thinking he was just a figment of my imagination. It was a hard time for me. So what about the portal? I think he found a way to activate it. It was something medical, so I don't remember. But it should be in his diary. Just before his disappearance, he gave me this key. It opens a metal gate in the northern part of the church cellar. Somewhere in there is where he kept his most important notes. Why didn't you take these notes? Oh, I tried. There's a secret to this key. I tried for months to figure out how it works. Maybe it's just in my mind and the key opens nothing. Anyway, you can take it. Try to learn how the key works at the study table in the church cellar. When you have his diary, bring it to me and I'll try to find some information about the portal. That can we do it then. That's why we need it. That's why we need it. You have ink. But not enough paper. But I think the guy wants only one ink. Paper can I do it here. That's not a problem. How many paper wants the guy here? Who is he then? Ten paper. And one ink. Yeah, good. The ink has we. Paper can we do it here. We need a few beds. Or a few people. But that's why I'm going to buy the graveyard. So I'm going to buy it. I'm going to buy it in the case. I'm going to buy it for every time to have it, so many people as possible to buy it. Auf jeden Fall. Because it means more Tote, more illegale Sachen. There I'm not going to buy it. Gar kein Problem. But not if it's me my Frito versaut. The channel, the had I already done. There was Hopfen and Malz verloren. Also, so. Außerdem brauche ich ja, dass die Menschenhaut auch noch für eine Rüstung, wenn ich die irgendwann mal haben will. Wir brauchen Eisenerz. Am nächsten Tag müssen wir auch erstmal eine Zeremonie abhalten. Aber ich pack hier erstmal die Ink rein und die Story anscheinend und den Key und das Metal Scrap und die Ink und den Rest kann ich eigentlich mit mir rumschleppen. Ich benötige Eisenerz. Immer noch. Ich weiß, dass es im Sumpf bei der Witch welche war, aber da will ich nicht hin. Weil dann muss ich nämlich diese Brücke bauen. Aber für diese Brücke weiß ich erstens nicht mehr, was ich dafür genau brauche. Und zweitens habe ich diese Materialien, glaube ich, nicht. Weil ich meine, es wären Planks, Scraps, Metal Scrap und Nails. Also simple Metal Parts und Nails. Aber davon habe ich nicht mehr genug. Und bevor ich da 20.000 Minuten herlaufe, gehe ich lieber nach hier oben. Weil ich glaube, hier war auch ein bisschen Eisenerz. Wenn ich mich nicht ganz irre. Hier so in der Ecke. Ja, da haben wir doch welches. Hei ho. Hei ho. Wir singen und sind froh. Vielleicht so geht der Text nicht. Oder ich glaube zumindest, dass es so nicht geht. Aber ich weiß es auch nicht mehr, wie er geht. Also kann ich eigentlich nicht mehr sagen, ob es so nicht geht oder geht. Keine Ahnung. Ich singe einfach nur gerne. Und es reimt sich. Deswegen singe ich das. Hier noch mehr Eisenerz. Hier war auf jeden Fall die Marmor-Mino. Und hier ist... Ist hier Eisenerz? Wie viel bringt das pro Abbau? Ach du Scheiße. Kann die nicht stapeln, oder? Naja. Etwas unkonventionell. Aber so geht's. Muss aber direkt vor dem Ding stehen. Ansonsten funktioniert's nicht. Kann ich's auch einfach so durch die Gegend schieben. Neum. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich das überhaupt verwerten kann, ey. Ich hoffe. Wäre ein bisschen scheiße, wenn nicht. Der Vorteil beim damit so rumlaufen ist, ich kann auch leicht schräg laufen. Und es funktioniert immer noch. Verliere es nicht so schnell. Und viel langsamer, als wenn ich eins tragen würde, ist es jetzt auch nicht. Verliere nur die Zeit, wenn ich das eine verliere. Und jetzt sind wir auch schon gleich zu Hause. Kann ich die auch hier drauf stapeln? Nein. Was mach ich denn damit? Verwerte ich die hier? Ja. Aber die passen hier nicht hin. Sei denn, da passen nur vier Stück hin. Oh, Scheiß. Hab ich überhaupt so einen Stockpile? Nur einen Stone-Stockpile. Lerne ich das... Das ist immer noch nicht das Menü. Lerne ich das denn irgendwo? Äh? Äh? Kann ich es nicht einfach nehmen und hier so... Ich hab die Dinger doch hier. Warum muss das denn in einem Lager liegen? Das ist doch beschissen. Ne. Kann ich da nicht hinlegen. Ne, whatever. Ich hoffe einfach, die bleiben da liegen. Wenn nicht, wäre das noch beschissener. Naja. Ein bisschen Eisenerz hab ich ja. Alles in den Ofen hinein. Gut. Ja, und wir müssen immer noch ein Lager für unser komisches Eisenzeug hier finden. Ich hoffe mal, immer noch das bleibt hier liegen. Aber, das werden wir wohl im Laufe des Playtoons sehen. Da haben wir gerade nicht viel Einfluss drauf. Äh, guten Tag. Ich bin hier, um eine Zeremonie zu halten. Und heute müssten wir eigentlich ein bisschen mehr Faith und sowas bekommen, ne? Wir haben ja die Kirche ein bisschen ausgebaut. Mal gucken, was das so bringt. Ich möchte gerne das hier kraften. Danke. Kommt alle rein, meine Jünger. Wir haben schon ein paar mehr Leute anscheinend. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Und unsere Kirche. Das ist großartig. Nice. Nice. Und jetzt, wir beten uns für diese Worte. Okay. Die Donations sind willkommen. Großes Zeremon. Großes Zeremon. Ja gut, jetzt haben wir irgendwie vier statt drei bekommen. Aber wir bekommen einiges mehr Money. Weil wesentlich mehr Leute da waren. Oder auch nicht. Sind trotzdem irgendwie nur 33 Kupfer dabei rumgekommen. Scheißgeils kragen hier alle, ey. Wir brauchen ja noch fünf Faith, um irgendwas zu tun. Deswegen wäre jetzt die Frage... Ich glaube, ich bringe das erstmal hier runter in die Kiste. Ich sammle erstmal, denke ich. Weil ich glaube, so direkt mit fünf, äh, mit fünf, äh, mit blauen Punkten können wir jetzt nichts direkt anfangen, was wir bräuchten. Können wir mal hier gucken, einmal kurz. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie viele ich überhaupt... Ja, ich könnte schon einige zusammen kriegen. Wir würden hier ein Faith, ein Prayer of Repentance bekommen. Es gibt mehr Money und es gibt mehr Faith. Aber wir brauchen ein Desk. Crafted a Desk. Ist das hier ein Desk? Ich weiß nicht, woher ich ein Desk bekomme. Ich bin einfach hier irgendwo craften. Geht nicht so aus. Wobei kriege ich ein Desk. Keine Ahnung, was ein Desk ist. So viele Fragen, so wenig Antworten. Ja, wir könnten hier schon einiges herstellen. Vielleicht sollten wir das doch ein bisschen fürs Analysieren verwenden. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel Science dafür noch haben. Naja, wir nehmen erstmal das. Wir nehmen Knochen. Wir nehmen Fett. Das können wir auf jeden Fall noch analysieren. Das ist schon analysiert. Die Brains brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr. Intestines, glaube ich, auch. Chaos Solution könnten wir nehmen. Ich weiß nicht, wie viel das benötigt. Wir schauen mal. Adi. Auf jeden Fall erstmal Bones. Okay. Dann haben wir noch Fett. Adi. Und dann haben wir noch hier die Chaos Solution. Die braucht sogar nur ein Science. Die braucht gar kein Faith. Interessant. Gibt aber auch nicht so viele Blaue Punkte. Kann dann hier erstmal alles wieder rein. Haben wir gerade spontan noch irgendwas für Blaue Punkte. Ich glaube, Brain, Intestines und Heart braucht jeweils drei Faith, meine ich. Ich kann aber auch kurz mal gucken. Bei den Intestines bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, die brauchen auch drei. Ansonsten können wir auch direkt aus der Truhe rausgreifen, übrigens. Ich brauche die gar nicht ins Inventar tun. Ansonsten haben wir gerade nichts, was blaue Punkte gibt. Hm. Gut, dann kommen hier erstmal die Faith Points noch rein. Ich drücke. Immer wieder Start. So, das, was wir machen können, wäre das hier. Wenn wir 200 rote Punkte noch haben. Dafür brauchen wir auch nicht mehr viele. Dann machen wir uns doch einfach mal da dran und sammeln noch ein paar rote Punkte. Roten Punkte kriegen wir ja, indem wir einfach ein paar Flitsches oder so craften. Oder halt hier die Eisenbarren einsammeln, die auch schmelzen. Das Zeug muss man eben an die Seite. Das liegt im Weg. Kriegen nur einen roten Punkt dafür. Ja, ansonsten machen wir halt ein paar wooden Planks. Ist ja auch niemals schlecht. So, 200 rote Punkte. Ich drücke wieder Start. Natürlich. So, jetzt können wir das hier, eine Circular Sawcraften. Und dann dieses schöne Ding hier erlernen. Ein Lock. Hätten wir noch 30 blaue Punkte, mit denen wir noch was machen könnten. Glassachen wären vielleicht interessant, weil wir die ja auch für Alchemie-Stuff brauchen. Hier im Gardening, Farming interessiert mich gerade nicht so viel. Paper Production auch nicht. Das hier wäre halt ganz interessant. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, woher ich Faith bekomme. Äh, Faith. Woher ich ein Desk bekomme. Oder wo das dann dran gecraftet wird. Und Advanced Alchemy ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil wir haben ja nicht immer normales Alchemy. Ja, also das hier spricht mich noch sehr an. Brauchen wir aber auch erstmal wieder ein paar rote Punkte. Ja, erstmal eine, nein. Eine Circular, Circular Saw. Dafür brauchen wir noch ein paar Advanced Metal Parts. Die wir hier oben in der Mainville herstellen. Kriegen wir auch direkt noch ein paar rote Punkte. Circular Saw. So langsam wird es hier auch ein bisschen eng. Und damit meine ich, dass das hier gar nicht mehr hinpasst. Wir können aber irgendwie hier auch unser Gebiet. Increased Yard Space. Wo das jetzt einfach so increased. Und scheint. Hier rüber nämlich. Müssen wir hier aber noch ein bisschen abbauen. Das kann ja nicht sein, dass das hier alles im Weg steht von potenziellen... Okay, I need a technology, um diesen Baum da zu fällen. Warum auch immer. Das ist eigentlich eine andere Sorte von Baum. Ich weiß nicht, wie man den fällt. Ich weiß nur, wie man gesunde, lebende Bäume fällt. Ja gut. Dann brauchen wir auch noch mehr von den Complex Iron Parts. Und dafür brauchen wir noch mehr Simple Iron Parts. Und noch mehr Eisenbarren. Das heißt, wir müssen einfach mal ein bisschen... Schlafen anscheinend oder so. Ja. Draften wir erstmal die. Verbrauchen noch ein bisschen Energie. Und dann müssen wir eh erstmal wieder auf Eisenbarren warten. Das heißt, wir gehen schlafen. Good night. So refreshed. Es ist ein Eisenbarren in der Zeit fertig geworden. Na wunderbar. Ja gut. Ohne Dings können wir nicht viel machen gerade. Ohne Eisenbarren. Wir können ein bisschen Holzfarm gehen. Wir können Fledermäuse jagen. Wenn die denn hier wieder auftauchen. Fledermäuse. Uh, hier ist Eisen. War das schon vorher noch da oder ist das gerespawnt? Eigentlich hat hier alles abgebaut. Aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Hier für die Fledermäuse ist es anscheinend schon zu hell. Kann ich jetzt eigentlich schon die großen Bäume fällen? Ne. Ist auch noch ein Schloss vor. Da weiß ich... Ah. Da weiß ich immer noch nicht, wie ich das hier mache. Das ist nicht bei Farming hier, oder? Ne. Ich muss gerade sagen, das ist wenn schon hier. Muss ich wahrscheinlich hier den Woodcutter auswählen. Ich habe down a big tree to get two locks. Na gut, jetzt wäre die Frage, soll ich dann das zuerst machen? Oder soll ich... Ah, ich weiß halt nicht, was ein Desk ist. Ist ein Desk einfach hier so im Haus? Wirklich an so einem Desk? Kann ich hier ein Desk bauen oder sowas? Das sind anscheinend Gemälde und so? Peppiche? Shelves? Flower-Shelves? Beds? Ne, hier ist kein Desk. Hm. Hm. Eisenbarren macht mal schneller voran. Wäre eigentlich eine zweite Furnace ganz praktisch. Ne, gut. Können wir das tun, was wir in der Zwischenzeit so tun können. Jetzt ein Seeds hier wieder reinpacken. Also wie alles Geerntete. Und jetzt können wir noch einmal Hemd ansehen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was wir jetzt gerade machen können, außer zu warten. Dass wir noch drei Eisenbarren machen können, dass wir die Komplex-Iron-Parts machen können. Aber wir können vielleicht schon mal gucken. Ich weiß ja, das brauche ich. Deswegen wollte ich ja diese Circle-Ear-Saw machen, dass ich diese Holzdinger machen kann. Diese Holzbalken. Um hier die Shortcuts zur Church freizuschalten. Dafür brauche ich auch noch Simple-Iron-Parts. Das heißt, davon muss ich auch noch mehr herstellen. Das heißt, wir müssen auf noch mehr Eisenbarren warten. Und diese komischen Wood-Chuck-Dinger. Keine Ahnung, was das ist. Wir werden mal schauen. Die mache ich, glaube ich, hier, oder? Dafür brauche ich sogar nur ein so ein Holzding. Ja, ansonsten müssen wir wohl auf Nacht warten. Ich glaube, ich gehe noch mal schlafen. Dass es dann schneller nachfällt und ich voller Energie habe. Und wir dann vielleicht ein paar Fledermäuse jagen können. Lass den Flügel, können wir ja Papier herstellen. Diese Fledermäuse werden ihre Rände erleben. Und dann zu Papier gemacht werden. I'm so refreshed. Ich weiß nicht, ob ich die hier besser am Sumpf jage. Aber es macht auch keinen Unterschied. Da ist schon einer. Die sind nur ein bisschen schwer zu erwischen. Also der Kampf in diesem Spiel ist nicht sehr smooth. Kommt her. Erlebt euer Ende. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele pro Nacht überhaupt spawnen können. Ist das schon wahr? Weil irgendwie kommen gerade nicht mehr. Leute, Mäuse. Wo seid ihr denn? Ich habe ganz viel Happy Happy für euch. Greift mich doch an. Falls ihr könnt. Aber es scheinen keine mehr zu spawnen. Das ist... Ja... Nicht gut. Nicht gut für meine Papierproduktion. Aber auch nicht, dass ich es jetzt schaffe, zu einem anderen Ort zu laufen, wo die eventuell spawnen könnten. Und gleich wird es ja auch schon wieder Tag. Also ja, wir werden wahrscheinlich demnächst einen zweiten Ofen benötigen. Was brauchen wir überhaupt dafür? Auch die Small Iron Parts. Und ganz viele Steine. Ja, sonst nutzen wir mal den Tag und machen noch ein paar Steine. Ja, das Eisen kann da weg. Das bringt uns ja nichts. Piece of Stone. Kraft. Work. Work. Muss ich da hin? Wahrscheinlich auf die andere Seite. Vielleicht sollte ich das Ding mal umdrehen. Natürlich reicht die Energie nicht. Aber egal. Wir können ja schlafen gehen. Alternativ? Naja, nee. Wir können das Ding da für den komischen Inquisitor nicht machen. Weil irgendwas fehlte uns. Ja, Feuerwood konnten wir ja besorgen. Diese Handzettel, die waren ja irgendwie komisch. Obwohl ich nicht weiß, ob wir die einfach... Nee, wir mussten die irgendwie sammeln. Hm. Wir haben jetzt fünf Eisenbarren. Einer fehlt noch, dass wir zumindest die Dings machen können. Ah, wir brauchen auch noch zwei Planks, sehe ich gerade. Können wir schnell machen. Dann können wir auch schon mal hier die Komplex Iron Parts machen. Davon brauchen wir ja zehn Stück. Kann ich irgendwie Sachen move'n? Ich kann sie hier nur craften, aber ich kann sie irgendwie nicht move'n. Ja. Wir können hier schon mal die Circular Saw machen. Die packen wir einfach mal hier unten hin. Hier ist Iron or Ore Stockpile. Iron. Iron or Ore Stockpile. Yes. Genau. Iron or Stockpile. Das brauchen wir doch. Kommt das einfach mal hier hin. Können wir dann das Iron Ore drauf. Wann haben wir das denn gelernt? Und das habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht gesehen. Zack, zack. Können wir craften. Was brauchen wir jetzt für so ein... Guck mal, hier können wir auch die ganzen anderen Sachen machen. Aber hier an der Workbench können wir auch noch andere Sachen machen. Das heißt, die können wir nicht einfach wegmachen. Hier können wir einen Wodenmarker herstellen. Das können wir hier auch nicht. Können wir an der Workbench einen Wodenmarker herstellen. Ja, können wir. Das heißt, das hier ist jetzt überflüssig. Guck mal, dann können wir das schon mal wegmachen. Remove. Destroy. Destroy. Sowieso nervig da. Das war in meinem Weg. Ich habe nicht genug Energie. Gehen wir halt wieder schlafen. I'm so refreshed. So, und da gerade noch Nacht ist, können wir mal gucken, ob Fledermäuse noch spawnen. Dann würden wir die mal schnell noch jagen. Aber entweder ist es schon wieder zu... Ja, entweder schon wieder zu hell. Oder ich habe die komplette Population der Fledermäuse ausgelöscht. Was dann nicht sehr viel gewesen wäre. Aber, naja. Wer weiß. Vielleicht waren es ja auch immer die gleichen drei oder vier, die mich angegriffen haben. Die sind jetzt alle tot. Jetzt könnt ihr gerne Nachkommen mehr produzieren. Na super. So, dann craften wir noch ein paar simple Iron Parts. Haben wir am besten direkt mal zwei. Und jetzt müssten wir rein theoretisch dazu in der Lage sein, hier den Shortcut zu ermöglichen. Das ist der Dieb. Guten Tag. Achso, ich sollte vielleicht auch noch die... Den Balken herstellen. Das habe ich vergessen. Was brauchen wir denn überhaupt dafür? Dafür brauchen wir auch die Complex Iron Parts. Das heißt, wir brauchen wieder einen Eisenbarren. Eisenbarren. Ich sage ja, wir brauchen einfach noch eine Furnace. Furnace. Warte mal, wie viel brauche ich für die Complex Iron Parts? Eins. Okay. Das heißt, es reicht, wenn ich... Also, ich kann zwei zusätzliche Furnaces machen. Dann mache ich das doch auch. Das Einzige, was mich ankotzt, ist, dass ich die nicht drehen kann. Weil ich glaube, die wird perfekt hier hinpassen. Ich bin ärgerlich. Hier passt es auch nicht hin. Das ist doch irgendwie beschissen. Passen hier wenigstens zwei untereinander? Nein, tut es auch nicht. Das ist doch richtig beschissen. Ich werde hier überall Furnaces verteilt haben. Ich kann hier nicht mal hinstellen. Ich verteile hier überall Furnaces. All over the place. Brauche ich aber auch Fuel dafür. Ein bisschen doof. Ja, machen wir erstmal die Complex Iron Parts. Gucken wir uns danach um Fuel. Und Wooden Beam. Davon kriegen wir immerhin direkt drei Stück. Dann machen wir ein bisschen Firewood. Oder geben wir ein bisschen Kohlefarben. Ich meine, wir haben eh gerade nicht so viel Energie. Bauen wir die Dings und gehen danach ein bisschen Kohlefarben als Pure Fuel. Ich glaube, das ist ganz sinnig. Hierfür fehlen wieder... Dafür fehlen wieder Simple Iron Parts. Oh, ich brauche noch irgendwo welche für... Jetzt habe ich sie alle in die Furnaces gesteckt. Ich habe kein Eisenbarren. Wir warten jetzt einfach ganz geduldig hier. Ich habe kein Eisenbarren. Wir sind gleich fertig. Das ist wirklich der Letzte. Hoffe ich. Naja, nicht im Spiel, aber... Der Letzte, bis wir endlich diese Shortcut freigeschaltet haben. Oh mein Gott, ey. Was ein Akt. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mal genug Energie haben, um das zu machen. Hier einfach jetzt schlafen, weißt du mal was und so. Bevor ich gleich da unten stehe und da wieder ins Bett gehen muss. I'm so refreshed. Ich weiß nicht, wenn ich morgens aufstehe, bin ich nicht refreshed. Ist scheißegal, wie lange ich geschlafen habe. Das dauert ein bisschen, bis man in den Tag reinkommt. Aber gut. You do you. Endlich. Ich finde das auch super, wie er diese ganzen Parts braucht, nur um dann mit einer Spitzhacke das Ding kaputt zu hauen. Ich meine, da wird ja nichts mal zusätzliches gebaut oder so. Es ist wirklich einfach weg. Ledermäuse, seid ihr wieder da? Ja, okay. Aber es waren nur zwei. Das ist eine dritte. Und eine vierte. Und sie ist weg. Meine Güte, die bleiben echt nicht lange. Die bleiben anscheinend nur so von... wo die Nacht gerade anfängt, bis Mitternacht. Bis der Mond so an seinem Höhepunkt steht. Und dann verschwinden sie. Ich weiß, das könnt ihr alles nicht sehen. Aber ich sehe es. Vertraut mir einfach. Wir packen das einfach hier rein. Und gehen jetzt noch ein bisschen Kohle fahren. Ich habe vergessen, wo das war. War das hier irgendwo? Ich glaube, das war auf der anderen Flussseite. Komme ich hier irgendwie rüber? Hier war doch irgendwo ein Übergang, oder? Ja, Sand ist auch noch etwas. Sand. Clay. Das habe ich völlig vergessen. Das ist schon so lange her. Wisst ihr noch? Die Suche nach Clay. Die sich bisher immer noch nicht erfüllt hat. Also ich weiß ja mittlerweile, wo ich es herbekomme. Aber ich weiß immer noch nicht, welche Technologie ich brauche, um es zu bekommen. Ach, nee. Memories. Der Controller verabschiedet sich schon wieder. War hier nicht irgendwo die Kohle-Mine? Das war doch nicht so weit oben. Oben war doch Marmor und so. Oder hier? Das sieht doch sehr nach Kohle aus. Ja, hier war es. Okay. Ei ho. Ei ho. Einfach ganz viel Kohle schürfen. Und dann haben die Öfen ja erstmal genug. Das ist zum Glück nicht alt. So eine frickliche Arbeit, wo man 20.000 Meilen und her laufen muss, wenn man dann nicht mehr genug Energie hat. Nein. Oh, ich habe vergessen, dass Tools kaputt gehen können. Ich habe schon wieder auf Start gedrückt. Und ich kann es ja nicht hier schleifen, sondern ich muss... Ja, ne, war meint dann. Naja, ich werde aber genug Kohle haben, denke ich mal. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt da 300 Millionen Öfen habe. Ich habe nur drei. Ich habe nicht mal genug Platz, um 300 Millionen Öfen zu haben. Weil ich die nur auf jedes einzelne Feld stellen kann. Weil ich die nicht nur um 90 Grad drehen kann. Was für Sinn hat es eine Furnace, um 180 Grad zu drehen? Also nur um 180 Grad. Ach, ne. So, Fuel. Packen wir mal 50 hier rein. Packen wir mal 50 hier rein. Die Eisenbahnen können wir auch direkt reinpacken. Packen wir sieben Stück hier rein. Und sieben Stück hier rein. Und dann die Furnace können wir gerade nicht dran. Und da hat sich das Ganze jetzt eh erledigt. Gehen wir halt wieder schlafen. Am nächsten Tag kommt der Astrologer wieder. Vielleicht sollten wir nochmal den Key analysieren. Den hatten wir doch irgendwo, oder? I'm so refreshed. Haben wir den hier reingetan? Ja, hatten wir. Das kann erstmal hier rein. Die Steine können hier rein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich alles brauche und was nicht. Also vor allem unterwegs. Brauche ich überhaupt unterwegs irgendwas? Hier sind noch Sachen, die wir analysieren können. Flash. Und Skin. Für blaue Punkte. Die können wir auch mitnehmen. Hier ist sonst noch irgendwas drin, was wir untersuchen müssten. Ja, einiges, aber nichts, was blaue Punkte gibt. Also reicht das so erstmal. Dann können wir hier am Whetstone unsere Spitzhacke wieder reparieren. Und jetzt können wir ja die Shortcut in die Kirche nehmen. Dafür haben wir sie ja freigeschaltet, bevor ich jetzt wieder außen rum gehe. So, das kann hier rein. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Den Schlüssel, den wollen wir gleich analysieren. Erstmal gucken, wie viel Papier können wir überhaupt machen. Das ist der Handmixer. Das ist das Falsche. Wir können hier Stück machen. Also zumindest ein Pigskin. Und wie viel Papier kriegen wir da raus? Eher als genug. Ja, wunderbar. Dann können wir dem guten Herr so und so auch sein ganzes Papier bringen. Und seine Ink. Ich weiß nicht, ob der jeden Tag da ist, aber das werden wir sehen. So, wir wollen den Schlüssel analysieren. Instructions for the key. Hey, you need to use a keeper's key with this instruction at a study table. Warte mal. Das hat mir doch bestimmt der Dieb gegeben, oder? Das habe ich bestimmt in irgendeiner Truhe. Hoffe ich. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, wo ich das herbekommen soll. Da sind sie. Ist ja wunderbar. Dass der Dieb jeder Nacht vorbeikommt, das war auch gelogen. Heute Nacht ist er nämlich nicht da. Vielleicht kommt er auch nur in einer Nacht. Who knows. So, und wir haben noch perfekt zwei Fake. Um das zu studien. Oh, es gibt auch blaue Punkte. Nice. Active Key und Keep. Wir haben zwei? Warum haben wir jetzt zwei? Wir haben den ges... Also so funktioniert nicht eine Study. Wenn man etwas analysiert, dann kriegt man nicht das Doppelte da wieder. Aber gut. Wir nehmen es einfach mal so hin. Die Ink brauchen wir noch. Haben wir die... Wir haben die nicht hier. Wir haben die oben. Dann... Das Gate ist closed. Looks like I need a kid. Ja, du hast den Schlüssel. Müssen wir jetzt echt auf den Dieb warten? Aber der ist nicht da. Noch un-NPCs. Wann kommt der denn? Okay, an dem Tag. An dem Grün. Den ihr eh nicht sehen könnt. Ach, Junge. So unfähig, einen Schlüssel zu benutzen. Use. Use. Can't use it. Okay, zum Astrologer können wir nicht. Aber was wir machen können, ist die Schlüssel hier reinlegen. Ja, mal kurz gucken, was wir hierfür brauchen. Mehr Metal Parts. Das können wir mal eben machen, weil mich regt das auf, dass da diese Shortcut nicht frei ist. Ich will alles freiräumen. Auch wenn es nicht ein großer Umweg ist, da drum herum zu gehen. Aber egal. Wir kriegen jetzt genug Eisenbarren. So, ein paar Wedges. Wedges and Meat. Und ein paar Pflitsches. Von denen wir jetzt auch ein bisschen mehr bekommen. Also, eins mehr. Rengenrabatt. Oder brauchte ich Wodenplanks? Ich brauchte Wodenplanks. Never mind. Ich habe eh keine Energie mehr. Ich muss erst mal schlafen gehen. Good night. I'm so refreshed. Können wir die jetzt auch hier machen? Yes. Oh, wir können die auch direkt aus Dings machen. Ist ja praktisch. Ich brauchte gar keine Flitsches herstellen. Wobei, ich glaube, die Rate ist besser hier. Vielleicht guck mal kurz. Wir kriegen ja sieben Flitsches aus einem Ding. Das heißt, wir können auch sieben Planks machen. Und hier... Liga, hau ab. Push. Ja, hier kriegen wir nur drei aus einem Stock. Ich meine, das kostet auch mehr Energie hier. Aber trotzdem ist die Rate besser. Und Energie können wir ja schnell, ja, praktisch generieren. Weil hier direkt unser Haus ist. Also müssten wir Planks an dem anderen Ding nur herstellen? Wenn wir es wirklich eilig mit Planks haben. Aber naja. So, der Weg ist auch frei. Dann gehen wir jetzt mal schön in das... Dead Horse. Den Gasthof. Guten Tag, Herr Schriftsteller. Ich hab die Ink vergessen. Aber hier ist schon mal das Paper. Good Paper. Papers. Papers. An Extension of the poet's soul. Let's assume there is nothing poratical about it. Ja gut, ich muss die Ink noch holen. Aber das Dead Horse hat offen, wenn ich wiederkomme. Gut, dass ich den Shortcut freigeschaltet habe. Jetzt komme ich hier viel schneller hoch. Oh, Ink. Lauf schneller, Junge. Times of the essence. Guten Tag, ich hab auch deine Ink. Hab sie noch vergessen. Great. Ink is the blood of poetry. That sounds good. I should write that down. Okay. Ähm. Was war das für ein Gesichtsausdruck? Oh, I have all the supplies I need. I should start writing my poem to Miss Charm. But I'm kinder out of inspiration. Every poet knows this feeling. I should start with something simple. And that'll pick me up. You want I can write something simple for you? Free? Practically, just bring me some wine to replenish my poetic energy, but only the good stuff. Don't forget that I'm a well-known poet among a select few. Ich glaube, in dieser Stadt bist du der Einzige. Woher kriege ich denn dieses Wein? Verkaufst du hier Wein? Ich kann dir aber meine Burial Certificates verkaufen. Hab ich wieder ein bisschen Money. Nee. Du verkaufst keinen Wein. Du verkaufst nur Bier. Damit kann ich nichts anfangen. Kann ich Wein herstellen? Scheint nicht. Selbstverständlich ist es noch nicht gelernt. Ah. Ohne zu bringen ist diese andere Hedge, womit ich direkt ins Dead Wars komme. Aber keine Ahnung, wie ich die freischalte. Was bist du hier überhaupt einer? Ich bin sehr glücklich. Aber heute können wir wieder eine Zeremonie abhalten, weil es Tag ist. Kriegen wir wieder mehr Faith. Mit etwas Glück kriegen wir auch direkt fünf. Wir können dann direkt Miss Charm beeindrucken mit unserem Faith. Mit dem Glauben. Dann sind wir mehr selbstbewusst. Auch wenn ich nicht weiß, warum man dafür unbedingt Glauben oder Faith braucht. Aber okay. Lass uns erst mal schlafen gehen. I'm so refreshed. Na gut, ich kann ja jetzt hier unten lang gehen. Auch hier kann ich den langen Weg mehr gehen. Und lasst uns eine Zeremonie abhalten. Raft. I'd like to say a few words. Orchard is great. Nice, nice. Now, let us pray for this blessing. Okay, okay. Nice. Your donations are welcome. Und diesmal wieder ein bisschen mehr als letzte Woche. Great ceremony. Dann werden wir wieder nur vier Faith bekommen. Gut. Und wieder nur 33 Kupfer. Ich muss mir echt andere Kirchenjünger anschaffen, die mehr Geld haben. Na gut. Pigskin kann hier auch rein. Genauso das Paper. Oh, aber das kann ich nicht komposen. Eigentlich mehr Science Points. Das ist nice. Kompose. Also für so ein Thema, dass wir morgens zu Miss Charm gehen können. Können aber auch gucken. Ich wollte das eigentlich nicht fragen. Das habe ich, glaube ich, auch schon gelesen. Okay, anscheinend nicht, weil ich eine neue Task habe. Make some Bowls for me and I'll give you Clerics Beginner Guide. It will give you your first few Bluepoints. So start with... Start with... Also I will gladly buy any bread you have on the soup kitchen for a special price, of course. I am after all representing his will. Gathering sand. Gathering clay. Ah, clay. Nice. Ich wollte eigentlich gucken, was du hier so hast, aber... Warum kann ich das eigentlich noch nicht kaufen? Was brauche ich dafür, um das zu kaufen? Na ja, gut. Wir können jetzt Clay gathern. Mit unserer Schaufel. Na ja, wir brauchten erstmal die Aufgabe, um das zu machen. Tut mir übrigens leid, dass ich den Text von ihm jetzt nicht gelesen habe. Wobei ich dachte, ich hätte ihn schon gelesen. Aber naja. Wir werden es schon überleben. Ich weiß nicht, wie viel Clay ich brauche. Deswegen gather ich einfach mal 20 Stück. Kostet ja auch nicht so viel Energie. Sand brauche ich wahrscheinlich auch. Sand kriegen wir von hier oben her. Ich glaube, auf der Seite war auch Sand. Brauchen wir nicht auf die andere Flussseite gehen. Aber ich sage ja, das war sehr kompliziert jetzt. Einfach so mit der Schaufel in den Sand oder in die Claygruben rein. Ein bisschen zu schaufeln. Meine Schüppe ist kaputt. Na, klasse. Ich brauche, glaube ich, jetzt nicht durch die Kirche durchgehen. Ich glaube, das wäre ein längerer Weg, wenn ich die Shortcut dann verwenden würde. Hier liegen auch ganz viele Eisenbarren. Können wir auch neue rein tun? Naja, nee, können wir nicht, weil wir kein Eisen haben. Wir können Eisen verwerten jetzt. Zack, zack. Können wir ein bisschen was machen. Okay, hier ist nicht mehr genug Fuel drin. Dann nehmen wir die anderen beiden. So, und wo stellen wir jetzt diese Bowls her? Hier können wir Glas herstellen. Haben wir irgendwas gelernt, wo wir jetzt aus Clay die Sachen machen? Wofür brauchte ich überhaupt nochmal Clay? Das war doch irgendwie für irgendwas mit Steinen hier. Das ist so ein Repair-Kit. Aha. Machen wir davon doch erstmal acht Stück. Genau, dann können wir nämlich den Friedhof weiter reparieren. Aber erstmal gehen wir schlafen. I'm so refreshed. So, nee, jetzt gehen wir wieder durch den Shortcut. Kommen wir, glaube ich, ein bisschen schneller zum Friedhof. Obwohl, ich weiß es nicht. So viel schneller ist es gar nicht, aber egal. Jetzt habe ich das hier freigeräumt. Jetzt will ich diesen Gang auch benutzen. Oh Gott, was ein Wetter. Naja, arbeiten wir mal dran, das hier zu reparieren. Repair. 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 Und ich glaube, das war es auch schon. Ja, alles andere ist, glaube ich, gut aus. Gravestones sind in Ordnung. Packen wir hier doch die restlichen Repair-Kits rein. Unsere Schaufel müssen wir auch noch reparieren. Ich weiß aber immer noch nicht, habe ich das irgendwie irgendwo herausgefunden, wo ich jetzt, wie ich jetzt, was ich jetzt, äh, Clay herstelle. Bowls hier. Ach, das muss ich auch noch erlernen. Das bringt er mir also nicht bei. Ja, super. Kostet aber zum Glück nur rote und, äh, grüne Punkte. Habe ich jetzt irgendwo einen Ort, wo ich das herstellen kann? Jetzt mal meine Schaufel reparieren. Irgendwas Neues hierbei? Potter's Wheel. Ich wusste gar nicht, dass Harry Potter auch eine Rolle hier spielt in dem Spiel. Zack. Ich kann jetzt hier durchgehen. Okay, hier kann ich wenigstens vorbei. Keramic Bowl. Dafür brauche ich Wasser. Zumindest einen Wassereimer hier. Ich weiß nicht, wie viel Wasser dieser Wassereimer nochmal bringt. Yus. 20. Ja, das reicht doch. Jetzt müssen wir allerdings wieder auf unseren guten Freund da warten, aber naja. Zum nächsten Mal habe ich wahrscheinlich wieder vergessen, dass ich ihm das hier bringen will. Ich glaube, ich habe nicht ganz genug Energie dafür. Ne, leider nicht. Aber gut. Müssen ja die Tage eh wieder irgendwie rumkriegen. I'm so refreshed. Ja, das ist doch gut, wie schnell unser Charakter überhaupt einfach sein Leben hier akzeptiert hat. Ich meine, natürlich, er arbeitet irgendwie darauf hin, wieder nach Hause zu kommen. Aber das ist halt so, er macht halt alles einfach so. Er lebt so ein ganz normales Leben, macht hier alles wie die Dorfbewohner, baut sich hier so ein Leben auf, so ein richtiges Zuhause. Und naja, mit dem Grand Scheme das Portal zu öffnen. Aber er weiß ja eigentlich gar nicht, dass das alles dafür nötig ist. Er probiert gar nicht erst. Ja, ich versuche alles erstmal irgendwie, um dieses Portal zu öffnen. Nein, er macht einfach alles, was ihm gesagt wird. Einfach so hinnehmen. Man muss nicht auch seinen Lebensunterhalt verdienen. So, Sand und Clay kann hier rein. Wasser auch. Ceramic Bowls behalte ich erstmal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt sowas mitnehmen muss. Ich packe auch mal das hier alles drüben in die Dings-Chest. Die Stories kann ich nach unten packen. Wir sortieren jetzt mal hier so ein bisschen. Ruin Book. Eine Ahnung, was wir damit anfangen. Das kommt nach drüben. Flower kommt auch. Ich sage ja, wir sortieren mal so ein bisschen. So, das kommt alles hier rein. Zack, zack, zack. Äpfel, Pilze, alles, was so mit Natur und Essen zu tun hat, kann in dieser Truhe. Sieht's genauso, auch wenn ich die gerade noch nicht einsammeln konnte. Dann alle Story-Relevante. Kommt hier unten rein, die... Die Stories halt. Dann... Kommt hier drüben... Die zerfledderten Bücher rein, weil ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. You can still salvage some paper from it. Ja, aber wo? Am Handmixer? Sieht nicht so aus. Ja, auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich das mache. Aber naja, kommt halt auch erstmal hier rein. Die Wooden Repair Kits, die kommen hier oben am Friedhof rein, weil ich glaube, die werde ich nirgendwo anders jemals gebrauchen können. Hier oben, so ein Ausgang wäre auch nice. Aber naja. Also, ich kann auch mal gucken, was ich brauche, um hier runter zu kommen. Das gleiche wie für das andere. Und wahrscheinlich für da rechts auch. Das heißt, ich kann das direkt doppelt mitnehmen. Dann habe ich nämlich alle Shortcuts im Gäller freigeschaltet. Erstmal wieder die ganzen Eisbarren hier einsammeln. Zack, zack. Arbeiten ein bisschen hier dran. Dann brauchen wir auch hiervon welche. Und dann haben wir gleich auch schon wieder keine Energie mehr. Ja, direkt wieder schlafen gehen. Sehr viel gecrafted heute. Und sehr viel schlafen. I'm so refreshed. Das waren die letzten beiden Eisenbarren. Wooden Beam. Ah, brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja noch zwei. Hm. Ich brauche die Dingsabumse hier. Wedges. Und davon kann ich auch perfekt zwei machen. Die Wooden Beams brauche ich. Zack, zack. Oh, dann räumen wir jetzt als erstes das hier aus dem Weg. Weiß nicht, was das hier ist, aber... Einfach nur so ein Zwischengang zu sein. Und jetzt können wir das hier aus dem Weg räumen. Guten Tag. Bisschen Platz gemacht. Das ist hier Corpse Hedge. Fix the Corpse Hedge inside. Aha. Also ist das doch, um Korpses da reinzuschmeißen hier draußen. Wusste ich's doch. Nur, dass ich's von unten auch reparieren muss. Mit zwei Steinen noch. Ein Stück brauche ich nur erstmal. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so viel bringt. Weil das ist so, ob ich jetzt hier den Korps nehme und dann hier rüber, also dann hier direkt den zum Tisch bringe oder ob der da unten reinkommt. Das ist irgendwie so... Kommt, glaub ich, aufs Gleiche raus. Aber es ist cooler, den hier reinzuwerfen. Außerdem kann ich hier vielleicht auch noch Autopsie Table herstellen. So ein Preparation Table. Wenn ich einfach hier unten direkt dran setze. Unsere Aufgabe heute war es, den Dieb zu besuchen. Der aber wahrscheinlich erst heute Nacht kommt. Oder der ist nicht jetzt schon da? Oder? Doch, er ist schon da. Äh, ich brauch den Schlüssel. Letztes Mal haben wir ja die ganzen Shortcuts hier freigeräumt. Deswegen können wir jetzt richtig schön hier durchdüsen. Ich weiß nicht, ob ich beide Schlüssel brauche. Ich nehm einfach mal beide mit. Weil mein Charakter ist ja leider nicht fähig, eine Tür zu öffnen. Ein Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken. Gib ihm die Key. Hier ist die Key. At last one step closer. Okay, you go first. They'll see who's worthless. I walt the smug looks off their faces. Who are you talking about? I'm talking about all of them. Haben wir hier eine Folterkammer? Whatever. Oh, I think I see what I'm looking for. Und, ja. Was da oben kommt? Ja. You have died. Ja, ohne meine Kontrolle. Danke dafür. Ich mein, ich wär wahrscheinlich auch da drauf gelaufen. I need to go back and get that diary. Vielleicht sollte sie dich doch an dem Dieb halten. Er scheint ein bisschen schlauer als du zu sein. Schon das zweite Mal in diesem Spiel, dass man stirbt, ohne dass man wirklich was dagegen tun kann. Sind das ja meine Knochen, die da rumliegen? Wow. Just wow. Oh, how did you do it? Do what? I don't know. I just went back to my hut. Great. I should be used to it. Life gives me lemons all the time. Okay, für andere. You're such a useless idiot and yet you're immortal. That's totally not fair. Ja, wir scheinen alle irgendwie ein bisschen immortal zu sein, wenn ich so die Stadt betrachte. I hate you. You were my brother, Anakin. Äh, no. Falscher Film. Hate you. Let me write this down, Graveyard Keeper. Can't die. Hm, actually, I could use your help. Now that you're immortal asses here, I've decided that I don't want to die in this dungeon. Und woher wolltest du es? Ich meine, ich stelle deine Entscheidung jetzt nicht mehr infrage. What dungeon? Hm, dem dungeon in dem wir uns gerade befinden? Okay. How can I help? I have my resources, so I always know where to find what I need. And at this point in my plan for retribution, a lot of the things I need are in that dungeon. First, I need a bucket of blood and five bloody nails. You should be able to find them on one of the first levels, where the pagans were tortured. Right up there, it was here even before the church, and nobody knows how deep it goes. So, a bit like Stardew Valley. In ancient times, they nailed heretics to the walls and scorched their legs before the ancient contract. Yeah, maybe not like Stardew Valley. Sounds like someone moaning for help. Are you there? Maybe, maybe not. This place hides many things. Not that I care, unless it has to do with my plan. Geh bitte nicht wieder ins Feuer. Okay. Hm, I should check. Holy guacamole! Hast du schon vergessen, was der Totenschädel dir gesagt hat? Let's just say, I'm conscious. I'm glad to hear you. So, you so kindly offer to your help. My name is Gunther. There should be a lever on the right. Got it! Yeah, he's already forgotten what the Totenschädel said. Great. I'm surprised it's still working. Now, I wouldn't be so kind, as to hit me with your sword a couple of times. Okay. Could you first answer a question? You can appreciate me first. I haven't felt anything for so long. No. Wir gucken uns erstmal ein wenig um. Open. Zombie juice, crafted at zombie alchemy workbench. Okay. Ich kann die Stühle hier zerstören. Nice. Aber nur den kaputten. Hier liegt doch auch ein Buch. Und eine Folterkammer und ein paar Weed Seeds. Weed. Okay, wir müssen irgendwie da runter, weil das scheint das der Desk zu sein. Ich meine... Okay, ich kann einfach drumherum gehen. Ich dachte schon so, warum gehen wir nicht einfach drumherum? Geht sogar. Keep his diary. Just don't step on this fire plate. Ja, weiß nicht. Befreien wir den jetzt? Der Totenschädler hat ja eigentlich gesagt, dass wir das nicht tun sollen. Na ja gut, aber unser Charakter hört ja sowieso auf nix. Brr. That's good. Er wollte gar nicht, dass wir ihn dadurch verfreien. Er wollte wirklich nur was fühlen. Auch sehr interessant. Wer sind Sie? Wie ich gesagt habe, ich bin Gunter. Are you dead? Das ist eine komplette Frage. Ich würde gerne sagen, ich würde gerne sagen, ich würde gerne sagen, Aber es ist eine populäre Kultur, wie die unsere drüben-karte. Why did you ask me to hit you? Obviously, so he can feel something. Don't you listen, dude? You just don't understand. In my current situation, I can feel nothing. First, it was a nightmare. But then I found out that I can still feel pain. I don't feel like pain, though. More like a gentle breeze. But still, it's all I have. I can hit you again if you like. That's very kind of you, but I must refuse. After so many years, your strikes were really, totally a pleasure. It will be a couple of years before I can feel anything like it. And I have too little flesh on my bones. Wasted. How did you become some undead? Oh, that's the question. I have to click on it. Parents, there's a little bit of magic. The old master made me. Actually, he made a lot of us. Do my brothers still work at the graveyard? No, I think there's only you. By the way, I'm the new graveyard keeper. Oh, then you should make me some more brothers. They will be a big help for you. How can I make you undead? Oh, it's quite simple. You can find a resurrection table bulletin on the right to your left. There should be also a big cup of bottles of the main resurrection ingredients nearby. You can make more natural alchemy tasks. Do you know the recipe? Well, with the second ingredient, it's blood. I'm not sure about the first. But I think it's some kind of powder. Will they be like you? Sally, no. I'm unique. Something went wrong with me. I was too smart. That's why the old master chained me here. I didn't fit in. I can't unchain you and ignore every warning I got so far about never unchaining you. I won't stand up here for too long. My flesh is too rotten. Plus, I kind of feel like it here. Can your brothers help me? Oh, they can do simple craft for you. If you give them the right gear, they'll be able to gather resources for you and even transport them. What gear? I believe one zombie should be buried under rocks along the path through the forest. You can dig him up and examine his gear. Okay. Newprint resurrection table. No, I already found that stuff. What can we do here still build? Skulls in the wall Skulls in a column Okay. Verbrauchen wir aber einiges an Skulls. Enter dungeon level. Ja gut. Wir können ja erstmal nur auf Level 1. Wir kriegen auf jeden Fall einiges an Ressourcen hier. Ist halt nur die Frage, ob das respawned und was für Feinde wir hier uns entgegensehen. Treten, schleim's. Vielleicht sollte ich dafür eine Rüstung machen. Und hierfür brauche ich auf jeden Fall mehr Energie. Ja, im Kampf geht die Energie sehr schnell flöten. Und ich brauche irgendwie mehr Inventarplatz. Oh, was ist denn Onion Seeds? Aber in verschiedener Qualität. Das ist cool, aber auch irgendwie scheiße, weil ich nicht genug Inventarplatz für sowas habe. Kann gerade auch nichts wegschmeißen. Not enough energy. Nice. Ich habe auch nichts, was ich essen könnte für mehr Energie. Gut, dann müssen wir wohl wieder raus. Also für die Dungeons sollten wir anscheinend echt was zu essen mitnehmen. Für mehr Energie. Weiß nicht, hatte ich die Fledermausflügel hier runtergebracht? Ja. Slime brauche ich bestimmt auch hier unten beim Alchemy-Zeug. Die Seeds kann ich mir nach oben nehmen. Und den Zombie Juice kann ich auch hier lassen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir haben vier Faith Points. Und ich glaube, den Zombie Juice zu studieren, wäre gar nicht mal so schlecht. Das einzige Problem ist, dass ich gerade keine Energie habe. Also muss ich sowieso erst mal schlafen gehen. Good night. I'm so refreshed. Ja, wir können erst mal alle Sachen hier reintun, die wir gerade nicht brauchen. Die meisten Sachen brauchen wir ja sowieso hier an den Workbenches. Mit Kohle können wir eigentlich mal eben die Öfen beheizen. Warum spiele ich eigentlich wieder mit Maus und Tastatur? Ich habe doch sonst immer mit Controller gespielt. Das fällt mir so gerade mal auf. So, schon besser. Und die restliche Kohle, die kann dann erst mal hier rein. Dann haben wir noch ein paar Seeds. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir vier brauchen, um was anzupflanzen. Okay, Hemdseeds können wir sogar anpflanzen. Ich weiß nicht, können wir Onion Seeds? Ne, davon brauchen wir auch jeweils vier. Und weil das dann auch noch verschiedene Qualitäten sind, brauchen wir dann auch noch jeweils vier davon. Na, super. Ne, gut. Nehmen wir erst mal so hin. Wir hätten jetzt die Aufgabe von dem Zombie bekommen, irgendwo hinzugehen, eine Leiche auszugraben. Ist das richtig? Wo ist denn der aufgeführt? Hier ganz unten, Gunther. Okay, der hat gerade keine Aufgabe. Interessant. Ich dachte, der hätte mir eine New Task gegeben. Kann ich dann nochmal mit dem sprechen? Ich meine, wir hatten ja schon mal eine Leiche, glaube ich, irgendwo ausgegraben. Ja, hatten wir die ausgegraben, haben wir sie da gelassen? Ich habe irgendwo ein Grab gefunden, außerhalb meines Friedhofs. Tell me about the resurrection ingredients. The first of some kind of powder. I don't remember. Ja, das wissen wir. Where can I find zombie gear? The first to the forest area, to the north of the church. And it should be buried somewhere near the rocks today. Okay. Über the church, also. Ja, gut. Ich glaube, wir gehen erstmal ins Dungeon. Ich möchte zumindest mal zu Level 2 kommen. Einfach mal gucken, was da so abgeht. Sind die Gegner jetzt gerespawned? Nein. Das ist sehr gut. Und hier ist jetzt aber auf einmal ein Slime. Dushan Water. Hm. Ist aber auch ganz schön groß, so eine Ebene. Was aber auch Sinn ergibt bei... Wenn wirklich auf jeder Ebene ein Checkpoint ist. Ein Problem, was ich wirklich habe, ist, dass ich so viel Energie verschwende, wenn ich kämpfe. Und diese Fledermäuse sind einfach nur ultra ätzend. So, jetzt haben wir wieder kaum Energie. Und wer weiß, wie viel ich hier noch erkunden muss. Das sieht doch hier aus wie ein Bucket of Blood, aber den kann ich nicht mitnehmen. Hm. Diezen kann ich auch nicht lesen. Naja, laufen wir mal weiter. Hier geht es, glaube ich, in die zweite Ebene, wie es aussieht. Ich will gerade eigentlich nicht so viel kämpfen, weil ich die Pötte noch kaputt machen will. Hier haben wir auch noch was. Ja, und Not Enough Energy. Ja gut. Können wir da den Bucket mitnehmen? Auch nicht, nein. Dann gehen wir aber einfach mal in die zweite Ebene. I need to kill all... Da gibt es immer einen Haken. War ja klar. Ja gut. Ich sage ja, hierfür müssten wir echt was zu essen machen, wenn wir die weiter erkunden möchten. Dafür brauchen wir ganz schön viele Ingredients. Ich bin jetzt auch nicht so ein begabter Koch. Ich meine, unser Typ ist anscheinend auch gar nichts wirklich begabt, aber der macht trotzdem einfach. Das muss man ihm ja anrechnen. Der kann nichts wirklich, aber er macht einfach. Ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Am nächsten Tag kommt auch direkt der Astrologer. Dem sollten wir das Diary bringen. I am so refreshed. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich... Obwohl, ich kann noch ein paar Sachen hier in die Truhe tun. Das ganze Zeug und das Zeug... Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel noch brauche. Wir kriegen einiges an Seeds, aber es ist halt doof, dass wir vier Stück brauchen, um überhaupt irgendwas davon anpflanzen zu können. Sorry, ich kann hier rein. Ich weiß gar nicht, was wir mit den Storys anfangen können. Crafted at random textgenerator or studytable. Ja, aber was machen wir mit den Storys? Es ist und bleibt ein Rätsel. Das kann hier rein. Und out geht's Richtung Stadt. Richtung Astrologer. Die ganzen Leute kommen gerade aus ihren Häusern. Chickens. Hallo? Könntest du das vielleicht lassen? Läuft einfach in mich rein, schiebt mich weg. Diese Chickens, ich trau ihnen immer noch nicht. Die haben irgendetwas an sich. Wir haben andere Pläne. Guten Tag, Astrologer. Ich habe das Diary. Bitte schön. Great, great. How many important things there must be in this book. Amazing. I haven't felt so alive for a long time. So hi. Hi. So how can I open the portal on Witch Hill? Let me see. You need to craft a spirit laser. But I don't know what a laser is. Sorry. It should be crafted on the pedestal. In front of the portal. Hmm. You need to craft and send two parts. And a meter and a barrel. And here we have three parts of the emitter. A mirror of pride. An eternal bread, a coal. And a salty fork. Ach so, yeah, wenn sonst nichts ist. Das habe ich hinten noch im Lager liegen. Gar kein Problem. How can I find that stuff? He wrote that his friends believed that all these things could be found in the town. Hmm. I don't understand this. But he wrote that they were the soul of the town. It all sounds like a delusion to me. Magic. What nonsense. If I were you, I'd start with something you can see. First I check the pedestal near the portal. Second try to get to the town and find those items. What about the second part? The second part of the books? Text is covered with something sticky. I'll need to clean it off first. I think I'll need some asset and restoration tools to clean it. Can anyone in this town do anything alone here? We've unlocked a new technology and got Create Acid. So about that asset. Do you know where I can find any asset? I gave up alchemy many years ago. It's really a dead end occupation. But I think I know where you can get some asset. There should be an old woman in the swamp. She's definitely crazy. But in the distant past, you sold chemical ingredients. What those restoration tools? Do you know where I can find some restoration tools? We may have a problem, young man. The Inquisition destroyed them all. Fools! They believe that past can only bring harm and curses. But I think you might still be able to find someone on the black market. Somebody who has criminal connections could help you. Definitely you know the right guy. And he hates me. I should talk to Snake. Also müssen wir wieder sehr, sehr viele Materialien sammeln von Leuten, die nichts von uns wissen wollen und für die wir auch noch andere Aufgaben erledigen müssen. Wunderbar. Es ist wie eine Schnitzeljagd hier. Sequence. Someday I will come for you. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal ins Dungeon. Weil mit der Energie, die ich jetzt habe, kann ich das letzte Zeug da klären. Und dann schauen wir mal, was für Aufgaben wir machen. Ab ins Loch. Ich glaube, das ist irgendwie jedes Mal random, was für Gegner hier sind. Weil letztes Mal waren es auf jeden Fall ein paar Fledermäuse, die hier waren, statt nur Slimes. So, Nidu. Dann können wir jetzt wohl hoffentlich ins nächste, ja, in die nächste Ebene. Wir können hier auch noch die Bänke und Stühle kaputt hauen. Und ab, runter. Es sieht genauso aus wie das erste. Ich kenne mal alle Gegner, die ich töten kann, bevor ich ins Bett gehen muss. Aber ja, ich glaube, das war es auch schon, wenn ich hier noch die Stühle kaputt haue. Kann ich hier irgendwas an den... Ah. Ich kann so looten, nur da ist irgendwie nichts drin. Auch wenn die Schränke anscheinend voll sind. Ist echt in keinem was drin. Naja. Gehen wir mal zurück nach Hause. Am nächsten Tag müssen wir auch den... Den, den, die ja wieder eine Zeremonie abhalten. Und dem komischen Typen da seine, seine komischen Bowls da bringen. Wofür die er auch immer haben will. Ich glaube, er wollte ja Essen machen oder so, ne. Irgendwie sowas war das. Ich glaube, was wir dann als nächstes machen könnten, wäre in den Norden zu gehen auch. Also über die Church. Und gucken, ob wir mal so ein paar Zombies zum Laufen kriegen. I'm so refreshed. Aber erstmal gehen wir zur Kirche. Und ich weiß gar nicht, warum ich hier lang gehe. Wir können ja auch einfach unten durch. Dann erstmal die Story hier. Das ist eine Silber-Story anscheinend. Reintun. Das andere alles in den Alchemy-Table. Also Slimes und Fledermausflügel. Das andere würde an sich oben wieder bei uns in den Hof kommen. Aber naja. Der Typ ist noch nicht da. Der lässt sich Zeit. Not now, my son. Not now, my son. Aber jetzt. Ja bitte schön, deine Bowls. Oh, they're ugly. But they'll be just perfect for the poor people. I'm pleased to note your involvement in the business of the church. Task complete. I might even consider upgrading your church to a big church. That means more faith and more money. With a big church, you'll be closer to God. And what's more important to me than holiness. But all of this is far in the future. Whereas everything here has to be as perfect as my haircut. Ho, 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 ho. And I mean both the church inside and the graveyard outside. Ho, ho, ho. Reach 30 at the graveyard and reach 20 at the church. I'll do my best to meet your high standards. Speaking of high standards, I'd be so pleased if you could provide me with some fish. It'll save me from starvation. And not just any fish. I need a quality fish fillet. I believe you can find that kind of fish near the waterfall. You mean the town is starving right now? You mean. Okay. No, I can't eat meat. And as for the fish from the town harbor, well, no thank you. Not with that rotten ship of the dead. All floating there. So you're my only hope. I think I've started losing my hair on account of my bad diet. ...messiges erforschen, was mir weiterhilft. Ich meine hier, das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Stone Gravestones. Für die church. Great Candle. Ja, okay. Ja, wir machen auf jeden Fall mal Stone Gravestones. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Wir könnten auch direkt Carved Gravestones machen. Dann würden wir richtig abgehen. Aber wir brauchen auch irgendwas für die church. Ne, wir machen erstmal das. Wir müssen ja irgendwo unsere Punkte geradeaus gehen. Jetzt mal gucken, was wir da überhaupt brauchen, um das zu craften. Aber als erstes... Da lehrt der Controller wieder seine Verbindung und das Spiel legt sich runter. Da ist Controller, geh weg. Ich nehm jetzt den anderen an. Der hat wenigstens volle Batterien. So, start praying. I'd like to say a few words. Our church is great. Ich hätte auch jedes Mal die gleiche Ansprache. And now, let us pray for this blessing. So much faith. Your donations are welcome. Great Ceremony. Great Ceremony. Great Ceremony. Great Ceremony. Give me all of your money. 48. Immerhin ein bisschen mehr. Also, ich würde sagen, ich baue mal ganz viele Candles. Ich weiß immer noch nicht, wo ich die Wall Candle Sachen hinpacken kann. Ich weiß nicht, wie groß sind die hier? Ich kann hier anscheinend auch Candles reinpacken. Alles sehr weird. Na ja. So, packen wir hier erstmal die Sachen in die Chest. Larix Beginners Guide. Okay, interessant. Das kann hier rein. Das kann hier rein. Die anderen Sachen. Das Holz kann hier auch noch rein. Ja, und am Amboss stellen wir jetzt ein paar Simple Iron Parts her. Dass wir ganz viele Candles machen können. Und wasten dabei unsere komplette Energie. Ja gut. Die müssen wir tatsächlich auch mitnehmen, wenn wir die Candles bauen wollen. Aber erstmal gehen wir schlafen. Haben ja keine Energie mehr. Ach, I'm so refreshed. Gehen wir hier rüber. Können auch mal eben am Study Table mal eben dieses Zombie Zeug hier untersuchen. Das ist nämlich perfekt, dass das drei Stück braucht. Und dann können wir fünf für die eine Dame da auch ausgeben. Kriegen ganz viele neue Punkte. Nehmen das Faith direkt mit. Wir brauchen es ja gleich. Und können das, glaube ich, mal useen. Kriegen einfach fünf blaue Punkte dadurch. Und hier eine Bowl. Die brauchen wir wahrscheinlich eigentlich fürs Essen. Aber die tun wir jetzt einfach mal hier rein. Können wir die Stories eigentlich untersuchen? Nein. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Stories anfangen können. Aber egal. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Norden. Der Cleric haut auch gerade ab. Und schauen mal, ob wir hier irgendwie den Zombie finden, von dem der andere Zombie geredet hat. Hi, Fledermäuse. Ihr bleibt ja eh nicht mehr lange. This must be the place Gunther was talking about. I should start looking for that zombie. Hm. Der hängt ja hier irgendwo rum. Die Refugees, die müssen immer noch ein bisschen glücklicher werden. Aber die sind noch keine Zombies, soweit ich weiß. Mit Betonung auf noch nicht. Aber ich sehe hier auch sonst keinen Zombie, ehrlich gesagt. Unten ist der Wasserfall, wo wir angeln sollen. Heißt der... Ah. Ah. Ich habe den Zombie gefunden. Er ist hier im Steinhaufen. If you unlock the new technology, create, start building Sawmill. Wir nehmen den jetzt einfach mal mit. Hoffentlich sieht das keiner. Wie ich hier so einen Zombie durch die Gegend trage. Das ist ehrlich gesagt auch gerade gar nicht, was wir mit dem anfangen. Wir schmeißen ihn jetzt vielleicht einfach mal hier runter. Was nicht geht. Hey Gary, weißt du zufällig, was ich hiermit zu tun habe? Ja, Leute. Hm. Ja, wir lassen ihn erstmal da liegen. Ich habe heute andere Sachen zu tun. Andere Prioritäten? Der wird schon nicht weglaufen. Glaube ich. Ich kann an dem eigentlich nicht mal sicher sein. Das ist ja ein Zombie. So, auf ins Dead Horse. In den Gasthof. Und zu ihr. Miss Charm. Es ist you again. Be confident. Let's see how it works. I think you owe me an apology. I'm not a small man. I'm a respected graveyard keeper. But I'm also a big fan. So you can just call me keeper. Hm. Maybe there's something to you after all. The contrast between your dirty job and you manor. Oh. Nice to meet you keeper. You must compliment me. Not only on my talent but also on my beauty. I'd like to hear something nice. I have some questions. Ask about Snake. I met Snake in the church cellar. But he's not very talkative. Maybe you can help me make a deal with him. I can't imagine what normal business someone could have with that sneaky bastard. Oh by the way if you see him please throw this fake coin into his face and then come back here and tell me how he reacted. No more questions. I have some questions. No more questions. I have some questions. No more questions. Okay. Das gehört. Das ist auch genug. Orchid Battleluck kann nicht heute. Der Typ wirkt irgendwie wie so ein Zocker oder so mit dem man vielleicht ja Poker oder so spielen kann oder irgendein anderes Glücksspiel um Geld zu machen. Aber er redet immer von Badluck deswegen vielleicht kann man das auch nur an einem bestimmten Tag. So jetzt können wir uns weiter um den Zombie kümmern nachdem das erledigt ist. Aber erstmal stecke ich die Stories hier wieder in die Kiste und ich denke mal den Coin auch. Big Coins Bauche ich auch sobald der Dieb wieder da ist. Den Schlüssel packe ich auch erstmal wieder hier rein. Ich weiß nicht was ich sonst damit machen soll. Und je weniger Sachen ich habe desto besser. Wir bauen mal eben ein paar Candles. Dafür haben wir ja die Sachen hier gecrafted. Mal sehen wie viel kann ich hier noch platzieren. Ich kann hier 1 2 3 4 5 6 6 Stück platzieren. Das reicht aber nicht. Das heißt ich brauche noch irgendwas anderes was ich machen kann. Technologies Also hier wo steht denn überhaupt dran was was bringt? Soft Church Bench das wäre ja was. Aber darum brauche ich zuerst Power of Faith. Das kann ich jetzt alles nicht mehr machen weil ich keine blauen Punkte habe und auch nichts mehr zum Researchen gerade. Hm Race for Burning Corpses ich glaube das wäre ganz gut. Weil wenn ich den Friedhof auch weiter upgraden will muss ich eventuell wenn ein paar Corpses nicht ganz so schön sind da wieder rausholen dass ich die verbrennen kann. Deswegen lernen wir mal Crimination. Was bringt denn das Sprayer? Embalming liquids This liquid can be applied to a body on the embalming table to modify its characteristics Embalming effect Acid injection oder Lye injection damit können wir auch praktisch die Körper ein bisschen besser aussehen machen. Gentle butcher You know how to work with meat You have less chance of making a surgical error when extracting hard spares and soft spares Hm Da brauche ich auch Blaupunkte für Was brauchen wir denn für so ein Resurrection Table? Können wir den hier unten bauen? Ne Hier nicht Wie sieht es denn da unten aus in der in dem ja in der Leichenhalle praktisch So haben wir ich komm mit Reparation Place und Palette Nein Hier kann ich es auch nicht Wo kann ich denn dann Wo kann ich denn dann ein Resurrection Table bauen? Hier oben doch auch nicht oder? Nein Unter Ich hab deinen Freund gefunden Ich weiß nur nicht was ich jetzt mit ihm machen soll Nimm dies Ja gut Du sagst mir nur was für Ingredients ich brauche aber ich hab keine Ahnung Was passiert wenn ich den jetzt aufs Feuer werfe? Gar nichts Hm Wo baue ich einen Resurrection Table? Habe ich den hier übersehen? Nein Hm Hier kann ich auch nur einen Trunk bauen Hier schlaft so lange in meinem Bett oder neben meinem Bett Whatever Bleib einfach mal hier liegen Ja hier auch nicht Egal Lassen wir den Zombie erstmal da liegen Kann ich das hier machen? Das würde mich sehr stark wundern Ich kann hier auf jeden Fall auch nicht Muss ich vielleicht irgendeine Technologie noch lernen aber das wäre sehr merkwürdig Da Second Chance Doch Blueprint Resurrection Table Muss ich erlernen Ah Aber wo kann ich das jetzt? Okay Zombie Komm noch mal mit Wir nennen den Zombie jetzt einfach mal Olaf Wie alle anderen Zombies auch That's a Spongebob reference Okay hier schon mal nicht Ich gehe mal dann stark davon aus Doch da oben Also wenn nicht hier oben dann weiß ich wirklich nicht Ja wobei doch dann vielleicht noch im Mortuary wieder Aber wir schauen mal Hier wirkt es doch eher danach Ne tatsächlich nicht Gut dann wahrscheinlich in der Mortuary Dann will ich einfach mal hoffen Weil wenn da auch nicht Dann Dann habe ich es jetzt zwar gelernt Aber weiß immer noch nicht wo Gary Ich will Tote wiederbeleben Aha Ich brauche vier Planks Und vier von diesen Komischen Dingern Können wir besorgen Die haben wir bestimmt Vier davon Und vier davon Okay das Ding Sieht interessant aus Wir stellen es einfach mal Hier oben hin Muss natürlich noch Aufgebaut werden Einfach ein bisschen Mit Mama draufhauen Dann passt das schon Zombie Zack drauf mit dir Take Buddy Resurrect Den Zombie da nicht draufhauen Ja gut lassen wir den erstmal da liegen Wir müssen den Esel rufen Und dafür benötigen wir Karotten Wir wollen ja eh den Friedhof upgraden Von daher packe ich einfach mal Alle Karotten Sofern das dann geht da rein Weil ich glaube jetzt wollen wir auch Erstmal wieder ein paar Leichen haben Ja 20 Karotten sind drin Das heißt es soll genug Vofürleichen sein Ja ansonsten Keine Ahnung Wir können mal eben gucken Was sie für diese Steinsachen brauchen Die wir hier anscheinend Nicht mehr herstellen können Können wir sie am Boss herstellen Nein Können aber ein besseres Schwert herstellen Hier können wir zumindest Die Gravestone Sachen Steinsachen herstellen Haben wir irgendetwas anderes Was wir craften können Wo wir das eventuell herstellen könnten Stonecutter haben Ja doch das hier ist Ein Stonecutter da unten Oder Das hier ein Stonecutter Ja Das haben wir Fortress Wheel haben wir auch Nee ansonsten können wir nichts herstellen Was brauchen wir denn dafür Was brauchen wir schon allein für diese Sachen Stonecutter 2 Und hierfür brauchen wir auch einen Stonecutter 2 Wie kriegen wir einen Stonecutter 2 Können die ja nicht upgraden Wie ich das sehe Hier irgendwo Oder hier bei Building Wahrscheinlich eher bei Building Das ist Woodcutter Zombie Mining Oh das wäre auch nice zu lernen Aber Hier Stonecutter 2 Dann brauchen wir 50 blaue Punkte Die haben wir eh bei weitem nicht Das heißt wir unlocken mal Zombie Mining Brauchen wir ja eh Wenn jetzt die Zombies kommen Und dann müssen wir irgendwie Mehr blaue Punkte erreichen Das heißt wir brauchen ganz viel Faith Und ganz viel Science Stuff Ja scheint ein guter Plan zu sein Können auch nochmal gucken Ist hier oben jetzt das Eisenerz Gerespawned Respawned es überhaupt Oder Habe ich hier nur nicht alles abgeerntet Also auf jeden Fall ist hier nichts mehr Im Moment Nehmen wir das einfach mal so hin Heute Wollen wir Tote erwecken Wir werden zum Nekromantchen Aber dafür brauchen wir irgendetwas So können wir nicht wissen Was wir genau brauchen Also gehen wir erstmal zum Wiederbelebungstisch Schauen mal ob wir da irgendwie Wir brauchen Leichen Wir brauchen Leichen Deswegen haben wir dem Esel Seine Karotten gegeben Um Leichen zu bekommen Die wir dann wiederbeleben können Aber wir brauchen auch Leichen Um den Friedhof schöner zu gestalten Herrje Ich weiß nicht warum wir diesen Zombie mitgenommen haben Weil wir mit ihm nichts machen können Außerdem brauchen wir irgendwie Blut Aber ein wenig Blut haben wir glaube ich Die einen Kreuze sehen da doch ein bisschen kaputt aus Oder sehen die einfach so aus Das ist einfach so diese Art des Kreuzes Ja die sind wunderschön Aber sie sind halt kaputt Ja ich weiß es nicht Irgendwie gucken ob wir die Sachen hier schöner gestalten können Hier zum Beispiel wäre ein Holz Dings ganz hilfreich Hier weiß ich gar nicht ob es überhaupt was bringen würde Wir brauchen einfach mehr Leichen Wir müssen es irgendwie auf 30 kriegen Wir sind erst bei 16 Das ist jetzt übrigens verdeckt Also ich kann es sich ändern Man sieht halt entweder die Tages- und Energieanzeige Oder diese Schilder hier Die jetzt meine Kamera verdeckt Ja ich könnte es natürlich die ganze Zeit hin und her schieben Aber das ist mir zu viel Arbeit Da bin ich zu faul zu Ich bräuchte so einen Hotkey der das macht Das könnte ich mal einrichten Ich könnte so einen Hotkey einrichten Der dann einfach die Kamera so Aber damit muss ich mich das nächste Mal beschäftigen Das heißt für heute müssen wir damit leben Dass es noch nicht geht Wir haben eine neue Leiche Wunderbar Hazel Hatte die jetzt hier reingeworfen? Warum haben wir zwei? Warum bewegt sich die eine hier noch? Wow it's a nice day for a bonus corpse Wait It's still moving? Ja das fällt dir aber früh auf Maybe the poor fellow died quite recently Dann sollte er sich trotzdem nicht bewegen I've never sliced up a warm one before Let his body cool off a bit I'll take care of it later What? You're alive? Okay I help you But stay calm okay Otherwise I can't let you up And Okay Good job fella Where am I? Is this a village? Yes but how are you? And I assume you are the keeper right? And we are in the morgue right now? Yes how do you? There's no time for all the yakety yak My name is Yurik And that must be enough for now I am in trouble I bought a keeper's book From a creepy man with a scar According to the book There's a locked door in the morgue I'm expect I'm I expect you're aware And this is the door Yes Give me the key keeper I don't know what key you want Are you joking or what? No not kidding Quite serious And you have no idea what book I now hold in my hands No idea Oh crap Listen carefully then I'll read this bit for you And I glue to the key with chewing gum To the inner side of the skull I have no idea what skull it might be or where else Can we do this discussion If I can do this other way Can I do this discussion If I can do my corpse Or the other one Or of course I am no keeper It falls to you Find and bring me the key I mean we have another key And what happens when I do Oh you worry about the key Meanwhile I look for a keyhole Nope Ich habe andere Sorgen gerade Wir brauchen 10 Faith dafür Ja gut Das dauert ein bisschen Bis wir das Von mir gehen wir an die Seite Bis wir das haben Dann wird der erstmal begraben Wir brauchen ja eh Blut Glaube ich Das muss man nochmal entnehmen Ich habe es schon vergessen Fert Damit der gut ist Und Ich glaube in der Rhein Ne in der Rheinwand Ja gut Das liegt aber auch da dran Dass wir was kaputt gemacht haben Wie sieht es mit Fleisch aus Ne Fleisch war schlecht Fleisch können wir wieder reinpacken Ich weiß nicht ob wir noch Irgendwas anderes entnehmen konnten Ich glaube nicht Cake Buddy Wir begraben den jetzt erstmal Hallo Nimm den vielleicht mit Lässt er den einfach da liegen So Graveside Können ja eigentlich schon mal Ein bisschen vorsorgen Für die nächsten Leichen Die alle kommen Jetzt müssen wir noch Irgendwie ein bisschen Das schön machen Dafür brauchen wir Steine Wo konnten wir das nochmal Können wir das hier am Ombus machen Nein Wir konnten das hier An dem Stein Ding machen Das brauchen wir Und davon machen wir direkt mal drei Weil ich weiß Da waren ja noch zwei Gräber Die keins hatten Wobei wir haben nicht genug Energie Wir gehen erstmal schlafen Es gibt auch ein paar blaue Punkte Das ist nice Heute Was war nochmal am grünen Tag Da war glaube ich der Dieb da Ne Das bringt uns aber nicht so viel Weil wir seine Aufgaben da nicht haben Die haben keine Ein Bucket of Blood Und keine blutigen Nägel Ich habe die auch nicht gefunden Die sollten ja auf der ersten Ebene sein So Ein Gravestone Und Ein Stone Grave Fence Zack Kriegt ihr jetzt auch noch Auch wenn das nichts bringt Aber es sieht schön aus Bei dem hier sollte es sogar was bringen Ja Immerhin plus eins Dann ist der Friedhof nämlich schon fast Naja gut Fast fertig ist gut Wir sind jetzt bei 19 von 30 Aber mit den zusätzlichen Gräbern Die da noch kommen sollte Das ist ganz gut funktionieren Was Ich drücke schon wieder Start Was brauchte ich denn nochmal für Gentle Butcher 25 von diesen blauen Punkten Das heißt ich arbeite jetzt einfach schon mal vor Und mache ein paar Felsen Felsen Ja genau Felsen mache ich Ein paar Steine hier Brauche auch neue Steine dann dafür Ich hätte ja die anderen machen sollen Die haben nämlich keine blauen Punkte gegeben Na gut Erstmal wieder schlafen gehen Dann holen wir ein paar neue Steine Wir haben eine neue Leiche I'm so refreshed Es ist nicht wirklich ein Shortcut Da unten her zu gehen Ich finde das gut Dass der Esel die dir jetzt Direkt hier unten reinschmeißt Dann machen wir das Ganze nochmal Blut entfernen Fett entfernen Ja und probieren wir es nochmal Mit den Intestants Ich glaube nicht Wenn das schief geht Ist das sowieso schlechter Risiko nicht wert Da warten wir lieber Bis wir die blauen Punkte haben Jetzt ist wieder die Frage Wo kriegen wir nochmal Steine her Ich weiß wo ich Eisen herbekommen habe Aber ich weiß gerade nicht Wo ich mir Stein herbekomme Irgendwo war so ein riesiger Steinklotz Der war ja auch gar nicht so weit weg Ich meine Wir können ja auch erstmal Das hier abernten Out erstmal gegen den Baum So das reicht ja auch erstmal So jetzt müssen wir zwei Fensters herstellen Und dann können wir glaube ich Auch schon Gentle Butcher erlernen Natürlich haben wir nicht genug Energie Gerade so Ich weiß nicht Heute war glaube ich Der Inquisitor wieder da Aber wir haben ja immer noch nicht Seinen Dingster Boomster Also bringt das uns nichts I'm so refreshed Dann mach mal dein Ding da fertig Dann können wir Gentle Butcher lernen Ich weiß gar nicht Was wollten wir noch lernen Ich weiß für irgendwas Brauchen wir doch glaube ich 50 blaue Punkte Irgendwas was wir haben wollten Das war hier bei Irgendwas war das hier So Zombie Woodcutting Ist auch nice War das nicht hier Da Da ist es Stone Carving Dafür brauchen wir 150 rote Und 50 blaue Punkte Da müssen wir noch einige Steine herstellen So wie wir es im Moment handhaben Verschönern wir den Friedhof ja auch Von daher Das reicht ja erstmal So was für ein Schlüssel Wollte der Typ denn jetzt haben Wollte der diesen Keepers Key Ich weiß wirklich nicht Was für ein Schlüssel der haben will Wir haben schon wieder eine neue Leiche Gut dass wir gerade hier sind Die können wir jetzt ordentlich Preparen hier Wir nehmen die Intestines raus Wir nehmen Blut raus Und wir nehmen das Fett raus So viele Punkte wie uns die Leiche bringen würde Können wir gar nicht aufbringen Aber das macht ja nichts Ich finde das auch gut Dass die Leiche Wenn die da jetzt einfach so im Grab liegen würde Überhaupt gar keine Minuspunkte Für den Friedhof geben würde Obwohl es einfach ein offenes Grab ist So wir brauchen noch eine Leiche Die genau so einen Zustand hat Und dementsprechend auch noch einen Grabstein Und ein Fen Und ich glaube hier sind auch nur noch 5 Karotten drin Auch wenn das noch mehr aussieht Naja Wir zählen 7 sogar Aber es sind nur 5 drin Mysteriös Können dann aber auch direkt schlafen gehen Hm Und ich überlege gerade Ich schaue mal eben Was ich für ein neues Schwert bräuchte Weil dann könnten wir eventuell ins Dungeon gehen I'm so refreshed Eine Rüstung wäre an sich auch gut Aber dafür müsste ich eine Leiche verstandeln Was ich im Moment nicht möchte Wir brauchen eins von diesen Komplex Iron Parts Und Hanfseil Hanfseil weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Wo wir das machen Aber ich weiß dass wir Hanf dafür brauchen Und den kriegen wir von hier Nehmen wir einfach mal mit hier rüber Dann von mir aus auch hier rein Genauso wie die Steine Hm Ja wo machen wir das denn wohl Irgendwo hier Am Amboss wohl nicht oder Na wo könnten wir Hanfseile machen Was wäre dafür ein passendes Objekt Ich meine ich hätte das auch schon mal irgendwo gesehen Das heißt wahrscheinlich in der Kirche Gehen wir doch einfach mal da gucken Packen erstmal hier die Burial Certificates hier rein Hier ist halt dieser Schlüssel Ich nehme den auch mal mit Kann ich den Typen mal befragen Ob der irgendwas damit zu tun haben möchte Ich meine hier ging irgendwo Hanfseile Ja da Hamprobe Packen wir dann die Pflanzen doch einfach mal hier rein Habe ich eigentlich noch irgendwas was ich Ja ich habe noch einiges was ich untersuchen kann Aber das kostet ganz schön viel Wenn ich das zu Erforschen möchte Das können wir uns im Moment nicht erlauben Wenn wir die 10 Faith dafür nutzen wollen Um eine Leiche wieder zu überleben Ich habe einen Schlüssel Ich weiß nur nicht Keine Ahnung Keine Ahnung was der möchte Wahrscheinlich muss ich Gary deswegen befragen Das klingt zumindest so Hamprobe Das da rein Und ein neues Schwert Das können wir dann auch direkt mal anziehen Und das Eierlte kann hier rein Kann auch noch untersucht werden Interessanterweise Oh die Grabsteine können untersucht werden Das ist auch interessant Das würde ich auch nochmal eben nachschauen Den Schlüssel tue ich erstmal wieder hier rein Weil die Grabsteine würden dann auch nämlich Blaues Equipment geben Äh blaues Equipment Ja genau Blaue Punkte Habe ich überhaupt noch Faith Sollte 2 Ich habe 2 Science Punkte Das ist halt die Frage Ob wir vielleicht jetzt mal eben noch ein bisschen Papier herstellen Den ganzen Fledermausflügeln Die brauchen wir ja für sonst gerade nichts Dann können wir nämlich noch ein paar Science Punkte machen Recompose All Paper So jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal genug Science Punkte Wenn wir irgendwas erforschen wollen Das Rest kann auch hier rein Äh Hier will ich gar nicht raus Wir haben auch eine neue Leiche Das heißt wir gehen sowieso nochmal eben einmal nach unten Dann müssen wir irgendwie noch die Kirche auffordern und man kriegen Ich weiß nicht Ich glaube nicht dass wir das bis morgen schaffen Wir können ja mal schauen So wir nehmen wieder das Blut Ich hoffe ich habe genug Energie für alles Sieht aber schlecht aus Ich muss sie auch noch eingraben Ja Ne Ist schlecht Wir gehen erstmal schlafen Morgen wird dann auch eine Zeremonie abgehalten Können wir dann erstmal ein paar erste Faith Punkte wieder sammeln Aber deswegen wäre es eigentlich gut Wenn wir schon vorher eine bessere Kirche hätten Aber das lässt sich glaube ich nicht vereinbaren So refreshed Ich darf nicht vergessen das zu sagen Sobald er aufsteht Und Intestines rausnehmen Ja trotzdem Fehler gemacht Was soll das denn Äh Habe ich schon extra das vorsichtig sein geskillt Und trotzdem bringt es nichts Da brauchen wir jetzt noch eine Leiche Na super Kommen wir auch irgendwie an die anderen Dinger da dran Okay wir können hier vorbeigehen Wäre sonst ein bisschen schlecht gewesen Naja wir müssen ja wie gesagt Erstmal die Kirche irgendwie auch noch auf Vordermann kriegen So start praying I'd like to say a few words Our church Is great Nice And now let us pray for this blessing Give me all of your faith Your donations Are welcome Great sermon Great sermon Give me all of your money Give me any pleasure Uh money Wir haben mehr Intestines Ich weiß nicht was wir damit anfangen können Blut und Fett können wir immerhin stacken Die Intestines Keine Ahnung Es wäre glaube ich echt schlau die mal zu untersuchen Weil ich habe keine Ahnung Für den Crafted at Preparation Place Ja gut Aber was können wir damit anfangen Ich weiß wir sollten faith sparen Aber ich untersuche die jetzt einfach mal Weil die verschmutzen mir sonst mein Inventar Und so weiß ich immerhin was wir damit anfangen können Und wir kriegen sehr viele blaue Punkte hoffentlich Das Item can be decomposed into powder Ja das ist doch wunderbar Oh und so viele blaue Punkte Nice Das ist doch wunderbar Hat sich richtig gelohnt Aber wo können wir das machen am Handmixer Nicht Wir können Fett hier reinpacken Und kriegen dann Slowing Solution daraus Okay Aber Was machen wir mit Intestines Vielleicht bei einer Alchemy Mill Ich habe keine Ahnung Faith packen wir auch erstmal hier rein Bei dem Ruined Book Ich nehme die mal Kann ich das usen Ne Ich kann aber irgendwie Paper daraus bekommen Aber wie und wo und was Oh hier ist ein Bucket of Blood Aber wie ich Bloody Nails bekomme Weiß man auch nicht Bücher kann ich auch nicht studien Ja das ist alles sehr sehr mysteriös Begeben wir uns ins Dungeon Nachdem ich noch das eine Burial Certificate hier abgelegt habe Schauen wir mal Ob wir da irgendwie ein Bloody Nails oder sowas bekommen Begeben wir uns ins Dungeon Nachdem ich noch das eine Burial Certificate hier abgelegt habe Schauen wir mal Ob wir da irgendwie ein Bloody Nails oder sowas bekommen Der Dieb meinte ja im ersten Level Hier ist ja auch schon alles freigeräumt Aber ich habe nichts gefunden Wo ich irgendwas mitnehmen konnte Hier stehen ja vor allem auch Eimer und sowas rum Wir haben ja auch sogar Eimer mit Blut gefüllt gesehen Aber lässt sich nicht mitnehmen Und es wäre ja besser das mitzunehmen als es zu craften Weil 10 Blut ist ganz schön viel Und das brauche ich ja auch noch Hier das ist doch Hm Ich kann hier noch ein bisschen die Deko zerstören Also wir räumen hier halt ein bisschen auf Aber So wirklich nützliche Items kriegen wir nicht Es kann ja auch sein, dass er damit meint Nicht das erste Level, das wir hier auswählen können Sondern so die erste Ebene Vielleicht kommen wir ja auch noch zu anderen Ebenen Oder so, wo wir dann was finden Deswegen erkunden wir mal ruhig ein bisschen weiter Oh, mit dem neuen Schwert machen wir jetzt auch viel mehr Schaden Das ist nice Dann verbrauchen wir auch weniger Energie Und wir brauchen natürlich auch die Seeds Wenn der Esel demnächst wieder kommen soll Er kommt hier rüber Kann ich euch beide gleichzeitig hauen Das spart auch Energie Hier einfach alle zusammen zu locken Und dann gleichzeitig zu schlagen Alter, diese Fledermäuse Die rasten richtig aus, wenn sie einmal Bock haben Ja, die Fledermaus könnte einen schon ganz gut töten Wenn sie denn Bock hat Hier können wir auch die Schränke nicht mehr öffnen Das ist auch sehr interessant Aber wir können jetzt in die nächste Ebene Hier ist ja jetzt alles gekleert Nur dann werde ich wahrscheinlich auch direkt wieder nach oben gehen Weil, ja Sowohl meine Energie als auch meine Leben Sprechen nicht so für mich Und fürs Weitergehen Kann ich das hier noch kaputt hauen? Ne Selbst dafür habe ich keine Energie mehr Kann auch überhaupt nicht mehr hauen Lorde of Energy Legen wir uns schlafen Good night Ich schaue mal, ob ich irgendwas zu essen craften kann Dann können wir vielleicht das Dungeon auch ein bisschen weiter erkunden I'm so refreshed Ich glaube allerdings, ich brauche zu viele Sachen fürs Essen craften Weil ich habe ja nicht so viel Mal sehen, vielleicht findet sich irgendwas Könnten auf jeden Fall Weed anpflanzen Weed, davon haben wir jetzt genug Dann Zack So, gucken wir doch mal Was können wir überhaupt zu essen machen Baked Mushrooms Green Jelly Das wäre doch was Es gibt sehr viel Vor allem Red Jelly Und ich denke mal, das machen wir aus den Schleims Pasta wäre auch super Und Lasagna Aber ich glaube, das können wir nur hier drinnen machen Oder? Hier am Herd Da muss auch Feuer rein Wir gucken erst mal Was können wir überhaupt machen? Nicht wirklich viel Baked Meat Aber ich weiß nicht, was für ein Ja, wir brauchen geslicetes Fleisch Hier können wir das Jelly machen Ich weiß nicht, was für ein Was ist das andere, was wir da brauchen? Berry Juice Dafür brauchen... Oh, das könnten wir machen Was brauchen wir hier für das Grüne? Ah, nee Hm Ich glaube, den Berry Juice, den könnten wir machen Da müssen wir nur ein bisschen Farm gehen Vielleicht sollten wir auch alle fertigen Sachen mal da oben hinbringen Weil das Essen bringt ja nichts, wenn wir das hier haben Rock Waste, keine Ahnung, lasse ich erstmal hier drin Das kommt alles rein Dann können wir noch ein paar Bärenfarmen gehen Dazu könnten wir auch farmen Ich weiß gar nicht, wo es sonst noch so Bärenbüsche sind Hier sind sehr viele Büsche, aber hier sind irgendwo Bären dran Ich hatte nur die da unter meinem Haus Ich würde in der Wildnis auch sterben Salz geessen Wo ich weiß, wo ich es in der Natur finde, ist direkt neben meinem Haus Ansonsten bin ich hoffnungslos verloren Hier ist auch nirgend so was Hm Es fängt uns auch noch an zu regnen Na, klasse Ja gut Schauen wir mal, wie viel wir mit dem machen können Was ich gerade habe Die Äpfel sind ja eigentlich auch für die Esel gewesen Aber die interessieren mich jetzt gerade nicht so sehr So, wir packen hier auf jeden Fall mal das ganze Essen rein Und die Blumen Und das Jelly Und die Pilze Und dann können wir nicht genau vier Sachen craften Aber ich habe doch bestimmt irgendwo noch Jelly-Zeug Das habe ich bestimmt unten in dem Labor Das muss ich mal eben abholen Ja, hier ist ganz viel Nehmen wir alles direkt mit Kann auch hier rein Der Wetzstein bitte nicht Den brauche ich noch So Können wir vier Stück davon machen Hier mal drei Kriegen wir zwölf Stück Und dann können wir auch einige Zeit lang die Mine erkunden Aber erstmal schlafen wir voll Wo wir sowieso gerade neben dem Bett sind I'm so refreshed Ja und komplett refreshed Kannst du jetzt auch direkt ins Dungeon gehen Und jetzt können wir es mal richtig erkunden Jetzt muss ich nur echt aufpassen Dass ich nicht zu sehr Damage leide Weil Naja Ich ziehe mich jetzt nicht mehr zurück Wenn meine Energie leer ist Das heißt Ich sollte schon ein bisschen auf meine Gesundheit aufpassen Was sind das denn für Viecher Chaos-Pulver Slowing-Pulver Health-Pulver Okay Die geben sehr viel Pulver Ist ja jetzt nur noch richtiges Laboriert hier Wo es überall lang geht Und ein Heal-Potion Aha Okay Hier findet man jetzt den guten Stuff Jetzt wo ich vorbereitet bin Jetzt bin ich das ganze Zeug Was ich vorher gebraucht hätte Sehr gut Oh die sind so schnell Die geben aber ganz schön viel Pulver Das versaut mir bestimmt mein ganzes Inventar Ah ist schon fast voll Dann noch die ganzen Seeds die ich finde Das ist auf einer Weise ja schön Aber auf einer anderen Weise Klingt das dann auch nicht Dass ich jetzt so viel Energiezeug und sowas habe Wo mein Inventar dann gleich schon voll ist Noch mehr Pulver Jetzt habe ich In allen Farben des Regenbogens Habe ich jetzt Pulver Was ist denn hier los Hallo Freunde Oh Gott Die haben mich schnell gekillt You have died Ja wie sieht es jetzt um mein Inventar aus Das nimmt man alles mit Okay das ist gut Was hat das denn dann überhaupt für einen Nebeneffekt Wenn man stirbt Hat das überhaupt einen Nebeneffekt Ich habe keine Energie verloren Ich habe keine Items verloren Ich habe Was habe ich überhaupt verloren Muss ich den Weg halt wieder darunter gehen Aber ansonsten Okay Wir müssen glaube ich mal eine andere Truhe machen Irgendwie ein bisschen anders sortieren Die ganzen Sachen Die ganzen Leichenteile kommen mal woanders hin Bowls können Naja die Bowls können wir eigentlich mit nach oben nehmen Die brauchen wir ja eh wahrscheinlich beim Essen Was brauchen wir denn um eine Truhe zu bauen Können wir hier unten überhaupt eine Truhe bauen Ein Chemie Rack Das ist aber nicht das was ich suche Ich suche eigentlich hier so ein Trunk So ein Ding Das werde ich doch auch hier irgendwo bauen müssen Können Ich meine ich könnte natürlich auch hier so ein Alchemy Rack bauen Sachen reintun Aber Hm Das werde ich doch nicht von hier oben bauen oder Hier kann ich ja einen Trunk bauen Kann ich ja nur hier vorne hin bauen Naja Ansonsten kommen die ganzen Leichenteile erstmal hier rein Sind sie überhaupt in meinem Kleiderschrank Gar nichts Da kann ich gar nichts dran machen So Slime kann hier rein Und da kommt alles nach draußen Und die Seeds kommen hier unten rein Wenn ich ein Backpack oder so machen könnte Wäre das super Ich weiß auch nicht wie ich wieder an neue Karottensamen dran komme Weil der Esel der kackt mir irgendwie nicht mehr vor die Tür Also weiß ich auch nicht wie ich dem Esel neue Karotten bringen soll Aber gut Ich wollte erstmal schlafen gehen um Energie wieder aufzufüllen Und dann Wäre glaube ich eine Rüstung jetzt echt nicht schlecht Aber dafür bräuchte ich eine Leiche der ich Haut entnehme I'm so refreshed Und dafür bräuchte ich Karotten Haha Ja gut Lassen wir das erstmal mit der Rüstung Wenn da nochmal so ein Insektenschwarm ist Muss ich halt extrem vorsichtig sein Weil Es gibt hier keine Invincibility Frames Was sehr merkwürdig für ein Spiel ist Aber naja Irgendwoher muss der Schwierigkeitsgrad ja kommen Hallo Dieb Ich habe immer noch nicht deine Sachen Weil die nicht in der ersten Ebene sind Wie du gesagt hast Aber gut Das ist mehr dein Problem als meins So viele Slimes Aber ich finde das gut Im Vergleich zu Study Valley jetzt Dass man nicht so von der Tageszeit abhängig ist oder so Das heißt man kann wirklich so lange erkunden wie man möchte Bis man eben keine Energie oder Leben hat Das heißt Äh Ja Man muss nur darauf achten dass man genug Essen und sowas mitnimmt Und kann dann einfach frei erkunden Wie man lustig ist Trotzdem weiß ich nicht wo hier Blut oder Bloody Nails Also ein Bucket of Blood oder Bloody Nails sein sollen Vielleicht kommt das noch Vielleicht aber auch nicht Wer weiß das schon Ich kann jetzt auch irgendwie die Regale nicht mehr öffnen Da unten ist die Zielflagge Ich sehe es ganz genau Wurde glaube ich ein wenig Textur vergessen Kommt mal alle zusammen Hm Schon echt komisch hier Oh Gott was ist das denn für einer Nimm dies Und jenes Und dies Und dieses Oh Bloody Nails Eine Axt ist kaputt Na super Muss ich sie halt wieder schärfen lassen Das ist schon wieder so einer Noch mehr Bloody Nails Warum kann ich den Slime hier nicht aufsammeln Okay der ist glaube ich verbuggt Oh Gott was geht denn hier ab Ich will mich auch nicht wirklich von dem hitten lassen Das sieht gefährlich aus mit seinen Klingen da Ich meine Warum ist die Axt jetzt eigentlich hier im Inventar Ich kann ja verstehen dass sie kaputt ist Aber du musst sie ja nicht ins Inventar legen Die ist jetzt irgendwie ein bisschen behindert Naja Plus dieses verbuggte Slime Was jetzt die ganze Zeit hinter mir her schwimmt Oder vor mir her Das ist auch wunderbar Ah der kam ja von hinten Bloody Nails Jetzt brauche ich nur noch ein Bucket of Blood Und wir können direkt mal hier so ein So ein Red Jelly essen Gnoms Direkt noch ein zweites Essen Dann haben wir wieder fast voller Energie Müssen aber hier glaube ich noch ein paar Monster töten Ich glaube ich nehme auch mal Einen Heiltrank Weil das wird mir hier ein bisschen gefährlich Weiß nämlich nicht wie viel Ja die machen nämlich ganz schön Viel Schaden Wirb Ja Trotzdem noch kein Bucket of Blood gefunden Ich meine wie gesagt den kann ich zur Not craften Aber muss ja auch nicht unbedingt Ich kann mal noch den letzten Heiltrank hier nehmen Dann kann ich auch das Life Powder mitnehmen Ich weiß doch noch nicht wofür ich das brauche Also bestimmt auch gut das zu untersuchen oder Es gibt doch bestimmt Es gibt alles Ah ne die hier geben blaue Partikel Das ist sehr schön Blaue Fähigkeitspunkte Die benötige ich Ja na da komme ich schnell dran Ich meine gut an blaue jetzt Auch wenn ich ein paar Grabsteine crafte Aber wir brauchen ja keine 20 Millionen Grabsteine Oh Gott was geht hier denn ab Hier sind zwei von denen Also diese Plenermäuse sind gefährlicher als alles andere Die hier unten machen zwar am meisten Schaden Aber die treffen nicht so gut Ja und die Insekten sind auch gerade kein Spaß Aber gut Wenn wir noch mehr Pulver Das wir nicht mitnehmen können Aber naja Sei es drum Ich hoffe ich habe jetzt keinen Raum übersehen Dann können wir zumindest in die nächste Ebene Und dann auch direkt wieder raus Oh was haben wir denn da unten Das weckt ja schon ein bisschen mein Interesse Oh das sind blaue Slimes Ne wir gehen aber erstmal lieber raus Der Elemental ist voll Und ja Meine Lebens und Energie leistet Sieht ja auch nicht mehr so gut aus Energie habe ich ja noch das Red Jelly Wir müssen es ja auch nicht unbedingt drauf ankommen lassen So das Red Jelly packen wir erstmal hier rein Das Slime kann auch hier rein Tja was fangen wir mit den blutigen Nägeln an Ich glaube die Oh was habe ich jetzt hier reingetan Irgendwas was nicht hier reingehörte Da Lentil Seeds Die blutigen Nägel können glaube ich auch erstmal noch unten Alles andere kann hier rein Wir können sogar direkt noch mehr Weed anpflanzen Zack dann kann das auch schon mal wachsen Und ich glaube wir können mal ein bisschen Sachen hier schmelzen Iron Ingots aus Aus den ganzen Battle Parts Die wir gefunden haben Ja das andere kommt unten ins Chemielabor Kriegen wir eigentlich wenn wir die blutigen Nägel erforschen Gar nichts Die kann man gar nicht erforschen Das sind einfach nur blutige Nägel Wer hätte es gedacht Die blutigen Nägel packe ich auch erstmal hier rein Und meine Axt muss geschläfen werden Das machen wir oben am Betstein Craft Können wir auch erstmal schlafen legen Ein bisschen Leben und Energie wieder regenerieren I'm so refreshed Was war letztes Mal nochmal unsere Aufgabe Ich weiß wir sollten den Friedhof und die Kathedrale da irgendwie hinbiegen Irgendwie was Blablub Wir haben irgendwie das Dungeon erkundet Irgendwie sowas war da Heute Macht wir das wohl weiter Wollen wir in die Kirche Genau Genau Ich drücke wieder Start Obwohl ich auf Technologies will Standard Wir hatten letztes Mal hier Power of Faith erkundet Und die Softness Soft Ja Softness of Faith Die Soft Bench Churches Äh Soft Church Benches All drum Und diese wollten wir jetzt bauen Oder ich will mal gucken was wir dafür brauchen Guten Tag hier Ich möchte Uh Ein Wooden Church Shrine Wäre auch gut Eine Professional Wir brauchen sehr viele Planks Sehr viele Metal Parts Ganz komisches Zeug Ähm Ich habe keine Ahnung was das für ein komischer Holzbalken ist Und Stoff irgendwie Ja Schauen wir mal mit einer Mode Church Shrine an Und Confessional Also wir machen ganz viele Planks Und ein paar von diesen Metal Parts Ein paar von Simple Metal Parts Und ein paar Von diesen Special Planks Die sind richtig Friedhelm Holzbalken Und schauen mal was Wir dann damit anrichten können Simple Iron Parts Wir brauchen einfach mal ein paar Wir werden wahrscheinlich sowieso nicht genug Energie haben Wir haben für alles Mischief Was ich so vorhabe Dann brauchen wir Complex Iron Parts Und dann haben wir fast auch schon keine Metal Bars mehr Und die kosten unglaublich viel Energie Wer werden gleich direkt wieder schlafen gehen müssen? Genau jetzt Gute Nacht Ein theoretisch könnte ich auch das rote Jelly essen Aber das wäre ja eine Verschwendung Das sollte man wirklich nur an Orten Ja Zu sich nehmen Wo man Nicht ins Bett Sofort gehen kann Ich habe es nicht vergessen Heute wäre der Astrologer da Aber das Soll uns nicht stören Wir haben nichts für ihn Am nächsten Tag Müssen wir allerdings eine Zeremonie abhalten So Jetzt werden noch ein paar Wooden Planks hergestellt Aber Das war besser an der anderen Workbench zu machen Aber erstmal brauchen wir ein paar Flitsches Oder auch nicht Weil wir erstmal wieder Energie tanken müssen Ist gerade sehr viel hin und her I'm so refreshed Hier können wir jetzt ein paar Planks herstellen Mit ein paar Meine ich 25 Der Vorteil ist Wir sammeln gerade richtig Richtig viele rote Punkte Die wir dann alle wieder ausgeben können Sobald wir auch blaue Punkte haben Jetzt werde ich noch einmal schlafen gehen Dann werde ich die großen Benches machen Benches Dann werde ich die großen Diese großen Holzbalken machen Weil wenn wir heute das Dings abhalten Dann wollen wir dass die Kirche Schon auf Vordermann gebracht ist Kriegen wir mehr Faith Und das bringt allen Leuten was So Nebel So wo konnte ich das Konnte ich das hier Ja dafür brauchte ich Holzstämme Das ist schlecht Muss ich ein paar Bäume fällen Auch mindestens drei Stück Unbedingt meine Zombie-Armee Die dann so eine Arbeit mir abnimmt Sehr unglaublich Unzumutbar hier Dass ich selber Bäume fällen muss Wie hat man denn die ganzen Laichen So Jetzt können wir die drei Großen Holzbalken machen Wir kriegen ja drei Na dann Dann machen wir nur zwei Das andere Was mich jetzt noch interessiert Wir haben ja ein neues Faith Was wir craften können Wo können wir das herstellen Geht nicht hier unten Ich meine es geht Hier oben irgendwo Ich kann hier auf jeden Fall Erstmal den Wooden Church Rein machen Dafür muss der andere Wahrscheinlich weg Aber ein Confessional Ding können wir auch machen Das kann hier unten hin Dafür ist hier perfekt Platz Und Wir müssen Das hier oben Removen Was nicht geht Warum geht das nicht Dann machen wir das hier erstmal auf Dann schauen wir mal Wird rein theoretisch auch hier unten hinpassen Jetzt kann man immerhin auch seitlich drehen Ein Wunder Andere Frage ist aber Warum passt das hier oben hin Naja dann stellen wir es halt hier unten hin In Abwechslung Zack Jetzt haben wir die Church Quality auch auf 21 Das andere Problem ist Hm Wir könnten rein theoretisch hier noch was mitmachen Dann muss ich aber schnell nochmal nach Hause Ein paar Steinsachen craften Dann haben wir den Friedhof auch auf Vordermann Und können direkt die Quests abgeben Dann die Zeremonie abhalten Und dann Sliden wir ins nächste Level Of Church Und Graveyard Quality Was auch immer uns das bringt Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr Wofür wir das machen Ich weiß wir haben die Aufgabe Aber ich weiß nicht Was uns diese Aufgabe bringt Nein Ich habe Angst jetzt schlafen zu gehen Deswegen werde ich jetzt ein Jelly essen So viel dazu Man isst die nur Wenn das Bett nicht in der Nähe ist Ja ich habe gerade noch einen anderen Nutzen gefunden Nämlich wenn die Zeit zu knapp wird Aber ich glaube das hatte ich auch schon mal gesagt irgendwann Ich kann also sogar selber dran trainen An den Sachen Hm So Grabstein Der Grabstein reicht ja eigentlich sogar schon Wir machen trotzdem mal noch den Fenst drumherum Weil wir es können Irgendwie Stroh draufgewachsen Keine Ahnung Sieht merkwürdig aus Der Graveyard ist fertig I hope the Graveyard I hope the Graveyard is meeting your high standards Of your holiness Yes I'm no longer even disgusted to be here Now just maintain it at this level to upgrade the church Hier bitteschön The church is shining bright your holiness It's nothing compared to the town cathedral But for a church It isn't half bad Just a couple steps left And then we can upgrade this church Ja gut Jetzt muss ich noch das Ding machen Ich habe keine Ahnung wie ich dieses andere Faith bekomme Ja anscheinend nicht Hm Ja gut keine Ahnung Nehmen wir erstmal das Schedule Prayer Weil ich gerade nicht weiß Wo das andere geht Und der Tag schreitet langsam voran Ach nee Leute kommt alle ran I'd like to say a few words Ich ging immer mehr Leute hier rein Our church is great Nice Nice And now let us pray for this blessing Magic Okay Your donations are welcome Raid Ceremon Boah wir haben jetzt viele Leute da Wenn da nicht mal mehr Geld im Kasten liegt Ich denke sogar 6 Faith Kommt immer noch Geld rein Obwohl gar keine Leute mehr da sind Sehr schön 690 Naja okay Hier kann ich auch prayen There is no one to make a confession Tja schade Tja dann können wir jetzt irgendwas untersuchen Was blaue Punkte gibt Unter anderem ja dieses komische Zeug hier Das Burowa Das hier zum Beispiel Daddy Chaos Powder Gibt allerdings nicht so viel Haben wir noch irgendwas Hier Skin Skin ist super Können wir untersuchen Skin gibt richtig viele blaue Punkte Fleisch Fleisch können wir auch untersuchen Auch einiges an blauer Punkte Life Powder Study Life Powder Und jetzt haben wir keine Energie mehr Naja gut Packen wir erstmal alles rein Was wir jetzt gerade so Da rausgenommen haben Und gehen zurück schlafen Die Stories können wir noch hier reinpacken Wir haben jetzt sogar eine goldene Story Ich weiß immer noch nicht was die bringen Aber wir sammeln sie einfach erstmal Ganz ein anderes Zeug Das Zeug packe ich noch hier rein Zack 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 Alles da rein Und ab geht's Ins Bett I'm so refreshed Ja Die andere Sache ist Ich brauche auch immer noch Ich brauche auch noch ein Bucket of Blood Den ich ja rein theoretisch craften könnte Aber das will ich ja nicht Ich brauche Karotten Seeds Damit der Esel mal wieder mit mehr Leichen kommt Und ich habe vergessen Was ich da unten brauchte Um die Leichen überhaupt wieder zu beleben Aber Ja Wir können ja nochmal in gucken In den Technologies Die Kirche Genau die Kirche Die Kirche Die Kirche haben wir jetzt geupgradet Jetzt können wir ja auch mal gucken Was wir sonst noch machen können Anatomie 2 Weiß ich jetzt nicht was das so bringt Wir brauchen noch sehr viele grüne Punkte Für manche Sachen Zombie Logistics Hm Sollten wir einfach mal lernen Kostet ja nur rote und grüne Punkte Was haben wir denn sonst noch so Paper Da scheißen wir mal drauf Ist schön dass wir so viel Zombie Sachen machen können Problem ist nur Wir haben keine Zombies Inborn Blacksmith You like to work with red hot iron Hammering relaxes you And when the work is done You always manage to find time To make extra nails Klingt nicht schlecht Ist aber gerade nicht wirklich zielführend Ist nur ein netter Bonus Woodcutter wäre was Vor allem weil wir dann das auch auf Zombies anlegen können Keramic firing Jede Ahnung Ist 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 gerade alles nicht so leicht Ich gehe einfach Ich mache einfach das einzige Was mir jetzt gerade einfällt Wenn ich ratlos bin Ich meuchle ein paar Unschuldige Kreaturen Im Dungeon Hier wäre sowieso irgendwas Was mich interessiert hat Da unten rechts Dieses Ding da nämlich Wobei das unschuldige Kreaturen Nehme ich mal Wieder zurück Weil wir haben hier Fledermäuse Die nicht so ganz unschuldig sind Ich hätte vielleicht auch ein bisschen Was zu essen mitnehmen sollen Naja egal Und diese anderen Viecher Sehen halt auch nicht gerade Sehr unschuldig aus Was ist das hier? Silber Silber Das war auch nur ein Vorkommen Was will ich denn mit Silber? Die Fledermäuse riechen mich durch die Wand durch Also ich kriege hier sehr viele Seeds im Dungeon Leider keine Carrot Seeds Die einzigen die ich wirklich bräuchte Das hier sind irgendwie die einzigen Dinger die ich aufmachen kann In diesen Art von Räumen Aber hier ist auch nie was drin Deswegen weiß ich nicht Ich kann die anderen Chefs Alle gar nicht aufmachen Die die ich aufmache Da ist nix drin Ich weiß gar nicht wer das soll Wofür sind die überhaupt da? Oh Gott Chaos Chaos und Verderben Das ist eine riesige Truhe Warum steht hier so unbewacht? Das macht mir Angst Bucket of Blood Ja dankeschön dafür Den habe ich doch besucht Oh Gott Please just don't Du komm mal mit Dann kann ich dich einzeln hier killen Keine zwei Fledermäuse Bitte einzeln Schwierig wenn man One-Hit ist Holy shit ey Die kickt den Slime einfach weg Das ist Double Tech Team Meine Güte Lass die anderen Slimes jetzt einfach in Ruhe Das ist mir alles zu gefährlich Ich habe auch nicht mehr so viel Energie Schnell wieder zurück nach Hause Ich vermisse mein Bett Ich habe in den letzten Tagen so viel geschlafen Und jetzt vermisse ich es trotzdem I'm so refreshed Ja ich sag ja es wird Zeit für eine Rüstung Aber dafür brauche ich leider ein paar Ja Karotten Weil Karotten Bringt den Esel Der Esel bringt Leichen Und von den Leichen Kriege ich Haut Aus der ich Rüstung machen kann Ja das Speed sieht fertig aus Zack 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 Alles abgemacht Die Seeds hier rein Und können wir glaube ich direkt wieder neue Speed anpflanzen Ich weiß immer noch nicht was wir mit diesem Crop Race anfangen können Aber ja müssen wir noch herausfinden Ja der Dieb wird auch wieder am nächsten Tag auftauchen Und können wir ihm direkt seine Sachen geben Mal gucken was der dann noch so von uns will Der will ja immer irgendwas Bevor uns Wir müssen den 20 Millionen gefallen Tun bevor er uns überhaupt erstmal einen tut Das ist wunderschön Silber Was fangen wir mit Silber an Ja so schmeißen wir natürlich in die Furnace Aber ich weiß nicht was wir daraus craften sollen Wahrscheinlich für irgendwelche Upgrades In denen Silber offensichtlich besser ist als Eisen Wir wählen erstmal ein bisschen Holz Haben ja nicht mehr so viel Wir nutzen den All Herr bekannt drückt Zwei Sachen gleichzeitig zu tragen Dann geht das alles auch viel schneller Zack Ja reicht erstmal Räufig brauchen wir Holz auch nicht Und wir haben ja auch noch ein paar Blitzes und Planks Und so über Vor allen Dingen Sticks Sticks haben wir 20 Millionen Hier ist das Eisenerz eigentlich gerespawnt Kann man alle paar Tage mal nachgucken Irgendwie nicht danach raus Ich weiß nicht ob ich hier nicht alles mitgenommen habe Oder ob das Weiß ich nicht Ob es wirklich gerespawnt ist Keine Ahnung Wir müssen mal noch ein bisschen Zeit abwarten Gucken was so passiert Ja was steht sonst noch so an Wir müssen angeln gehen Wir müssen dem Angler Motten bringen Um eine Angel zu bekommen Um dann Fische zu fangen Um daraus Fisch zu machen Um die dann dem komischen Priester dazu bringen Und keine Ahnung Alles durcheinander hier Eins führt zum anderen Führt zum nächsten Etc pp Wir gehen erstmal schlafen In der Hoffnung Dass dann schon der nächste Tag ist Können wir schon mal mit dem Dieb weitermachen Ne Das wird nicht der nächste Tag I'm so refreshed Anyway Ich würde gerne herausfinden Wo ich Faith Faith Crafte Wo tue ich das? Das steht doch bestimmt hierbei Wo wird das gecraftet? Great prayer for repentance Aber wo? Crafted at desk Oder desk 2? Wo zur Hölle ist desk Oder desk 2? Ist das hier oben ein desk? Nein Wo ist das ein desk? Oh da ist der Dieb Snake ich hab was für dich I'm busy Ja Und ich hab was für dich Guck mal das hier ist doch ein desk Kann ich hier was dran craften? Nein natürlich nicht Kann ich hier an der Streckbahn Was craften? Nein auch nicht Hm Ja Dann weiß ich's auch nicht Hier bitteschön Hier filmt Bucket of Blood Oho Pagan Blood That'll work I don't like you But your help Will be taken into account Hier so deine Nails These Nails Can break the seal As soon as everything's ready All of you Will behold his power Oh Golden Story Ha 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 I've been waiting For this moment For so long And now Everything is ready You will be the first To witness his summoning Actually I have a lot of stuff to do I'd better Stay Or you shall be punished Okay fine Auro Chicken Aperino Ich wusste mit diesen Chicken Stimmt was nicht Is this what's supposed to happen No Something went wrong Ich sag mit diesen Chicken Stimmt irgendwas nicht It seems like A lot of things Are going wrong Silence I need to add A note To my Endless notebook Kill the scroll Vendor The miserable Bastard He told me He made an exact Copy of the page I needed From the book Seems like I need to Get the original book Do you know Anybody from the university I know one guy He's an astrologer I think he used to Work there What a happy coincidence It seems you're My good luck charm I should cut off Your hand And start carrying it Around I'm kidding Get astrologer To bring you The necronomicon From the new university library Ich glaube nicht Dass man ein Buch Einfach in der university Ausleihen kann Aber okay Soll er sein Glück versuchen And I'll owe you big Warum ist seine Happiness jetzt wieder Auf 10 runtergegangen Die war vorher Auf 30 Okay die ist Auf 30 Hä I don't understand Ich bring ihm Erstmal die Münzen Da die der Die Miss Charm Im zeigen wollte Wo hab ich die überhaupt Hingetan Ich glaub hier vorne In die Kiste Oder Hobe ich doch mal Hier tu ich Ein Klimaloquist Items rein Ja hier sind sie doch Miss Charm Send you this She tell you It was a joke She used to be So sweet And naive So are you Her new lover Or what Yes we are in love Haha That's a good one She's not interested In love Okay Talk business I was told That you could get Some illegal stuff For me If you heard That I could do Something Then I probably Can but One good turn Deserves another I need a royal stamp Ja I'm looking for Restoration tools I've got a job For you I need you To find me Some restoration tools A job How cute Who do you think You are To hire me I've got silver I'll pay you Well I've got no use For money right now If you help me Achieving my life Skull Then maybe I'll think About helping you Grid pro quo As the villagers Used to say Ah da brauche ich noch Das Necronomicon Dann dann Funktioniert das Und da muss ich Erstmal wieder Auf den Astrologer Warten Ich warte hier nur Ich bin nur Am warten Auf andere Leute No 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 Miss Grafjahrt Geper For the church Ich mache nur Dick 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 Und buddl Palach Und rein Und nix hier Für Leute rennen Um den Necronomicon Zu besorgen Aber gut Anders kommen wir Hier anscheinlich weg Blueprint Wooden Prayer Station Blueprint Lord Können erstmal Ein Krematorium Bauen Das war doch Hier unten Irgendwo Was brauchen wir Denn dafür Also Ich würde erstmal Ein paar Wände Bauen Und keine Ahnung Aber Eine Kiste Und einen Scheiterhaufen Tun es natürlich auch Ach ne Fällen wir wieder Ein paar Bäume Ich meine Wir haben zwar Noch ein paar Aber So Wir wollen Diese Dinger Hier haben Zehn Stück Bitte einmal Einen Scheiterhaufen Einfach hier hin Darf ich vorstellen Ein Krematorium Es ist wunderschön Bild ist nicht in Frage Okay Und du Was haben wir denn noch So für Quests Viel zu viele Irgendwie müssen wir Motten fangen Aber ich weiß nicht wie Können auch die Aufgaben Für den Esel machen Vielleicht kommt der dann Auch schneller wieder Oder bringt uns Ein paar Karotten Seeds Oder so Create and send The Cookbook Via the Contraband Box Was für ein Cookbook Was labert der Ja Die Äpfel können wir Ja da reinpacken Ich weiß aber nicht Wo ich das Cookbook Herbekomme Naja Gehen wir erstmal In die Stadt Vielleicht finden wir Irgendwem der uns Ein paar Karotten Seeds Verkaufen kann Oder so Braucht ich nicht Zehn Faith Um eine Leiche Wiederzubeleben War das das Oh Dann brauche ich vielleicht Nur noch eine Woche warten Und kann dann schon Meine erste Leiche Wiederbeleben Wo laufe ich überhaupt hin Was ist mit dir hier Hast du schon Irgendwas gefunden Nee Der steht hier jetzt einfach rum Gunter legt er auch Auf dem Boden rum Ist auch total unnutz Ach nee Gunter war der andere Das war Olaf Ach nee Ich weiß auch nicht Er hat so viele Tod Hier rumliegen Und dann Dennoch sind es nicht genug Ich weiß auch nicht Nee Geht auch nach Hause Wo geht der überhaupt hin Der geht doch bestimmt Hier die Leiter hoch Da würde ich nicht reinkommen Ja Tust du das Nein Nein Er geht tatsächlich hier unten lang Interessant Und dann ist er weg Guck mal Hier ist doch im Garten Kann ich aber auch nichts klauen Irgendwer zieht für mich Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät Alle gehen schon nach Hause Alle gehen schon Ben Ey Ich habe eine Stampe Brauche ich das nicht auch Zum Craften oder so Ich meine Hm Würde ich die Stampe jetzt auch Hier reinpacken Ich meine Das muss ja irgendwie Gestempelt werden Gehe ich mal stark von aus Oder Ich habe viel zu viele Sticks Wir probieren das jetzt Einfach mal aus Wir warten ja gerade eh Auf verschiedene Sachen Fleisch Insert Stamp Okay Wir brauchen Papier Okay Wir brauchen Papier Papier können wir craften Das ist gar kein Problem Aber wir haben Papier Jetzt verpacken wir das Menschenfleisch schön In ein paar Päckchen Wir machen erstmal zwei Packen wir das Fleisch hier rein Das Papier auch Und legen uns jetzt schlafen So refreshed Haben wir nicht auch noch ein paar Burial Certificates Ich glaube die habe ich auch Hier unten rein gepackt Oder Ja Können wir direkt auch mitnehmen Die kann er dann auch direkt kaufen Äh Ja ich muss sowieso Hier unten lang Also viel gibt es für mich Aber nicht für das Fleisch Äh Ne I guess Take it Was mit diesem Teleportierstein hier Den kaufen wir einfach mal Weil ich wissen will Was der bringt Wer noch irgendwelche Aufgaben Ach ja Eine Flasche mit Wein Keine Ahnung wo ich die herbekommen soll Ich brauche Karottenseeds Hat hier irgendwer Seeds zu verkaufen Hallo Ist jemand zu Hause Ich sehe sie haben einen großen Garten Oder hier Er verkauft Honig So ist auch Kürbisse Käse Wie sieht es denn hier aus Hier sind doch Karotten Aber hier ist kein Händler Das ist eine Tragödie Jetzt ist alles voller Salat Oh hier sind auch ganz viele Karotten Kann ich die nicht einfach mitnehmen Keiner der hat irgendwie Karotten oder sowas verkauft Hier ist der Steinmetz Und er verkauft auch keine Seeds Der Holztyp Was mit ihm hier You're welcome fella Was zur Hölle ist das Pete Und er verkauft Crop Waste Warum sollte ich Crop Waste kaufen Warum sollte ich Pete kaufen Die Leute sind alle erstaunlich unhilfreich Die Hühner ey Mit denen hat irgendwas auf sich Aber stimmt kein Zubel Dass da ein Huhn beschworen worden ist That's a wonderful smell Was schmeißt so gut Das ist großartig, nicht wahr? Das ist mein Kebab Das ist eine ganze Familie Rezepte Bring mir ein paar gute Fischfilets Und ich zeige dir Toll noch mehr Fisch Aber die ersten Fischfilets Gehen sowieso an jemand anderen Bring mir nix Wenn ich ein Kebab da herstellen kann Auch wenn wir auf dem Döner auf sind Wenn ich nicht progressen kann Rezepte sind sinnlos Alles ist sinnlos hier Was ist mit dir? Du hast nur Hempseeds, oder? Ding dong Ding dong Ding dong Dicker Hemp Am I Du hast nur die komischen Hempseeds Kriegen wir auch nix Ich will nix mit deinen Drogen anfangen Wir brauchen mehr Äpfel Ich verstehe auch nicht Warum man nur an Wir haben gerade den Apfelbaum gefällt Äh Warum man nur an bestimmten Bäumen Äpfel ernten kann Hoffnung mal Dass wir die Holzstämme durch Oh, das ist Ja, mit dir muss ich gleich sprechen Hoffen wir mal Dass wir die Holzstämme Durch die Luke bekommen können Ansonsten wird das Ein sehr langer Nachhauseweg Okay, sehr schön Die andere noch Müssen wir irgendwas Das Holz machen Hm Wir brauchen nur noch Ein paar Wood Billets Außerdem machen wir Sowieso Feuerholz Und das brauchen wir Demnächst ja auch Zack Lacks da rein Ich hab keinen Platz mehr Ah Kann ich die Werkzeuge Verkaufen? Die bräuchte ich ja nicht mehr Kann die Äpfel schon mal hier rein tun Ich hab nur keine Ahnung Wie ich dieses Cookbook fertig stelle Bräuchte ich das hier In der Kochstation Das wird ja Sinn ergeben Nein Warum mach ich Nägel hier? Vielleicht kann die hier waschen Okay Oh, man kann die Burger Auch unterschiedlich fertig machen Sodass die von der Qualität her Besser werden Ah Das müssen wir mit den Fischen machen Sobald wir das haben Aber egal Erstmal zum Astrologer Und fragen Wie es mit dem Necronomicon aussieht Ich glaube nicht Dass sie uns helfen kann Weil das ein Buch voller dunkler Magie ist Das wird wahrscheinlich Eher verschlossen In der Universität gehalten Und das kann nicht jeder X-beliebige Typ Einfach sich ausleihen Aber wir fragen Zumindest mal nach Guten Tag Astrologer Ich brauche Was? Hab mir gerade eine Leiche bekommen Das klang danach Aber warte mal Wir brauchen Also wir brauchen Asset und Restoration Tools Um nach dem Necronomicon zu fragen Aber wir brauchen das Necronomicon Um nach den Restoration Tools zu fragen Irgendwas ergibt da keinen Sinn So ein Kochbuch zufällig dabei Oh, das gibt Punkte Oh, das gibt Aha Aber wir haben gerade nicht genug Silber Um die Sachen dafür zu verschwenden Das ist der Esel Hat der tatsächlich eine Leiche gebracht Weil ich ihm Äpfel gebracht habe Das wäre ja schön Besser wäre es gewesen Wenn er sie morgen gebracht hätte Lasst doch den Holzstamm Sich einfach hier liegen Nehmen wir noch mit raus Deswegen trage ich den doch So durch die Gegend Meine Güte Ja, stellen wir noch ein paar Rotpillits her Von denen haben wir nicht so viele Die restlichen Apfel können hier rein Wir haben hier auch noch 8 Karotten Dann nehmen wir die mal mit Ich brauche 10 Das ist das Problem Ist aber auch keine Leiche angekommen Hat er jetzt nur seine Äpfel abgeholt Was ein Penner Kann er auch eine Leiche mitbringen Wenn er sowieso schon den ganzen Weg hier hinkommt Woher kriege ich Karotten-Seed So viele Fragen So wenig Antworten Ich gehe erstmal schlafen So, jetzt ist es ja halbwegs Nacht I'm so refreshed Mitten in der Nacht Jetzt können wir mal gucken Ob wir ein paar Motten finden Irgendwo Die ich noch nie gesehen habe Aber hier am Licht Müssten doch eigentlich Motten sein Und das sieht eigentlich aus Naja, es sind eigentlich Glühbümmchen Aber die kann ich sowieso nicht fangen Also Ich verstehe nicht so ganz Wo ich Motten herkriegen soll Nehmen wir ein bisschen Eisen mit Falls Ja, während wir schon mal hier sind Es ist ein Scheißwetter Und Motten sehe ich auch nirgendwo Na gut Fahren wir ein bisschen Kohle Ach nee Jetzt können wir erstmal ein bisschen Die Öfen wieder anheizen Ich bin gerade am verzweifeln Ich stehe vor zu vielen Sackgassen Können im Camp hier mal gucken Ob hier irgendwas abgeht Ne, die sind immer noch nicht bei 3 Wobei kann ich schon irgendwas mit 2,8 anfangen Ich bin ein zusätzliches Tent bauen Aber die wollen ja eigentlich erstmal ein Waterwell Und ne, dafür brauche ich tatsächlich 3 Kleine und Simple Iron Pass Aber es dauert nicht mehr lange Ich weiß so nicht, was ich tun soll Ich muss anscheinend einfach wirklich warten Und wenn es auch ein bisschen sehr merkwürdig ist Befeuert die Öfen Wir gucken mal Der hier hat 650 Der hier hat 660 Und der hat 500 Das heißt, der bekommt auf jeden Fall Auch schon mal eine zusätzliche Ladung Und jetzt wird es unter allen 3 gerecht aufgeteilt Was nicht ganz geht Aber egal Was macht eigentlich jetzt dieser Teleporter-Stein? Equip? Use? Oh Oh Aber den kann ich bestimmt nur einmal verwenden Sonst wäre der nicht so billig gewesen Den spare ich mir dann lieber mal auf Für irgendwann, wenn ich ihn wirklich brauche Oh, hier ist wer drin Weg ne Story und n Dings Ja gut Warten wir ein Casual Prayer Weil wir immer noch nichts anderes machen können I'd like to say a few words Our church Is great Gibt mir eine Bräse Wieder 96 Das Face kann hier rein Könnte ich rein theoretisch eine Leiche wiederbleben Ich doch nur eine hätte Ach ne Na ja gut Gehen wir schlafen und belassen wir es erstmal dabei I'm so refreshed Wir haben den Tag der Ceremonie Aber ich glaube wir haben die schon abgehalten Da ist es fast dunkel Keine Ahnung Gucken wir mal schnell nach Ja Wir haben sie schon abgehalten Sehr gut Unser Plan war es Jemand wiederzubeleben Wir haben jetzt genug Faith Um die Toten zu erweckern Und unseren Unsere Position als Nekromanten zu festigen Und sie zu pasklaven Und sie zur Arbeit zu schicken Also mit anderen Worten Wir sind zu voll Um Bäume zu fällen und Steinen zu hacken Deswegen holen wir uns ein paar Tote ran Die das für uns machen sollen Das Problem ist Wir haben keine Leichen Müssten wir ihn auspudeln Ich hab grad keinen Bock drauf Ich muss irgendwie in Karotten-Siez kommen Ich könnte auch ihn auspudeln Warte mal Kann ich von dem hier Wenn der noch da ist Nicht so ein Certificat holen? Ne der verkauft das nicht Der Briefkasten hier verkauft das oder? Ja Kaufen wir doch einfach mal eine Und dann Schnappen wir uns irgendwen Der unsere Gravesite hier sowieso Ein bisschen verschandelt Sowas wie er hier vielleicht Und buddeln ihn einfach mal aus Ich weiß noch nicht Ob das so gut ist Wenn wir jemanden mit Drei roten Köpfen Als Sklaven anheuern Aber egal To exhum a body You need to remove Ja okay Dann removen wir das hier halt Remove Exhum Der Körper er verrottet Können wir das auch wieder zumachen? Irgendwie? Nein Aber halt nicht Egal Nehmen wir die Leiche erstmal mit Das hier brauchen wir auch Das Faith Und diesen Zombie Juice Zack Da drauf Resurrect Vielleicht soll ich noch erstmal gucken Was ihm überhaupt fehlt Er hat einen Sinchart Extract Ja Hat jetzt nichts dran geändert Aber wir haben einen Sinchart Na gut Ihm fehlt ziemlich viel Und an den Surgeons Mistakes Kann ich auch nichts ändern Wir beleben ihn einfach mal wieder Hey Neckum Der Sieht nicht gerade lebendig aus Ähm Jetzt haben wir zwei von dieser Sorte hier rumliegen Aber was machen wir damit? Wir nehmen ihn mal mit zu Äh Gunter Vielleicht kann der uns irgendwie was beantworten Darüber Gunter Ich habe ein paar Fragen Ja ich Habe Ihn wiederbelebt Aber irgendwie nicht Der ist nicht gerade sehr lebendig Der Typ Also das hätte ich auch ohne Faith und Zombie Juice machen können Da hätte ich einfach nur einen Aus dem Beutel rausholen müssen Aber okay Work Efficiency 2% Müssen wir ihm irgendwas noch geben? Warte mal Was ist denn Was ist denn mit ihm hier? Guck mal Ihm geht es doch viel besser Wer hat noch alles Aber ich verstehe nicht so ganz Wir können mal das Blut entfernen Das ist ja positiv Und wir können auch das Fett entfernen Das ist ja auch positiv Wenn wir keine Fehler machen jedenfalls Aber alles andere ist doch eigentlich ganz gut Also warum lebt er nicht? Und der andere hier auch Was machen wir denn jetzt mit denen? Hier arbeite Los Mach dich ans Werk Hier arbeite Los Mach was Okay Geh mal damit ins Dorf Ich guck mal was passiert Hallo Freunde Ich bringe euch Geschenke Ehrlich keine Art was dazu zu sagen Hier Nimm dies It's you again I have some questions No more questions Okay Tell me about Snake Snakes Said it was a joke Help him to give back my body Real money this time And if you can't find my mother's necklace Then the deal is off What necklace is that? It was the only thing left of my mom She told me to keep it She told me that this necklace will make me happy and feel love And I sold it to pay for a chance to sing before the king Now I'd gladly buy it back But I can't find it Snake Everybody knows he can't find anything in town So I paid him And he took my money And now I have no money and no necklace either You're a strong intelligent man I'm sure you can find a way to help a poop woman Strong intelligent man Der gerade einen Zombie durch die Gegend trägt Da ist keiner was zu sagen? Dass ich einfach hier mit so einer Leiche durch die Gegend laufe? Viel weiterhelfen tut mir das jetzt aber auch nicht Irgendetwas fehlt mir noch Ich weiß nur nicht, was es ist Kann ich hier noch irgendwas craften? Kann ich irgendwas... Erlernen? Ich hab ja schon Zombie Logistics Blueprint Portage Station Wie sieht's hier mit Zombie Wood Cutting oder so aus? Oder Stone Cutting? Zombie Mining, hab ich auch schon freigeschaltet Blueprint Zombie or Mine, Left Ja Aber wie mache ich das? Kann ich hier noch irgendwas bauen Neues? Oder kann ich hier irgendwie sagen Zombies bringt hier was hinten? Oder irgendwie so was? Ich meine, was ich mir gut vorstellen kann Ist die halt nur Nachtarbeiten Was irgendwie Sinn ergeben würde Aber... Wie gebe ich denen Befehle? Hier beim Zombie Dings Steht Blueprint Portage Station Ja gut, aber wo wird... Da stehen halt auch keine weiteren Informationen Das ist halt so Hier steht Create Lie Injection 10 Millionen Infos Äh... Crafted at Blah Und hier steht einfach nur so Blueprint... Ja, Resurrection Table Blueprint Portage Station Ja, klar Aber was, wie, wo und warum? Unterhilft mir auch nicht sehr viel Ich bin ein wenig überfragt Ehrlich gesagt, gerade Keine Ahnung Kannst du mir helfen? Ne, du hast doch immer noch nichts zu reden Der Typ ist auch komisch Der bezahlt auch keine Miete Pellet Ja, Pellet ist doch bestimmt nur um Ne... Leiche da drauf zu legen Das wird mir auch nicht helfen Und du hast so irgendwie... Ne Hätte jetzt auf jeden Fall mehr Work Efficiency Aber ich habe halt auch keine Ahnung Was ich mit den Typen hier mache Dazu irgendwie aufstehen oder so Oder... Ich verstehe es nicht Keine Ahnung Was kann ich noch machen? Ich kann irgendwie versuchen Wein herzustellen Oder irgendwie an Wein zu kommen Aber ich weiß nicht wie Ich kann versuchen Motten zu fangen Und da habe ich auch keine Ahnung Wie und wo und warum überhaupt Ich habe keine Ahnung Ach, es ist doch alles sehr merkwürdig hier Kann ich hier mittlerweile irgendwas machen In diesem einem Camp? Was geht hier oben überhaupt ab? Broken Appiary Ja gut Könnte ich vielleicht repairen Steht aber nicht, was ich dafür brauche Die Refugee Happiness ist immer noch nicht bei 3 Und ich habe auch keine Ahnung Wie ich die auf 3 bekomme I have nothing to say to you, Keeper Ja, so wie irgendwie kein anderer auch Kann euch aber auch nicht helfen Wenn ihr nicht happy seid Warum auch immer A new refugee Oder ein neues Tent machen Aber eine Waterwell Nein, dafür müssen sie erstmal richtig glücklich sein Wollt ihr ein bisschen Blut? Ah, minus 8% Aber warum? Ich verstehe es nicht Ich weiß nicht, was sie von mir wollen Ah, jetzt ist es auf 2,94 gestiegen Ja, aber was wollt ihr denn? Ich brauche zwölf Steine Und zwei von diesen Metal-Parts Soll ich noch ein Zelt bauen? Hilft das vielleicht? Ich weiß aber nicht, wie ich an Stoff komme Hilft es, wenn ich ein paar Blümchen entferne? Oder Pilze Kann ich nicht mal Ich weiß echt nicht, was ihr von mir wollt Ich bin gerade at a loss Ich habe jetzt wiederbelebt Aber auch nicht Weil er trotzdem tot ist Ist doch alles Bullshit Ich hätte ja verstanden, wenn dem Zombie irgendwie das Gehirn gefehlt hat Oder so, dass er noch nicht aufsteht Aber keine Ahnung Ist eigentlich alles da Ihm geht es halt nur auf andere Weise nicht so gut Und seine Work Efficiency ist absolut im Keller Aber ja, er steht gar nicht erst auf Stone Garden Dafür brauche ich Steine und irgendwie sowas anderes komisches Und das andere komische haben wir auch Machen wir doch einfach mal einen Steingarten Was auch immer es bringt Aber wir können es machen Meditate Das ist genau das gleiche wie Schlafen irgendwie Nur, dass Schlafen effizienter ist Toll Was soll das bringen Ich habe jetzt hier auch einen Sinchart Von dem ich nicht weiß, was ich damit anzufangen habe Äh, ne Packen wir erstmal alles, was wir nicht so brauchen hier rein Wollen auch noch gucken, ob ich die alten Tools verkaufen kann Damit ich ein bisschen mehr Platz habe Aber ja, das bringt uns alles nicht wirklich weiter Ich bin gerade ein bisschen überfordert irgendwie Vielleicht sollten wir mal gucken, was wir Quests noch machen können Wir könnten gucken, ob wir irgendwie an die 10 Flyers kommen Ja, wir können mit Snake reden Sobald der das nächste Mal da ist Wir können Fische fangen Wir können halt die Ja, wir können halt die Angel kaufen Wir brauchen ja nicht unbedingt die Motten fangen Würden wir sie zwar umsonst bekommen Aber es bringt ja nichts Wenn Oh, Bildetent ist auch eine Aufgabe Ich weiß nicht, wie ich Stoff herstelle Aber das ist eventuell bei den Technologien dabei Vielleicht Weil die Frage, wo könnte Stoff bei sein? Keine Ahnung, wo Stoff bei ist Könnte aber auch so ein extra Ding sein Was man noch erlernen kann Ja, am nächsten Tag kommt erstmal wieder Snake Den können wir befragen Und ansonsten Keine Ahnung, ehrlich gesagt Gehen wir erstmal schlafen Damit wir volle Energie haben Und die Zeit auch ein bisschen schneller umgeht I'm so refreshed Snake kommt ja, glaube ich, sowieso ein bisschen früher immer Also er kommt ja mitten in der Nacht Und ich gucke mal eben, ob ich meine Tools verkaufen kann Hier irgendwo Verkaufst du Oder kaufst du meine Tools? Nein, tust du nicht Aha, aber du verkaufst jetzt Wein Das ist sehr schön Dann kaufen wir doch davon einfach mal einen Den können wir dann auch direkt Gary bringen Der will sich ja besaufen Wobei, wollte Gary weinen? Ja, Gary wollte weinen Aber der komische Schriftstellertyp da wollte er auch weinen Vielleicht sogar noch einen zweiten kaufen Mal gucken Aber Gary ist mir gerade wichtiger Der ist ein bisschen hilfreicher, was Wayne Story angeht, denke ich Als dieser komische Schriftstellertyp da Ist Snake schon da? Snake ist schon da About the necklace I was hoot, that you could get some illegal stuff for me I've spent the money Bought some instructions for the key So unless you know how to turn dust into gold Then just find that necklace for her Or can't you handle it? I'm Snake I can find everything and everyone in the town And I know where this necklace is I just can't You know, it's really none of your business I need to gain his trust Maybe then he'll tell me more I'm still wondering about that necklace You have a very good reputation in your business I wonder what could have gone wrong with Miss Charmed's necklace It's complicated And the best there is at my job I can't find anything Of course, that's a bit of a shady talent So all these arrogant sounds people treat me like garbage But still they bring me their coins When they've got some trouble for me to sort out Now that necklace has my reputation on the line Tell me you know where the necklace is So what's the hold up? It's not in town It was purchased on the orders From the old Lord Commander From the mountain fort The necklace has some kind of sentimental meaning for him That's all I've been able to get so far Tell me about the Lord Commander Once upon a time He was a great warrior He's the king's uncle But of course it's easy to be great When you're born in a palace And have a father who loves you If I were in his place I'd definitely be king But he just became protector of North Pass And now there isn't even anything to protect What about the mountain fort? The fort is north of the village It's huge But nowadays it's falling apart The pass collapsed When I was a child It was the day after the great blast It was the worst But he just became protector of the North Pass And now there isn't even anything to protect I could try to help Maybe I could help you get it back I don't know how though But we could brainstorm Brainstorm? Is that some kind of spell? That could be quite useful No We can just think about the problem together and Actually you might be help We can try to get the necklace With the help of the Lord's servant The hunchback Kukul Why can't you ask him yourself? We had some kind of misunderstanding a while back I sold him some moment That might cure his hump And somehow he missed world might So now it's up to you To be honest I'm betting you fail Either way It's win-win for me Okay Now I can't ask you about the restoration tools I need to ask a favor in return Sure Here's those restoration tools you were asking about Wait You already had them? Yep Had them when you asked me the first time No offense Just business Okay Okay Das können wir jetzt dem Astrologer bringen Der in zwei Tagen wieder da ist Und ja Ich bring Gary jetzt erstmal seinen Wein Oh Gary Ich hab hier was Schönes für dich Wer will die von Silber Quality? See you later Ja dann hoffe ich Dass zumindest der komische andere Typ Das da nimmt Ansonsten hab ich Wein umsonst gekauft Ich mein der Hier der Gast wird verkauft Ist auch in Silber Quality Aber Das wäre schön Wenn ich den in Bronze Quality Jetzt wenigstens erstmal loswerden würde Ich hab ein bisschen Wein für dich Ach der will auch in Silber Quality Ja gut Dann einmal bitte Er wird zweimal Wein in Silber Quality Denn den anderen können sie von mir aus auch zurücknehmen Ist zwar ein Loss Aber besser als es useless zu haben Dankeschön Bitteschön Good wine is my friend Here is the story Ich kann dem Ach das war jetzt auch sogar wasted Weil dem einfach nur Stories dafür gibt Was soll ich mit Stories? Ich weiß nicht was ich damit anzufangen soll Ich sammle die erstmal nur Aber die haben noch keinen Nutzen Ist richtig sinnlos Naja Oh Gary Jetzt hab ich noch was viel Schöneres für dich Hier bitteschön Ich habe keinen Sinn von Tast Aber ich kann sagen Es ist ein Alkohol Aber natürlich Du hast etwas schwerer Nichts? Etwas wie Cognac Cognac? Cognac? I don't sorry You are about to help your friend Go find some Cognac The problem is that nobody sells it And I don't know how to make it How many disappointments can fit in a single minute? But that's okay Just hold on Think of something Any ideas about Cognac? Oh yes Just need to find and dig out an old Cognac Could you tell me a bit more? It's the old keepers We used to drink together all day long Any landmarks? Oh Piles of soil between the village And the lighthouse There is too little Cognac to go around So do it quietly Why should I do it? Why? Sad Because I can hardly dig with teeth Okay okay After that I'll tell you something cool and important How can I get into the library? Obviously through the church And I think your wine cellar might be connected to the church cellar No Even the morgue is connected There's a network of tunnels down here Net Net I used to like fishing I remember fishing Once I caught a fish This are I've got no hands to show how big it was But believe me It was huge I hate fishtails And once You know what? I need to go Sure sure It's nice to have legs Don't forget to bring me some wine Ask about the astrologer Oh he's so smart And very cheerful Though I don't know him personally I think But his wine was the best And he was a big friend of the lighthouse keeper They used to hang out at the lighthouse every Somewhere near Let's see Sard Sard I don't remember All these questions are so frustrating You're not a very good friend, you know See you later Between the village and the lighthouse Hilft mir jetzt immer noch nicht bei meinem Zombie-Problem Aber naja Ich muss ja sowieso darüber, wenn ich eine Angel kaufen will Und die Fischfilets Ja Angeln möchte Da sind sie schon wieder, diese Chickens Können wir hier dicken? Silver Nucket Anscheinend gibt es auch andere wertvolle Sachen in diesen Landmarks Nicht den Baum Meine Güte Eine Rusty Eggs Ja Bringt mir nicht sehr viel Kann ich die verkaufen? Skull Oh, das ist schon netter Dann brauche ich keine Leichenverschändelung Davon brauche ich ja welche Hallo Hallo, ich würde gerne einmal eine Angel kaufen Und er verkauft auch Fischfilet Ja ne, ich kaufe lieber die Angel Dann kann ich mir das selber holen Hier in diese Landmarks ist doch irgendwann wieder zu Da haben wir jetzt einfach auf ewig irgendwelche Löcher im Boden Hör doch auf die Bäume fällen zu wollen Was ist los mit dir? Ich will buddeln Oh, I can't take it Where's my cognac? Look, it's something metal and big Holy shit, it can't be The Keeper's archaeological machine Your friends? The one who buried the cognac? Oh, before him A cool inventor and zombie creator And believe me This machine is much more useful Than a simple cake of cognac I'm confused How many Keepers were there? This is a real treasure, dude It could even help you Return home Uh, da kommt irgendwer Dig it up, quickly Steeper, stop Sam, see you in the cellar Only landowners may dick in the village's land Moreover, everything in the village's land is public property Listen, what about Sorry, but you are too poor to bribe me Talk to Gary about the machine you found Okay Cognac haben wir jetzt aber immer noch nicht gefunden Aber mit dem Schmied wollte ich sowieso auch noch reden Weil der kauft doch bestimmt meine Dings hier an, oder? Ja, siehste, das sieht doch schon besser aus Zack, 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 zack All die alten Sachen hier verkaufen Finish Offer Okay, suchen wir Gary Weil ich hab die Befürchtung, oder was heißt die Befürchtung, die Vermutung, dass ich diese Maschine brauche, um Zombies wieder zu überleben Also richtig wieder zu überleben Nicht, dass sie da einfach nur in meinem Keller rumliegen und, ja, nichtsnutzig sind Mir fällt doch gerade auf, ich hab die Webcam auf der falschen Seite Ich hab vergessen die umzustellen, sieht man den Tageszyklus ja gar nicht Aber okay Dann machen wir doch einfach mal Schnips Und zack, bin ich auf der anderen Seite So, weiter geht's hier About the machine I figured it out Just buy some rent and build a tavern A tavern? Hm Why not a ten story palace? A tavern will become a dummy We'll dig out the seller and use the machine Plus, you even stand a chance of making some money Knowledge from the machine and money from the tavern And what's in it for you? Nothing, I don't believe it Well, maybe this machine will tell us something about my past Klar Buy some rent from Horeadric Und dann werden wir sein, seine, sein Rivale Der wird das bestimmt super finden Ja, ich würde gerne ein bisschen Art kaufen Ja, was willst du denn damit machen? Ja, also Außerdem weiß ich nicht, ob ich genug Geld habe, um überhaupt sowas zu kaufen Aber wir schauen mal Guten Tag Hey, how about you sell me a piece of land? Of course Let's see Taxes, fees, facilitator services Es wird 9,628 Gold 45, äh Ja, are you kidding me? Viel zu viel Es ist die Regierung, aber ich kann dir ein bisschen freer Wissen geben Buy the land in the name of a very poor and old villager You'll get plenty of benefits at discounts Someone like Dick Okay Aber dafür ist es jetzt wahrscheinlich schon zu spät Vielleicht ist das ein Vorteil an Meditation Es geht, lass dir Zeit umgehen Ohne, dass man schlafen muss Weil ansonsten müsste man ja erstmal seine Energie aufbrauchen, um überhaupt schlafen zu können Das finden wir jetzt mal heraus Ja, man kann weiter meditieren, obwohl man voller Energie hat Sehr schön Dann ist das der Sinn hinter einem Steingarten Ich weiß zwar nicht, wie häufig ich den nutzen werde Weil im Normalfall ist man eher knapp an Zeit bemessen Als dass man zu viel Zeit hat Aber für Momente wie diesen kann man es bestimmt gut benutzen So selten sie auch auftreten mögen Ding, dong, bing, 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 dick, I am About the land purchase Purchase Take your cake Let me take it, let me you bake Dick, you wouldn't mind if I bought some land in your name, right? Dear cake, dear cake, let me take it, let you bake I'm planning to build a tavern there Dear cake, dear cake, let me take it, let you bake Nah, you obviously don't mind Okay, that was easy There is a sword, can I take that? Could I buy a piece of land in Alt Dick's name? Of course, tell me, he's in good health and high spirits Yeah, but about sanity Poor, poor old dick If only you knew No matter, the cost of the land, 30 silver Wo kriege ich jetzt Silber her? Was kann ich verkaufen? Ich kann ja ein bisschen Angeln gehen und Fisch verkaufen Das halte ich für eine gute Idee Erstmal die Storys hier rein Hm, ja gut, der Skull, keine Ahnung Ich glaube, ich habe hier in der Droh noch irgendwie so Leichenteile, oder? Ja, pack mir den Skull erstmal da rein Und hier das Silbererz Jetzt gehen wir erstmal angeln Wenn ich mich richtig erinnere, war der beste Angelspot Oder der Angelspot, den der komische Typ da Der Cleric, oder wie er auch immer ist Was auch immer ist, da er mir empfohlen hat Kirchentypen sind für mich alle gleich Egal, ob es jetzt ein Priester, ein Pastor, ein Bischop oder sonst was Bischop war es, glaube ich, oder? Bischop war es Er war, glaube ich, ein Bischop Aber wie gesagt, das ist für mich sowieso alles gleich Egal, was auch immer der mir empfohlen hat Ich meine, der wollte von hier oben den Fisch haben This is a Fishing Spot, like others You can find it in this village, river, swamp and sea Cobade selected Sehr komische Fishing Mechanic Also mit komisch meine ich, die durchschaut man nicht so schnell Okay, und das ist wie bei Stardew Valley Aber dieses Carsten ist Sehr komisch Also, und mit komisch meine ich Interessant, aber nicht schnell durchschauber Hat er nicht was gezuckt? Muss ich den jetzt ranholen, wenn es so zuckt? Oder kommt da noch was anderes? Ich bin gerade sehr verwirrt Okay, ja, ich muss ihn ranholen, wenn es so zuckt Okay, was ist, wenn ich da hinten auf 0% gehe? Kommt da einfach kein Fisch? I'm not going to catch anything like this Okay, das heißt, da braucht man wahrscheinlich entweder Bait Oder da ist einfach nichts Was dann aber komisch wäre, warum da dann Fragezeichen wären Es scheint aber alles der gleiche Fisch zu sein Ach, wobei, nee, jetzt verstehe ich das Es gibt drei Regionen In dem einen fischt man immer nur zu 100% den einen In den ersten fischt man zu 80% den einen Und zu 20% den anderen Das ergibt Sinn Ich muss aber sagen, die Reaktionszeit hier beim Fischen ist ein bisschen sehr streng Da muss man echt aufpassen Konzentrieren Konzentrieren Ich würde zumindest gerne einmal den 20%igen Fisch hier angeln An epic Fisch montage hier Ich würde zumindest gerne den 20%igen Fisch Und ich weiß, der Fisch hat irgendwie eine 20%ige Chance Aber ich habe jetzt irgendwie schon den Fisch oder so gefangen Und immer nur den einen Also entweder ich habe gerade sehr viel Pech Oder ist es gelogen Oh, das könnte ein anderer sein Der hat anderes Muster Ah, da ist er doch Ja, wunderbar, ein Bream Der hat sogar eine Bronzequalität Die anderen gar keine Und ich glaube, der Typ da Der Bishop Quality Fisch Ja gut, was heißt Quality Fisch, Felix? Quality Fischfilet kann verschieden Das heißt, entweder der Fisch ist von einer bestimmten Qualität Oder ich muss irgendwie darauf aufpassen, dass ich den richtig zubereite Damit er von einer gewissen Qualität ist Das sagt jetzt erstmal nicht so viel aus, ne? Darum muss ich schon erstmal am Kochtopf gucken Dass ich das zubereiten kann Ja, pack den Fisch hier einfach mal in die Truhe Und dann schauen wir da mal Quality Fischfilet Ja, wir brauchen tatsächlich den einen Oh Gott Und ich muss industrious sein Um Es noch zu verstärken oder so Any work develops you Even the work of evil You've accepted your dark side And it's enabled you to craft more efficiently Okay, ich kann hier aber anscheinend nichts Wirklich dran ändern Work, work Ah gut, dann bräuchte ich Bait Ja Gehen wir erstmal schlafen Beziehungsweise legen wir erstmal den Fisch hier rein Und am nächsten Tag kommt der Astrologer Da können wir erstmal rüber gehen Und ihm ein paar Restoration Tools geben I'm so refreshed Wir haben ja schon nicht wenig geschlafen, diese Folge Ich glaube, das war das erste Mal tatsächlich Oder das zweite Sonst pennen wir immer so viel Ich habe die Restoration Tools dabei, oder? Ja Sehr schön Aber ich weiß auch gerade spontan gar nicht, ob uns das überhaupt was bringt Wenn wir jetzt nur die Restoration Tools da besorgen Ich habe auch wieder völlig vergessen, warum ich eigentlich noch fischen wollte Nämlich eigentlich, um ein bisschen, ja, Geld zu bekommen Das heißt, ich sollte auch den ganzen anderen Fisch zu Filet machen und den dann verkaufen Aber wir können auch mal eben gucken, wenn wir sowieso hier beim Lighthouse Keeper sind Ob der uns ein bisschen was am Bait verkaufen kann Weil ich keine Ahnung habe, wie ich da drankomme Oder was ich überhaupt als Bait verwenden kann Der Astrologer ist schon da, das ist sehr schön Der Lighthouse Keeper noch nicht Ich habe Restoration Tools Ich hoffe, diese sind die richtige Tools Nicht die Beste, die ich mit jemals gearbeitet habe, aber ich glaube, sie werden es tun Ja Mit der Astrologer kann ich noch nicht viel machen Lighthouse Keeper, was ist mit dir? Kommst du raus? Irgendwann? Vielleicht Brauchen Bait Ich weiß nicht, ob der rauskommt, wenn der Astrologer da ist Ich muss noch ein paar Äpfel mitnehmen Aber nicht, dass wir wieder aus Versehen den Baupfeln Wie sieht es denn hier aus, wenn wir hier angeln am Meer? Bait habe ich halt einfach keins Hier kann ich auch noch ein paar verschiedene Fische angeln Ein Aal Und das war auch noch der mit der geringeren Wahrscheinlichkeit Anchovies Anchovies Hier hinten haben wir eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit für irgendwas Wahrscheinlich auch Anchovies Und ganz hinten haben wir auch eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit Ja, ganz hinten sind Anchovies Und in der Mitte, wenn ich es jetzt nicht nochmal verkacke, gucken wir auch nochmal Ja, sind auch Anchovies Im Village soll es ja noch irgendwo hier so einen Fishing Spot geben Den habe ich glaube ich auch mal gesehen Das wird der hier sein Und dann noch im Swamp Oh, da kommt der Balk auf einmal von der anderen Seite Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt Ich meine, er gibt irgendwie Sinn Aber habe ich jetzt nicht mit gerechnet Ah, hier können wir auch die fangen Hier können wir zwei andere fangen Aber es werden wahrscheinlich die gleichen wie im River sein Könnte ich mir sehr gut vorstellen Wobei ich mich frage, wie kommen die Fische hier rein? Das ist ein stilles Gewässer Da müsste es ja schon irgendwie so ein Untergrundding geben oder so Dass die hier rein schwimmen können Und die Dorfbewohner schütten regelmäßig Fische da rein Die dann irgendein anderer Vollidiot angelt Ich weiß auch nicht, wer das sein könnte Überall kann man auf jeden Fall die Gudgeons angeln Also in diesem See Bei jeder Reichweite meine ich jetzt Aber in der Mitte sollen zu 20% auch noch was anderes sein Und das denke ich mal ist der gleiche, den wir auch am Fluss angeln können Da ich aber sowieso einfach ein bisschen viel Geld brauche Und diese seltenen Fische auch brauche Angle ich mal noch ein bisschen weiter, um das genauer herauszufinden Das ist auf jeden Fall ein anderer Fisch Ne, es ist ein Tilapia Okay, können wir aus dem auch besonderes Fischfilet machen Oder lasst das uns zurückgehen und das herausfinden Erstmal den ganzen Fisch hier in die Truhe packen Ich habe gar nicht genug Platz dafür Naja, ne Quality Fischfilet können wir wirklich nur aus diesem einen bisher machen Aus dem anderen nur White Fischfilet Könnte aber auch daran liegen, dass das der einzige ist Der einen bronzenen Stern hat Ich weiß nicht, ob der immer einen bronzenen Stern hat Oder ob das daran liegt Dass ich da bei dem nur Glück hatte Aber ja Machen wir erstmal ganz viel normales Fischfilet Und gucken wir mal, für wie viel wir das verkaufen können Jetzt haben wir keine Energie mehr Gehen wir erstmal schlafen Weil mich würde auch noch interessieren, ob man das eventuell kochen kann Und dann noch einen größeren Preis erzielen könnte oder so Müssen aber auch daran denken, dass wir am nächsten Tag wieder eine Zeremonie abhalten I'm so refreshed Aber erstmal arbeiten wir noch am Fischfilet So, können wir es kochen oder so? Anscheinend nicht Ich will natürlich auch noch ein bisschen Packaged Miet hier herstellen Ich weiß halt nicht, ob ich das Fleisch noch für irgendwas anderes brauche Ansonsten wäre das natürlich auch gut zum Verkaufen Na gut Gucken wir erstmal, wie viel wir jetzt für das ganze Fischfilet bekommen Was ich gerade hergestellt habe Wahrscheinlich nicht genug, um das Land zu kaufen Aber es bringt uns auf jeden Fall mal schon ein Stück näher da dran Ich kann es ihm gar nicht verkaufen Sehr schön Gut Dann muss ich das wahrscheinlich zum Fischer bringen I'm a coach in the dark Nur weil es sich reimt Äh, was haben wir für einen Tag? Ach, Zeremonie, genau Zeremonie abhalten Zeremonie abhalten klingt super Ja, da gehen wir doch erstmal in unseren Keller Ich Muss den Controller abnehmen Hört man doch wieder die ganze Zeit die Tastatur Wie bei allen anderen Spielen, wo ich keinen Controller verwenden kann Aber bei den Spielen, wo ich so kann Sollte ich das vielleicht auch mal machen Ich sollte mir vielleicht auch mal eine streamfreundlichere Tastatur holen Im Sinne davon, die nicht so Äh, laut ist Aber dafür müsste ich ja auch mal in der Tastatur verzichten Und daran habe ich mich schon in den letzten 10 Jahren ziemlich gewöhnt Ja, solange habe ich diese Tastatur Ich kann mich nicht von Sachen trennen Aber das soll uns auch nicht stören In diesem Spiel können wir ja einen Controller verwenden So, wir halten erst mal eine Zeremonie ab I'd like to say a few words Dieser Energy Drink is great Hashtag sponsored, not sponsored And now let us pray for this blessing Ich sollte echt mal herausfinden, wie ich andere Blessings mache Ich meine, so viele habe ich noch nicht Your donations are welcome Aber wird wahrscheinlich schon ein bisschen was bringen Ja, ihr fandet das alles super Das Problem ist halt, da steht crafted at desk Also ich weiß nicht, wo ein Desk ist Ist schon traurig Hier ist doch bestimmt auch jemand drin Ich? Ich habe schon ewig lieber reingeguckt Mein gut Vielleicht warten die Leute auch nicht ewig da drin Das war jetzt nur eine Vermutung Ja, ansonsten wollte ich den Fisch verkaufen Genau, da waren wir Wir waren gerade dabei, Land zu kaufen Weil ich Weil ich da irgendwie eine Tavern bauen wollte Weil ich irgendein Ding ausbundern wollte Was ich wahrscheinlich benötige Um Zombies wieder zu beleben Aber dafür brauche ich erstmal Naja, nicht so viel Geld 30 Silber Aber die muss ich auch irgendwo erstmal herbekommen Und mein Plan war es ja Fische zu verkaufen Und da wir das in der Tavern nicht konnten Musste ich dazu wahrscheinlich zum Fisherman Ergibt ja auch irgendwie Sinn Und das können wir jetzt mal eben tun Chickens Chickens Diese Chickens Bin mal gespannt Was für teuflische Machenschaften wir Von denen noch so aufdecken Während dieses Spiels Diese Löcher scheinen übrigens nicht zu zugehen Die bleiben jetzt einfach Kein Wunder, dass es Leuten verboten ist Da rumzubuddeln Stehen hier überall Löcher in der Landschaft Guten Tag Fisherman I'd like to trade An wen kann ich das denn verkaufen? Okay Wenn ich es an den Fischern nicht verkaufen kann Bin ich echt hart überfragt An wen ich Fischfilet verkaufen kann Also wenn ich es überhaupt verkaufen kann Aber Wäre ein bisschen doof, finde ich Dick, willst du das kaufen? Dick Du kaufst auch keinen Fisch Wer kauft Fisch? Chickens, wollt ihr Fisch kaufen? Schmeißt das einfach so An die Hühnchen dran Keine Ahnung, wenn es der Tavernkeeper nicht kauft Und der Fisherman nicht kauft Dann Keine Ahnung Kann ich damit doch noch irgendwas machen? Was bringt mir überhaupt Fischfilet? Also so an sich noch nichts Kann ich vielleicht doch irgendwas damit kochen? Aber dann habe ich kein Rezept dafür Ich habe kein Rezept, was irgendwie Fisch erfordert Etwas anderes, was wir machen könnten Wäre noch ein bisschen Angeln In der Hoffnung, dass wir mehr Quality Fischfilet bekommen Und das dann Ja Den Bishop geben können Nächste Woche Weil diesen Bis jetzt Also Diesen Tag schaffe ich das bestimmt nicht mehr Vor allem, weil der gleich schon um ist Der wahrscheinlich jetzt schon auf dem Weg nach Hause ist Dann fischen wir doch mal ein bisschen Ich weiß gar nicht, brauchten wir vier Fünf Acht Würden wir ja auch noch was für den anderen Typen brauchten Ich meine, er würde vier haben wollen Wir können morgen auch mal gucken Ob wir die Fische so verkaufen können an den Fisherman Die werden jetzt eh genug bekommen Bei dem Versuch Fünf von diesen anderen Fischen zu angeln Die nur eine 20%ige Chance haben Okay, der hat auf jeden Fall auch schon mal wieder einen Bronzenstern Das heißt, ich gehe mal stark davon aus Dass die immer einen Bronzenstern haben Ansonsten wäre das jetzt ein heftiger Zufall Wenn nur die zwei einen Bronzenstern hätten Von der Sorte und kein anderer bisher Oh, zwei direkt nacheinander Jetzt Glück ist uns heut Jetzt werden wir wahrscheinlich für zehn Jahre keinen weiteren finden Ah, da ist noch einer Fehlt ja nur noch Keiner mehr Also zumindest nicht für den Bischof Wenn wir vier brauchen jedenfalls Weil eins haben wir ja schon Und drei habe ich jetzt gefangen Aber es wollte ja noch irgendwie so wer anders Das und für den sollten wir das wahrscheinlich auch bringen Oh Gott, diese Reaktions-ID Ähm, weil Ähm, ja, weil Ich glaube, der hat uns irgendein Rezept mit Fisch auch angeboten Meine ich Und wie gesagt, darüber hinaus Können wir ja auch gucken, ob wir die Fische verkaufen können Und brauchen ja auch das Geld Und wenn wir ein Rezept mit Fisch bekommen Ist das auch praktisch Weil wir dann auf jeden Fall Das gebratene Essen verkaufen können Den gebratenen Fisch Ich habe nur die Frage Wie schnell wir wieder an vier von diesen Fischen drankommen Ja, ist noch einer Würden nur noch drei Stück fehlen Wobei ich gucke auch mal eben Bei NPCs Äh, wer wollte das denn Also der Bischof will auf jeden Fall vier Okay, das ist schon mal gut Die haben wir Also wir haben sogar schon fünf Und der andere will Silverstar-Fischfilet Ist okay, den können wir eben sowieso nicht bringen Das können wir sowieso schon in die Tonne kolloppen Es sei denn Ne, das andere ist auf jeden Fall nicht Silverfischfilet Ne, egal Dann gehen wir erstmal zurück und machen das Weil Silverstar können wir nicht machen Geht der Bischof gerade nach Hause? Ich hätte es sogar vielleicht noch schaffen können Oh, da, Meistern Ja, jetzt redet er natürlich nicht mehr mit mir Naja, packen wir erstmal die Fische da rein Und die zwei raus Und machen zumindest erstmal drei von dem Quality-Fisch Dafür brauchen wir ein Bream für Silver Gold können wir gar nicht Und für den Bream brauchen wir wahrscheinlich irgendein Warte mal, das andere ist auch ein Bream Dann habe ich keine Ahnung Wenn wir davon nicht mehrere machen Dann machen wir sie halt einzeln So, die können wir jetzt aber auch erstmal in die Truhe packen Und ansonsten Ja, keine Ahnung Können wir erstmal schlafen gehen und auf den nächsten Tag warten Ne, der Fischermann muss ja auch erstmal wieder aufstehen I'm so refreshed Tja, eine andere Frage wäre immer noch Woher wir Karotten bekommen Damit wir mal demnächst mehr Leichen bekommen Wobei wir die ja auch im Moment nicht wirklich brauchen Solange wir noch nicht wissen, wie wir sie hundertprozentig wiederbeleben können Und ansonsten Ja, Köder Köder wäre halt eine Sache Ich habe keine Ahnung, woher ich Köder bekomme Ich weiß auch nicht, wo ich viele andere Sachen herbekomme Aber das sind erstmal so die Probleme Fische können wir verkaufen Die sind aber so ungefähr gar nichts wert Aber ist das Fischfilet auch nicht Das Fischfilet kostet ja 10 Wenn ich es kaufen wollen würde Selbst das Das Quality Fischfilet kostet 70 Was auch im Endeffekt nichts wert ist Weil wenn ich es dann verkaufe, ist es wesentlich weniger wert Naja, hier Nimm sie trotzdem Dann habe ich keine Ahnung, was genau ich Kohle vielleicht Wir könnten mal gucken, wie teuer Kohle ist Weil bei Kohle bekommen wir relativ viel Selbst wenn die Naja gut Ein Kupfer wäre ein bisschen wenig Ja, ist schwierig Ist schwierig Verkauf einfach die Hühner Ich klaue die und verkaufe sie da Die Refugee Happiness ist bei 2,98 Super 0,02 fehlen Könnte ich den Brunnen machen Ich habe aber auch vergessen, wo das Kohleding ist, ehrlich gesagt Ich dachte irgendwie, das wäre hier oben Aber ich glaube, da habe ich mich vertan Und ist da links nämlich Und dann komme ich hier irgendwie rüber Oh, hier ist auch noch so ein Ding zum Fischen Ja gut Bauen wir ein bisschen Kohle ab Also ich sage mal so Selbst wenn die Kohle ein Kupferwert wäre Wenn man sie denn überhaupt verkaufen kann Wird sie immer noch mehr bringen als Der Fisch Weil es einfach viel leichter ist, das abzubauen Und man bekommt halt einfach so viel Oh Ist doch ein Scheiß Ja gut, wir können mal eben gucken Was man hier für Fische angeln kann Auch wenn man ohne Köder Wahrscheinlich sowieso nichts Tolles angeln kann Es gibt nur einen Fisch, den wir hier angeln können Und ich kann mir schon denken, was das ist Oh 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 Silberbreams Ne, das habe ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht Aber das ist wunderbar Und den kriegt man auf jeden Fall zu 100% Oh, der war Bronze Nevermind Aber trotzdem, hier kriegt man zu 100% Breams Das ist ja wunderbar Dann können wir hier noch ein bisschen angeln Und in der Hoffnung, dass wir Silberbreams bekommen Vier Stück brauchten wir, glaube ich Dann können wir vielleicht doch noch was mit dem Fisch machen Ist halt nur die Frage, wie teuer wir das Das fertige Essen dann verkaufen können Aber wir werden sehen Nur noch eine Sehr viel geangelt in dieser Folge Ich weiß, aber Wir haben ja auch gerade nicht so viel anderes zu tun Unsere Mainquest ist ja einfach irgendwie an Geld zu kommen Und ich weiß gerade nicht, wie man das am besten macht Angeln dachte ich, wäre halt schon der sinnvollste Part Aber dann wiederum auch irgendwie nicht Da haben wir es doch Auf geht's nach Hause Ich bin vielleicht auch mal eben unsere Spitzhack-Wettchen Die ist hier kaputt gegangen Zack So und jetzt gucken wir mal Quality Fischfilet Hier würden Was passiert hier Äh Quality Fischfilet Wie so So wiegt man das aus Okay So jetzt haben wir das Jetzt gehen wir noch mal schlafen Und dann gehen wir zu diesem Typen Geben ihm sein Silver Star Quality Fischfilet Whatever I'm so refreshed Und gucken auch mal Ob wir an den Schmied die Kohle verkaufen können Und für wie viel Ich glaube damit fangen wir auch an Das ist der komische Händler Mit dem möchte ich nicht reden Auch wenn das eine Quest ist But I don't really care Ich entscheide hier Mit wem ich mich anfreunde Und mit wem nicht Hallo Schmied Auf Kohle Und für gar nicht so wenig Ehrlich gesagt Guck mal Das ist doch der richtige Weg Um Geld zu machen hier Die Kohle macht die Kohle Finish Offer Das einzige Problem Was man dabei hat Ist dass der Schmied Nicht so viel Kohle hat Also Money Aber das macht nichts Die Also die 8 Silber Die er ja noch hat Reichen Um uns auf 30 Silber Zu bringen Das heißt wir werden gleich Noch ein bisschen Kohle farmen Und dann Jo Ich hätte nicht gedacht Dass ich die für so viel verkaufen kann Dafür dass man so viele bekommt Ich würde das die Fische Die viel länger brauchen Um gefangen zu werden So wenig geben Das bringt ja legit Ein Kohlestück mehr Als ein Fisch Und man bekommt einfach 20 Kohle So Mister Ich hab ihren Namen vergessen Ich hoffe so Wir kennen seinen Namen gar nicht Hier hast du dein Fischfilet Der Trick ist wir schauen auch erstmal, was wir dafür brauchen. Ich meine, wir haben ja jetzt den ganzen Fisch. Und wenn wir nicht viel anderes dafür brauchen, kann man das hier überlegen. Ich weiß, er hat gesagt, man soll einen Bonfire benutzen, aber ich gucke trotzdem mal hier, wenn es denn hier überhaupt geht. Was es anscheinend nicht tut. Dann gucke ich mal am Bonfire. Und ich weiß, ich habe den Fisch nicht dabei, aber ich will erstmal gucken, was man dafür braucht. Hier. Da ist nämlich das Problem, man braucht Quality-Fisch. Damit fängt es schon mal an. Ich meine, kann ich angeln, ist jetzt nicht mehr so das Problem, weil man an der Einstelle ja unendlich viel holen kann. Aber... Oh Gott. So viel Spiele, ey. Ja, Pilze könnte man eventuell sammeln. Aber ich weiß halt nicht, wie teuer das man kaufen kann. Wir machen einfach mal eins, weil ich weiß, wir haben auf jeden Fall eins über. Oder beziehungsweise sogar zwei. Wir haben ja auch nicht so viele Pilze. Ich will halt nur mal gucken, für wie teuer man die verkaufen kann. Dann brauchen wir ein paar Sticks. Davon haben wir auch mehr als genug. Habe ich jetzt alle genommen. Alle wollte ich ja eigentlich nicht nehmen. Ich will nur 30 nehmen. Das ist ein bisschen doof mit Controller, aber okay. So, Feuer. Raft. Die Frage ist, muss ich hier jetzt warten? Eigentlich ja nicht, weil die Flamme danach ja ausgehen müsste. Ruhig. Nicht, dass das verbrennt. Weil so lange kann ich noch ein bisschen Kohle scheppeln gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Ledermäuse. Ich bin an euch gerade so gar nicht interessiert. Hoi ho. Hoi ho. Wir singen und sind froh, weil es so viel Kohle gibt, wenn wir hier die Kohle scheppeln gehen. Ich bin kein guter Sänger. Ich weiß. Es tut mir leid. Das müsste auf jeden Fall reichen. Will ich doch mal hoffen. Fisch ist auch fertig. Zack. Baked Kebab. Aus Interesse, wie viel Energie bringt das? Nicht so viel. Der Slime ist immer noch besser. Das heißt, das brauche ich auch nicht für mich selber. Und kann das guten Gewissens verkaufen. I'm so refreshed. Ich hoffe, dass ich das Kebab jetzt wenigstens an den Herbanenbesitzer hier verkaufen kann. Auch nicht. Dann hat sich das Ganze auch schon wieder erledigt. Ist ja eigentlich auch egal. Unsere Main-Einnahmequelle ist ja eh die Kohle. Die wir jetzt an den Schmied verkaufen. Oh, scheiße. Die bringt jetzt fast gar nichts mehr, weil wir schon so viel daran verkauft haben. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem. Kann ich einmal kurz die Maus verwenden? Nein. Ach so, ja. Die ist auch nicht angeschlossen. Ja gut. Das wird jetzt wieder eine halbe Ewigkeit. So passt das doch. In die Schoffer. Die Kohle ist gar nichts mehr wert. Ich habe den Preis für die Kohle komplett in den Keller getrieben. Aber egal. Wir haben unsere 30 Silber. Alles andere ist für scheißegal. Auf geht's. Could I buy a piece of land in Old Dick's name? Hier sind die 30 Silber. By the way, who could help me build a tavern? What? You intend to compete with me? I never... I said yes. Don't worry. It's just a hypothetical question. Hori and his brother Triss. They are the best specialists. Thanks a lot. Bye. Schnell weg hier. Herr Kori to build a tavern. Ich bin so ein vollidiot. Hau dir das einfach straight raus. Das hier Kori oder das ist der andere? Triss. Okay. Dann erst mal zu dem anderen Typen. Der ist ja irgendwo hier drüben. How about tavern building? Welcome to Kori and brother. Unfortunately, we can't take any more orders this year. The Royal Council hired us to build a barn. And it takes all year to build a barn? Ah, we could build a barn like that in three hours. But the bureaucracy and our suppliers are lazy channels. There must be something I can do. I'm ready to pay you enough, that you can stop working for the council. I'll become your supplier and you can build the barn much quicker. Ja, Geld haben wir nicht so viel, deswegen supply ist wahrscheinlich besser. After that, I'll pay you to build a new tavern. Hmm, hmm. It's a deal. Let me see. We need 12 simple iron parts and 12 wooden planks. Das ist easy. Oh, and 12 nades, of course. Ja. Well, that'll take some time. Nein, das hast du alles zu Hause. Hast du alles zu Hause, das ist gar kein Problem. Du musst es nur holen. So, was haben wir denn hier alles? Ja, guck mal, wir haben perfekt 12 wooden planks. Ja, gut, wir haben mehr als genug simple iron parts. Ich brauche gar nicht so viele. Also, wie viele wollen wir da rein tun? Äh, 49. Ähm, und, ja gut, Nägel müssen wir halt noch ein paar craften. 7 Stück brauchen wir noch. Oder halt 8. Tada. So, danach haben wir nur ein kleines Problem bezüglich der Kosten für die Tavern. Aber vielleicht kriege ich ja ein bisschen Rabatt dafür, dass ich die ganzen Sachen geliefert habe. Hoffentlich. Und mit ein bisschen Rabatt meine ich, äh, 100 Prozent, weil, äh, ja, wir haben 54 Kupfer. Das ist nicht so gut. Guten Tag, ich bringe Materialien. Hier sind die Iron Parts. Great, fresh, cold metal. Wooden planks. I don't know the smell of virgin wood. Und Nails. Tonsens of perfectly straight Nails. It's like magic. Oh, I have that so much, my dear friend. Wait for me here tomorrow. Okay. Aber dafür habe ich keine Freundschaftspunkte bekommen, dafür, dass ich dem all die Materialien gebracht habe. Das ist ja eine Schweinerei. Oh, Snake. Wenn wir jetzt Zombies hätten, könnten wir die alle schön zur Arbeit schicken, ein paar Sachen machen lassen und dann ich mache mal noch ein paar Wooden Planks, weil wir haben ja jetzt keine mehr. Frisches haben wir genug. Und irgendwie muss ich ja die Energie wasten. Gibt auch schön viele rote Punkte. Die können wir dann mal wieder alles spenden, wenn es so weit ist. So, Planks können da rein. Nails und Sticks auch. Und die Kohle können wir noch verbraten. Machen wir einfach überall 20 rein. Oh, ich habe ein paar Sticks verbrannt. Naja, egal. Die restliche Kohle kann von mir aus auch hier rein. So. Ab ins Bett. I'm so refreshed. Also, wir können ja hier durch den Keller jetzt gehen. Es war noch früher Morgen, aber ich hoffe, der ist einfach schon da. Es wäre sehr cool, wenn die andere Leiter direkt in meine Tavern führen würde. Ich weiß, es wird keinen Sinn ergeben, aber es ergibt sowieso alles keinen Sinn hier. Aber ja, dann hätte ich nicht so einen weiten Weg darüber. Guten Tag, Cory. Wie geht's so? About the barnbuilding. Wir sind fertig, Mann. Der barn ist bereit. Jetzt warten wir nur für deinen 50er-Server und wir arbeiten auf der Tavern. Es ist zu viel. Warte ein bisschen. Ach, du Scheiße. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Die Sache ist nämlich, selbst wenn der, also selbst wenn ich genug Kohle dafür verarmen würde, was jetzt ewig dauern würde, weil die Kohlepreise im Keller sind. Der Schmied hat kein Geld mehr. Dem kann ich sowieso nicht genug Geld entlocken. Oder hat der wieder was? Ja, ein bisschen. Aber nee, das bringt ja nichts. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß auch nicht, welche Sachen ich überhaupt hier an ihm verkaufen kann. Onion Rings. In Gold Quality. Das ist nur das Fleisch, aber das ist doch niemals genug. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen in die Mine gehen und fighten. Da findet man doch bestimmt auch ein paar wertvolle Sachen. Dafür würde ich vielleicht erstmal eine Rüstung machen. Technologies. Hm. Also das, ich hab doch hier irgendwo gesehen. Martial Arts ist vielleicht auch ganz gut. Prayer, prayer, perk, big guy. It appears that if you work with iron a lot, you become big and strong. One damage and one defense. Wir haben nicht genug blaue Punkte. Bei mir ging es auch mehr darum, so Steel Weapons oder so, aber dafür haben wir auch den ganzen Scheiß noch nicht. Äh. Das neue Schwert haben wir ja schon. Ja, wir brauchen nur eine Rüstung. Wir können sogar noch ein Schwert machen, aber das wollen wir jetzt nicht. Ich brauche nur die Rüstung. Warte mal, kann ich die auch hier dran machen? Das wäre komisch. Nee, kann ich nicht. Das wäre auch komisch. Dafür brauchen wir die vier Haut. Hatten wir drei? Hatten wir drei Haut? Dann können wir einfach dem einen noch Haut abziehen unten. Wie viel Haut hatten wir? Wo habe ich überhaupt Haut? Hat ich die hier drin? Nein. Hm. Hier drin? Ja, drei Haut. Okay. Dann ziehen wir dem einen noch ein bisschen Haut ab. Warte mal, konnten wir noch irgendwie anders Haut machen? Das war umgekehrt. Wir konnten aus der Haut konnten wir Paper machen. Aber keine Haut irgendwie herstellen. Naja. Wer von denen hat denn noch Haut? Der hier. Okay. Es war schade, dass wir ihn ein bisschen kaputt machen dadurch. Aber was soll's. Ist ja nur leicht. Tut mir leid, Olaf. Ich brauche deine Haut. So, dann nehmen wir uns die vier Haut und kraften die Rüstung. Und dann geht's auf in die Mine. Können wir auch schon mal der Jelly mitnehmen? Okay, überhaupt können wir auch mitnehmen, weil können wir anscheinend nicht verkaufen. Wir müssen erst mal das hier fertig machen. Und Rüstung. Können wir die auch direkt anziehen? Ah, wir haben sie direkt angezogen. Okay, man sieht's noch nicht. So, dann legen wir uns aber noch einmal schlafen, weil mit Hälfte Energie brauche ich nun wirklich nicht da rein zu gehen. Das wäre ja Waste. I'm so refreshed. Auf geht's zum Kämpfen. Was genau bringt die Rüstung überhaupt? Später kann ich dran. Im Schwert steht ja wenigstens 10 Damage. Rüstung steht gar nichts. Sie bringt vielleicht gar nichts. Sie ist einfach nur, damit dieser Slot gefüllt ist. Man sieht's ja nicht mal. Ich kann ja nicht mal sagen, es ist nur aussehen, weil man's nicht sieht. Guten Tag, Freunde. Ich bin gekommen, um Geld zu fordern. In welcher Form ich das mache? Keine Ahnung. Ich werde einfach gucken, was ihr so zu bieten habt und ob ich das irgendwie verkaufen kann. Ei, ei, ei. Die machen immer noch sehr viel Schaden. Aber nicht mehr so viele wie vorher. Ich hab leider keine Health Potions, aber vielleicht finde ich ja unterwegs noch welche. Ansonsten wird's halt ein sehr kurzer Trip. Ich weiß nicht, die Rüstung hat das jetzt irgendwie um 10% gemindert. Es ist nicht wirklich viel. Ich dachte, die macht ein bisschen mehr. Aber es gibt ja auch noch bessere Rüstung. Engine Level 5 cleared. Achievement unlocked. Oh, Gold. Oh, brennende Fledermäuse. Gibt auch nur einen ganz normalen Batwing. Lohnt sich ja überhaupt, die zu töten. Gold nackt. Collect 1000 Red Points. They do not decay at midnight. Okay. Ich weiß nicht, worauf das Sinn ein Easter Egg sein soll, aber Beat Seeds. Ja, immer noch keine Carriage Seeds und die bräuchte ich über alles andere, weil bring mir Beats. Der komische Esel, der nimmt schon nur Karotten, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach. Und ich glaube, ich kann auch nur Karotten da rein tun in diese komische Geste. Ein Heal Potion, das ist schon ganz sinnvoll. Holy shit, ey. Weg mit euch. Okay. Wir können schon mal ein Jelly essen. Ich meine nicht schon mehr so viel Energie. Eieiei. Vielleicht trinken wir auch mal den Heal Potion. Pumpkin Seeds in Gold Quality. Wunderbar. Und jetzt wieder diese komischen Fliegen, die mein ganzes Inventar vollstopfen, was jetzt nämlich auch schon voll ist. Eieiei. Vielleicht sollte ich mal den Fisch Kebab essen. Incoming Damage ist reduced. Oh. Die geben einen Buff. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann bringen die vielleicht doch was. Okay. Da geht es raus. Dafür müssen wir erstmal alles clearen. Vielleicht nicht so schlau, da einfach reinzurennen, aber egal. Aha. Durch die Säule kommst du nicht durch, aber ich kann da durchhauen. Gut, gut. Dann fehlt jetzt nur noch da der letzte Raum und ich glaube, danach gehe ich auch erstmal raus, weil mein Inventar jetzt voll ist. Ich kann hier auch mal gucken, wieviel Damage machen die jetzt noch mit dem Buff. Geht es dann okay. Der ist ein schönes, ja, schöner Buff dafür. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas wegschmeißen kann, weil das würde ich schon gerne noch hier alles mitnehmen. Seal Potion eigentlich auch. Flitches habe ich eh mehr als genug. Destroy. Erstmal den Metal Scrap alles einsammeln. Der ist wichtig. Seal Potion wäre schon sinnvoll. Aber was kann ich da weg tun? Gold, Gold Nuggets, wer braucht die schon? Weg damit. Ich mache einfach so ein Pulver hier weg, das Chaos Pulver oder so oder das Life Powder. Ja, nehme ich lieber das Health Potion mit. Dann können wir hier runter gehen und auch direkt wieder raus. So, eigentlich schön in die Kiste einsortieren. Zack, zack, zack. die anderen Sachen kommen woanders rein. Wobei, die Bloody Nails kann ich hier noch reintun. Wobei ich die auch mal gucken könnte, ob ich die vielleicht verkaufen kann. Metal Scrap werde ich auf jeden Fall schmelzen, das würde sich mehr lohnen und das Blue Jelly will ich auch gucken, ob ich das verkaufen kann. Ja, die Seeds, naja, die will ich so oder so einspflanzen. Vorliegen die Gold Quality Seeds. Ich habe ja auch noch ganz viel Blue Jelly. Ich nehme es einfach mal mit, das Green Jelly auch. Das Essen kann hier rein. Ich kann bei Gelegenheit wieder mitnehmen. Und ja, die anderen Sachen gucken wir mal, wie teuer wir die verkaufen können. Beziehungsweise Metal Scrap kann hier rein und kann ich auch direkt schmelzen. Das lohnt sich ja so oder so mehr. Einfach alles schmelzen. Eisenerz kann hier auch geschmolzen werden. Achso, die Health Portions kann ich vielleicht auch noch hier in die Kiste tun. Brauche ich jetzt auch gerade nicht. Und ansonsten gehen wir erstmal pennen. Weil wir müssen warten, dass es Tag wird, ansonsten ist keiner da zum Verkaufen. I'm so refreshed. Die Seeds können wir noch nach unten platzieren. Weizen fertig. Aber auch erstmal abernten. Irgendwie ganz viel Crop Waste könnten wir auch verkaufen. Nehmen wir echt mal mit. Vielleicht können wir das auch echt gut verkaufen. Und ansonsten können wir jetzt irgendwas anderes einpflanzen. Seeds haben wir jetzt für Seeds. Seeds und noch mehr Weizen. Gold Snuggets können auch erstmal hier rein. Eisenbarren. Weil die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Dafür brauche ich viel zu viele davon. Hier kann jetzt noch der Weizen rein und alles andere. Ja passt so. Da muss ich auch erstmal Leute finden die das überhaupt kaufen. Ich bezweifle auch, dass man den Crop Waste verkaufen kann. Weil ich weiß, dass einer den verkauft und verpasst gar nichts. Da können wir auch direkt mal gucken, ob wir das an denen verkaufen können. Der war hier oben doch irgendwo. Komische Typ. Der mich auch umbringen wollte. Wenn ich nicht herausfinde, wer der Vampir ist. Der Welcomefeller. wird er verkauft. Also lässt mich den Crop Waste kaufen. Oder er kauft meinen Crop Waste. So, meine Güte. Bitteschön. Ich weiß nicht, was ich damit sonst anfangen soll. Der ist ja auch nichts wert. Was ist denn mit dir? Kaufst du die Bloody Nails oder sowas? Nein. Kaufst auch sonst nichts anderes. Kaufst wahrscheinlich nur Steine und Steinmaterial. Das ist auch so, auch wenn ich hier bei dem Spiel eigentlich nicht nachgucken möchte, was man wie so macht. Aber ich sollte vielleicht mal gucken, wie man am schnellsten Geld macht, weil, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen doof, dass ich hier durch die Gegend renne und eigentlich keine Ahnung habe, was genau ich zu tun habe. Also ich weiß ja, was ich zu tun habe. Ich weiß nicht, wie ich am schnellsten Geld erreiche. Gibt es bestimmt irgendeinen Trick. Wäre es auch gar nicht, wer die Monstermaterialien überhaupt kaufen würde. Vielleicht auch der Schmied hier. Ne, der kauft auch nicht mal meine Bloody Nails. Wie teuer wären denn überhaupt Nails? Er verkauft die für 27 Kupfer. Ja, es würde gehen, aber der Preis wird halt auch wieder schnell nach unten getrieben. Oh, ich muss eine Zeremonie heute abhalten. Ach du, meine Güte. Und ich muss das Fischfilet dem Typen bringen. Meine Güte, ich muss auch mal ein bisschen auf die Tage achten. So, Fischfilet. Vier Stück brauche ich davon. Ab zur Kirsche. Und wo kriege ich die her? Kaufst du uns auch nichts? Was mache ich mit diesen Storys? Hast du gerade? Eieiei, bei den Rightful Citizen haben wir auch noch nicht, weil wir da auch 50 Silber für brauchen. Aber ja, naja gut. Dann, ich habe keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Wir halten hier erstmal eine Zeremonie ab. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Oh, Kirche. Das ist großartig. Schön. Und jetzt lassen wir uns für diese Glössung. Die Nationen sind willkommen. Ich frage mich echt, was das für Leute sind. Jeden Tag wird hier das gleiche gesagt. Die Zeremonie geht nur so ungefähr zwei Minuten. Vielleicht finden sie das deswegen auch alle so geil. Die sind verpflichtet dazu, zu dieser Zeremonie zu gehen, aber die ist halt so kurz. Da stört es dann keinen. 90 Silber. So kriege ich halt auch Geld nach und nach. Naja, letztes Mal habe ich auch vergessen, das Ding überhaupt zu checken. Ja, keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Zeug hier anfangen kann. Ich kann es auch nicht verkaufen. Die Nails, auch keine Ahnung. Die kann ich waschen. Ich weiß nur nicht, ob mir das irgendwas bringt. Ich bin sehr verwirrt. Aber gut, ich werde mal nachgucken, ob man irgendwie gut Geld machen kann. Wäre müssen immer noch irgendwie am Geld kommen. Denn von nichts kommt nichts. Und ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und die Varianten, um Geld zu machen, die waren... Ja. Okay, wir haben das schon abgehalten. Aber ja, nee, die kann man in die Tonne kloppen. Ich glaube, das mit der Kohle war nicht mal aufgeführt und das war immer noch der beste Weg aus meiner Ansicht nach. Ansonsten ist es halt Kirche upgraden, Graveyard, das bringt halt mehr Geld rein und etc. pp. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Und ja, Kohle ist halt so eine Sache, ne? Ansonsten ist es halt auch Fische sammeln, verkaufen mit einem guten Götter, aber das weiß ich auch noch nicht, wie das geht. Steine und Eisen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu doof, weil ganz ehrlich, Kohle gibt richtig viel Money. Das ist so... Gibt eigentlich fast genauso viel wie die Steine und alles andere, aber ist einfach viel einfacher zu transportieren. Weiß nicht, wie das mit Sand oder sowas aussieht. Das wäre vielleicht noch was. Sand und Clay. Und hier ewig lange Schaufel, sollte ich vielleicht aber auch erstmal gucken, ob ich den überhaupt verkaufen kann, aber wir machen einfach mal. Clay wahrscheinlich schon eher als den Sand hier. Eine Schaufel ist kaputt. Na super. Aber damit war ja zu rechnen. Dann gehen wir direkt zur Kohle über. Gut. Das war auch schon die ganze Energie, die wir so verwenden können. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir Sand verkaufen können, weil wenn wir Sand verkaufen können, können wir bestimmt auch Clay verkaufen. Und wenn wir Clay verkaufen können, also wenn wir Sand und Clay verkaufen können, dann gibt uns das bestimmt auch einiges an Geld. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, an wen wir das verkaufen. Im schlimmsten Fall an den Speed. Der hat dann nämlich kein Geld mehr. Und naja, wahrscheinlich aber eher an den Clay-Typen, also an den Ton-Typen, der aber wahrscheinlich auch nicht genug Geld hat, um uns auf 50 Silber zu bringen. Aber who knows? Wir werden sehen. So, schauen wir doch mal. Hier ist nämlich auch der Clay-Typ. Können wir auch direkt neben ihm hier Clay buddeln. So hier und dann verkaufen wir es ihm. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Naja. Können wir bei dir verkaufen. Kein Sand. Schade. Clay kann ich jetzt leider nicht ausprobieren. Dann gucken wir mal bei dem Schmied. Können wir auch direkt gucken, ob der mittlerweile wieder ein bisschen Money akkumuliert hat. Ansonsten bin ich sowieso ratlos, wie wir an Geld kommen. Also zumindest schnell. Dann können wir schon mal keinen Sand verkaufen, aber die Kohle. Oder halt die Eisenbahnen. Aber die geben halt auch nicht so viel Geld. Und er hat ja auch nicht mehr so viel Geld. Ich kann vor allem ihm die ganze Kohle verkaufen, dann ist er auch schon arm. Vorteil ist, unter zwei Kupfer kann es nicht sinken. Anscheinend. 18 Kupfer hat er jetzt noch. Und wir haben jetzt sehr viel Sand, mit dem ich nicht weiß, was wir damit anfangen können. vielleicht zu Glas schmelzen oder sowas. Das Einzige, was wir mal gucken können, ist, ob wir das dem Steinmetz hier oben bringen können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Steinmetz war links, ne? Ja, er war doch das Steintyp. Ne, auch nicht. Ja gut, dann gucken wir mal, ob wir das zu Glas umwandeln können. Oder wenn wir das dann verkaufen. Wahrscheinlich auch nicht schmied. Das ist so ein bisschen Kacke. Der hat halt jetzt kein Geld mehr. Können uns hier erstmal schlafen legen. Wobei, wenn wir das schmelzen können, sollten wir damit anfangen. Da brauchen wir halt auch sehr viel Wasser. Aber das ist weniger ein Problem. Wasser können wir hier einfach holen. Mit Energie. Ja gut, dann schmelzen wir hier erstmal Glas, wie wir halt können. Und dann legen wir uns schlafen. I'm so refreshed. Wo genau können wir hier Wasser holen? Wie genau können wir hier? Was können wir Wasser holen? Okay, sehr schön. Ich glaube, zwei Eimer werden wahrscheinlich sogar reichen. Wo auch immer wir die Eimer her zaubern. Dann können wir hier noch ein bisschen Wasser schmelzen. Wasser schmelzen vor allen Dingen. Ja und die anderen müssen jetzt auch erstmal fertig werden. Hm. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas an Holz verkaufen können. Wenn wir zum Beispiel so Woodenbeams oder Planks verkaufen können, wäre das vielleicht auch was. Nehmen wir einfach mal alles mit. Wir müssen meditieren. ein bisschen Zeit rumkriegen. Weil ich sag mal so, ähm, Bäume fällen kriege ich glaube ich noch eher hin, als irgendwelche Steine durch die Gegend tragen. Geh wir zu dem Holzballer-Typen. Mal gucken, was der uns so bieten kann. Ansonsten wäre eine andere Option, irgendwie herauszufinden, wie man an Karotten kommt, um mehr Leichen zu bekommen. Das kann auch nicht so schwer sein. Irgendwo muss ich doch Karotten herbekommen. So hier, Trade. Was bietest du mir denn so? Ja. Guck mal, das lässt sich hier gut verkaufen, diese fetten Dinger. Die wooden Beams. Der hat aber auch, warum hat der nur zwei Silber? Was ist mit dir denn falsch? Wie viel Geld hat der Steinmetz? Ich meine, da hätte ich eigentlich keinen Bock drauf, aber wenn der jetzt genug Geld hätte, der hätte mir einen 14 Silber. Also ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir erstmal unsere Schaufel reparieren. Vielleicht können wir ja Clay verkaufen. So, das ganze Glas noch schmelzen, alles was geht. Dann die Schaufel am Schleifstein reparieren. Das hat vielleicht auch direkt, weil die macht auch nicht mehr lange mit. So, und dann, 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 dann geben wir hier mal ein bisschen Clayfarm in der Hoffnung, dass wir das verkaufen können. Das kriegen wir ja direkt von hier unten irgendwo. Hier. Clay. Clay. Da kriegen wir auch nicht so viel, aber es geht trotzdem relativ schnell. Bevor ich mir jetzt da wieder die Schaufel dran kaputt mache, gehe ich auch erstmal in die Stadt und gucke, ob ich das wirklich verkaufen kann. Weil ansonsten weiß ich nicht wohin mit diesem ganzen Clay. So wie ich jetzt auch nicht weiß wohin mit dem ganzen Glas. Ich hoffe, das werde ich mal in der Laufe der Zeit doch verwenden können irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das können wir, also, wenn ich jetzt das Glas verkaufen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich das an den Schmied verkaufe. Kann, wenn. Und das bringt mir nichts, weil der kein Geld hat. Ansonsten könnte ich auch einfach Kohle fahren. Clay kauft er nämlich auch nicht. So ein Scheiß. Was kaufen die Leute überhaupt? Ich meine, aus Clay könnte ich immer einen Ton-Töpfe machen. Vielleicht kauft er die. Je nachdem, wie schnell das geht. Schauen wir mal. Der Schmied ist noch da. Okay, Glas kann ich aber auch nicht an ihnen verkaufen. Das ist nicht unbedingt schlecht. Dann wäre die Frage, ob ich Glas überhaupt an irgendjemanden verkaufen kann. Bei ihnen kann ich nämlich auch irgendwie gar nichts verkaufen. Wahrscheinlich echt nur, wenn ich irgendwelche deliziösen Gerichte oder so hätte. Halt das Fleisch. I don't know. Gucken wir mal, wie kompliziert es ist, aus Clay irgendwas zu machen. Und ob ich das dann verkaufen kann. Und für wie viel. Heh. Dafür brauche ich einfach nur Wasser. Dann kann ich ein paar Bowls machen. Also schwer ist es nicht. Wasser und Clay haben wir hier direkt um Elke. Aber wie effizient es ist und ob ich es verkaufen kann, müssen wir noch herausfinden. Ich lege mich erstmal wieder schlafen. I'm so refreshed. Ich weiß nicht, ob ich Snake noch irgendwas fragen kann. Ich hatte ja mit Madame da gesprochen, aber ich glaube, alles was Snake betrifft, waren wir schon ziemlich durch. Wir müssen ihm das Necronomicon besorgen. About that necklace. Da können wir nix fragen. Okay. Vielleicht brauchen wir auch das Necronomicon, um die Toten wieder zu beleben. Also richtig. Das würde hier sogar sehr viel Sinn ergeben. Also so oder so. Karotten und Geld. Das sind unsere Aufgaben. Ich kann nicht mal die Keramic Bowls an dich verkaufen. Willst du mich verarschen? Ich meine, du hast sowieso nicht so viel Geld, aber what the fuck? Den kann ich dir wahrscheinlich auch nicht verkaufen, ne? Ne. Der hat schön viel Geld. Gut. Dann müssen wir Wein anpflanzen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber ich weiß, dass das wohl auch noch profitabel ist. Ich kann hier noch ein paar Sachen ernten, wo wir schon dabei sind. Alles hier wieder rein. Und neu planten, was nicht geht anscheinend. Haben wir sonst von irgendwas anderem vier? Nö. Gut, dann halt nicht. Glas kann hier auch wieder rein. Und das Essen, alles hier in die Vorratskiste. Inklusive der Bowls. Die können nicht mehr da rein. Kein Platz mehr. Ei, 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 ei. Können wir noch eine Chest oder so hier reinbauen, haben wir irgendwie die Option, nicht wirklich Abbrotts und so können wir bauen. Aber ansonsten, die können wir ja nicht benutzen. Genau, Wein. Das war irgendwie hier drüben. Kann ich das irgendwie wegräumen? Rear the path. Flitches, diese komischen Holzdinger und zwei von diesen Metalldingern. Haben wir das noch? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Nur die Holzdinger nicht. Aber die können wir ja machen. Bestimmt irgendwie. Nun nicht hier. Hier dran eher. Zehn Stück reichen auch. Dann clearen wir hier mal den Path. Es ist frei. Hier können wir Reben anbringen. Ich weiß nur nicht, woher wir die Seeds dafür bekommen. Ansonsten können wir auch mal gucken, wie es den Refugees oben geht. Ob die mittlerweile drei Fröhlichkeit erreicht haben. Oder ob es wieder runtergegangen ist. Oder keine Ahnung. Ich schau mal. Hallo Fledermäuse. 2,95. Es ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ja, ich glaube, das Effizienteste wäre, ein neues Cell zu bauen. Aber dafür muss ich halt irgendwie an Stoff kommen. Wo ich keine Ahnung habe, wie ich da dran komme. Hm. Alles sehr merkwürdig hier. Haben wir denn irgendwie ein... der Technology für Stoff? Bei Smithing wahrscheinlich eher nicht. Bei Building wahrscheinlich eher auch nicht. Vielleicht Farming vielleicht? Hier ist auf jeden Fall Winemaking. Das müsste ich machen. Ja, Grape Farming. Können wir unlocken. Und dann Winemaking. Ganz schön. Zombie Winery. Ja gut, aber woher kriege ich jetzt Grapes? Ich denke mal, die kriege ich nicht einfach hier, weil das sind einfach nur Berries. Ich weiß auch nicht, ob ich Grapes schon mal irgendwo gesehen habe. Ansonsten könnten wir mal den Shortcut zur Hexe drüben ein bisschen ausbauen. Aber dafür müssten wir Sachen mitnehmen. Das ganze Glas jetzt, ey. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich muss mal die Sachen hier reintun. Ich weiß nämlich sonst nicht, wohin damit. Aber wobei, die Berries können nach oben. Die haben wir, glaube ich, schon in der Truhe. Ich habe einfach zu wenig Platz. Wir können uns erst mal wieder schlafen legen. Dann sind wir auch erholt. Tja, woher kriegen wir Grapes? Woher kriegen wir überhaupt Seeds? I'm so refreshed. Wir haben auch nicht mehr so viele Nails. Davon sollten wir wahrscheinlich noch welche machen. Ansonsten nehme ich einfach mal was von allem mit. Keine Ahnung, ob wir Steine brauchen. Und Metal Scrap wahrscheinlich auch nicht, aber ein paar Nails sollten wir machen. Der Rest sollte hoffentlich reichen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Ein bisschen Eisern. Jetzt können wir noch farmen. Das ist doch niemals schlecht zu haben. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass ich genug Energie habe, um die Brücke zu bauen. Ich esse das so sehr, dass man nicht genau sehen kann, wo man hierher laufen kann. Es ist furchtbar. Aber zum Glück scheint es dir zumindest nur einen Weg zu geben. Naja, mehr oder weniger. Gerade bin ich ja in einer Sackgasse reingelaufen. Aber größtenteils scheint es dir nur einen Weg zu geben. Da ist die Hexe, die immer noch einen Cauldron haben will. Ich weiß gar nicht, wie ich den herstelle. Woher kriege ich das Rezept für einen Cauldron? Bin ich jetzt bald mal da. So. Räumen wir noch das hier aus dem Weg. Und jetzt gucken wir doch mal. Aha, ich habe alles dabei. Sehr schön. Ich spüre, wenn das jetzt keine Brücke ist, ne? Okay. Ich dachte schon, die Technology, wofür? Hat er einfach so ein paar Bretter hier ausgelegt. So, hast du irgendwas Neues mir mitzuteilen? Ein Böder Freund hat mir gesagt, dass du einen Garten hast. Ist das wahr? Ja, ich plant ein paar Kruppen. Würdest du eine alte Frau helfen? All I ever do around here ist, helfe everybody. Ha, fine. Was willst du mich dir bringen? Ein Pumpkin. Ein Silver Star Pumpkin und in return werde ich dir wie ein Pumpkin-Soup machen. Ein Health Potion. Könnte ich machen. Ein Cauldron habe ich halt keine Ahnung. Wie baue ich so ein Cauldron? Gehe ich mal davon aus, ich habe alles, was ich dafür brauche, weil außer Eisen, was braucht man großartig mehr, um einen Cauldron zu machen? Muss ich halt noch irgendwie in eine Form bringen, aber ein Material sollte es reichen. Dann kann das ganze andere Zeug hier auch wieder rein. So viel Glas. Berries können hier rein. Ich habe sogar noch einen Health Potion. Das ist sehr gut. Dann bringen wir ihr den, ihr den, den, whatever. Und dann können wir auch direkt sie nach Hilfe fragen, weil dafür braucht man nur plus 20. Das kriegen wir auch durch den Health Potion. Was es dann mit dem Cauldron auf hat, kann mir eigentlich erstmal gestohlen bleiben, bis ich wieder ihre Hilfe brauche. Was früher oder später wahrscheinlich passieren wird. Weil irgendwie, keine Ahnung, erstmal muss man allen Leuten helfen, bevor man Hilfe von ihnen bekommt. Warum kann es nicht mal umgekehrt sein? Warum kann es nicht so heißen, so nach dem Thema, der hilft mir und dafür hat er was bei mir gut. Hier, Health Potion. Looks good. Let's try it. Oh no, I remember. I'm Clotho. And I remember where I hit my Cauldron. Okay, now I'm back. So what do you need from a gold Cauldron? I got some stuff. You know, you won't find Potions this good anywhere these days. Was hast du denn so? Golden Apple für 10 Gold. Wahrscheinlich. Sie hat auch ein Gold. Oh, vielleicht kann ich, oh, vielleicht kann ich bei ihr die Monster Sachen verkaufen. Oh, das sollte ich ausprobieren. Tree Apple Seedling, Bushberry Seedling, hm. Blue und Acid. Braucht man Acid nicht für irgendwas? Also für den Zauberer. Äh, nicht Zauberer, für den Astrologen da. Das wäre sogar morgen. Da gucken wir doch mal eben, ob der noch irgendwas anderes brauchte. Get some Acid. ja, 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 I need your help. Aber wo, wobei, ich brauche ihre Hilfe anscheinend nicht. Ich habe 5 Silber, ja, dann kaufen wir doch einfach mal Acid. Der Astrologe kommt nämlich morgen. Können wir ihm die Acid überreichen und das bringt uns auch einen starken Schritt weiter, weil dann können wir, wenn wir ihm den, äh, wenn er uns das Tagebuch vorliest und wir genug Friendship mit ihm haben, können wir ihn nach dem Vampir fragen. Wir können ihn nach dem Necronomicon fragen. Das können wir dann, im Dieb bringen, was uns auch immer das bringt. Ja, eins führt zum anderen, ne? Aber als erstes schaue ich mal, ob ich die Monster-Materialien bei ihr verkaufen kann. Also, ein bisschen Slime und alles, was wir hier noch in unserem Keller rumliegen haben. So, ein bisschen verstaubt. Boah, was ich hier alles so für scheiß verkaufen kann. Ich meine, es kann natürlich sein, dass wir das auch noch brauchen, aber ich glaube, ich brauche Geld jetzt eher als Zeug. Das kann ich auch immer noch neu fahren. Fledermausflügel vielleicht auch. Ja, machen wir erst mal so. Kann auch aus der Kirche rausgehen. Geht vielleicht schneller. Sonst laufe ich hin und her. Einer hier drin. Aber zumindest, dass wenn die das verkauft, sie ja das auch ankauft. Wäre ja komisch, wenn nicht. Aber wir schauen mal. Ja, toll. Hallo? Ich hoffe, sie kommt gleich raus. Ansonsten heißt es jetzt erst mal warten. Oder ich gehe später zu ihr und gehe erst mal zum Astrologen. Machen wir das. Das ist vielleicht eher ein bisschen safer. Die Asset, die müssen wir heute unbedingt abgeben. Die Olle, die steht ja hoffentlich jeden Tag da. Ich hoffe, dass die Hexe nicht nur an einem Tag da ist. Das war sehr merkwürdig. Aber auch eben gucken. Wo haben wir sie denn? Da. Nee, die ist immer da. Aber heute ist auch so ein Tag, wo wir nur durch die Gegend rennen, ey. Aber dafür kommen wir jetzt mal weiter. Auch wenn es nicht auf der Geldebene ist. Chickens, Chickens! Ich muss sie jedes Mal anschreiben, wenn ich an denen vorbeilaufe. Die sind der Erzfeind in diesem Spiel. Die Chickens. Ja, ich habe Asset. Hier ist der Asset. Ich glaube, es sollte mehr, ich glaube, es sollte mehr als genug sein. Es scheint, dass ich alles habe, ich muss, zuerst, die Pages part. Das ist just a moment, young man. A bit of Asset. The young are always in hurry. Aber where are you going? There's nothing up ahead. Du haust sie irgendwann ab! Das ist vielleicht die hurry. Halt. She pulled the papers apart. Almost. Oh, I've still got it. Let's read what it says. Here we have three parts of the barrel. A necklace with a sapphire, a golden angle, und ein Endless Notebook. Snake hat ein Endless Notebook. Ich glaube, ich weiß, wo ich die Necklace und die Golden Angle bekomme. Wenn ich was... Wait a second. Ich habe etwas anderes auf diesem Page. Mit meinem Freund, neben der Lighthouse, ich sollte ihm, Esmeralda ist pregnant. Ich glaube, ich werde eine Strecke haben. Ich habe eine Strecke. Ich habe eine Strecke. Amazing. Just unbelievable. What about the Necklace End? Wir waren über eine Necklace und eine Golden Angle. Yes, yes, es ist all collected. Das ist strange. Ich werde ein Kind haben. Of course, by now, er oder sie muss sich um 25 Jahre alt sein. Aber still. Wir waren über eine Necklace und eine Golden Angle. Young man, du musst, du musst. Ich weiß, genau, wo du kannst. Ich weiß, wo du kannst. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, was du kannst. Ich weiß, was du kannst. Esmeralda und ihr... OUR CHILD. Fine, I'll help. How did you people manage things before? Let's think where to start. Esmeralda arrived here with a gypsy caravan through the Doorded Pass. I can't leave because the Paschalabster here that they still have a small camp near the mountain fort north of the village. You should go there and talk with our brother. You should to be the gypsy baron now of his father's death. What about the Necronomicon? If I'm right, you used to work at the university. Yes. That were the good old days I think my life might have even had meaning. But now nothing moves me anymore. Well, I've known enough to know I'll never know enough. And besides all that, the Inquisition's rulescape become untenable, so in the end, I quit. Maybe you still have the connections there? I need one book. The Necronomicon. Oh, young man, I took that book with me. Nobody looks after that magic garbage. So I decided to give it to my friend. He can't read, but he likes the pictures. Necronomicon? What the fuck? Where's your friend now? Right here. He works as a lighthouse keeper. About the run-in with the vampires. You know, Heredric's wife mentioned that you once had an encounter with some vampires. Vampires? There was a long time ago, even before the Great Blast. Yes, it was in the glide to the right of the waterfall. My friend Keeper was with me. We were having a picnic, as I recall, and then four guys with fangs suddenly showed up and assaulted the Keeper. But some strange magic protected him, and they all turned into vampire jaws. Amazing. Do you know anything else about vampires? Well, for instance, I've read that vampire alchemists have discovered four groups of blood. More interesting, vampires only drink group O. The other groups give them cavities in their fangs, locus. Green eruptions on the skin, decades-long paralysis, and other nuisances. Well, my childhood dream has come true. I'm a detective, just like Sherlock hopes. So let's apply the deductive method, or inductive, doesn't matter. Heredric didn't recognize the guy, neither did Rose. And what's more, Farmer's son called out to him, but the individual didn't hear him. So he isn't a regular villager, and he has hearing problems. I've got it! I need to talk to Master Alaric and the Marquis. Hey, dear tube. About that book. Hi, do you still have that book the astrologer gave you? Yes, it's a big fat book. The pictures are ugly. I'm using a tassel leg for my wardrobe. Can you give it to me? I've already made a new leg, so why not? But it's a big fat book. And judging from the pictures, it must be very interesting. I'll trade it for a bunch of maggots. Wo kriege ich die denn? Will ich die bei dir kaufen? That would be funny. Ich hab halt null Plan, wo ich Köder her bekomme. Also wir müssen jetzt mit dem Gypsy Baron reden und mit irgendwem anderen, mit irgendeinem Marquis. Der Gypsy Baron war ja hier irgendwo. Da ist er. About Esmeralda. Can you tell me about your sister Esmeralda? Where is she now? You're your Inquisitor's friend, you know. I'll tell you about my sister. But on one condition. The Inquisitor's guard scrapped one of our friends. She's still waiting for a trial, so she might still be released. Ask your friend, Lord Inquisitor, to release her, and I'll tell you everything I know. He's not my friend, but I'll try to help. Oh, the Inquisitor comes. He came, I believe, yesterday. Also von daher hat sich das schon mal erledigt für jetzt. Naja, gehen wir erstmal zur Hexe. Wenn die die Sachen kauft, dann kann ich echt noch ein bisschen in der Biene nach Geld fahren. Und wenn nicht, dann weiß ich wieder auch nicht weiter. Trade. Sie kauft echt gar nichts. Sie kauft gar nichts. Gar nichts. Was ist denn los? Warum kaufen die Leute denn nichts? Ich meine, klar, sie hat die Sachen selber. Warum sollte sie sie kaufen? So, keine Ahnung. Aber was soll ich denn machen? Wie soll ich denn an Geld kommen? What the fuck? So, ich kann jetzt Wein machen. Aber woher kriege ich denn die Seeds dafür? Woher kriege ich Carrot Seeds? Ich habe keine Ahnung. So, what the fuck? Dieses Spiel sagt einem irgendwie überhaupt nichts. Also, ne, doch. Es hat einem viel am Anfang gesagt. Aber irgendwie, so manche Essential Sachen lässt es halt einfach aus. Das ist richtig merkwürdig. Das ist echt so ein Spiel, wo man ein bisschen verzweifelt, wenn man Sachen nicht nachguckt. Aber ich möchte eigentlich nicht nachgucken. Ich mache das nicht gerne. Aber mit den Storys anfangen kann, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt mal schlafen legen. Am nächsten Tag können wir wieder eine Zeremonie abhalten. Die uns auch nicht viel weiter bringt. Aber warum nicht? Können wir jetzt auch mitten in der Nacht machen. I'm so refreshed. Guck mal, hier ist einer drin. Hey, es ist unten eine Story. Prayer will be available again next. Ja, es ist der next. Wir könnten halt die Benches durch Soft Church Benches ersetzen. Wenn wir denn wüssten, was man dafür braucht. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich an Stoff komme. Immer noch nicht. Das würde uns auch nur mehr Faith geben. Bring 25 wood and 10 flyers for the next burning. Tja. Master Alaric. Ask about the vampire. Ist das der vom Flüchtlingscamp? Oder wer ist Master Alaric? Weil ich kann mich nicht erinnern, den sonst schon mal irgendwo gesehen zu haben. Und Flüchtlingscamp ist jetzt das Einzige, was mir dazu einfällt. Hauen wir doch mal nach. Oh, sie haben drei von drei Happiness. Oh, oh, oh. Ich muss ganz schnell zwölf Steine und irgendwas anderes noch besorgen. Wahrscheinlich, bis ich wieder da bin, ist es gesunken oder so. Keine Ahnung. Who knows? Haben wir überhaupt genug Steine? Nein. Klasse. Wo Steine auch kloppen hier. Die müssen wir auf dem Weg kloppen. Das ist, keine Ahnung. Gebt hier sonst eh nicht genug. Nehmen wir schon mal die mit, die wir haben. Und, keine Ahnung, Flitches, Sticks, Nails oder sowas. Was man alles gebrauchen könnte. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar Wasser brauchten. Nehmen wir einfach mal auch ein bisschen mit. Und jetzt müssen wir irgendwie auf zwölf Steine kommen. Ich meine, hier oben sind ja genug zum Abbauen. Sollte also passen. Ich glaube, wir haben sie schon. Ich glaube, wir haben sie schon. Was hast du gesagt? Malzahalweg, ich habe gesagt, the closest village. Village? Where? When? No, not pillage. The closest village. They are concerned. Burnt? But who did it? And why? Okay. The villagers are in a rage over vampires. Age of vampires? Das ist ein anderes Spiel. Vampires! Ah, yes, vampires. Vampires. Don't talk rubbish. I'd rather believe in the fluffy yellow rabbit that counts down the lightning. Vampires. So, you don't vampires exist? But the villagers saw them. Witnesses. Victims. I don't really doubt they exist. I'm absolutely sure of it. The joke is on you, my poor boy. Isn't it obvious? Please don't bother me anymore over such nonsense, alright? He's so confident, it's easy to believe him, but he's got to cover the green sword on his wrist. Astrologist said, that's a sign of a vampire on a bad diet. I'll stake out the tent at night and keep an eye on Alaric. I'll keep an eye on the wall. I'll keep an eye on the wall. I'll keep an eye on the wall. I'll keep an eye on it. And I'll keep an eye on it. Water well. 12 stones and just 2 iron metal parts. Okay, the rest is a gift. So, and now we go to the church. The church is very good and beautiful weather. I think the refugees just love rain because they're clean. Because they don't want to be too dry. They don't want to do well. They don't want to go off. Und da oben war halt grad so ein Schein, deswegen ist die Laune ein bisschen in den Keller gegangen. Hab nichts mehr zu trinken. I'd like to say a few words. Our church is great. Blabliblub. Gleich wie immer. And now let us pray for this blessing here. Heilige Schein. Ha ha ha. Ha ha ha. Nice. Ja, wir finden das alle super. Und jetzt könnt ihr alle wieder nach Hause geben und mir euer Geld geben. Go go. 90 Kupfer. Ach Leute. Wie soll ich denn davon überleben? Also das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ne, das brauchen wir auch nicht. Und hiervon brauchen wir auch nicht ganz so viele. Ne, warte mal. Die, die wir reintun wollen, sind schon viele. So. Das Wasser kann auch da rein. Jetzt haben wir hier noch mehr Glas. Jetzt ist die Truhe auch voll. Na super. Dann gucken wir jetzt doch mal, was da oben abgeht in der Nacht. Ich glaub, ob sie jetzt glücklicher sind, weil es Nacht ist und regnet. Ne. Aber egal. Ist übrigens ein Cauldron. Die ist noch hier. Sie werden mich einfach hier hinter das Zelt. Er wird mich niemals kommen sehen. Haben wir eigentlich noch eine andere Zelte rein? Öh. Oh, hier ist ein Storehouse. Können wir rein theoretisch auch die Materialien für den Well reinlegen? Ist das die Happiness-Anzeige? Was ein Scheiß. Und sie geht gerade sogar noch weiter runter. Was soll das? Oh, oh, oh. Cutscene? Oh, oh, oh. 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 Ich kann sagen, dass deine eigene Hörerung bereits regeneriert hat. Aber warum hast du gesagt, dass ich dich töten könnte? Du bist ein Monster, ich weiß, dein Geheimnis. Ich bin kein Monster und ich bin nicht so fuhlisch, als zu töten, den Graveyard-Keeper. Das würde alles ruinieren. Ich habe mir gedacht, dass ich etwas ziemlich nötig mit dir mache. Aber ich habe seitdem meine Meinung geändert. Du hast mich versucht, dass du mich besser als ich dachte. Und du könntest sogar hilfreich sein. Naja, sag das nicht zu früh. Also, was du mit mir machen wolltest? Du wirst ein Vampire nicht helfen. Ich werde dich allein für eine Zeit lassen. Calme deine Emotionen. Und schau deine verdammelsten Illusionen von Heroism. Time's up. Jetzt hörst du meine Worte. Und mach deine Wahl. Die Ancient Curse. Die Ancient Curse. Es ist zurück. Und ich muss stoppen, bevor es zu late ist. Das ist mein Worte. Das ist mein Worte. Es ist in der Ancient Contract. Ich habe die 1000 Bloodthirsty Zombies. Die Stadt. Die Stadt. Und sogar die Graefjord. Aber das Problem ist bereits zu advanced. Ich kann es nicht alles mit meinem eigenen. Ich will dir deine Hilfe, Keeper. Es ist... Es ist... Es ist eher nicht erwartet. Ich muss nachdenken. Oh... Ich verstehe. Du bist herzlich willkommen zu fragen. Aber erinnern. Wir sind bereits kurz vor Zeit. In den Vampir. Was wir ja herausgefunden haben, dass das der Alaric ist. Vater Alaric. Dieser komische Obdachlose da. Der Master Alaric. Learn some details from him. Das können wir direkt mal machen. Wir können im gleichen Zug auch direkt mal feststellen, ob wir diesmal den Brunnen bauen können. Letztes Mal hätten wir ja die Gelegenheit gehabt, wenn wir direkt die Materialien zur Hand gehabt hätten. Und dann war sie auch schon wieder fort. Ja. So. Wie sieht es hier aus? Ja. Wir haben die Gelegenheit. Ihr könnt es nicht sehen, aber wir haben sie. Drei von drei. Jetzt sprinte ich hier durch, um einen Brunnen zu bauen. Ich habe die Materialien nämlich dabei. Und zack. Er wird nicht mal gebaut. Er ist einfach da. So. Und jetzt sollen wir noch einen Tent bauen. Interessanterweise kann jetzt die Happiness bis auf vier hoch. Das hätte ich vorher gebrauchen können. Aber okay. Und für das, ja... Für das neue Tent brauchen wir... Stoff. Wo ich auch noch nicht weiß, wo ich den herbekomme. Wir sprechen hier erstmal mit Alaric. What did you do to the shepherd? Oder to shepherd? Absolut nichts. Ein kleiner Bump auf der Hände. Es war komplett harmlos. Ich denke, es könnte ihm etwas gut machen. Ja, bei dem Typen könnte man sich das vorstellen. Anyway, he is at home and his wife is looking after him. Has been a vampire since you were born? No. I was contaminated over 30 years ago. Some vampires kidnapped me, put me in a cage, tortured me and did this to me. I hate my curse more than anything, but there is no cure for it. I drink blood only in the most desperate situation to avoid a terrible death. Why did you attack the villagers? I didn't want to, but I am nearly dying of hunger. If I tried to attack anyone, the camp at the camp Teodoro would easily find me out. I remember a movie. There was a guy who drank red blood or he... I do not fear death. But I cannot leave this world without fulfilling my duty. What's the ancient curse? Well, obviously the vampire curse, or not? It was laid upon us two centuries ago, when disciples of the new faith destroyed the ancient bridge. Departed souls could no longer find their way to the land of the dead. They grew mad in despair, returned to their bodies and began killing everyone. The walking dead flooded the world. Only the ancient god and the ancient contract saved humankind from annihilation. What is the ancient contract? It contains the list of dictates which stave off the ancient curse. It was agreed to by representatives of new and old faith in the ancient god. My brothers and I, as signatories, were obliged to follow it faithfully and execute all its conditions. We did it for nearly 170 years. But as you can see, we failed eventually. Ha! You're even older than Moses. Not bad. I always considered it strange that graveyard keepers were informed of all this stuff. In the end, you're the guar... guar... guarantors of the contract. Alter, that gives auch keinen Sinn. Also, ich kann mir ja vorstellen, dass er erst in einen Vampir verwandelt worden ist, wo er sehr alt war. Aber er müsste ja wirklich 140 gewesen sein, wenn das erst vor 30 Jahren passiert ist. Das ist ein enorm hohes Alter für einen Menschen. Aber gut, in diesem Dorf oder dieser Stadt geht ja schon einiges komisches voran. Das kennen wir ja schon. Also, wir schieben es mal auf diese komische Welt. Why did the ancient curse return? Because the strictures of the ancient contract were violated too many times. What do you mean? The inquisition's cruelty. The cult's brutality. The ships of the dead stuck in the harbor. And most importantly, we haven't had a graveyard keeper for the past 30 years. Your predecessor was killed before you. The next chosen keeper were even born. There must always be a graveyard keeper. They are the guarantors of the contract. That's why I ask when we first met about the role you play. How can we stop the ancient curse? The curse began to return after the great blast. And according to the information I have, the fourth keeper, your predecessor, has been killed in the great blast. So we must unmask the murderer of the fourth keeper. Only the person who triggered the curse can stop its spread. Well, it looks like I'll be playing Sherlock Holmes a bit more. So there's nobody else who can help with the curse? Nobody. The other signatories are bound by a seal of silence. Except for me and my brothers. But it's useless to count on them. Why won't your brothers help with the curse? This is not the time or place to discuss them. Perhaps one day. But for now, know this. We can rely only on ourselves. I agree. To help. I know, it's not an easy decision. But it's the right one. Let's see. For starters, take these scrolls. They'll help you save a lot of time traveling. Then we should... We should... Should... Master Elric, what happened to you? Wait. I call them a key. No. Never him. If he learns that I'm a vampire, he'll pierce my heart with a wooden stake. With the greatest of pleasure. Blood. Just a drop of blood. Please. Hurry. Blood? Well, adult corpse blood is tasty, but three out of options. Gib ihm doch einfach was von deinem eigenen Blut. Bist du komplett behindert. What the fuck? Junge. Komm. Wir haben ja schon... Wir haben ja schon gelernt, dass der Typ ein absoluter Braindead ist. Er ist wahrscheinlich selber ein Zombie. Was auch Sinn ergeben würde in der Lore. Wir sind der Herrscher der Zombies. Wir wurden in einer anderen Welt überfahren, sind da tot und in dieser Welt als Zombie auferstanden. Habe ich gerade den Plot-Twist dieses Games herausgefunden. Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum unser Charakter so absolut verblönt ist. Kann froh sein, dass ich Blutauflage habe. Das... Wenn... Wenn mein Charakter hier auch noch in der Kontrolle darüber wäre, dann hätten wir gar nichts. Wäre er absolut am Arsch. Er hätte auch keinen Korps irgendwie, der... Also er hätte ja auch keine Karotten. Ich habe ja nicht mal Karotten. Wie sollte er dann Karotten haben? Das ist übrigens eine Sache, die ich letztens nachgeschaut habe. Weil es sich einfach angekotzt hat. Weil ich nicht mehr wusste, woher ich diese Seeds holen sollte. Und naja gut, ich hätte drauf kommen können, wenn ich ein bisschen mehr erkundet hätte. Aber ganz ehrlich, ich dachte, ich hätte schon alle Leute kennengelernt und sonst was. Aber dazu kommen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal das. Wir könnten den Typen natürlich auch erstmal da liegen lassen. Das würde zu unseren Typen ja passen. Dass er jetzt einfach so vergisst, was er überhaupt zu tun hat. Und erstmal anderen Sachen nachgeht. Und nach einer Woche fällt sie mal ein... Ach warte mal, da war ja was. Master Alaric, sind sie noch am Leben? Hallo? Oh, hier ist nur noch ein Häufchen Asche. Schade. Jetzt werden wir wohl nie lernen, was es mit dem Kontrakt auf sich hat. Bitte schön. Da ist ein bisschen besser. Aber das ist unglaublich fau. Was war es? Copsblut. Oder war ihr auf mich zu fragen, dass ich ein Villager volunteer his blood? Was ist mit deinem Blut, Junge? Oh nein, nicht wieder. Hallo, Diarrhoher. Aber du bist richtig. Danke, in spite of es alles. Wenn du willst, ich kann dir ein Regulary bringe dir ein Regulary. So, dass du nicht stoppen den Villagers. Das ist ein Deal. Und paying dir für den Service wäre das schlimmste, würde ich? Okay, ich habe etwas für dich jetzt. Es ist mein alten Vampire Sun Cream. Was? Das hätten wir mal irgendwie brauchen. Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Danke. May I ask, why did you say Teodoro would be glad to kill you? Because it's true. But that is one of those burdens that cannot be shared. You passed out and never finished your thought. Oh, yes. You must find the vampires who captured and tortured me 30 years ago. I remember they asked me about the ancient contract and the ancient curse. I'm sure they are somehow connected to the curse and the great blast. Where should I start looking? Do you have an address? I don't know. They sort of disappeared after the great blast. So, the trail is cold. Let me think. The astrologer told me that he and the fourth keeper were attacked by vampires. Some strange magic turned their attackers to vampire jaws. Maybe it's possible to find these jaws and disenchant them? I've heard of this place, I should inform Alaric. I know where we could start looking. But that event happened so long ago, any clue must be long gone. That's not a great problem. Borrow the Witcher's Eye from Teodoro. It's a special artifact for discovering things which are shrouded in the fields of time. Are you coming with me? I'm still too weak from hunger. And daylight is deadly to me. Yeah, because you don't hate your sun cream anymore, GD. Hmm. Well, I'll tell you if I find anything. Oh, Teodoro, I need something from you. I don't know. That's the guy over there. No. People live like slaves and don't even notice. How could this happen? About the Witcher's Eye. Maki, I'd like to borrow something from you. The Witcher's Eye. Alaric told you about that, did he? I didn't have trusted my secrets to that old scoundrel. Yes, I had it. But it has a precious thing, but it's a precious thing to me. A minor technical wonder, my father's masterpiece. And it's the only one of its kind. I'll be careful and I'll bring it back really soon. Hmm, no. But I know what my father would have done in this situation. If you accomplish your task, if you help all these people survive, then I shall give you the Witcher's Eye to you as a gift. One day we'll return and they'll pay for the crimes. I'll use it only to go from A to B to travel. If you ask me why I'm not taking care of it, I'm going to go to the Karottenhändler. And for that would be the Karottenhändler. Also to the Seed-Händler. He's going to be somewhere in this field. Or in this field. I don't know. I don't know. I've read the field and thought, well, yeah, good. I mean, I don't know if I've already talked about it. I mean, good. I don't know if I've already talked about it. Yeah, he has Seeds. No, he has Karotten. I can buy directly Karotten. I can buy them in my food. Uh, Carrot Seeds are quite as expensive. But I get from the Seeds more than a Karottenhändler. Do you have four Seeds? I can buy Karottenhändler out of this. I don't know. I'm going to buy the Seeds. I don't have enough money for all of them. I don't know. I don't know if that's all for other things. Also Seeds can I not even sell them. Then I just want to buy one Karottenhändler, einfach nur um zu gucken ob ich die verkaufen kann. Tatsache. Das ist semi gut. Ich kann ihm zumindest Sachen verkaufen. Ja, gehen wir erst mal zum Tevant Keeper bevor wir die einpflanzen. Dann können wir nämlich die Shortcut wieder zurücknehmen. Guten Tag Tevant Keeper. Warte mal, bevor die hier gleich abhaut, kann ich mit dir noch irgendwas bereden? I have some questions, no more questions. I found out about your necklaces. They told me that you didn't have your necklaces anymore. That crush? So you can't help this poor woman after all? Actually, you told me where your necklaces is. I'll try to get it back for you. Oh, this is so sweet. Speaking of sweet things, have you ever had a whiff of Miss Jane's perfume? Yes, it smells good. Oh, even you like it. I definitely need a vial. Can you talk to her and get me one? Why can't you ask her? I don't know why, but she doesn't like me. She's especially jealous of my friendship with Alisa. I'll try to get you some perfume. I could even try to make some myself. Ja, schauen wir mal. You better talk with my husband. He's in charge here. About your perfume. Miss Jane, could you give me a vial of your perfume? It's good, isn't it? But I'm tired of it. I'm going to make a new one. I still have a small vial of the old stuff. I could give it to you, but first I need a little help. Take this food to my sister. She lives in the middle of the swamp. And on the way back, catch a dozen of frogs for me. I'll need them for the dupe for you. What the fuck? What's going on with the people here? And how do I catch frogs? What do you have to trade? What do you have to trade? Recipes? Okay. No, that doesn't interest me at all. Give him Alryx Sun Cream. Sun Factor 300. Look at this. I took it from the corpse of the vampire. You did it. Amazing. You have helped us enormously. Oh, thank you. Thank you. Our village is grateful to you. Our hero. What you have done here today will not be forgotten. That's cool to hear, so... So? My reward? Sorry, I entirely forgot. I must warn you that the economic situation in our village is not the best. For Roderick, my reward. The town's duties have increased and the harvest has been good to us these past few years. For Roderick? Here it is. It's a sad day when even heroes can't show compassion for the common village. This game can't be once again on my side, right? Ah, no, he's not there. Perfect. I have nothing to say. Here's your money. Now I'm back again. Oh, I need to worry about 50 silver. All right. Karin and Roderick, get down to work. Go take a nap. Your new establishment will be ready by dawn. Yeah. Selbst wenn ich keine Nap mache, also am nächsten Tag, oder muss ich wirklich schlafen dafür? Und wenn ich tagsüber schlafe, wird's dann auch ready sein, wenn ich aufstehe? Ich gehe einfach gleich schlafen. Oder ich komme am nächsten Tag zurück, wie auch immer. Ich muss eh erstmal ein bisschen Farmzeug anlegen. Ich brauche Karotten. Ich brauche endlich mal mehr Leichen. Wobei, ich kann ja ihn noch nicht wiederbeleben, ne? Aber der Friedhof muss auch neu gestaltet werden. Hm. Ich muss auch mehr Steine farmen, aber dafür brauche ich Zombies. Es ist ein Conundrum. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Ich sollte hier die Karotten auf jeden Fall farmen. Sweet Seeds. Nein, Carrot Seeds. Überall Carrot Seeds. Überall Carrot Seeds. Und die restlichen können hier rein. Was ist das denn? Was geht? Achso, das ist das, was ich der Schwester bringen soll. Ich kann auch mehr Empty Garden Bats machen. Na komm, machen wir das voll. Auch wenn ich es nicht brauche. Aber ich muss ja irgendwo auch energielos werden sowieso. Und kann ich ja nicht schlafen. So, und jetzt können wir hier auch noch Weed Seeds anpflanzen. Und hier noch mehr Carrot Seeds. Ich dachte, ich hätte noch einmal vier. Dann halt nicht. Dann halt nur die Weed Seeds. Könnte mir auch recht sein. So, gute Nacht. Ah. Ja, die Tavern ist jetzt fertig. Und Horadric wünscht sich jetzt irgendwie, dass ich tot her. Was zur Hölle ist das? Okay. Ich weiß nicht, was ich hier mit anfrage. Also, ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit der Tavern zu tun. Ah, achso, die Portas Technik. Ich sehe es. Es sind Zombies. Es ist für die Zombies. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Geheimgang hier never mind. Ich gehe mal davon aus, dass dieser neue Gang mich jetzt in die Tavern bringt. Aber ich wollte eigentlich gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich die zuerst von außen sehen will, bevor ich von unten reingehe. Gehe. Gehen, gehe. Alter läuft man hier weit. Was haben wir hier alles so? In der Truhe haben sie mir schon mal nichts dagelassen. Hier kann ich kochen. Okay. Exit. Aber wofür ist dann diese Leiter? Ah, da kommt man draußen raus. Oh, so schön hier, meine Tavern. Und was ist das für ein Skull-Mieter? Ich habe sie nicht gebaut, ich habe sie nur in Auftrag gegeben. Wo ist der Musik-Mieter? Der Kassipp? Die Drinks? Wo ist der coolen Bartender? Ich mache jetzt verschiedene Kandidaten und... Wir müssen den all dick einstellen, es wäre so geil. Okay, hilf uns. Ich mache es, es ist nicht so geil. Deine Aufgabe ist, eine wundere Knochen von einem Bartender zu konstruieren. Und sie hier. Okay. Äh. Gehe zu deinem Arbeitsplatz und mach es. Und wie bringst du den Leuten... Also du kannst mit den Leuten reden, aber wie bringst du ihnen denn Getränke? Oh Gott. Schau deine Fragen später. Das war jetzt ein bisschen Fort-Wall-Breaking, aber... Okay. Wie baue ich das denn? Kann ich das hier bauen? Re-Fiat-Fest. Tabern-Tail. Ja, sowas brauchen wir doch auch. Cabernet with Artifacts. Und hier kommt das Money dann rein. Ist schon eine Ironie, dass wir jetzt damit Geld verdienen, nachdem ich erst mal ewig Geld verdienen musste. Box Rack. Box Rack. Okay. Wo baue ich denn jetzt diese Truhe? Was ist jetzt überhaupt mit der Maschine? Wofür wir die überhaupt komplett gebaut haben? Bleh! Mir ist eigentlich scheißegal, dass ich eine Devan hab! Ich will hier keine Getränke oder sonst was verteilen. Ich wollte ja nur den Keller haben, damit ich die Maschine da ausbuddeln kann. Ich glaube, das ist eine der chaotischsten Folgen aller Zeiten. Und eine, die am allerwenigsten Sinn macht. Wo baue ich jetzt so eine Puppe? Hier irgendwie an der Werkbank oder so? Ah, ja. Ah, ich kann sie sogar direkt bauen. Perfekt. Das sieht nicht gesund aus, wie die da liegt. Aber es ist zum Glück nur eine Holzpuppe. Oh, ganz schön viele Punkte gegeben. Sogar blaue. Warum gibt die blaue Punkte? Die blauen Punkte haben doch eigentlich was mit Anatomie und sowas zu tun. Ich meine, gut. Wenn man eine Holzpuppe menschengetreu nachbaut, hat das wahrscheinlich auch was mit Anatomie zu tun. Irgendwie will ich mal hoffen, dass man das so interpretieren kann ansonsten weiß ich nicht, was ich da gerade verbaut habe. Da ist er, deine Puppe. Läumig Arbeit, aber das ist gut genug. Du, Rick, es ist dein Turn. Rick, ist sicher, es ist eine gute Idee? Ich weiß immer noch. More complete, just think. You can work around the clock. Ah. He knows all the gossip and rumors. And he has 30 years of bartending experience. Before, he poisoned himself with an expired cocktail. And most of all, he doesn't claim a salary. Who's the genius here? Hmm. That makes sense. Talk to him. I've been waiting for you in the local cellar. I greet the new bartender. I guess he's gone, since you're such a skilled bartender. Could you tell me a little about it? Of course, a tavern is like a defenseless flower. Yes. Your duty is to care for it and nurture it like your own tribe. So you must remember this. There is a kitchen and a storage area in the cellar. Alkohol storage on pallets. We sell alcohol off the pallets around the clock. We need to make sure it doesn't run out. Sounds reasonable. But I don't have alcohol production. Customers like to buy alcohol, enjoy it themselves, but they like quality taverns. So the higher the taverns quality, the more customers you get. And the more customers, the more money. Oh, I'm already looking forward to the Supers. The wild screams, the drunk fights. It'll be marvelous. For starters, put some beer on the pallets. mehr über diese Maschine erzählen. About the Maschine. Na, endlich. Wir kommen voran. And now, I should break the wall to get the machine free. You're rich, my mind man. Go ho. Go ho. Ach du Scheiße. There must be a button. Push it. What the fuck? Is this the machine from Time Machine? Or so? That's a skeleton. Don't pay any attention. It's that inventor-keeper. Do you know how to use this device? The old keeper even even didn't ever let me get close. There must be instructions. There, I see them. Oh, he loved writing instructions. It works. We only need to put an artifact into this hole. And we'll witness a scene from the far past. An artifact? This is getting complicated. There must be an itemized list of artifacts in the instructions. By the way, the wrong order of artifacts could cause an apocalypse. And here, he included a complete list. The old keeper already handled most of the research. It says right here. The first is the statuette of the ancient god. And the machine says, let's look, the statuette's owner, Horadric. I'm totally confused. So am I. I put it more simply. Take the statuette from Horadric and bring it here. And take care of the corpse. Who's to the keeper here? Me or you? I thought, irgendwie die Maschine würde mir helfen, Tote wieder zu beleben. Ich meine, vielleicht tut sie das ja, indem sie mich in die Vergangenheit reißen lässt und mich herausfinden lässt, wie ich Tote wieder belebe. Erstmal haben wir hier wieder eine Leicht zu verbuddeln. Zum Glück haben wir noch ein offenes Grab. Und wir können es noch schön machen, hoffe ich doch zumindest. Ich frage mich auch, was passiert wäre, wenn ich den Body autopsiert hätte. Weil es war ein Skelett. Aber keine Ahnung. Ich wollte sie jetzt auch nicht noch mehr vergammeln lassen. Trotzdem frage ich mich immer noch, wie zur Hölle belebt man jetzt Tote wieder? Hast du eigentlich mal irgendwas herausgefunden? Nein, der steht hier einfach nur rum und es ist Deko in der Landschaft. Echt? Zombie Workers from Bodies here. Ja, aber das Problem ist, diese Bodies sind irgendwie immer noch tot. Bringt das irgendwas, wenn ich ihn an so einen Tisch da bringe, also zum Beispiel jetzt an die, an das Portal-Ding. Gibt es einfach gerade nichts für die Zombies zu tun, weswegen die hier halbtot rumliegen? Ich verstehe es nicht. Hey du hier, arbeite hier dran. Das scheint zu funktionieren. Das scheint zu funktionieren. Also zumindest steht er da drin. Sekunde. Wie zur Hölle kriege ich ihn dann dazu, dann Steine zu bearbeiten? Kann ich ihn einfach hier so dran stellen oder hat das so ein extra Ding? Ich meine, ich meine, ich hatte das ja schon freigeschaltet, oder? Technologies? Äh, nee, habe ich nicht. Oder? So, Zombie Mining. Was ist denn der Unterschied zwischen Quarrying und Mining? Kann ich ihn an den Stein bringen? Aber brauche er dann nicht auch eine Spitzhacke oder sowas? Ich meine, der Stein ist hier oben. Ich kann es ja mal ausprobieren, aber ist sehr seltsam hier. Hm, kann ich dir eine Spitzhacke in die Hand drücken? An Equip. Äh, bin sehr verwirrt gerade. Die brauchen ja bestimmt irgendwelche Tools, würde mich wundern, wenn nicht, aber kann ich ihn hier hinstellen? Kann ich ihn auch hier hinstellen? Kann ich ihn auch hier dran stellen? Oder hier an den Lagerplatz? Irgendwie? Nein. Also wir kommen dem Ganzen schon näher. Wenn ich jetzt zum Beispiel okay, ja, wir kommen dem Ganzen schon näher und er hat da Axt oder ach nee, die Axt liegt ja dabei. Aber was macht er denn jetzt mit dem Feuerholz? Wo ist das Feuerholz jetzt hin? Das ist einfach hier in der Truhe? Ja, anscheinend glaube ich. Ich weiß nicht, ob hier vorher schon was drin war. Wie zur Hölle schicke ich ihn denn dann in die Brauche ich vielleicht das 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 Crawling? I don't know. Ich brauche 50 blaue Punkte, um das zu erlernen. 55. Also noch 17. Irgendwas, was ich erforschen kann? Was mir mal eben ein paar blaue Punkte gibt? Das wäre mir wirklich eine riesen Hilfe, wenn die Steine farben könnten. Oder Holz. Ja, das hier, Death Powder. Das gibt einfach mal 17 blaue Punkte. Das wäre schön. Verzweifle ich aber. Hat immerhin 5 gegeben. Ja, das am Papier tue ich erstmal hier rein. Das Burial Certificate könnte ich zwar verkaufen, tue ich trotzdem erstmal hier rein. Im Moment brauche ich ja eh kein Geld. Habe ich hier noch irgendwas? Das Gehirn und das Herz. Das beides gibt blaue Punkte. dann erforschen wir das doch einfach mal. Das gibt bestimmt sehr viele blaue Punkte. Da habe ich sogar noch ein paar übrig. Ja, das gab sehr viele blaue Punkte. Das Gehirn machen wir jetzt trotzdem einfach noch, weil wir brauchen eh genug blaue Punkte für alles mögliche. Es gibt auch nochmal so viele. 50 Stück. Dann, ich mache es jedes Mal, dass ich die falsche Taste drücke, aber naja, können wir jetzt sagen, wo ist es hier? Stone Carving und Zombie Quartering und das können wir noch nicht, weil wir Marble Quartering brauchen. Aber das ist egal. Woodcutting wäre vielleicht noch ganz schön. weil dann bringen die mir einfach alle Ressourcen. Verarbeiten kann ich die selber. Mein Energiebett ist hier direkt die Oma Ecke. Ich könnte dann sogar einen anstellen, der mir das auch noch macht. Muss ich ihn dann zum Stein bringen? Ich verstehe das hier nicht. Ich bin sehr verwirrt. immer noch Fledermäuse. Zombie, hilf mir. Ich kann ihn hier nicht hinsetzen. Ich habe keine Ahnung. Also wir wissen, die sind schon mal nicht komplett braindead. Das ist schon mal gut. Aber wie bringe ich ihn jetzt dazu, dass er mir Steinmaterialien erneut? Wenn ich das selber machen muss, dann bringt mir das überhaupt nichts, Zombie Worker zu haben. Alles, was ich hier im Hof machen kann, das kann ich auch selber. Kann ich vielleicht irgendwas Neues jetzt craften? Ich meine, wir haben ja extra Stone Piles. Wir haben Stone Piles, wir haben Mugren Stock Piles, aber es bringt nichts, wenn ich die davor setze. Was ist denn, wenn ich ihn zur Eisenmine bringe? Das wäre ja auch was und das ist sogar noch weiter weg. Aber wie gesagt, mich würde auch nicht wundern, wenn ich ihm irgendwie eine Spitzhacke geben muss, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hier genau so eine Axt. Kann ich ihm aber auch nicht vorsetzen. Ah, hier kann ich aber eine Sawmill bauen und dafür brauche ich eine Axt. Okay, dann fangen wir damit doch mal an. Nee, eigentlich mit Steinen. Du müsstest eigentlich trotzdem mit Steinen anfangen. Aber so ein Schild gibt es bei den Steinen nicht, oder was ist hier drüben? Nee, das hat nichts mit Steinen zu tun. Und hier gibt es kein Schild. Egal, dann fangen wir halt mit Holz an, dafür brauche ich zwölf Flitsches und vier Nägel. Ist nicht zufällig hinter dem Ding was, oder? Nee. Steine muss ich offensichtlich noch selber holen. Ist das Binding denn echt nur für Kohle? Das Quarring eins für sowas wie Lehm oder so? Weil was hat man eine Quarry, wenn nicht Stein? Marble ist ja noch ein Ding, aber Marble ist ja ein Quarring 2. Ich lege den mal ein bisschen mehr an der Seite, sonst packt das hinterher. Ich habe Angst. Oh Gott. Wo packe ich den jetzt hin? Muss das mehr als einer sein? Ich weiß gerade nicht wie es funktioniert. Ich hole mal noch den zweiten. Meine ganze Fußspur hier. Daran merkt man, dass ich leicht verwirrt bin. Kann auch mal eben schlafen gehen. Ich glaube es gibt sowieso nichts, was ich da den Inquisitor heute fragen wollte. Ich habe ja seine Flyer noch nicht. I'm so refreshed. Letzte Mal vergessen, aber egal. Das war ja eh du ein Sekunden-Nap. Jetzt gilt es aber auch gute Arbeiter zu finden. Ich weiß den einen habe ich ja komplett auseinander genommen, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Und den, den wir ja umsonst geschenkt bekommen haben, der ist ja eigentlich ganz gut. Außer, dass ich dem glaube ich auch irgendwas rausgenommen habe im Nachhinein, weil ich irgendwas brauchte, seine Haut oder so. Aber das soll uns jetzt mal nicht belasten. Für unsere nächsten Zombie-Worker nehmen wir auf jeden Fall die Top-Notch an Leichen, die angeschleppt werden. Auch wenn wir da noch welche für den Friedhof brauchen. Aber jetzt haben wir eh unendlich viele Karotten. Wir wissen ja jetzt, wo wir sie kaufen können. Den könnte ich hier hinstellen, aber nicht sonst noch irgendwo einen hin tun? Wird das ganze Ding hier echt von zwei Leuten betrieben? Oh Gott. Okay, ja, der eine Typ transportiert, der andere hackt. Warum steht da jetzt die ganze Zeit A-Take? Das ist sehr verwirrend. Diese Fledermäuse, die rasten absolut aus. Work efficiency, 2%. Sogar der schlechte von beiden. Oder ist das einfach so ein grundsätzliches Ding? Ein Bug, dass da jetzt die ganze A-Take steht? Wirkt irgendwie nicht normal. Ja, aber eigentlich bräuchten wir viel. Lieber keine. Gut, was war unsere Aufgabe, bevor wir das gemacht haben? Ich hab's schon wieder vergessen. Wir sollten irgendwas für Gary machen. Wir sollten zu Horadric. Ich glaub nur irgendwie nicht, dass der uns einfach so diese Statue geben wird. Ich weiß auch nicht wie ich draufkomme. About the Statue Hey, lend mir a Statue of the ancient God, please. Hm, who told you about that? Do you believe in talking skulls? I even believe in talking donkeys. That Statue was forcing me to be sad. I'll be glad to get rid of it. Ask my wife Shane where it is. She does the cleaning. God bitte nicht. about the Statue head. Hi, Horadric sent me to ask you where his Statue head is. Why do I have to keep track of his stuff? Could you ask him then? No way we haven't talked for a week. Talk outside. Oh God mehr story. way I want to in the dark. Yeah cool. Listen, Horadric earns tons of money but he doesn't spend it on me. He spends it all on booze and girls. Are you sure? He went to the town with Cresswald last week. And when he got back I smelled a woman's perfume on his cloth. Anyway I needed you to find some evidence that you'll get the statue head. Why do we have to play for people ? It's not interesting quests. It's only with them talk with them. Can the people not with themselves talk? Frederick, I heard about your last trip to the town. Have you got any details? No, 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 no. No, it's a secret. It's a trade secret. It looks like my last hope is Cresswald. I'll bring the hexi first of your Cobashoff food there. How far are the carrots? They look good. Then we can die auch noch eben ernten. Ja, wir kriegen viel mehr Karotten mit Seeds. Ich weiß nur gar nicht, ob ich jetzt schon Karotten einpflanzen will, in das Ding da geben will, weil dann werde ich die ganze Zeit wieder von dem Esel genervt. So, auf eine andere Weise, jetzt wo wir ja wissen, wie wir Leichen wiederbeleben können, brauchen wir auch Leichen. Packen wir erst mal 20 da rein. Und den Rest können wir ja, keine Ahnung, haben wir hier irgendwo eine Truhe? Natürlich nicht. An jedem Scheißort eine Truhe nur da nicht. Ich habe auch vergessen, an welchem Tag der Esel nicht mehr kommen wollte. Ich weiß auch gar nicht, warum der an bestimmten Tagen nicht mehr kommen möchte. Kann mir sowieso scheißegal sein, wenn ich erst mal seine ganze Scheißkarotten brauche. Wahrscheinlich demnächst auch noch Öl. Hier ist so Essen. Hier ist so Essen. Kann das Problem sein, ich habe das Food überbracht und jetzt soll ich noch zwölf Frische fangen. Wie mache ich das? Kann ich die jetzt einsammeln, wo ich die Quests habe? Komm ich überhaupt da dran? Komm gar nicht an die Frische dran. Kann es eigentlich sein, dass mir... Kann kein Tool fehlen. Also gut, jetzt stellt mir eine Axt. Aber, that was not my point. Wie soll ich denn jetzt Frische fangen? Kaufst du zufällig Frische? Ja, tust du. Aber ich habe kein Geld und verkauf es auch nur zehn Stück. Ich brauche zwölf. Die muss man doch bestimmt auch irgendwie fangen können. Irgendwas übersehe ich in diesem Spiel. Wie immer. Aber gut, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen gehe ich jetzt nach Hause und speichere. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Wo ich wahrscheinlich schon wieder vergessen haben werde, dass der Esel mich nerven wird. Dann werde ich am Arsch der Welt sein, dann wird es Dinglungen machen und der Leiche wird da sein. Ja, so wird es sein. I'm so refreshed. Gut. Habt ihr das gehört? Da will ich doch nächstes Mal nicht mehr dran denken. Okay, wir werden eine verfaulte Leiche haben. Alles gut. Gar kein Problem. Passiert. Ich krieg 20 Millionen Achievements und eine Leiche, wenn ich, ja gut, guten Morgen, wir sind wieder da, ne? Äh, ja, letztes Mal hatten wir ja die Talking, äh Talking Walking Zombies freigeschaltet. Ich sag Talking, weil da war gerade eine Chiefman mit Talking. Ähm, komm mal her, Leiche. Wir präparieren dich. Ähm, wir müssen das Blut entnehmen. Das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau alles entfernt werden muss. Ich glaube, Fett war auch nicht gut, ne? Fett muss auch raus. Ich glaube, alles andere muss drin bleiben. Ich frag mich nur, warum wir dann einen Minus haben, aber keine Ahnung. Naja, gut. Die Leiche verbuddeln wir jetzt erstmal, die ist eh nicht so toll. Denn wir müssen ja auch ein bisschen den Friedhof aufwerten. Und alles. Drumherum. Zack, hier wird gebuddelt. Rein mit dir und zugemacht. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo noch irgendwelche Sachen, mit denen wir das gerade dekorieren können? Das sieht nicht danach aus. Ja, das heißt, wir müssen welche machen. So, wollen wir doch mal schauen, was haben wir denn hier? Wo mache ich denn überhaupt nochmal Sachen? Hier? Nein. Oh Gott, ich habe alles vergessen. Hier. Toll, wir haben... Wir können nur eins von beidem machen. Machen wir erstmal das hier. Und dann müssen wir ein paar Steine bekommen. Es wäre so schön, wenn wir dafür die Zombies beauftragen könnten. Aber ich konnte noch keine Steinmine machen. Das wäre jetzt wirklich hilfreich. Steine brauche ich eigentlich mehr als Holz. So, jetzt wollen wir noch den Fans machen und den dann auch direkt wieder zu unserer Kirche bringen. Wir haben auch Tag des Rituals. Das heißt, wir können glaube ich mal eben schlafen gehen, damit wir wieder volle Energie haben. Und dann können wir das Ritual abhalten. I'm so refreshed. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was überhaupt unsere ganzen Quests sind, weil ich habe das ehrlich in dem einen Monat, wo wir dieses Spiel nicht gespielt haben, alles vergessen. Aber sei es drum. Keine Person da, die eine Confession machen will. Unglaublich. Start praying. Wir haben immer noch nur das Normal Prayer, aber sei es drum. Mal gucken, ob wir demnächst ein anderes machen können. I'd like to save your words. Our church is great. Ja, das ist immer noch das gleiche. Und dann gibt es hier noch ein schönes Blessing. Alle freuen sich. Und dann gibt es ganz viel Money. Wenn sie nicht alle so knauserig wären. 99 Kupfer. So. Erstmal den Fans. Und dann noch das Grab. Wunderbar. So. Und jetzt gucken wir mal hier. Known NPCs. Wir haben 10 Millionen Aufgaben. Get the key von Gary. Rough the spirit laser to switch on the portal. Ja, gut. Das sind diese Main Aufgaben. Try to find out what the Gypsy Baron knows about Esmeralda. Okay. Ja, die sind ja alle so ein bisschen ineinander verstrickt. Und Horadric brauchen wir die. Genau. Aber dafür müssen wir mit seiner Frau sprechen. Die Frau will diese Weil. Und für die Weil... Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie alles ineinander verstrickt. Wir müssen irgendwie die Flyer für den Inquisitor bekommen. Das ist anscheinend eine der Main Aufgaben gerade. Und wir können irgendwie mit Cresswold sprechen. Über irgendwas. Dann gehen wir doch mal ins Städtchen hinein. Und schauen, was der Schmied uns so zu sagen hat. Ja, ja. Ja, das machen wir. So, kann ich mit dir irgendwas besprechen? About the trip to the town. Cresswold, where did you go with Horadric last week? The break of my workday is over. It's time to have a nice fat steak. Why are you always so unfriendly? Look, my life was harder boring. The damned contract. I always thought that the living was an interesting job. Sorts, Spears, Shields. But now I'm forced to make Darbertson's points for her rhetoric scene. Hmm. How can I get him to tell me? Your life is hard. I feel for you. Really? I don't believe it. But thank you anyway. Look, how Horadric purchased the new perfume for his wife. The wedding anniversary is coming up. It's a surprise for her. Okay. Können wir ihr das jetzt einfach sagen? Oder müssen wir ihr trotzdem noch das Perfum bringen? War das Haus hier schon immer da? Das ist mir irgendwie noch nie aufgefallen. Obwohl, ich bin... Ich dachte auch irgendwie das hier wär die Taverne. Never mind. Aber... Ich sag ja, ich bin verwirrt. Es ist... Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich hätte besser mit meinem Vater sprechen. Er ist in charge hier. So sie will auch zu viel frischer. Food has been delivered. Und... Tell her her Roderick's secret. Bristle said that Roderick bought you a new perf... Perfume for you. It's a secret. It's a scoundrel. He doesn't like my usual perfume. I'd rather that he'd taken a mistress. Thank you, Situate. I'm gonna give him a piece of my mind. Oh no. Lolo. Lolo. I think I'd better get out of here. Nee, ich will das mit anhören. Popcorn. Wo ist Popcorn? Ja, sie will immer noch das Perfume. Oder... Von ihr will ich das Perfume. Und... Sie will dafür... Zwölf Frische. Von denen ich immer noch nicht weiß, wie man die fängt. Wer wollte die Statue? Ich brauche auch noch Bier. Für den Keller. Ein Silver Star Pumpkin. Dex Motten. Weiß ich auch noch nicht, wie man die fängt. Wofür habe ich denn jetzt die Statue besorgt? Ach doch, Gary will sie haben. Okay, dann bring ich sie halt Gary. I guess. Gary, ich hab was für dich. I got the Statue. Strange, it looks familiar. It's that man with the red eye. And what now? Put it right there. Under the screen with the buttons. Gently, gently. Ready? Okay. Push the lever. What the fuck? A long time ago. The ancient god created the sky. The earth. Wheat whiskey. And three priestess sisters. To serve him. And he liked it so much. That he created priests. And legendaries. And many other people to serve him. The people were fools. They knew nothing. And could make nothing. But the ancient god was generous. And he gave the people house, food, water, clothes. And after death, their souls would float across the ancient bridge. And on through the land of the dead. But like all great stories. I've spoiled everything. in the end. Plop говоря, the east. Bloprence. Blopupblop Belt hep Whether it's a story or if someone might start to come alive? Ich bin hier, aber ich wachsiede von Böden und Röden und Freunden. Oh, ich verstehe es. Du willst mein Kind sein? Kind? Hörl, du weißt, was ich meine? Well, yes. Just tell me which animal you prefer and I'll... Oh my god, do you not know that I am a priestess of the ancient god? Yes, I know. And he chooses a destiny for each of us. Of course. And you choose me to serve him. So it's all for nothing? We can never be together? Oh, but my dear Shane, I entirely disagree with... Someone's here. Ähm... With the last sub-item we can... Ich hoffe mal, der hat was da wirklich nur da reingeschüttet und nicht was anderes gemacht. No, but Roderick, we can't. My sisters and I, we can see future and I saw no future for us. Well, that just means you're not looking close, Leonard. We'll be together, I swear it. No, no. Hurry, wait! Even the ancient god won't stop me! Glitch, glitch. Okay, Herodric hat alles kaputt gemacht. Der hat die ganze Welt zerstört. Yay, it works! Amazing! Wow! Look at the date, that was... 210 years ago. I say, die Leute sterben hier nicht. Wo kommen überhaupt die Leichnen her? How could we have seen Roderick and Shane there? Yeah, they must be a little older than they look. Maybe they use cosmetics? And live a healthy lifestyle? By the way, you can watch scenes more than once. Let's go on. So, the next one is an ancient wine flask. And... Adam owns it. Or the farmer's son. Or the miller. No, it's just static. You'll need to check all the people I mentioned. But what should I do with the statuette? Keep it under my pillow? Why not? Or build a special case in your tavern. Or, and put it there. Lots of people go crazy for ancient junk. Some might even pay to view it. Graveyard Keeper. Garden Keeper. Tavern Keeper. And now Museum Keeper. Ja. Das Spiel gibt mehr als es verspricht. Wieso haben wir kein Geld? Wir haben Besucher. Ich weiß, wir haben nichts zu verkaufen. Aber wir haben Besucher. Cabinet with Artifacts. Hier brauchen wir 8 von diesen großen Holz. 18 von diesen kleinen. Und 36 Nägel. Dann schauen wir doch mal. Aber irgendwie bezüglich der Frösche und der Motten und sowas. Ich glaube, wir bräuchten so ein Insekten-Netz für Frösche. Okay. Aber halt irgendwie so ein Kescher. Womit wir die Sachen fangen. Ich weiß nur nicht, wo wir den herbekommen. So, und jetzt brauchen wir 18 Stück hiervon. Wahrscheinlich noch mehr, weil wir auch noch andere herstellen müssen. Da kommt der Zombie mit neuem Holz. Der hat direkt gewusst, dass Holz wurde verarbeitet. Und da bringt er direkt Neues. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt welche hierzu noch abstempeln könnte. Aber ich glaube, das muss ich erstmal erlernen. Naja gut. Out of energy. Gehen wir erstmal schlafen. Good night. I'm so refreshed. Von daher arbeiten wir jetzt einfach mal durch. Die 18 Planks hier hätten wir. Aber ich glaube, ich brauche auch die Planks. Ach ne. Ich brauche einfach nur Beams. 8 Stück brauche ich davon. Kann ich auch machen. Kriegen wir hin. Die Baumstämme werden ja eh neu geliefert. Optimal. Und jetzt brauche ich noch ganz viele Nägel. 36 waren das. Ich habe 11. Und dann haben wir schon wieder keine Energie mehr. Und können auch wieder direkt schlafen gehen. Am nächsten Tag kommt der Händler. Aber mit dem möchte ich mich immer noch nicht verstehen. Auch wenn ich das wahrscheinlich früher oder später muss. Deswegen ignorieren wir ihn erstmal. Da kam anscheinend eine neue Leiche rein. I'm so refreshed. Dann wollen wir uns auch direkt mal um die Leiche kümmern. Wie geht es denn dieser Leiche so? Die ist schon besser. Dann entfernen wir Blut. Dann entfernen wir Fett. Und dann können wir tatsächlich überlegen, ob wir den als Worker einsetzen. Aber ich glaube, ich habe gerade nichts, um hier das Dings herzustellen, oder? Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo man das genau herstellt. Irgendwo da oben an der Dings glaube ich. Warte mal. Ich gucke mal eben. Das ist ja direkt hier oben ein. Obwohl, wir haben noch. Wir haben noch das Zombie Juice. Dann nehmen wir das doch mal. Das andere können wir in der Zwischenzeit hier reintun. Wir haben auch ein Alchemy Recipe, wo wir auch immer das her haben. Ich weiß gerade nicht, ob wir noch irgendwas anderes brauchten. Aber keine Ahnung. Wir beleben einfach mal noch einen Zombie wieder. Ach, und wir brauchen 10 Faiths. Davon haben wir aber genug. So könnten wir sogar noch einen zweiten wieder beleben. Ich habe halt, wie gesagt, gerade nichts, wofür ich die genau brauche. Aber früher oder später wird die Zeit kommen. Und dann bin ich wahrscheinlich froh, wenn ich sie habe. Abgesehen davon, dass ich die eigentlich dahin schicken wollte, um Steine zu behämmern. Aber... Resurrect! Und das ist Olaf. Die heißen bei mir ja hier alle Olaf. Aber ich kann nicht gucken, was er für Wert hat, oder? Work Efficiency. 15%. Wie kann ich die verstärken? Technologies. Was können wir denn hier machen? Oh... Zombie Technologies wären wahrscheinlich ganz sinnig. Die Sache ist, ich habe ja schon Zombie Mining. Gut, ich könnte ihn Kohle ranschaffen lassen, aber das will ich nicht. Es muss doch auch irgendwie was geben bezüglich, dass die da Steine hauen. Kann doch nicht sein, dass ich das selber machen muss. Was wäre das denn für eine Zumutung? Ich habe auch Coring. Bringt mir aber auch nichts. Irgendwie muss das doch an diesem einen Stein da gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann nicht geht. Sonst müsste es ja eine Steinmine geben. I need an axe. Warum habe ich keine Axt? Muss ich hier vielleicht die Dinge aus dem Weg schaffen? Vielleicht den Baum auch. Dass dann irgendwie ein Schild auftaucht, oder so. Anscheinend brauche ich erstmal nur neue Axt. Was brauche ich dafür? Ich habe alles dafür. Nice. Ach, naja gut. Gehen wir erstmal zur Taverne und bringen die Statue da weg. Da können wir auch ein bisschen das Inventar ausleeren. Oh Gary, ich habe alles um ein Kabinett zu bauen. Das Kabinett der Kuriositäten. Für alle die es nicht kennen, eine wunderbare Serie auf Netflix. Alles andere muss ich aufbauen. Aber das Ding, das steht hier einfach so. Croft vor allen Dingen. Jetzt kommen sie alle an, ja? Das hat ihr Interesse geweckt. Hoffentlich kriege ich jetzt mal ein bisschen Geld hier durch die Taverne. Auch wenn die immer noch nicht mal einen Stern hat. Hm, naja. Ich würde vielleicht auch daran liegen, dass hier sonst nichts ist. Nur dieses eine Kabinett mit dieser einen Statue. Das hat ja nicht doch mal eine super Taverne. Es gibt nicht mehr was zu trinken. Außerdem ist der Barkeeper aus Holz. Mit einem Geist. Der diese Marionette kontrolliert. Hellig normal. Also ich meine, dafür würde ich eigentlich sogar auch Geld bezahlen. Wenn ich sowas hören würde. Nur ich würde es wahrscheinlich nicht für legit abstempeln. Aber naja. So, und das Alchemie Rezept. Das können wir doch bestimmt lernen, oder nicht? Use. Protection Potion. Okay. Nice. Ich werde das wahrscheinlich nie verwenden. Weil ich eigentlich so der Typ bin in solchen Spielen. Ich verwende nie irgendwelche Potions oder so, die mir mein Leben erleichtern. Ganz selten mal. Aber nice. So, wenn ich diesen Baum jetzt hier fälle. Ist da ein Schild hinter oder drunter oder so? Die Antwort ist nein. Das ist nervig. Guck mal, so macht man das. So kann man zwei direkt gleichzeitig tragen. Das Ding ist voll. Das ist scheiße. Dann craften wir, keine Ahnung, noch ein paar Flitsches und Bodenbeams oder so. Bestimmt niemals schlecht das zu haben. Und bevor der Zombieter wiederkommt. Ist schon wieder eine Leiche. Fakke ich die Sachen hier schnell rein. Der kann mich dann mal. So, dann kümmern wir uns zurecht um die nächste Leiche. Und morgen ist Snake da. Aber das Snakeronomicon davon bin ich auch noch ein bisschen entfernt. Buddy. Das haben wir hier so. Und der ist auch nicht schlecht. Blut entfernen. Ich habe keine Energie mehr. Naja, gehen wir halt schlafen. I am so refreshed. Gut. Die Leiche ist in der Zwischenzeit wahrscheinlich komplett verrottet. Aber egal. Ach naja, anscheinend ist nun mit ihr fast gar nichts passiert. Ja, die Leiche können wir auch direkt wieder beleben. Und die nächsten Leichen können dann von mir aus alle erstmal begraben werden. Ich beschwöre dich aus den tiefsten der Hölle wieder hervor. Olaf. Ähm, welcher ist jetzt wer? Der hat 15 Prozent. Und der hat auch 15 Prozent. Okay. Also wird man noch irgendwas anderes machen können, damit die mehr Efficiency haben. Außer halt die Totenschäbel. Was mache ich jetzt mit denen? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob man bei Technologies hier irgendwas erforschen kann. Inborn Blacksmith. You like to work with red hot arm. Hammering relaxes you. And when the work is done, you always manage to find time to make extra nails. Gut, klingt jetzt nicht so spannend. So ein neues Prayer wäre halt vielleicht mal nicht schlecht. Das hier zum Beispiel gibt 25 Prozent mehr Money, 25 Prozent mehr Faith. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie noch irgendeinen anderen Effekt hat. Aber, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir echt mal auf ein anderes Faith-Ding hier gehen. Zum Beispiel Money. 50 bis 150 Prozent. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Und es gibt immer extra Silber. Ich verstehe diese Werte nicht so ganz, wie die genau gemeint sind. Und da ist auch noch irgendwas anderes, was abgeschnitten ist, was ich nicht so richtig lesen kann. Aber ich glaube, das hier erlernen wir mal. Ich weiß nur leider immer noch nicht, wo wir diese genau erlernen können. Oder craften können, ehrlich gesagt. Aber da steht hier irgendwas von Desk. Das Problem ist, Desk kann vieles sein. Das hier oben ist zum Beispiel ein Study Desk. Oder Study Table. Jetzt fragt mich aber nicht, was der Unterschied zwischen dem Study Desk und Study Table ist. Aber okay, hier ist eine Church Workbench. Das würde ja eigentlich auch Sinn ergeben, wenn wir das hier craften können. Aber wir können es nicht. Können wir einen Desk herstellen? Nicht wirklich. Ohne Weinpress. Wir wollen Bier haben. Wir wollen kein Wein. Was zur Hölle ist ein Desk? Crafted a Desk oder Desk 2? Ja. Ja. Aber wo zur Hölle kriege ich ein Desk her? Irgendwas hier übersehen bei Building. Ich würde ehrlich gesagt auch sagen, dass es halt in der Kirche sein müsste. Weil ich finde da wäre das am logischsten, dass man die hier herstellen kann. Aber ich habe keine Ahnung, was zur Hölle hier ein Desk sein soll. Ja. Was wäre jetzt die nächste Aufgabe? Irgendwie gucken, dass man irgendwie an Flyers kommt oder irgendwie Bier herstellt. Für Bier bräuchten wir Hopfen. Ich weiß nicht, ob wir die Seeds für Hopfen haben. Also da oben können wir auf jeden Fall was anpflanzen. Aber wir brauchen halt die entsprechenden Seeds, denke ich mal. Ja, ist halt die Frage, wie man genau hier Bier macht. Ist das auch eine Technology? Müsste ja bei Kochen wahrscheinlich sein. Nee. Bei Farming and Nature. Zombie Gardening wäre auch was. Hier ist Grape Farming. Hier Brewing bräuchten wir. Da bräuchten wir aber auf jeden Fall erstmal das hier. Und dann brauchen wir 100 grüne Punkte. Wir können jetzt ein Kompost... Okay, kümmern wir uns erstmal da drum. Aber grüne Punkte bekommen wir ja besonders... Wir haben schon wieder eine Leiche. Ja, nicht viele, aber dadurch halt. Äh... Unbed with Sticks, Kompost-Heap. Dafür brauchen wir 10... Dafür brauchen wir 10 Sticks, okay. Wir kümmern uns erstmal um die Leiche. Die können wir jetzt sowieso nicht wieder beleben. Oh, die sind jetzt aber irgendwie in letzter Zeit alle ganz schön gut. Aber ist ja auch gut für den Friedhof. Gibt ja dann mehr... Bonus auf die Punkte da. Sofern ich denn auch gute Dekoration habe. Tag rein mit dir und zugebuddelt. Dann schauen wir doch mal. Wir brauchen ganz viele Sticks. Und dann können wir erstmal ein paar Komposthaufen machen. Wir haben ja eh genug Sticks. Platzieren sie erstmal so. Bauen sie dann auf. Oder buddeln sie aus. Okay, es hat sich sichtlich nichts verändert, außer dass das Schild weg ist. Wir bauen erst das Schild dahin, um es dann wieder rauszubuddeln. Nice. Und jetzt kann da der ganze Crop Waste rein. Das heißt, der Crop Waste wäre wahrscheinlich auch angebracht, wenn wir den hier hinbringen. Sehe ich doch richtig, oder? Ich hole einfach mal alles daraus. Und dann mache ich eine extra Tour. Nehmen wir hier einen Trunk. Bauen den auch eben auf. Und drücken da dann alle Fertigungen dran rein. Und weil wir so schlau waren und drei gemacht haben, können wir auch alle drei befüllen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder schlafen. Für volle Energie. Oder belehren erstmal noch unser Inventar hier aus. Und gute Nacht. I'm so refreshed. Sehr schön. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was an dem Tag abgeht, den wir jetzt gerade haben. Ich glaube, da ist der Inquisitor da. Für den bräuchte ich halt irgendwie die Flyer. Ich weiß halt nur nicht, wie ich an Flyer komme. Ich weiß halt überhaupt nichts in diesem Spiel, ehrlich gesagt. Ich kann hier ein paar Zettel machen, aber das sind keine Flyer. Das ist nur Papier. Ich kann halt Ink machen und Clean Paper. Aber ich weiß nicht, wie ich daraus Flyer mache. Es sei denn, er will einfach nur 10 Papier. Aber ich glaube nicht. Hat ich ihm eigentlich schon das Firewood gebracht? Wenn nicht, dann könnte ich das ja einfach mal machen. Oder soll ich beides mitbringen? Dann können wir auch mal gucken, wie viele Freundschaftspunkte wir überhaupt mit dem Inquisitor haben müssen. Um ja die Frau zu entlasten. Die Gypsy Woman. Die Zigeunerin. Guten Tag. Hier hast du das Firewood. Ich bin glücklich, dass du uns mit uns in unserer rechtlichen Krieg bist. Ich brauche die Flyers, aber ich weiß nicht, wo ich die Flyer herbekomme. Oh, ich habe 20 Punkte. Ich glaube, ich kann vertraut werden. Ich bin nicht sicher. Aber sicherlich bist du mehr vertraut als die meisten meiner Gäste. Also hier ist deine Verpflichtung. Wenn du nichts zu spät, sag mir sofort. War das jetzt die Permission? War das jetzt... was? I don't know. Wo ist denn der Gypsy Baron? Ich habe immer noch die Aufgabe, aber... Naja, gehen wir mal zu ihm und fragen, ob wir irgendwas mit diesem Zettel anfangen können. Was haben wir da überhaupt bekommen? Graveyard Scroll. Used to open the western side of the graveyard. Hey, das wird es nicht sein. Und hat er mit ihm gesprochen, um sie freizulassen? Guck hier. Hey, graveyard eröffnet? Ja, deine Frau ist tot. Ja, wir können sie jetzt da bestatten, wenn du möchtest. Ne, ähm... Wir erweitern mal den Graveyard. Kann ich das hier? Unlock area. Nice. Kann ich hier aufräumen. Oh Gott, viel zu viel Holz. Oh Gott. Das muss ich alles wegschaffen. So viel Holz. Was soll ich denn damit machen, alles? Immerhin geben die großen Bäume nicht noch zusätzlich Stümpfe. Aber immerhin gibt es viele grüne Punkte, das ist gut. Aber hier diese Dornen, wenn man die ausgräbt, das gibt richtig viele grüne Punkte. Also suche ich mir davon wahrscheinlich ganz viel, wenn ich grüne Punkte farben will. Ich meine, ich habe es nicht vor, aber könnte ich den auch fällen? Ja, den könnte ich auch fällen. Aber das Holz muss ich halt auch noch irgendwie verarbeiten, weil im Moment bringt mir das so gar nichts. Äh... Naja... Hm... Dann machen wir halt ganz viele wooden Planks, I guess. Und wir müssen erstmal schlafen gehen, denn wir haben wieder keine Energie mehr. Ich könnte auch einfach ein zweites Holzlager machen, aber... Dann wüsste ich trotzdem nicht, was ich mit all dem Holz anfangen soll, also... Ja. I'm so refreshed. Es gibt sehr viel hin und her Lauferei. Meine Schaden tut es der Optik hier sowieso nicht. Nur... Ja... Meiner realen Optik. Sieht furchtbar aus, wenn da so alles rumliegt. Der Penner. Der bleibt auf dem Weg immer stehen. Und hat nur darauf gewartet, dass er mir da was hinlegt. Alter, der hat sogar... Wie viel hat der gleichzeitig gebracht? Machen wir halt noch ein paar Flitsches. Und nun... Weiß ich auch nicht, was sind unsere Aufgaben? Wir brauchen halt immer noch die Flyers. Ich weiß nicht, wo ich Flyers herbekomme. Und wir müssen... Irgendwoher... Vielleicht müssen wir echt mit dem Merchant mal nice machen. Ich wette, der Merchant verkauft solche Sachen, die total simpel sind. Wie wahrscheinlich ein Kescher, vielleicht ein Desk oder sonst was. Wird mich ehrlich gesagt nicht mal wundern. Naja, wir legen uns erstmal schlafen, damit wir wieder voller Energie haben. I'm so refreshed. Das hören wir heute ganz schön häufig. Ich weiß nur gerade echt nicht, was ich großartig machen soll, weil... Irgendwie bin ich stuck. Und ich habe die Befürchtung, dass es echt mit dem Merchant zusammenhängt. Wer weiß, was der uns alles verkauft. Was er jetzt nicht tut, weil er angepisst ist, weil wir seinen Garten einfach so benutzen. Vielleicht sollte ich mit den Zombies, die ich noch habe, die gerade nichts machen, einfach mal eine Eisenmine aufmachen. Vielleicht wäre das etwas, was sinnvoll wäre. Aber erstmal... Müssen wir eine Zeremonie abhalten. I'd like to say a few words. Our church is great. Blabliblub. Nice, nice. Ja, ja. Ha, ha, ha. Der gleiche Stuss wie immer. Wir wollen mehr. Ne, Pleiase. So, das Faith können wir direkt mal hier reinpacken. Und dann schnappen wir uns das Money. Das war diesmal sogar gar nicht so wenig. Und schauen mal, was wir genau brauchen, um eine Eisenmine zu bauen. Ich weiß nur leider gerade nicht ganz, wo die Mine war. Ich meine irgendwo hier. Ich weiß, ganz oben war Marble. Rechts war Kohle. Aber es gab auch irgendwo eine Eisenmine. Was soll ist das hier? Hier ist Marble. Was wollen wir, glaube ich... Ist hier Stein? Hier ist die Steinmine. Der andere Stein ist dann nur für mich. What the fuck? Iron Ore Stockpile. Warum sollte man Iron Ore... Ist hier auch die Eisenmine? Hier ist einfach alles. What the fuck? Stone Query right. Stone Query left. Hier ist einfach alles. Porter Station brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen zwei Spitzhacken. Ansonsten acht Flitsches und vier Nägel für jedes Ding. Also ich meine dafür... Ich brauche eh erstmal nur eins, aber ich baue das andere auch direkt mit. Also zwei Spitzhacken, 16 Flitsches und acht Nägel. Ne, 24 Flitsches, zwölf Nägel. Ich weiß nicht, wie viele Dinger ich brauche. Egal! Ich hole erstmal einfach ein paar Sachen. Wo wir dann schon mal hier vorbeilaufen, können wir auch wieder Holz mitnehmen. Warum nicht? Dann stellen wir doch auch direkt mal ein paar Flitsches her. Brauchen wir jetzt eh. Und ich muss unbedingt dran denken, das nächste Mal, wenn der Merchant da ist, mit dem zu sprechen. Also es wird ja am nächsten Tag sein. Aber ich hoffe, ich habe das bis zum nächsten Playstation, ja. Bis zum nächsten Playtime nicht vergessen. I'm so refreshed. Fast hätte ich es vergessen. Es kam schon ein bisschen spät. Und dann nehmen wir auch schon mal einen Zombie mit. Olaf, komm du mit. Ich finde, die Zombies haben auch ein bisschen was von Vogelscheuchen. Also ich finde, die sehen irgendwie weniger wie Untote oder halt Zombies aus. Sondern mehr wie halt wirklich ausgestopfte Vogelscheuchen oder sowas. Als wären es einfach Puppen mit Heu gefüllt. Gut. So. Dann wollen wir mal. Stone Query left. Boar Mining right. Können das ja dann zwei Pro sein? Oder? Ich verstehe das nicht so ganz. Naja. Jetzt setzen wir dich da einfach mal hin. Und dann brauchen wir noch einen Porter Station. Der Holzschamm da stört. Wer hat den denn hier gelassen? Ich stecke damit. Ich weiß halt nur nicht, ob hier einer reicht. Ob hier mehrere hin müssen. Wir brauchen Stockpiles auf jeden Fall. Können wir die auch weiter rechts hier hinsetzen? Weil irgendwie... Die Eisenmine ist ja hier vorne. Dauert auch ganz schön lange, bis der da fertig ist mit seinem Stein. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoller ist, ob die Zombies das Ding hier vorher tragen können. Ob es halt sinniger ist, wenn die das... Die fertigen Steine hier tragen. Außerdem wäre nice zu wissen, ob die dafür so einen Stockpile überhaupt brauchen. Fragen über Fragen. Ich würde sagen, ich bringe erstmal den anderen Olaf zur Porter Station und gucke dann, ob dann irgendwas passiert. Weil vielleicht... Vielleicht baue ich ihnen noch einen Stein-Stockpile dahin. Für den Fall der Fälle. Und dann muss ich unbedingt mal gucken, wie er ein Zombie Juice herstellt, weil da oben brauche ich viel mehr Arbeiter. Ich könnte natürlich auch einfach meine Holzarbeiter abziehen, aber dazu bin ich zu faul. Ich möchte jetzt am nächsten Tag mit dem Händler sprechen, in der Hoffnung, dass der mir ein paar Sachen gibt. Und ansonsten, äh... Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir wollten auch einen Zombie noch da hochbringen zum Dings. Vielleicht sollten wir doch nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Hier ist nämlich unser guter Olaf. Und den bringen wir jetzt mal eben zum Steinbruch. So, Olaf, du arbeitest jetzt als Transportkraft. Okay, der braucht anscheinend ein Lager, weil ansonsten hat der nichts, wo der das abliefern kann. Also brauchen wir einen Stone-Stockpile, wofür wir einen Nagel mehr brauchen. Ich könnte schon mal einen Iron-Stockpile machen. Warum brauchen wir auch für das Stone... Warum braucht man für das Stone-Stockpile so viel mehr als für das Iron-Stockpile? Da sind doch auch nur ein paar Bretter auf dem Boden. What the fuck? Naja, egal. Nehmen wir die hier mit und machen noch ein paar Nägel. Jo, Nägel am Amboss herstellen. War doch so, ne? Ja. Und dann ist jetzt aber auch der Merchant da. Das heißt, bevor wir irgendwas anderes machen, gehen wir erstmal da hin. Und gucken mal, was er von uns will. Hallo, Merchant. Try to get along. I think I was wrong about all that stuff with the garden, so I want to apologize. Sure. We are business people. Apology accepted. Oh, great. No, you just need to pay me one gold for the garden. And do me a small favor for me. How can I help you? My friend, I like delicious food. But lately I've been having stomach problems. After a good dinner, I get the hiccups and it's driving me mad. A friend of mine from the wine club told me that hiccup grass can help. I believe there's plenty of it in the swamp. I'd be very grateful if you could bring me some. Sure, I look around for some. Was hast du denn so zu traden? Gold Jewelry. Das sieht aber nicht sehr nach Desk aus. Aber der hat mega viel Money. Ich weiß halt nur nicht, was wir ihm alles handeln können. Ja, auf das ein Gold kann der lange warten, weil ich krieg nicht wirklich Geld zusammen. Es sei denn, ich kann ihm irgendwie Sachen verkaufen. Ach, guck mal, hier ist das Sigup Grass. Das können wir ihm ja direkt bringen. Haben wir sonst irgendwas, was wir ihm verkaufen könnten? Ein paar Organe oder so. Einfach verschiedene Sachen ausprobieren zu mitnehmen. Weil irgendwie müssen wir ja in Gold kommen. Ich meine, hinterher, wenn alles angerichtet ist, wie die Taverne und die Kirche, wenn die ordentlich ausgebaut ist, kriegt man dadurch auch richtig viel Geld. Aber... Oh, thank you. Why are you doing right up now? Pretty sorry. What a strange taste. Hm. Now I taste nothing. Wait a second. Let me take a bite of the spicy cookie I have in my pocket. Why? It's tasteless. I sense nothing at all. What did he give me? Ja, nein. Das, was du gefragt hast. Just what you ask for. Hiccup Grass. Oh my god. It's happened. It's a curse. Once when I was young, I was told that I lose the most important thing in my life. Who told you that? An old fortune teller. I was traveling with my caravan in the desert across the northern mountains. We stopped at an oasis. And there was this old woman. Everything she said came true and now this. I'm sorry to hear that. Wait a minute. Do you know any witches? No? Ah, doch. Diemshof. Hm. The inquisitor probably burned them all. If old clotho is still alive. She was pretty old when I was young. If she's still alive, she must be a real wit- You should find her in the center of the western swamp. Tell her that the merchant and priest who used to buy love potions from her need help. I'm sure she'll remember us. You were a priest? No, my brother was a priest. I don't want to talk about it. So I'm counting on you, my friend. Bring me a cure for this curse. Let's see what I can do. Du kaufst auch nichts von diesen Sachen. Grapeseed. Die brauchen wir für Wein, aber wir wollen ja eigentlich kein Wein. Naja. Kaufen wir mal zwei Stück. Wobei, wahrscheinlich brauchen wir vier, ne? Wir kaufen mal lieber vier. Dann haben wir zwar wieder kein Gold mehr. Aber naja. So, dann schauen wir nochmal. Können wir die Grapeseeds auch direkt anpflanzen? Craft. Ja, wir brauchten vier. Gut, dass ich die nochmal geholt habe. Na gut, dann bauen wir jetzt erstmal das Stein-Dings-Da-Boomster da. Und gehen dann mal zu Witch, würde ich sagen. Und wir können ein paar grüne Pflanzen hier farmen, indem wir das hier abbauen. Oder auch nicht. Das war ein Stein. Da ist doch so viel Dornen gewächst. Mach das weg. Hier oben ist noch was. Nein, nicht! Das hier. Wieso kannst du das nicht wegmachen? Naja, egal. So, wir brauchen ein Stone-Stock-Pile. Das kommt einfach mal hier hin. Und muss noch aufgebaut werden. Gut, jetzt können sie eigentlich anfangen, mir die Steine zu liefern. Aber gut, da der Händler jetzt nicht das verkauft hat, was ich erwartet hätte. Oder zumindest irgendwas von den Dingern, die ich brauche im Moment. Weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht, wie es weiter geht. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich die Frösche fange. Ich habe keine Ahnung, wie ich Fliegen fange. Also irgendwas, wahrscheinlich doch irgendwie zu verpassen hier. Ich habe auf jeden Fall sehr viel von diesem Hiccup-Grass. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich zu helfen. 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 Aber dann, der Markt komplett verliebt. Jetzt ist es fürbidden. Nur der Witch, die die Wälder auf den Wälder gelegt hat, kann das Potion zu erinnern. So, da ist keine Wälder für ihn? Ich habe dir gesagt, die Basiken, und du bist kein Witcher. Da ist eine Fancy-Word für was du bist. Chemist. Alchemist, richtig. So, du kannst die Potion für ihn kraftieren. Und ich erzähle dir die Rezepte. Nur Salz und Gesundheits-Soluzien zusammen. Danke. Create Spices. Den Health-Powder haben wir ja. Ich weiß nur nicht ganz, wo ich das Salz herbekomme, aber... Es wird ja wohl hoffentlich nicht so kompliziert sein. Aber ich weiß immer noch nicht, woher ich Frösche bekomme. Also, aus dem Sumpf, klar. Aber... Wie? Oder angelt man die wohl? Gab es hier nicht irgendwo auch einen Angelplatz? Ja, hier ist ein Angelplatz. Und ich habe hier auch noch nicht geangelt. Ein Aal. Aber wir haben ja noch zwei andere Fische, die wir fangen können. Auch wenn ich noch nie davon gehört habe, dass man Frösche angelt. Aber wer weiß. Okay, ganz vorne kriegt man immer Aale. Was ist denn dann das andere, was man hier hinten bekommt? Wir werden das wohl nie herausfinden, weil wir nur Aale angeln. Das ist, glaube ich, jetzt diesmal ein anderer Fisch. Der springt aber auch ein bisschen sehr herum. Und es ist kein Frosch. Die Lapia. Ja gut. Das war meine letzte Hoffnung. Ich sage ja, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie wie so ein Kescher oder sowas. Um irgendwelche Viecher hier zu fangen. Immer mal zwischendurch Holz vom Friedhof mitnehmen, wenn man es kann. Der Dieb ist heute da. Das bringt uns aber, glaube ich, nichts. Das heißt, wir können ruhig ins Bett gehen und erstmal ein bisschen Energie tanken. I'm so refreshed. Yes. Ich glaube, wir brauchen mal eine weitere Truhe. Können wir da eine machen? Drunk, ja. Ja, was können wir machen? Was steht sonst noch an? Wir brauchen eine Wine Flask vom Farmer's Son oder dem Miller. Das können wir mal eben noch machen. Und wir können auch Karotten ernten. So, er ist der Farmer's Son, ne? Ja. Wir brauchen meine Kursen. Oder mein Vater wird mich nervig. Ask about the Wine Flask. Ich weiß, das ist eine verrückte Idee, Junge. Aber wenn du, bei einer Chance, trinkst Wein? Was? Wie könnte ich das? Okay, vielleicht war es nicht so verrückte. Können Sie mir eine Flask? Ich gebe dir diese Flask. Aber nur wenn du nicht sagen darf mein Vater. Das ist ein Problem. Alles. Dann bringen wir die doch direkt bei Gary. Ich glaube, hier macht es keinen wirklichen Unterschied, ob wir Übergrund oder Untergrund herlaufen. Das ist beides sehr weit. Vielleicht ist es im Untergrund ein bisschen schneller. Doch, die Tavern ist schon ganz schön weit weg. Hallo, Gary. Hier ist die Wine Flask. Oh, da ist noch etwas Wein in dir. Hm. Es ist semi-sweet. Tastig. Aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Jetzt haben wir es einfach rein. Ab in die Vergangenheit. Gibt es wieder so einen riesigen... Ne, wir kommen einfach direkt in eine... In das Ancient Rome. What a lovely day it is. Today. How long have you been here? This is day two. What the fuck? Da wäre ich schon lange gegangen. Next. Great Priestess, Clotho. I bear a humble request for the ancient God. I... Wait mal. Priestess? Be quick, man. There's a line. Toh. Oh, god. Teaches, that through prayer you can achieve everything you could want. So we did nothing for three months straight. And just prayed, and... Oh, ancient god! I beg you. Why must they be so chatty? Anyway. We've quite run out of food. You are a decent man, my friend. The Ancient God blesses us. Revenge, dead away! Jane, help me! Klotho! Klotho! I'm okay, Bella. The Ancient God has sent me a vision. Sisters, something terrible is coming. Excuse me, but what about me? Go home and you'll get some bread, salt and black caviar, black caviar. Next! Excuse me, I just need to ask one teeny tiny question. The Ancient God forbid cutting in line. I think everyone is there just to ask a question. Also the nerves of some people. Klotho? But Klotho is our crazy witch from the swamps. The past 200 years have been rough on the old sort. Hmm, but where are you in all this? Well, we are only getting started. Time to press onwards. The next thing is Ancient Door Hinge. Hmm, it's in the ground. Somewhere between the village and Dick's home. So go find it and dig it out. Maybe I can search for more than one artifact at a time. Why not? The legendary, huh, is located in the farmer's house. Well, that might be difficult. But remember, you think the artifacts in the correct order is critically important. And... Yeah, good, wenn das eine schwieriger ist als das andere. Yeah. Hallo Leute, bezahlt mal dafür, dass ihr die Artefacts da seht. Ich weiß, wir haben nichts zu trinken und keine Stühle, aber... Wenn wir eigentlich irgendwie Tische oder sowas machen... Ja, könnten wir. Aber dafür brauchen wir Nägel und Holz. Dann holen wir das doch mal. Am nächsten Tag kommt der... Exquisitor wieder. Aber wir haben immer noch nicht seine Flyer. Weil ich auch keine Ahnung hab, wie man die macht. Ich hab die Befürchtung, dass ich dafür auch ein Desk brauche. Oh, zur Hölle krieg ich diesen scheiß Desk her? Das kann doch nicht so schwierig sein, einen Schreibtisch zu bekommen. Wir kriegen auf jeden Fall sehr viele Steine. Braucht ihr Nägel, oder? Ich mein, das wären Nägel gewesen. Eigentlich können wir auch direkt ein paar mehr machen. Warum nicht? Boah, wenn die Kneipe endlich schon mal ein paar Tische hat, dann bezahlen die Leute vielleicht auch endlich mal Geld dafür, dass sie da sind. Ich weiß auch nicht, warum wir überhaupt geöffnet haben, ehrlich gesagt. Okay, wir können zwei Stück machen. Machen wir das doch auch. Ich finde das interessant, wenn man das rotatet. Bei manchen gibt es einfach nur drei Stühle. Egal. Okay, wir sollen ein Artefakt finden zwischen Dick's Home und dem Village. Hier? Ja gut. Ancient Door Hinge. Hier ist der Ancient Door Hinge. Sorry, the Hinge is damp and dirty. Living Skals are not afraid of a little dirt. Ja, reisen wir direkt nochmal in die Vergangenheit. Ist das der Astrologer? Das könnte unser Gary sein. Von der Stimme her. Let's go divide up the inheritance. Schütz. Also ich dachte eigentlich an den alten Mann nicht, an die Leiche. Was zur Hölle passiert mit Leichen? Es ist so annoying, wenn sie am Wochenende sterben. The fuck? Plata, what a surprise. Tea? Kaffee? A little, little meat with pepper? Okay, wahrscheinlich ist es nicht Gary, sonst würde er ja Kloto kennen. No, no. Once was in Nuttigus. Our God has sent me a vision. I saw fire, bloodstained blades and corpses. Oh, and the ancient portal. My vision? Oh, oh, oh. I want you. Your experiments with mushrooms could be. I need the keys to the portal, funny man. Right now. Sorry, the ancient God forbids me from giving them to anyone. Perhaps a sweet cupcake would suffice? Suffice? Suffice, for sure? I had a vision, Diggus. He wants us to use the portal. Don't shout, Kloto. It's not healthy for people who are a thousand years old. Listen, aren't you afraid for Frederick, your adopted son? I'm afraid. That's why I can't give you the keys. The portal is unpredictable and dangerous. You have a cupcake instead of your brain, you old fool. I remember that place. That's where the keeper dug me up. He was looking for spare bones for his zombies. Na, könnte er vielleicht doch sein. Wenn er sich nicht an seinen Namen richtig erinnert. I woke up and I couldn't remember anything. But I wanted beer. That keeper named me Gary. Ja, gut, dann könnte das jetzt sogar echt sein. Dann wäre er der Vater von Horeadric. Wann geben die Leute endlich Geld aus? Wir gucken in das Haus vom Farmer, komme ich nicht so einfach. Was haben wir denn sonst noch so für Aufgaben? Es hängt halt irgendwie alles zusammen. Ich werde nochmal versuchen mit dem Inquisitor zu reden, aber ich weiß nicht wie viel das bringt. Also wenn wir mit dem Inquisitor nicht reden müssen, ist glaube ich unsere erste Priorität wirklich herauszufinden, wie wir diese Flyer anlegen. Weil dann, das ist so praktisch das Beginning und dann geht alles nacheinander ab. Aber ja, kann natürlich auch sein, dass es irgendwo anders festhängt, weil wir erst etwas anderes brauchen, um die Flyer zu machen. Aber ich weiß nicht, wir können halt mit ihm nicht reden. Hey, stopp, steak around, you've been warned. I'm just walking around. There's nothing to see here. Then, what are you doing here? It's an ambush. Hm, I'm not an expert, but it doesn't look like an ambush to me. The Inquisitor had a bad dream about this portal and the cultists. So now we're waiting here for the cultists. What cultists? Hm, bad cultists. They're definitely connected with witches. Help me out here, Tom. They're witches' cultists, bastards. They want to kill our beloved king. If they win, they'll put an end to the Great Inquisition. Yeah, and we'll lose our jobs. Maybe you're a cultist. No, no, I'm the graveyard keeper and I'm leaving. I can't check the pedestal where they're here. What are the portal guards for? Monsieur, what do you think the guards here on Witch Hill are really necessary? Monsieur, the town is full of rumors. Someone who'd been seeking forbidden knowledge. Damn heretics. Last time, their dark rituals here on the mountain ended with a great blast. We can't be too careful about such things. We can look after the hill. I'll let you know, if I see anyone come by. Your guard ambush is obvious from a mile away. You're right. But are you worthy of the sacred trust? Wir brauchen die scheiß Flyers. Mir reicht's jetzt. Ich google jetzt, wo ich ein Desk her bekomme. Ich glaube, davon hängt alles ab. Ich will ja eigentlich nicht googeln. Aber, ganz ehrlich, das ist doch lächerlich. Das scheint so ein Basic-Item zu sein. Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht habe. Required Technology Writing. Hab ich das? Oh. Unprint Desk. Ja gut. Desk 2. Können wir auch direkt klären. Eieiei. Na gut. Dann hat sich das auch schon mal erledigt. Ja, manchmal muss ich einfach ein bisschen mehr... ...ich konzentrieren und Sachen durchgucken. Aber, ja. Wo stellen wir den denn jetzt her? Hier? Im Haus? Hätte er gesagt in der Kirche oder hier draußen? Wobei draußen für den Desk ein bisschen komisch wäre. Ne. Wird wahrscheinlich in der Kirche sein. Beziehungsweise unter der Kirche. Da. Was zur Hölle brauche ich dafür? Was ist das? Eine Lens. At Carpenters Workbench 2. Hab ich das schon? Ne, dafür brauche ich das hier. Dafür bräuchte ich 200 rote Punkte. Was auch grundsätzlich nicht schlecht wäre. Weil ich brauche ja auch dieses Material da. Aber dafür muss ich erstmal an rote Punkte kommen. Ich meine, wir können ein paar Steine craften. Die brauche ich ja jetzt auch. Ja, ist mir gerade das Spiel weggecrashed. Naja gut. Ich weiß nicht, was jetzt noch gespeichert hat. Wir haben die Ancient Flask noch nicht. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch die Tische drüben in der Taverne noch nicht. Lernen die Writing Technology. Lernen jetzt aber vielleicht zuerst das Assembly Stand. Können wir nämlich mal gucken, ob wir die Workbench hier upgraden können. Oh, da müssen wir wirklich eine neue machen. Wir müssen eine neue machen. Aber dafür brauchen wir so Mechanical Teile. Ich muss mal schnell zum Farmer-San. Ich habe hier mal ein bisschen anderen Tisch reingebaut, um ein bisschen Variation reinzubringen. Eigentlich hatte ich einen mit drei Stühlen ausgewählt. Aber okay. Gut. Nevermind dann, I guess. Variation gibt es in diesem Spiel nicht. Nur in der Fantasie. So, dann machen wir jetzt mal eine Workbench 2 hier. Gucken, wo die noch hinpasst. Über die andere. Brauchen wir die andere überhaupt noch, wenn wir die hier haben? Ich glaube, wir können alles an der herstellen, was wir auch hier herstellen können und mehr, oder? Ja. Na guck mal, hier hätte ich die auch upgraden können. Da wäre die Upgrade-Funktion gewesen. Na ja, gut. Dann... Remove das hier mal. Können wir so eigentlich noch das Steining benutzen? Ja, aber wir haben nicht genug Energie. I'm so refreshed. Do we have a moment, friend? Thank you. It's thanks to you that I can be proud of my son. I've waited for such a long time until the day he started drinking in secret. Uh, are you serious? Yes. That's where I finally found the gumption to disobey me. My boy is growing up. It's a good thing you never told me anything about that flask. Okay, random. Na ja, egal. Machen wir mal hier Flitches. Dafür brauchten wir... Nicht Flitches, äh... Desk. Dafür brauchten wir Flitches und Nägel suchen. So, ein Desk, bitte. Den können wir direkt hier platzieren. Warum nicht? Passt ja. Der muss sogar nicht aufgebaut werden. Yay! Können wir hier Flyer machen? Ja! Und dafür brauchen wir nur, äh... Ink und Quill. Dann kriegen wir 5 Flyer. Das heißt, wir brauchen 2 davon. Wie können wir die machen? Tenant Ink. So rum. Bei Federn. Woher kriegen wir Federn? Und für Ink... ...brauchen wir auch was. Black Paint. Crafted at Zombie Alchemy Workbench. Oder Alchemy Workbench. Und das hier. Crafted at Furnace 2 oder Furnace 3. Okay. Feather? Keine Ahnung. Alchemy Workbench. Okay, dafür brauchen wir auch diese Gläser. Furnace! Die müssen wir upgraden. Advanced Smelting. Furnace 2. Okay, wir brauchen... 20 grüne Punkte. Nee, nicht die Fledermäuse. Wäre schön, wenn ihr Federn droppen würdet. So, ich kriege ja grüne Punkte, wenn ich das hier ausbuddel. Zwar nicht so viele. Aber wir brauchen ja auch nicht so viele. Guck mal, wir haben sogar schon 20. So. Dann wollen wir das hier unlocken, damit wir Furnace... ...Nummer 2 lernen. Und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal schlafen gehen, weil wir sonst nicht genug Energie haben. I'm so refreshed. Ja. Wir brauchen auch noch welche von den Dingern hier. Und upgrade. Oh Gott, das kostet richtig viel Energie. Ja, da können wir direkt nochmal schlafen gehen. I'm so refreshed. Gut, dann upgraden wir die. Ui, hier hat ein Schornstein bekommen. Dann upgraden wir noch die anderen beiden. Wenn die Energie denn dafür ausreicht, das kostet scheiße viel Energie. Und dann upgraden wir noch die hier. Das wird nicht reichen. Aber egal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt schlafen und wenn es speichert, machen wir erstmal wieder Pause. Ist auch Zeit des Rituals. Das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Ja, das war die erste Season von Graveyard Keeper. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die zweite wird auch demnächst folgen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt drauf wie ich. Und mal schauen, was danach noch so passieren wird. Bis dahin bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Nacht. Oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Season 2 von Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.